Jonathan Stroud, Bartimaeus, das Auge des Golem, gelesen von Gerd Köster Prag, 1868 Bei Sonnenuntergang entzündeten die Feinde eines nach dem anderen ihre Lagerfeuer, und es waren so viele wie noch in keiner Nacht zuvor. Die Lichter funkelten wie glühende Edelsteine in der kargen Landschaft. Im Gegensatz dazu waren bei den Häusern hinter unseren Mauern die Läden verrammelt, die Lichter gelöscht. Es war eine seltsam verkehrte Welt. Die Stadt Prag lag finster und tot, wogegen das Land ringsum vor Leben loderte. Ich schwebte hoch über dem Strachaufkloster, dicht hinter der massiven Stadtmauer, die ich vor dreihundert Jahren errichtet hatte. Mein Blick überprüfte alle sieben mir zugänglichen magischen Ebenen. Zauberer benutzen Kontaktlinsen, um auch die zweite und dritte Ebene wahrzunehmen, aber die meisten Leute müssen sich mit der ersten begnügen. Was ich sah, trug nicht zu meiner Erheiterung bei. Ein Großteil des britischen Heeres war unter Tarnzaubern verborgen, doch schon brandeten erste Ausläufe an den Fuß des Burgbergs. Menschen, Truppen marschierten zielstrebig durchs Dunkel. Mittendrin stand eine Gruppe gewaltiger reißer Zelte, deren Kuppeln an die Eier des Vogels Rock gemahnten und die von oben bis unten mit Schutzschilden und anderen Bannzaubern überzogen waren. Am Strachauf-Tor, dem äußersten und verwundbarsten Punkt der Stadtmauer, hatte man den Turm erhöht und verstärkt. Die uralten Torflügel waren mit dreifachen Schließzaubern und unzähligen Auslösemechanismen versehen und auf den bedrohlich aufragenden Zinnen wimmelte es von scharfäugigen, hellhörigen Wachposten. So war es jedenfalls gedacht. Hin zum Turm flog ich mit Falkenkopf auf Lederschwingen in mein Tarngespinst gehüllt. Mit bloßen Füßen landete ich lautlos auf einem Sims und erwachtete zum nachdrücklichen Beweis äußerster Alarmbereitschaft, unverzüglich in scharfem Ton angerufen zu werden. Nichts dergleichen geschah. Ich warf meinen Tarnzauber ab und wartete auf irgendein diskretes Zeichen, das mich jemand bemerkt hatte. Ich hustete. Immer noch nichts. Ein schimmernder Schild schirmte einen Teil der Brustwehr ab. Dahinter kauerten fünf Wachen, sämtlich niedere Chin, kaum besser als Folio. Ihr Schild war ein ziemlich windiges Ding, weshalb darunter ein ziemliches Gerangel im Gange war. Hörst du wohl sofort auf zu schubsen? Aua! Was befälligst auf deine Klauen auf, Blödjahn? Dann rutsch eben ein Stück mein Hintern, guck aus! Der faltenköpfige Krieger legte die Flügel an, trat auf die Wachen zu und machte sich bemerkbar, indem er sie packte und mit den Köpfen zusammenstieß. »Nennt ihr das etwa Wache stehen?« schnauzte ich sie an. Ich war nicht zum Scherzen aufgelegt. Nach sechs Wochen ununterbrochenem Dienst lag meine Substanz blank. »Hacken hier oben auf einem Schild und zanken sich wie die Fischweiber. Habe ich euch nicht befohlen, aufzupassen?« Klägliches Genuschel, herumdrucksen und betreten zu Boden blicken, war die Antwort. Dann hob der Frosch die Hand. »Bitteschön, Mr. Bartimaeus, Sir. Wozu sollen wir sie eigentlich wache halten? Die Engländer sind überall zu Lande und in der Luft. Und es heißt, die hätten eine ganze Kohorte Afriken dabei. Stimmt das?« Ich richtete den Schnabel zum Horizont. »Wer weiß.« Dem Frosch entfuhr ein Klagelaut. »Aber wir haben überhaupt keine mehr, seit es Phöbus erwischt hat, oder? Und außerdem hat der Anführer diesen Zauberstab dabei. Ein supermächtiges Ding. Damit soll er auf dem Weg hierher Paris und Köln in Schutt und Asche gelegt haben.« »Wer weiß.« Dem Frosch entfuhr ein Aufschrei. »Aber das ist ja furchtbar. Es hat schon den ganzen Nachmittag Beschwörungen gehagelt. Und das kann nur eins bedeuten, nämlich, dass Sie heute Abend angreifen. Dann sind wir morgen früh alle tot.« »Diese Art Gerede war unserer Kampfmoral nicht unbedingt zuträglich. Erzähl mir mal zu, mein Sohn. Wie heißt du eigentlich?« »Nubin, Sir.« »So, so, Nubin. Man soll nicht immer alles glauben, was man hört, Nubin. Die Engländer haben eine starke Streit, macht keine Frage, aber wir haben ein paar Tricks auf Lager, da können sie einpacken.« »Welche denn, Sir?« »Tricks, die man mit drei lieblichen Wörtern zusammenfassen kann. Am Leben bleiben.« Ich schlug ihm männlich wohlwollend auf die Schulter. »Geht's dir jetzt besser, mein Sohn?« »Nein, Sir. Noch schlechter.« »Dann eben nicht.« »Na schön,« brummte ich. »In dem Fall rate ich dir, rechtzeitig den Kopf einzuziehen und wegzulaufen. Wenn du Glück hast, erwischtest du erst deinen Herrn, so gedenke ich es jedenfalls zu halten.« In diesem Augenblick brach der Angriff los. Ein ferner Widerhall ließ alle sieben Ebenen erbeben. Es war der Klang eines einzigen gebieterischen Befehls. Das gewaltige Heer vor der Stadt setzte sich in Marsch und kam geradewegs aufs Strachauftor zugestürmt. Der Frosch tippte mich an den Ellbogen. »Ich bin heilfroh, dass Sie noch kurz mit uns geredet haben, Sir,« sagte er. »Dank Ihnen bin ich jetzt total zuversichtlich.« Ich hörte kaum hin. Ich beobachtete die niedrige Anhöhe weit hinter dem schrecklichen Feind, den Hügel unweit der weißen Zeltkuppeln. Dort oben stand ein Mann mit einem Stab in der Hand. Es war zu weit weg, als dass ich hätte Einzelheiten erkennen können, doch seine Macht spürte ich sehr wohl. Seine Aura erhellte den ganzen Hügel. Ich sah Blitze aus den brodelnden Wolken zucken und in die Spitze des ausgestreckten Stabes fahren. »Das ist er also,« sagte ich leise vor mich hin, »der berühmte Gladstone.« Ich spreizte die Flügel und schickte mich an, mich ins Getümmel zu stürzen. Neben mir blies sich der Frosch auf und quakte trotzig. Da schoss urplötzlich ein spiralförmiger Kraftblitz aus dem Stab des Zauberers auf dem fernen Hügel, zischte in hohem Bogen über den Himmel und krachte direkt unterhalb der Brustwehr in den Turm. Unser Schutzschild wurde zerfetzt wie Seidenpapier. Ich wurde hoch in die Luft gewirbelt und wäre beinahe auf dem Erdbogen aufgeschlagen, landete aber stattdessen in einer Wagenladung Heuballen. Über mir stand die Holzkonstruktion des Turms in Flammen. Von den Wachen war nichts mehr zu sehen. »Wenn du dir irgendwann mal den letzten Halm aus den Ländenschurz gezupft hast, Bartimeus,« sagte jemand ironisch, »könnten wir dich oben auf der Burg gebrauchen.« Der faltenköpfige Krieger blickte auf. »Ach, hallo, Quiesel!« Mitten auf der Straße saß eine anmutige Leopardin und musterte mich mit smaragdgrünen Augen. Sie erhob sich lässig, trottete ein paar Schritte zur Seite und ließ sich wieder nieder. Wo sie eben noch gehockt hatte, platschte ein brennender Pechklumpen aufs Pflaster und hinterließ einen qualmenden Krater. »Ganz schön was los hier,« bemerkte sie. »Ja, da ist nicht mehr viel zu machen.« Ich sprang von meinem Heuwagen. »Sieht aus, als könnten die Bindezauber in der Mauer jeden Augenblick brechen,« sagte die Leopardin mit einem Seitenblick auf das bebende Tor. »Ziemlicher Fusch, möchte bloß wissen, welcher Chin dafür verantwortlich ist.« »Keine Ahnung,« erwiderte ich. »Was hast du vorhin gemeint, hat unser Herr uns gerufen?« Die Leopardin nickte. »Beeil dich lieber, sonst verpasst er uns noch den Stichel. Wir gehen zu Fuß, der Himmel ist zu unruhig. Geh du vor!« Ich wechselte die Gestalt und wurde ein Panther. Wir liefen zum Ratschienplatz. Die engen Gassen, in die wir einbogen, waren unbelebt, denn wir mieden jene Straßen, wo sich die von Panik ergriffenen Menschen drängten wie Vieh. »Will der Kaiser fliehen?«, keuchte ich. »Seine heißgeliebten Vögel sind ihm wichtiger,« erwiderte Quiesel. »Unsere Afreten sollen sie auf dem Luftweg in Sicherheit bringen.« In ihren grünen Augen funkelte matte Belustigung. »Aber die Afreten sind doch alle tot.« »Du hast's erfasst?« »Wie auch immer, wir sind da.« Wir hatten den Nordflügel der Burg erreicht, wo die Zauberer ihr Quartier aufgeschlagen hatten. Magie quoll aus jeder Mauerritze. Leopard und Panther sprangen eine Treppenflucht hinunter, über einen Balkon und durch den Türbogen zum unteren Arbeitszimmer wieder hinein. Auf jedem Tisch stand eine flackernde Kristallkugel. Auf jedem Stuhl saß ein Zauberer oder eine Zauberin und beugte sich gespannt über die jeweilige Kugel. Es herrschte absolute Stille. Unser gemeinsamer Herr und Meister stand am Fenster und spähte durch ein Fernrohr in den Nachthimmel. Als er uns bemerkte, gab er uns mit einer Handbewegung zu verstehen, dass wir uns ruhig verhalten sollten, und winkte uns dann in ein Nebengelass. Er kratzte sich den Hinterkopf. »Wie lange haben wir noch?« Der Panther zuckte mit dem Schwanz. »Eine Stunde höchstens.« Quiesel wandte sich nach dem Hauptraum um, in dem sich die Zauberer stumm und verbissen abmühten. »Wie ich sehe, holt ihr die Golems raus,« sagte sie. Der Zauberer nickte knapp. »Die werden dem Feind schwere Verluste beibringen.« »Das dürfte nicht genügen,« wandte ich ein. »Nicht mal, wenn ihr zehn auf einmal losschickt. Habt ihr nicht gesehen, was da draußen für ein riesiges Heer ist?« »Wie immer urteilst du vorschnell und ungefragt, Bartimäus. Es handelt sich lediglich um ein Ablenkungsmanöver. Wir versuchen, Seine Majestät, die Osttreppe hinunter zu schaffen. Unten am Fluss wartet ein Boot. Die Golems sollen unseren Rückzug decken.« Quiesel linste immer noch zu den Zauberern hinüber. Die beugten sich tief über ihre Kugeln, bewegten tonlos die Lippen und befehligten ihre Geschöpfe. »Die Engländer werden sich nicht lange mit den Ungeheuern aufhalten,« sagte Quiesel. »Sie werden ihre Meister aufspüren und kurz einen Prozess mit ihnen machen.« Mein Herr blickte die Zähne. »Bis dahin ist der Kaiser über alle Berge, und das ist übrigens auch mein nächster Auftrag für euch beide. Ihr sollt seine Majestät unterwegs beschützen, verstanden?« »Ich hob die Pfote.« Der Zauberer seufzte. »Ja, bitte, Bartimäus.« »Nun, Sir, dürfte ich wohl einen Vorschlag machen? Prag ist eingekesselt. Wenn wir versuchen, mit dem Kaiser aus der Stadt zu fliehen, sterben wir allesamt eines qualvollen Todes. »Warum überlassen wir den alten Zausel nicht einfach zu einem Schicksal und machen uns ohne ihn aus dem Staub? Aua!« Mein Fell knisterte, und ich verstummte abrupt. Wie immer brachte mich der glühheiße Stichel völlig aus dem Konzept. »Im Gegensatz zu dir halte ich etwas von Treue,« knurrte der Zauberer. »Ich wiederhole, ihr beide habt euer Leben einzusetzen, um den Kaiser zu retten. Ist das klar?« Wir nickten, widerstrebend, und im selben Augenblick wankte der Fußboden unter einer nahen Explosion. »Dann kommt«, sagte er, »wir müssen uns beeilen.« Es ging die Treppe wieder hinauf und durch die leeren Flure der Burg. Grelle Blitze erhellten die Fensterhöhlen, von überall her tönten ängstliche Rufe. Mein Herr schritt eilig aus, sein Atempfiff bei jedem Schritt. Quiesel und ich trabten nebenher. Schließlich traten wir auf die Terrasse hinaus, auf der Kaiser Rudolf vor Jahren seine geliebte Vogelvoliere errichtet hatte. Jetzt, da magische Schlachten am Nachthimmel tobten, waren die Vögel in heller Aufregung, flatterten durch den Käfig und kreischten sich die Seele aus dem Leib. Der Kaiser, ein kleiner, untersetzter Herr in seidenen Kniehosen und zerknittertem weißem Hemd, war in kaum besserer Verfassung, schimpfte mit den Vogelwärtern und kümmerte sich nicht um seine Berater, die aufgeregt um ihn herumschawenzelten. Mein Herr drängelte sich rücksichtslos durch. Hier bringe ich euch Quiesel und Bartimaeus, Majestät, damit sie uns bei der Abreise zur Seite stehen und anschließend eure kostbaren Vögel retten. Katzen? Wutte man Katzen? Der Kaiser zog ein verkniffenes Schnütchen. Quiesel und ich verdrehten bloß die Augen. Sie verwandelte sich in ein Mädchen von erlesener Schönheit, und ich nahm Ptolemäus' Gestalt an. Nun aber, Majestät, sagte mein Herr, die Osttreppe. Heftige Erschütterungen in der Stadt. Inzwischen standen die Außenbezirke zur Hälfte in Flammen. Ein kleiner Kobold kugelte mit brennendem Schwanz über die Brüstung am anderen Ende der Terrasse und kam schlitternd vor uns zum Stehen. Bitte um Erlaubnis, Bericht erstatten zu dürfen, Majestät. Mehrere Afriten kämpften sich zur Burg durch. Der Angriff wird von Honorius und Paternive Gladstones persönlichen Dienern befriedigt. Die beiden sind entsetzlich, Sir. Sie haben unsere Truppen in die Flucht geschlagen. Er hielt inne und beäugte seinen qualmenden Schwanz. Bitte um Erlaubnis mir, Wasser suchen zu dürfen, Majestät. Und die Golems? Der Kobold erschauerte. Sehr wohl, Herr, die haben soeben in den Kampf eingegriffen. Ich glaube, die britischen Afriten sind in Verwirrung geraten und haben sich ein Stück zurückgezogen. Wenn ich jetzt vielleicht ein klein bisschen Wasser. Der Kaiser stieß einen Jubelschrei aus und wurde trotz seines Protests fortgeschleift. Kanzler Meiring und mein Herr führten die Gruppe an. Quiesel und ich bildeten die Nachhut. Als wir uns dem Fluß näherten, wechselte ich einen hoffnungsvollen Blick mit Quiesel. Obwohl wir unsere Knechtschaft herzlich verabscheuten, zählten wir nur ausgesprochen ungern zu den Besiegten. Es sah ganz so aus, als würden wir noch einmal davonkommen. Wir waren schon fast am Fuß des Hügels angelangt, da gerieten wir in einen Hinterhalt. Sechs Chin und eine ganze Horde Kobolde sprangen plötzlich auf die untersten Stufen. Der Kaiser und seine Höflinge schrien auf, Quiesel und ich duckten uns zum Sprung. Hinter uns hüstelte jemand. Wir fuhren herum. Fünf Stufen über uns stand ein schlanker Jüngling. Er hatte dichte, blonde Locken, große, blaue Augen und trug Sandalen sowie eine Toga im spätrömischen Stil. Seine Züge waren eher weich und schüchtern, als könnte er keiner Fliege etwas zu Leide tun. Allerdings war die mächtige, silberne Sense in seiner Hand beim besten Willen nicht zu übersehen. Ich überprüfte ihn auf den anderen Ebenen in der wagen Hoffnung, dass es sich lediglich um irgendeinen verschobenen Sonderling handelte, der zu einem Kostümfest unterwegs war. Von wegen. Es war ein ziemlich mächtiger Affried. Ich schluckte. Oh je. Mr. Gladstone lässt sich dem Kaiser empfehlen, sagte der Jüngling. Er ersucht um das Vergnügen seiner Gesellschaft, und die übrigen Hans-Wurste dürfen sich dünne machen. Das klang vernünftig. Ich blickte meinen Herrn flehend an, aber der bedeutete mir hektisch, etwas zu unternehmen. Ich seufzte und trat notgedrungen einen Schritt vor. Der Jüngling schnalzte verächtlich mit der Zunge. Verzeh dich, Kleiner, du hast keine Chance. Sein Spott versetzte mich in Zorn. Pass bloß auf, sagte ich kühl. Du unterschätzt mich, das könnte ins Auge gehen. Der Affried klimperte demonstrativ gelangweilt mit den Wimpern. Tatsächlich, hast du vielleicht doch einen Namen? Einen Namen, rief ich. Nicht nur einen, ich bin Bartimaeus, ich bin Saccaralcini, ich bin Ngorso, der Mächtige und die silbergefiederte Schlange. Ich machte eine Kunstpause. Der Jüngling betrachtete mich mit ausdrucksloser Miene. Tut mir leid, nie gehört. Ich sprach mit König Salomo. Herrje, knurrte der Affried und machte eine abfällige Handbewegung. Haben wir das nicht alle? Ich richtete die Mauern von Uruk, Karnak und Prag wieder auf. Der Jüngling grinste hämisch. Prag? Weiß denn doch nicht etwa diese hier, wo Gladstone gerade mal fünf Minuten gebraucht hat, um sie platt zu machen? Hast du etwa auch in Jericho mitgemischt? Du sagst es, warf Quiesel ein. Das war einer seiner ersten Aufträge, er spricht nicht gern drüber, aber... Hör mal, Quiesel! Der Affried packte seine Sense. Letzter Aufruf, Gin, verdufte, hier hast du nichts zu melden. Ich zuckte die Achseln. Das sehen wir dann ja. So kam es bedauerlicherweise auch und zwar sehr schnell. Meine ersten vier Detonationen prallten an der wirbelnden Sense ab. Die fünfte, ein echter Kracher, kam wie ein Boomerang zu mir zurück, riss mich brutal um und ich kollerte als Substanzschauer ein Stück bergab. Ich war so schwer verwundet, dass ich nicht aufstehen konnte. Über mir bedrängten jetzt die Kobolde das Gefolge des Kaisers. Quiesel und ein stämmiger Gin taumelten an mir vorbei. Einer hatte den anderen an der Gurgel gepackt. Mit unverschämter Lässigkeit kam der Affried herangeschlendert, zwinkerte mir zu und hob die Silbersense. Da griff mein Herr ein. Alles in allem war er kein besonders guter Herr gewesen, doch von meiner Warte aus war seine letzte Tat eine echte Glanzleistung. Mit einem Wutschrei zog er eine Detonationsstange aus der Tasche, eine von den Neuartigen, welche die Alchinisten im goldenen Gässchen angesichts der britischen Bedrohung hergestellt hatten. Billige Massenproduktion, Schund, der entweder zu früh oder auch gar nicht losging. In jedem Fall war man gut beraten, die Dinger nach dem Auslösen sofort in Richtung Feind zu schleudern. Aber mein Herr war eben ein typischer Zauberer, keine Erfahrung im Nahkampf. Er zögerte einen Sekundenbruchteil zu lang. Die Explosion riss die halbe Treppe weg. Kobolde, Kaiser und Höflinge wurden wie Löwenzahnsamen in die Luft geblasen. Mein Herr selbst verschwand so spurlos, als hätte es ihn nie gegeben. Mit seinem Tod zerfielen auch die Fesseln, die mich an ihn ketteten. Der Erfried ließ die Sichel dort niedersausen, wo eben noch mein Kopf gelegen hatte. Sie bohrte sich tief in die Erde. Auf diese Weise wurde meine Bindung an Prag nach Hunderten von Jahren und einem guten Dutzend Herren gelöst. Doch während sich meine Essenz erleichtert in alle Winde verstreute, blickte ich noch einmal auf die brennende Stadt hinab. Mir schwante, dass alles nur noch viel, viel schlimmer werden würde. London Der Junge war dienstlich in der Innenstadt unterwegs gewesen, jetzt kehrte er zu Fuß nach Westminster zurück. Ein leichter Wind verfing sich im Saum seines langen, schwarzen Mantels, sodass er hinter ihm herflatterte. Er war sich der Wirkung durchaus bewusst, und sie gefiel ihm. Es verlieh ihm etwas Geheimnisvolles. Am Trafalgar Square hatte man kürzlich eine Reihe hoher, bunt gestreifter Masten aufgestellt. Arbeitertrupps waren damit beschäftigt, dazwischen Seile hochzuziehen. Die Seile waren dicht an dicht mit fröhlichen, rot-weiß-blauen Wimpeln behängt. Der Junge blieb stehen und sah den Männern zu. Ein Arbeiter, der schwitzend ein dickes Bündel Wimpel schleppte, ging an ihm vorbei. Der Junge sprach ihn an. »Wozu soll das gut sein, Mann?« Der Angesprochene sah sich um, erblickte den langen, schwarzen Mantel und grüßte hastig und unbeholfen. Dabei entglitt ihm ein Teil seiner Last und fiel aufs Pflaster. »Das ist für morgen, Sir«, sagte er, »für den Gründertag, ein landesweiter Feiertag, Sir.« »Ach, richtig glätzt er uns Geburtstag, hab ich glatt vergessen.« Weiter ging es nach Whitehall, einem Bezirk mit wuchtigen, grau verputzten Gebäuden, die den Geruch uralter Macht verströmten. Der Junge nickte einem Polizisten zu, zeigte dem Wachmann seinen Ausweis und betrat durch ein Seitentor den Hof des Gebäudes, in dem die Abteilung für innere Angelegenheiten untergebracht war. Seit Loveless' Umsturzversuch und Nathaniels plötzlichem Aufstieg in die Elite waren über zwei Jahre vergangen. Inzwischen war er vierzehn und einen ganzen Kopf größer als damals, als er das Amulett von Samarkand wieder in die Obhut der überaus dankbaren Regierung gegeben hatte. Er war auch etwas kräftiger geworden, wenn auch nach wie vor eher schlank, und trug das dunkle Haar nach der neuesten Mode lang und zottelig. Sein Gesicht war vom vielen Lernen schmal und blass, doch seine Augen brannten hell und leidenschaftlich, und die Art, wie er sich bewegte, verriet einen nur mühsam gebändigten Tatendrang. Von dem Gehalt, das er vom Ministerium erhielt, hatte er sich einen engen schwarzen Anzug mit Röhrenhosen und einen langen italienischen Mantel gekauft, die er beide einfach totschick fand. Dazu trug er schmale, leicht spitz zulaufende Schuhe. Zudem besaß er eine Kollektion schreiend bunter Einstecktücher, die auf seiner Brust wahre Farbfeuerwerke hervorriefen. Derart gewählt gekleidet stolzierte er stets mit einem Packen Akten unterm Arm mit langen entschlossenen Schritten durch die Wandelgänge von Whitehall. Seinen Geburtsnamen hielt er streng geheim. Sämtliche Kollegen und Mitarbeiter kannten ihn nur unter seinem offiziellen Namen, John Mandrake. Nathaniels Lehrmeisterin war Miss Jessica Whitwell, eine Zauberin unbestimmten Alters mit kurzgeschorenem weißem Haar. Sie galt als einer der vier mächtigsten Magier der Regierung und verfügte über großen Einfluß. Sie hatte das Talent ihres Gehilfen rasch erkannt und sich daran gemacht, ihn zu fördern. Nathaniel lebte jetzt in einer großzügigen Einliegerwohnung im Wohnhaus seiner Meisterin und führte ein geordnetes, wohlorganisiertes Leben. Während der ersten Monate seiner Anstellung bei Miss Whitwell hatte er sich seinem Pensum intensiv gewidmet und zu ihrer Verblüffung und Befriedigung mehrere Stufen der Beschwörung in Rekordzeit bewältigt. Nathaniel verriet seiner neuen Meisterin nicht, dass das Meister keineswegs neu für ihn war und dass er bereits im zarten Alter von zwölf einen Gin der mittleren Kategorie beschworen hatte. Bartimaeus erwähnte er mit keinem Wort. Im Büro wurde Nathaniel vom schälen Blick seines Sekretärs und einem schwankenden Aktenstapel in seinem Eingangskorb empfangen. Sie sind spät dran, Mandrake. Was für eine Entschuldigung haben Sie denn diesmal? Ich habe Mr. Tallow zu einem Tatort begleitet, erklärte er. Wir waren schon seit sechs Uhr früh dort beschäftigt und was haben Sie die ganze Zeit getrieben, Jenkins? Im Schweiße Ihres Angesichts am Kopierer gestanden? Der Sekretär stieß ein ärgerliches Zischen aus und schob die Brille noch höher auf die Nase. Nur weiter so, Mandrake, entgegnete er. Nur weiter so. Im Moment mögen Sie der Liebling des Premierministers sein, aber das wird nicht ewig so bleiben, wenn Sie nicht endlich Erfolge zu vermelden haben. Schon wieder ein Zwischenfall, der zweite in dieser Woche. Wenn das so weitergeht, spülen Sie bald wieder Teetassen und dann, na, wir werden ja sehen. Der Junge schnitt der ins Schloss fallenden Tür eine Grimasse und stierte eine Weile vor sich hin. Er rieb sich die müden Augen und warf einen Blick auf die Armbanduhr. Erst viertel vor zehn. Der Tag kam ihm jetzt schon lang vor. Aus ganz privaten Gründen hatte sich Nathaniel schon lange für die Abteilung für Innere Angelegenheiten interessiert, eine Unterabteilung des weit verzweigten Sicherheitsapparats unter der Leitung von Jessica Whitwell. In wenigen Monaten hatte er sich durch diverse eintönige Bürojobs laviert, bis er im Alter von nicht einmal 15 Jahren persönlicher Assistent von Mr. Julius Tellow, dem Leiter der Abteilung für Innere Angelegenheiten wurde. Mr. Tellow, ein untersetzter Mann, war im besten Falle schroff und unfreundlich und neigte zu unvermuteten Anfällen von Jähzorn, bei denen seine Untergebenen schleunigst in Deckung gingen. Außer durch seine Launenhaftigkeit zeichnete er sich noch durch eine ungewöhnliche Gesichtsfarbe aus, ein leuchtendes Gelb wie Narzissen in der Mittagssonne. Manche behaupteten, sie sei ererbt, da er einer Verbindung zwischen einem Zauberer und einem Succubus entstamme, andere vermuteten, dass er Opfer eines boshaften Bannspruchs geworden war. Nathaniel neigte zu letzterer Ansicht. Mr. Tellow hatte schon bald die Begabung seines Assistenten erkannt und ihn mit einer wichtigen und schwierigen Aufgabe betraut, der Verfolgung der geheimnisvollen Gruppe, die unter der Bezeichnung »Widerstand« bekannt war. Die Absichten dieser Fanatiker waren absurd. Sie bekämpften die segensreiche Herrschaft der Zauberer und strebten tatsächlich eine Rückkehr zu jenen chaotischen Zeiten an, als die Gewöhnlichen noch das Sagen hatten. Über die Jahre waren ihre Aktivitäten zunehmend lästig geworden. Sie entwendeten unvorsichtigen Zauberern alle möglichen magischen Gegenstände und setzten diese bei wahllosen Anschlägen auf Regierungsmitglieder und staatliche Institutionen ein. Dabei waren bereits etliche Gebäude schwer in Mitleidenschaft gezogen worden und eine ganze Reihe Personen ums Leben gekommen. Beim bislang unverfrorensten Angriff hatte der Widerstand sogar versucht, den Premierminister zu ermorden. Nathaniel stürzte sich mit großem Eifer auf diese Herausforderung. Vor ein paar Jahren hatte er schon einmal mit dem Widerstand zu tun gehabt. In einer dunklen Nacht war er drei jugendlichen Gewöhnlichen begegnet, die einen regen Schwarzhandel mit geklauten magischen Objekten betrieben. Die Begegnung war für Nathaniel nicht eben ersprießlich gewesen. Die drei hatten im Prompt seinen kostbaren Zauberspiegel abgenommen und ihn anschließend beinahe umgebracht. Seither sann er auf Rache. Doch das erwies sich als nicht ganz einfach. Abgesehen von ihren Namen, Fred, Stanley und Kitty, wusste er nichts über die drei. Nathaniels neueste Strategie bestand darin, zwei Folio, die Gestalt verwahrloster Waisenkinder annehmen und tagsüber durch die Innenstadt stromern zu lassen, denn er war überzeugt davon, dass der Widerstand zum Großteil aus Straßenkinderbanden bestand. Aber bislang hatten sie den Köder nicht geschluckt. An diesem Morgen war es heiß und stickig im Büro. Fliegen summten gegen die Fensterscheiben. Nathaniel zog sogar den Mantel aus und krempelte die weiten Hemdsärmel hoch. Mit unterdrücktem Gähnen wühlte er sich durch die Aktenstapel, in denen es hauptsächlich um die neueste Freveltat des Widerstands ging, ein Überfall auf einen Laden in einer Nebenstraße von Whitehall. Der Laden verkaufte Tabak und Räucherwerk an Zauberer. Zeugen gab es keine und Wachkugeln waren auch nicht in der Nähe gewesen. Nathaniel fluchte leise. Es war aussichtslos, es gab keine einzige brauchbare Spur. Fürwahr eine zauberische Nacht. Ein riesiger Aprikosen- und Weizenfarbenleuchtender Vollmond stand am Wüstenhimmel. In der Ferne vermählte sich sein Licht mit den Dünen, verschaffte sich zwischen schroffen Felsen Einlass in das verborgene Tal und ergoss sich auf den Sandsteinboden. Doch das Wadi war tief und schmal und auf einer Seite warf ein Felsvorsprung einen pechschwarzen Schatten. Eine Gestalt löste sich aus dem Dunkel, Musik schwoll an, ja, der Mond schien noch heller zu strahlen. Ein Sklavenmädchen, jung von erlesener Schönheit, arm. Ihr Haar hing in langen, dunklen Locken herab, die bei jedem Schritt wippten. Sie fing an zu tanzen. Ihre schlanken Arme wandten sich verführerisch, während ihren Lippen fremdartiger Gesang entströmte, ein Klagelied von Einsamkeit und Verlangen. Das Mädchen beendete seinen Tanz. In stolzer Verzweiflung warf es den Kopf in den Nacken und blickte zum schwarzen Himmel empor, zum Mond. Die Musik erstarb. Stille. Dann eine schwache Stimme wie vom Wind herangeweht. Amaryllis! Sir Bertilak! antwortete sie mit bebender Stimme. Seid ihr das? Ganz recht. Wo seid ihr? Ich verberge mich hinter dem Mond, liebste Amaryllis, denn ich fürchte, der Anblick deiner Schönheit könnte meine Substanz versengen. Verhülle dein Antlitz mit dem Schleier, der so schnöde deinen Busen umweilt, damit ich es wagen kann, mich dir zu nähern. O Bertilak, von Herzen gern! Das Mädchen tat wie geheißen. Aus dem Dunkel drangen leise zustimmende Ausrufe. Jemand hustete. Mit verhaltenem Keuchen drückte sich das Mädchen an einen Felsen. Ein Donnerschlag erscholl, der Tote hätte aufwecken können. Vom Himmel stieg gemessenen Schrittes eine Gestalt herab. Der Mann trug ein silbernes Wams auf dem bloßen Oberkörper. In seinem Juwelen besetzten Gürtel stag ein imposanter Krummsäbel. Mit erhobenem Haupt stieg er hernieder. Aus seinen Schläfen ragten krumme, elfenbeinfarbene Hörner. Er landete sanft unweit des Mädchens. Ringsum waren gedämpfte, weibliche Seufzer zu vernehmen. Aber, aber, Amaryllis, hat es dir die Sprache verschlagen? Hast du den Anblick deines geliebten Shins schon so bald vergessen? Aber nein, Bertilak, nicht in sieben, noch in siebenzig Jahren könnte ich auch nur ein einziges gesalbtes Haar, warum Haupte, vergessen. Doch das Herz schlägt mir bis zum Halse vor Angst, dass womöglich der Zauberer erwacht und uns ertappt. Dann wird er meine schlanken weißen Waden wieder in Ketten legen und dich abermals in seine Flasche verbannen. Der Djinn trat auf die Sklavin zu und riss sie an seine muskelbepackte Brust. Inzwischen schmerzte Kittys Hinterteil so unerträglich, dass sie auf ihrem Sitz herumrutschte. Nun setzten der Djinn und das Mädchen zu einem komplizierten Tanz an, bei dem jede Menge Stoff flatterte und jede Menge Arme und Beine zappelten. Aus dem Publikum kam verhaltener Applaus, der das Orchester zu neuen Anstrengungen anspornte. Kitty gähnte ungeniert wie eine Katze. Es mochte das perfekte Alibi sein, wie Anne gemeint hatte, aber Kitty hätte ihre Anspannung lieber draußen auf der Straße abgebaut, statt sich diesen grässlichen Kitsch anzuschauen. Kitty musterte die verschwommenen Silhouetten vor sich, bis sie Fred und Stanley ausmachte. Die beiden hielten den Blick starr auf die Bühne gerichtet. Kitty verzog verächtlich den Mund. Wahrscheinlich himmelten sie die schöne Amaryllis an. War es denn nicht endlich Zeit für die Pause? Sie sah sich in dem abgedunkelten Zuschauerraum um, zu dessen Seiten die Logen der Zauberer angebracht waren. Doch sämtliche Zauberer der Stadt hatten das Stück schon vor Jahren gesehen, lange bevor es für die sensationslüsternden Massen freigegeben wurde. Deshalb waren die Vorhänge zurückgezogen und die Logen leer. Kitty sah auf ihre Armbanduhr, aber es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Bis zur Pause waren garantiert noch etliche herzzerreißende Abschiede, erbarmungslose Entführungen und freudige Wiedersehen durchzustehen. Und das Publikum würde jede Sekunde genießen. Wie die Schafe drängten sie Abend für Abend, Jahr um Jahr ins Theater. Inzwischen musste ganz London die Schwäne von Arabien mindestens einmal gesehen haben, viele Leute sogar öfter. »Liebling, schweige still!« Kitty nickte zustimmend. »Gar kein so übler Bursche, dieser Bertilag,« schnitt seine Amaryllis mitten in der Arie das Wort ab. »Die Schwäne von Arabien war geschickt gemacht, so viel hatte Kitty inzwischen begriffen, die ideale Propaganda für die wunderbare Welt der Zauberer.« Vor ihrem inneren Auge wich das Dunkel des Theatersaals einer sonnendurchfluteten Erinnerung. Drei Jahre war es her, im Park, der Ball, wie sie lachten. Das Unheil nahm seinen Lauf wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Jakob, der grinsend auf sie zugelaufen kam, der schwere Holzschläger in ihre Hand, der Schlag, Volltreffer, wilde Freudensprünge, dann das ferne Krachen. Sie rannten, wie ihnen vor Angst das Herz klopfte, und dann das Wesen auf der Brücke. Sie rieb sich wieder die Augen, aber so schrecklich jener Tag auch gewesen war, hatte es tatsächlich erst damals angefangen. Rückblickend erkannte sie, dass in ihr durchaus schon früh Zweifel und Ahnungen erwacht waren. Sie hatten zu dritt in einem Reihenhaus in Belham gewohnt, einem Vorort im Süden Londons. Kittys Vater war ein großer, drahtiger Mann, der seine festen Ansichten hatte und kein Blatt vor den Mund nahm. Er war Abteilungsleiter in einem großen Kaufhaus. Er betreute die Lederwarenabteilung. Lederwaren waren Luxusartikel, und das bedeutete, dass die überwiegende Zahl der Kunden Zauberer waren. Kitty war ein oder zweimal dort gewesen. Den Zauberern gehst du besser aus dem Weg, hatte der Vater damals gesagt. Es sind bedeutende Persönlichkeiten, die können es nicht leiden, wenn ihnen jemand zwischen den Beinen herumläuft und seien es hübsche Mädchen wie du. Woran erkennt man denn einen Zauberer? erkundigte sich Kitty. Sie war damals erst sieben und wusste es wirklich nicht. Sie sind stets gut gekleidet, machen ernste, kluge Minen und manche tragen hübsche Spazierstöcke, geh ihnen aus dem Weg. Später erkannte sie die Zauberer an anderen Merkmalen. Eine gewisse Strenge im Blick, ein herablassendes Befehls gewohntes Gehabe. Vor allem legte ihr Vater plötzlich ein völlig anderes, zwanghaftes Verhalten an den Tag. Wenn er sich mit solchen Kunden unterhielt, nickte und verbeugte er sich zwischendurch immer wieder beflissen. Kittys Mutter arbeitete als Empfangsdame bei Palmer Federkiele, einem alteingesessenen Unternehmen. Das Kontor belieferte die Zauberer mit speziellen Schreibfedern, die bei Beschwörungen benutzt wurden. Als Kitty zehn war, kam sie eines Tages aus der Schule und fand ihre Mutter in Tränen aufgelöst. »Was hast du denn, Mama?« Unter ausgiebigem Schniefen, Seufzen und vielen Schlückchen Tee kam nach und nach die Wahrheit ans Licht. Der alte Mr. Palmer hatte sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen. Die Firma war von drei Zauberern übernommen worden, denen es missfiel, dass unter den Angestellten auch gewöhnliche waren. Deshalb hatten sie ihr eigenes Personal mitgebracht und die Hälfte der alten Belegschaft vor die Tür gesetzt, auch Kittys Mutter. »Aber das dürfen die doch nicht,« hatte Kitty protestiert. »Natürlich dürfen sie das. Ist ihr gutes Recht. Sie schützen unser Land und machen uns zur wichtigsten Nation der Welt. Dafür genießen sie natürlich einige Vorrechte.« Ihre Mutter trocknete sich die Augen und trank noch einen Schluck Tee. »Trotzdem ist es ein bisschen kränkend nach all den Jahren.« Einige Wochen darauf verschaffte ihre Freundin Mrs. Jirnek, der man ebenfalls gekündigt hatte, ihr eine Putzstelle in einer Druckerei und das Leben verlief wieder in geordneten Bahnen. Nur Kitty vergaß den Vorfall nicht. Die Gegend, in der Kitty wohnte, war für die vielen Tschechen bekannt, die schon seit Generationen dort lebten. Auf der Hauptstraße gab es etliche kleine Borschtstuben, die unschwer an den gehäkelten Gardinen und bunten Blumentöpfen zu erkennen waren. Auf den Gehwegen spielten alte Herren Schach und schoben Kegel und viele ortsansässige Geschäfte gehörten den Enkeln der Immigranten, die zu Gladstones Zeiten nach England eingewandert waren. Obwohl das Viertel blühte und gedieh, stand es unter besonderer Beobachtung durch die Nachtpolizei. Je älter Kitty wurde, desto mehr gewöhnte sie sich daran, am helllichten Tag Zeugin von Razzien zu werden, bei denen grau uniformierte Polizeistreifen Wohnungstüren aufbrachen und die Habseligkeiten der Bewohner auf die Straße warfen. Trotz der Beschwichtigungen ihres Vaters empörte sich Kitty. »Die Polizei muss eben Präsenz zeigen«, erklärte er. »Die werden schon ihre Gründe haben, Kitty. Aber Papa, das waren Freunde von Mr. Hirneck.« »Dann soll er sich seine Freunde eben ein bisschen besser aussuchen«, brummelte der Vater. Dabei war Kittys Vater eigentlich immer höflich zu Mr. Hirneck, dessen Frau Kittys Mutter immerhin eine neue Stelle verschafft hatte. Die Hirnecks waren in der ganzen Gegend beliebt, und so mancher Zauberer war bei ihnen Stammkunde. Ihre Buchdruckerei lag auf einem großen Gelände unweit von Kittys Haus, und viele Leute in der Umgebung standen bei ihnen in Lohn und Brot. Trotzdem schienen die Hirnecks nicht besonders wohlhabend zu sein. Sie wohnten in einem großen, heruntergekommenen Haus. Dank ihrer Freundschaft mit Jakob, dem jüngsten Nirnecksohn, lernte es Kitty schon bald recht gut kennen. Kitty war groß für ihr Alter und kräftiger, als sie aussah. Schon etliche Jungs hatten es bereut, sie geneckt zu haben. Sie hatte dunkelbraunes, fast schwarzes und ziemlich glattes Haar, das sich nur an den Spitzen widerspenstig lockte, und sie trug es kürzer als die anderen Mädchen. Jakob war ein fröhlicher, unternehmungslustiger Junge, schmächtig und dunkelhaarig mit einem offenen, frechen Gesicht. Jakob war sehr stolz auf seinen Vater. »Er ist echt genial«, sagte er oft zu Kitty. »Keiner kann mit Leder und Pergament so umgehen wie er. Du solltest mal die winzigen Bandspruchbüchlein ansehen, an denen er zurzeit arbeitet. Die sind mit Goldprägungen im alten Prager Stil versehen, aber in allerkleinstem Maßstab. Er verziert sie mit klitzekleinen, absolut naturgetreuen Tieren und Blumen und bringt zum Schluss noch ganz feine Intarsien aus Elfenbein und Edelsteinen an. So was kriegt nur Papa fertig.« »Die kosten bestimmt ein Vermögen«, meinte Kitty. Jakob spuckte den Grashalm aus, auf dem er herumgekaut hatte. »Du machst Witze«, sagte er nüchtern. »Die Zauberer zahlen ihm keinen angemessenen Preis dafür. Er schafft es gerade mal so, die Werkstatt am Laufen zu halten. Sieh dich doch um!« Er zeigte mit dem Kinn auf das Haus mit seinen losen Dachsegeln. »Die Buchdruckerei Jirneck ist die zweitgrößte von ganz London, nur Jahreslauf ist noch größer, und die produzieren bloß Billigware. Die komplizierten Sachen überlassen sie uns. Deshalb kommen so viele Zauberer zu uns, wenn sie ihre Lieblingsbücher gebunden haben wollen. Aufwendige Einzelstücke, so was finden sie toll.« »Warum bezahlen die Zauberer deinen Papa dann nicht anständig? Eigentlich müssten sie doch Angst haben, dass er irgendwann nicht mehr so sorgfältig arbeitet und genauso als ein Schund, wie die anderen liefert.« »Das würde Papa gegen die Ehre gehen. Aber der eigentliche Grund ist, dass er ihnen ausgeliefert ist. Wenn er nicht spurt, schließen sie ihm den Laden und verkaufen ihn an jemand anderen. Vergiss nicht, wir sind Tschechen. Leute wie uns traut man nicht, obwohl wir Jirnex seit über 150 Jahren in London ansässig sind.« »Was?« Kitty war empört. »Das ist doch lächerlich. Sie dulden uns nur, weil wir uns nützlich machen. Aber sie behalten uns immer im Auge. Papas Werkstatt wird Tag und Nacht von einer Kugel überwacht. In den letzten beiden Jahren hat die Polizei viermal unser Haus gestürmt. Letztes Mal saß Oma gerade in der Badewanne. Sie haben sie samt der ollen Zinkwanne einfach auf die Straße gestellt. »So eine Schweinerei!« »Tja, du viel zum Thema Zauberer. Wir können sie nicht ausstehen, aber was soll man machen?« »Ist was?« »Du ziehst eine Schnute, das heißt, du bist irgendwie nicht einverstanden.« »Wenn ihr die Zauberer nicht ausstehen könnt, dann solltet ihr auch nicht für sie arbeiten,« sagte Kitty energisch. »Das ist uns verlogen.« »Wie bitte?« Jakob trat nach ihrem Schienbein. »Komm du mir bloß nicht auf die Tour. Deine Eltern arbeiten doch genauso für sie und alle anderen auch. Was bleibt uns anderes übrig? Wenn du nicht spurst, stattet dir die Polizei oder jemand noch Schlimmeres nachts einen Besuch ab und hext dich weg. Da muss man wohl oder übel mitspielen oder fällt dir was Besseres ein? Glaub nicht. Es gibt auch nichts, es sei denn, man ist lebensmüde.« Das Unglück geschah, als Kitty dreizehn Jahre alt war. Es war Hochsommer. Ferien. Der ideale Tag »Wag für Cricket«,« sagte Jakob, »wir können in den Schickimicki-Park gehen. Jetzt sind alle bei der Arbeit, da jagt uns keiner weg.« »Prima Idee«, erwiderte Kitty, »aber heute bin ich mit Schlagen dran, machte ich zieh mir nur eben Schuhe an.« Besagter Park besagter Park lag im Westen von Belham, abseits der Fabriken und Läden. Erst kam man an eine mit kaputten Ziegelsteinen, Disteln und verrostetem Stacheldraht übersäte Brachfläche, auf der Jakob, Kitty und viele andere Kinder oft spielten. Ging man jedoch weiter nach Westen und über eine alte Eisenbahnbrücke wurde der Park schlagartig gepflegter, mit ausladenden Buchen, schattigen Wegen und großen Rasenflächen. Die Anlage wurde am anderen Ende von einer breiten Allee begrenzt, deren große von hohen Mauern halbverdeckte Villen unmissverständlich darauf hinwiesen, dass dort Zauberer wohnten. In diesem gepflegten Teil des Parks waren Gewöhnliche nicht gern gesehen. Auf den Spielplätzen erzählte man sich von Kindern, die sich einer Mutprobe wegen hineingewagt hätten und nicht mehr zurückgekommen seien. Kitty glaubte nicht so recht an diese Geschichten, sie und Jakob hatten schon ein paar Mal die Eisenbahnbrücke überquert und sich bis zu den Ententeichen vorgewagt. Siehst du, keiner da! Jakob lief quer über den Weg auf dem dichten grünen Rasen und ließ dabei den Ball geschickt auf der flachen Seite des Schlägers hüpfen. Kitty folgte zögernd. An einem versilberten Trinkbrunnen nur wenige Meter vor der Mauer machte Jakob Halt. Er warf den Ball in die Luft und beförderte ihn mit einem kräftigen Schlag hoch hinauf in den Himmel. Bestens, sagte er, während er wartete, dass der Ball wieder herunterkam. Hier ist das Tor, ich bin der Schlagmann. Zehn Minuten später hatte Kitty fünfmal geworfen und fünfmal den halben Park durchquert. Die Sonne brannte. Er war heiß, sie war verschwitzt und wütend. Als sie endlich wieder zurückgeschlurft kam, schmiss sie den Ball demonstrativ ins Gras und ließ sich daneben fallen. Na, erledigt, erkundigte sich Jakob mitfühlend, den letzten hättest du fast gekriegt. Ein batziges Grummeln war die Antwort. Er hielt ihr den Schläger hin. Du bist dran jede Wette, dass ich dir gleich den ersten reinpfeffere. Zu Kittys grenzenlose Enttäuschung geschah genau das und auch den nächsten und übernächsten. Das klonk, wenn der Cricketball gegen den Trinkbrunnen prallte, halte durch den ganzen Park und Jakobs schrille Jubelschreie ebenfalls. Schließlich warf Kitty erbost den Schläger weg. Das ist unfair, schrie sie, du hast den Ball irgendwie schwerer gemacht. Naturtalent nennt man sowas, jetzt bin ich wieder dran. Noch einmal. Von mir aus. Jakob warf den Ball absichtlich lasch aus dem Handgelenk. Kitty schwang in wilder Verzweiflung den Schläger und traf zu ihrer eigenen Überraschung den Ball so fest, dass ihr der Stoß bis in den Ellbogen fuhr. Juhu, getroffen, schnapp ihn dir, wenn du kannst. Sie hüpfte triumphierend auf der Stelle, denn sie erwartete, dass Jakob losstürmen würde, aber er blieb einfach stehen und blickte mit merkwürdig betretenem Gesicht zum Himmel, auf einen Punkt irgendwo hinter ihrem Kopf. Kitty drehte sich um. Der Ball, den sie mit so viel Schwung erwischt hatte, zog gelassen seine Bahn, flog über die Mauer und fiel erst dahinter zu Boden, irgendwo auf der Straße. Dann ertönte das grässliche Geräusch splitternden Glases, das quietschenbremsende Reifen und ein lautes metallisches Scheppern. Stille. Von jenseits der Mauer war ein leises Zischen zu vernehmen, als entwiche Dampf aus einem undichten Kessel. Kitty blickte Jakob an, Jakob blickte Kitty an. Dann rannten sie los. Jakob rannte als erster über die Brücke, Kitty dicht hinter ihm. Ihre Schuhsohlen trommelten wie Presslufthämmer auf das Metall, ließen es vibrieren und dumpf scheppern. Erst rauf, dann drüben wieder runter. Wie aus dem Erdboden gewachsen stand etwas am Ende der Brücke. Jakob und Kitty schrien gleichzeitig auf, ihre ungestüme Flucht war jäh zu Ende. Es war so groß wie ein Mensch und benahm sich auch so, stand aufrecht auf zwei langen Beinen und streckte die gekrümmten Finger nach ihnen aus, aber es war kein Mensch. Am ersten sah es noch wie die scheußliche Karikatur eines in die Länge gezogenen Riesenaffen aus. Es war von oben bis unten mit hellgrünem Fell bedeckt. Die Augen blinkten gelb und feindselig. Das Wesen legte den Kopf schief, grinste sie an und ließ die mageren Finger spielen. Zuerst waren weder Jakob noch Kitty in der Lage etwas zu tun oder zu sagen. Dann zischte Kitty »Los, zurück!« Jakob war immer noch vor Entsetzen gelähmt und stand wie angewurzelt da. Sie packte ihn am Hemdkragen und zerrte ihn hinter sich her. Die Hände in den Taschen, den Schlips ordentlich in die Weste gesteckt, stand ein Herr in schwarzem Anzug am anderen Ende der Brücke. »Was wollen Sie Es ist erst ein paar Jahre her«, sagte er sanft, »da erwarb ich meinen Rolls Royce auf einer Auktion. Er hat mich eine hübsche Stange Geld gekostet. Seither habe ich noch viel mehr hineingesteckt. Erst gestern habe ich noch ein originales Nummernschild aus Porzellan aufgetrieben. Endlich war mein Prachtstück vollständig. Heute Morgen habe ich es zu einer kleinen Spritztu herausgeholt. Und was passiert? Ich werde aus heiterem Himmel von zwei halbwüchsigen rotznasigen gewöhnlichen angegriffen. Mein schönes Auto ist ein Schrotthaufen. Er holte Luft. Eine dicke rosa Zunge fuhr zuckend über seine Lippen. Was ich von euch will? Nun erst einmal wüsste ich gern, was ihr dazu zu sagen habt. Ähm, wie wär's erst mal mit Entschuldigung? Entschuldigung? Ja, Sir, es war ein Versehen, wir wollten wirklich nicht. Ist das dein Ernst? Bei dem Schaden, den ihr angerichtet habt, ihr niederträchtigen gewöhnlichen Belgier? Kitty kamen die Tränen. Das stimmt nicht, rief sie verzweifelt. Wir haben nicht auf ihr Auto gezielt, wir haben bloß gespielt, wir konnten die Straße gar nicht sehen. Gespielt in einem Privatpark? Der Park ist nicht privat und wenn doch ist das nicht richtig. Kitty verlor die Beherrschung und schrie beinahe, es benutzt ihn doch sowieso gar niemand, wir haben nichts Schlimmes gemacht, wieso dürfen wir denn nicht herkommen? Halt die Klappe Kitty, warnte Jakob. Nun, nemaides, ich würde die schwarze Schleuder vorschlagen. Kitty hörte gewaltige Fingerknöchel knacken und eine tiefe Stimme bedächtig entgegnen. Welche Drehzahl, sie sind kleiner als der Durchschnitt. Ich fände eine ziemlich hohe angebracht, schließlich war der Wagen sehr teuer, jetzt mach schon. Der Zauberer war offenbar der Meinung, seine Rolle in dieser Angelegenheit sei beendet. Die Hände immer noch in den Taschen wandte er sich um und machte sich hinkend auf dem Rückweg zum Tor in der Parkmauer. Sieh mich an, Kind! Kitty erwog flüchtig Jakob im Stich zu lassen und ihre eigene Haut zu retten, doch beschämt verwarf sie den Gedanken, drehte sich langsam um und stellte sich dem Ding. So ist brav, bei Frontal Kontakt funktioniert die Schleuder besser. Der Affe wirkte nicht einmal besonders schadenfroh, seine Miene war eher gelangweilt. Kitty bezwang ihre Angst und hob flehend die Hand. Tut uns nichts, bitte! Die gelben Augen weiteten sich, die schwarzen Lippen schürzten sich bedauernd zur Schnute. Das ist leider nicht möglich, ich habe meine Befehle und die lauten normal, auf euch beide die schwarze Schleuder anzuwenden. An diesen Auftrag muss ich befolgen, sonst bekomme ich selbst große Schwierigkeiten. Ihr wollt doch nicht etwa, man mich mit dem Schrumpff feuer bestraft? Ehrlich gesagt, wäre mir das lieber als ... Der Dämon zuckte wie eine Katze nervös mit dem Schwanz, winkelte ein Bein an und kratzte sich mit der ausgefahrenen Kralle in der Kniekehle des anderen Beins. Das kann ich dir nachfühlen, es ist wirklich eine unerfreuliche Situation. Ich schlage vor, wir bringen die Sache möglichst schnell hinter uns. Der Dämon hob die Hand. Kitty schlang den Arm um Jakob, sie spürte sein Herz durch das Hemd hindurch hämmern. Dicht vor den ausgestreckten Fingern des Dämons bildete sich ein Strudel aus wirbelnden grauen Rauchschwaden und schoss auf sie zu. Kitty hörte Jakob schreien. Sie sah noch mitten im Rauch rot-gelbe Flammen flackern, dann traf sie ein Hitzeschwall ins Gesicht und alles wurde schwarz. Kitty, wach auf, es ist Pause. Sie hob den Kopf, blinzelte und war mit einem Schlag wach. Das Publikum erhob sich von den Plätzen. Eine Welle von Lärm überflutete Kitty schwappte wie die einlaufende Flut an ihre Schläfen. Sie schüttelte sich, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen, und sah Stanley an, der sich mit hämischem Gesicht über die Sitzlehnen zwischen ihnen beugte. Ach so, sagte sie verlegen, in Ordnung, ich bin soweit. Lass die Tasche nicht stehen, natürlich nicht. So natürlich ist das nicht, wenn einer schon mittendrin einpennt. Kitty atmete tief durch, strich sich eine Strähne aus dem Gesicht, griff um einen Mann vorbeizulassen. Dann ging sie hinter ihm her. Dabei erspähte sie aus dem Augenwinkel Fred. Sein stummfer Blick war wie immer schwer zu deuten, aber Kitty glaubte, ein spöttisches Funkeln darin aufblitzen zu sehen. Sie schob sich weiter in Richtung Mittelgang. Stanley grinste sie an. Das Stück hat dir wohl nicht besonders gefallen, was? Natürlich nicht, du Pfeife. Ein paar Stellen fand ich echt cool. Typisch, machte er ironisch. Immerhin bin ich nicht im Dienst eingepennt. Der Dienst fängt jetzt an, erwiderte Kitty unwirsch. Sie schlängelte sich durch bis ins Foyer. Der Himmel war tief blau, eben schwand das letzte Tageslicht. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite waren die Häuser in Erwartung des morgigen Feiertags mit bunten Fahnen und Wimpeln geschmückt. Gläser Leute lachten. Stumm und konzentriert bewegten sich die drei Jugendlichen durch die fröhliche Menge. An der Ecke des Gebäudes sah Kitty prüfend auf die Uhr. Noch eine Viertelstunde. Heute Abend sind sogar ein paar Zauberer da, braunte Stanley. Seht ihr da drüben die alte Frau im grünen Kleid, die gerade ihren Gin runterkippt? Die hat was in der Tasche. Ganz schön mächtige Fred nickte und holte Zigarette und Feuerzeug aus der Tasche seiner Lederjacke. Dann schlenderte er bis zur nächsten kleinen Nebenstraße und spähte unauffällig hinein, während er umständlich die Zigarette anzündete. Offenbar war er zufrieden mit dem, was er sah, denn er bog ab, ohne sich noch einmal umzudrehen. Kitty und Stanley gingen hinterher. Als Fred an die nächste Ecke kam, schien seine Zigarette ausgegangen zu sein. Er blieb stehen, um sie wieder anzuzünden und sah sich abermals gründlich um. Diesmal kniff er unmerklich die Augen zusammen, machte kehrt und schlenderte lässig wieder zurück. »Dämon im Anmarsch!« baunte er. »Du die Tasche weg!« Eine Minute verstrich. Eine Dame mittleren Alters mit einem ausladenden Blumenhut kam um die Ecke. Als sie vorbeiging, roch Kitty ihr Parfüm, eine kräftige, ziemlich aufdringliche Duftnote. Ihre Schritte verklangen. »Alles klar!« zischte Fred. Er ging zur Ecke zurück, prüfte, ob die Luft rein war, nickte und bog ab. Kitty und Stanley trennten sich von ihrer Teppich-Auslage und ließen einander abrupt los. Kitty zog ihre Tasche aus dem Mantel und trug sie wieder in der Hand. Die nächste Straße war schmaler, dort gab es Lieferanten. Auf der linken Seite lag hinter einem schwarz gestrichenen Gitter die dunkel leere Lieferanten Einfahrt des Teppichladens. Davor lehnte Fred und beobachtete die Straße nach links und rechts. »Am anderen Ende ist gerade eine Suchkugel vorbeigeflogen, aber jetzt ist sie weg. Du bist dran, Stan!« Am Tor der Einfahrt hing ein dickes Vorhängeschloss. Stanley stellte sich davor und untersuchte es gründlich. Dann kramte er eine Pinzette aus der Innentasche seiner Jacke, drückte, drehte einmal kurz und die Kette fiel lose herab. Er ging den beiden anderen in den Hof voran und betrachtete gespannt den Boden. »Ist da was?« fragte Kitty. »Ich sag's ja,« brummte Stanley geringschätzig. »Es ist totaler Schwachsinn, dass du immer alles bestimmen darfst. Ohne uns wärst du aufgeschmissen, blind wie ein Maulwurf. ist okay. Gut.« Kitty hatte derweil schwarze Handschuhe übergestreift. Sie ballte die Faust und schlug die unterste Fensterscheibe ein. Es krachte, dann klirrten Scherben. Kitty faßte durch das Loch, legte den Riegel um und schob das Fenster hoch. Dann schwang sie sich hindurch, kam drinnen geräuschlos auf. Sie wartete nicht auf die anderen, sondern zog eine Taschenlampe heraus und leuchtete in das geräumige mit Schreibtischen Stühlen und Gemälden üppig möblierte Büro. In der Ecke stand ein niedriger Safe. Kitty entnahm ihrer Tasche eine kleine weiße Kugel und legte sie auf den Boden. Dann ging sie vorsichtig zur Tür zurück. Dort sprach sie ein Wort aus. Die Kugel implodierte und war verschwunden. Der Sog riß etliche Gemälde von den Wänden, den Teppich vom Boden und die Safe Tür aus den Angeln. Gelassen stieg Kitty abermals über den Stolper Zauber, kniete sich vor den Safe und stopfte dessen Inhalt hastig in ihre Tasche. Stanley trat vor Ungeduld von einem Bein aufs andere. Was ist drin? Maulergläser, ein paar Elementenkugeln, Akten und haufenweise Geld. Gut, mach schnell, wir haben nur noch fünf Minuten, weiß ich. Kitty schloss ohne große Eile die Tasche und verließ das Büro. Fred und Stanley waren schon wieder durchs Fenster geklettert und warteten ungeduldig auf dem Hof. Kitty sprang ins Freie und eilte zum Tor. Plötzlich hatte sie ein komisches Gefühl, drehte sich um und sah gerade noch, wie Fred etwas durch das Loch in der Scheibe warf. Sie blieb stehen. Was war das denn zum Teufel? Reden können wir nachher. Fred und Stanley liefen an ihr vorbei. Gleich fängt der zweite Teil an. Was hast du da eben gemacht? Sie trabten die Straße entlang und Stanley zwinkerte Kitty zu. Das war bloß ein Inferno-Stab als kleines Andenken. Fred, der neben ihm lief, kicherte. Das war nicht abgesprochen, es ging nur um einen Einbruch. Kitty konnte den Rauch schon riechen. Reg dich ab, so ein harmloser kleiner Einbruch macht bestimmt keine Schlagzeichen, aber einer mit Brandstiftung schon. Gleich vor Zorn umklammerte Kitty die Henkel ihrer Tasche. Hier ging es nicht darum, möglichst viel Aufsehen zu erregen, sondern einzig und allein darum, dass Stanley wieder einmal ihre Autorität untergraben wollte. Sie mußte endlich etwas dagegen unternehmen, sonst würde er sie früher oder später noch alle umbringen. Im Theater läutete die Pausenglocke, die letzten Zuschauer drängten wieder nach drinnen. Kitty Stanley und Fred eilten hinterher und saßen kurz darauf wieder auf ihren Plätzen. Die Musiker stimmten noch einmal ihre Instrumente, dann hob sich der Vorhang. Stanley drehte sich grinsend nachher um. Glaub mir, flüsterte er, das gibt richtig fette Schlagzeilen. Morgen früh der Aufmacher. Als der Morgen des Gründertages heraufdämmerte, waren die Ermittler der Abteilung für innere Angelegenheiten schon seit geraumer Zeit in der Piccadilly im Einsatz. Wie sie da so geschäftig in den Ruinen mehrerer zerstörter Läden herumkletterten, erinnerten sie von Weitem an Ameisen auf einem Ameisenhaufen. Nathaniel stand ganz oben auf dem Schutthögel in den ehemaligen Geschäftsräumen des Zauberes Scholto Pin. Auf der Piccadilly sah es katastrophal aus. Sämtliche Geschäfte zwischen Gräbe Delikatessen und Pins Fachgeschäft für Zauberei Bedarf waren regelrecht ausgeweidet. Die Die gesamte Einrichtung war demoliert und durch die zerbrochenen Türen und Fenster auf die Straße geworfen worden. Es war ein niederschmetternder Anblick, an dem jedoch eins auffiel. Es sah aus, als habe irgendetwas die Trennwände der einzelnen Geschäfte nacheinander und in gerader Linie durchschlagen. Stellte man sich in den Laden am Ende des Trümmerfeldes, so konnte man durch die Löcher in den Mauern aller fünf Läden bis zur nächsten Querstraße blicken und den Arbeitern beim Schutt wegräumen zusehen. Auch war jeweils nur das Erdgeschoss betroffen, die darüberliegenden Stockwerke waren unversehrt geblieben. Nathaniel klopfte sich mit dem Kugelschreiber an die Zähne. Merkwürdig, dieser Anschlag war anders als die üblichen Attentate des Widerstands. Zum einen war das Ausmaß der Zerstörung größer als sonst, zum Sinn und Zweck absolut schleierhaft. In einem zersplitterten Fenster tauchte der Kopf einer jungen Frau auf. Hey, Mandrake! Ja, Thennel? Tallow will dich sprechen, er ist hier drin. Der Junge verzog das Gesicht, riß sich aber los, stieg vorsichtig, um seine maßgefertigten Schuhe nicht mit Ziegelstaub zu beschmutzen, von dem Schutthaufen herunter und betrat das zerstörte, im halb dunkel liegende Gebäude. Sie wollten mich sprechen, Mr. Tallow? Sein Vorgesetzter zeigte mit einer schroffen Geste auf das Desaster ringsum. Ich möchte gern, was Sie davon halten, es ist Ihrer Meinung nach hier vorgefallen. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, Sir. Und was soll ich damit anfangen? Davon kann ich mir nichts kaufen, die Leute wollen antworten, Mandrake, und wir müssen diese Antworten liefern. Jawohl, Sir, wenn ich mich vielleicht noch eine Weile umschauen dürfte, finde ich womöglich verraten Sie mir eins, fiel ihm Tallow ins Wort. Wer steckt Ihrer Meinung nach dahinter? Nathaniel seufzte. Tallow stand selber ziemlich unter Druck. Ein derart unverfrorener Überfall am Gladstone-Tag würde Ihren Vorgesetzten gar nicht gefallen. Ein Dämon, Sir, antwortete er. Ein Afrit könnte solchen Schaden anrichten oder ein Mariet. Mr. Tallow fuhr sich müde mit der gelblichen Hand übers Gesicht. Kein derartiges Wesen war daran beteiligt. Unsere Männer haben Kugeln in die Gebäude geschickt, als der Täter noch drin war. Solange sie funktionierten, übermittelten sie keinerlei Anzeichen dämonischer Aktivität. Verzeihung, Mr. Tallow, aber das kann nicht sein. Menschen können so etwas nicht bewerkstelligen. Der Beamte stieß einen Fluch aus. Was Sie nicht sagen, Mandrake, aber mal ehrlich, was haben Sie denn bisher über die Vorgehensweise des Widerstands herausgefunden? Reichlich wenig, möchte ich behaupten. Sein Ton war schneidend. Und was veranlasst Sie zu der Überzeugung, dass hierfür der Widerstand verantwortlich ist, Sir? Nathaniel blieb betont ruhig. Er ahnte bereits, worauf die Sache hinauslief. Tallow würde sich nach Kräften bemühen, die Schuld für den Vorfall seinem Assistenten in die Schuhe zu schieben. Was hier passiert ist, unterscheidet sich von allen bisherigen Anschlägen, fuhr er fort. Es hat eine ganz andere Größenordnung. Solange wir keine andere Spur haben, liegt der Verdacht auf der Hand, Mandrake. Bis jetzt waren es immer die Widerständler, die eine derart sinnlose Zerstörung betrieben. Schon aber nur mit Maulergläsern und anderem Kleinkram. Sie sind nicht in der Lage, einen ganzen Häuserblock in Trümmer zu legen, schon gar nicht ohne dämonische Unterstützung. Unsere Verluste belaufen sich immerhin auf sechs Polizisten und acht Dämonen von der Sicherheit. Ach ja, und Mr. Pins Gehilfe, der Folio Simpkin hat es auch nicht überlebt. Es war nicht zu erkennen, ob Mr. Tallow diesem Bericht viel abgewinnen konnte, er brummte gereizt und wandte sich ab. In der Wand zum Nebengebäude klaffte ein großes Loch. Tallow blieb davor stehen. Und nun strengen Sie mal Ihren allseits bekannten Grips an, Mandrake, und erzählen mir, was Sie aus diesem Durchbruch hier schlussfolgern. Diese Öffnung liefert uns Anhaltspunkte hinsichtlich Größe und Gestalt des Eindringlings, hob er an. Demnach dürfte der Verursacher nicht größer als drei Meter sein. Die Breite wiederum beträgt etwa anderthalb Meter, sodass ich aus dem Verhältnis von Höhe und Breite schließen würde, dass das betreffende Wesen menschliche Gestalt hat, wenn auch in vergrößertem Maßstab. Noch interessanter ist jedoch die Art und Weise, wie das Loch entstanden ist. Er machte eine Pause und rieb sich in der Absicht, einen besonders intelligenten Eindruck zu machen, bedächtigt das Kinn. Bis jetzt ist das alles ziemlich naheliegend, erfahren Sie fort. Nathaniel bezweifelte, Mr. Teller durch eigene Überlegung bereits zu vergleichbaren Ergebnissen gekommen war. Nun, Sir, hätte der Täter eine Detonation oder einen ähnlichen Explosivzauber benutzt, wären die Mauersteine pulverisiert worden oder zumindest in winzige Splitter geborsten, aber sie sind noch da. Für mich sieht es so aus, als ob derjenige, der dieses Loch verursacht hat, einfach durch die Wand gegangen ist, als wäre sie gar nicht da. Er wartete, aber Teller nickte nur. Er schien sich unsäglich zu langweilen. Das heißt? Das heißt, Sir? Der Junge biss die Zähne zusammen, denn er merkte, dass Teller ihn ausnutzte, damit er nicht selber nachzudenken brauchte, und das konnte er auf den Tod nicht ausstehen. Das heißt, es handelt sich vermutlich weder um einen Afriten noch um einen Mariden. Die hätten die Wand auf jeden Fall gesprengt. Wir haben es demnach nicht mit einem herkömmlichen Dämon zu tun. Und damit genug. Teller würde kein Wort mehr aus ihm heraus bekommen. Ob sein Vorgesetzter nun eine Antwort parat gehabt hätte oder nicht, er kam um seine Stellungnahme herum, denn in diesem Augenblick klingelte neben ihm eine unsichtbare Glocke und die Luft begann zu flimmern, beides Vorboten der Ankunft eines Dieners. Mr. Teller sprach einen Befehl und der Dämon materialisierte sich komplett. Aus unerfindlichen Gründen hatte er als Erscheinungsform einen kleinen grünen Affen gewählt, der im Schneidersitz auf einer leuchtenden Wolke thronte. Mr. Teller blickte ihn scharf an. Ich höre. Ibefohlen haben wir den Schutt und sämtliche Stockwerke der Gebäude gründlich überprüft, und zwar auf allen Ebenen, verkündete der Affe. Wir konnten keine auf magische Aktivität verweisenden Indizien finden. Der Affe kringelte lässig den Schwanz. Wünsch dir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch weitere Auskünfte, Herr? Der Zauberer winkte ab. Ist gut, Nemaides. Der Staatsbeamte und sein Assistent sagten eine Weile nichts. Dann brach Mr. Tallow das Schweigen. Sehen Sie, Mandrake, es ist ein Rätsel, dass jetzt nicht das Werk irgendeines Zauberers jeder höhere Dämon hätte Spuren hinterlassen. Trotzdem gibt es hier keine derartige Spur, nicht eine einzige. Solange uns keine anderen Beweise vorliegen, müssen wir wohl davon ausgehen, dass die Verräter der Widerstandsbewegung Mittel und Wege gefunden haben, ihre Anschläge auf nicht magische Weise zu verüben. Das heißt, wir müssen uns ranhalten, bevor sie erneut zuschlagen. Jawohl, Sir. Tja, ich denke, Sie haben für heute genug gesehen. Machen Sie sich an die Arbeit, gehen Sie der Sache auf den Grund. An diesem Abend ging Nathaniel in düsterer Stimmung nach Hause. Es war kein guter Tag gewesen. Den ganzen Nachmittag über hatten ihn seine Vorgesetzten mit Anrufen bombardiert, in denen sie ihre Empörung und Ungeduld zum Ausdruck brachten. Was mir fehlt, dachte er, ist ein richtiger Diener, ein mächtiger Dämon, einer, der mir aufs Wort gehorcht, einer wie Talos Nemaides oder der Schubit meiner Meisterin, doch das war leichter gesagt als getan. Er hatte nun mal beschlossen, Bartimaeus nie wieder zu beschwören. Als er auf sein Wohnhaus zuging, hörte er hupen und fuhr zusammen. Miss Whitwells Limousine parkte mit laufendem Motor am Bordstein. Der Chauffeur stierte stumpf vor sich hin, Nathanials Meisterin schaute aus dem Fenster im Fond. Na endlich, ich habe einen Kobold losgeschickt, aber du warst schon weg, steig ein, wir fahren nach Richmond. Der Premierminister will uns unvorzüglich sprechen, beeil dich. Aha, kommt, ähm, kommt Mr. Tellow auch nach Richmond, Madam? Nein, ich nehme dich mit, weil Mr. Devereaux dich gut leiden kann und sich das zu unserem Vorteil auswirken könnte. Mr. Tellow ist da weniger geeignet. Sie rümpfte die spitze, blasse Nase. Du bist ein kluger Bursche, John, fuhr sie fort. Du begreifst, dass ich, wenn der Premierminister die Geduld mit mir verliert, meinerseits die Geduld mit meinen Untergebenen verliere? Nathanael sagte nichts. Mittlerweile war Mr. Rupert Devereaux schon fast zwanzig Jahre lang Premierminister. Er war ein zweitklassiger Zauberer, aber ein erstklassiger Politiker, der sich nur deshalb so lange behauptet hatte, weil er seine Kollegen gegeneinander ausspielte. Es hatte mehrere Versuche gegeben, ihn zu stürzen, aber seinem leistungsstarken Spitzelnetzwerk war es gelungen, die Verschwörer so gut wie jedes Mal auffliegen zu lassen. Je älter und gesetzter er wurde, desto seltener verließ Mr. Devereaux sein Anwesen, sein Verfolgungswahn gedieh wie Unkraut auf dem Mist und überwucherte alles und jeden, der ihm untergeben war. Kein Minister konnte sich seines Postens völlig sicher sein, nicht einmal seines Lebens. Die Luft im Wintergarten von Richmond wurde nur von einem trägen Deckenventilator umgewälzt. Darunter hatten es sich der Premierminister und sein Hofstaat auf Sofas bequem gemacht. Man nippte Kaffee aus weißen, byzantinischen Tässchen und lauschte dem Wehklagen eines ungeheuer großen und dicken Mannes. Nathaniels Magen schlug einen Purzelbaum, als er ihn erkannte. Es war Scholto Pinn, dessen Verkaufsräume bei dem Anschlag irreparabel zerstört worden waren. »In meinen Augen ist dieses Verbrechen derart verabscheuungswürdig, dass man es kaum in Worte fassen kann«, sagte Mr. Pinn gerade. »Und ein dreister Affront obendrein, ich habe schwerste Verluste erlitten.« Das Sofa gleich neben der Tür war noch leer. Miss Whitwell ließ sich darauf nieder und Nathaniel tat es ihr nach kurzem Zögern gleich. Mit einem Blick überflog er die Anwesenden. Da war zunächst einmal Pinn. Normalerweise hegte Nathaniel gegen den Geschäftsmann Argwohn und Abneigung, denn Pinn war seinerzeit ein intimer Freund des Verräters Loveless gewesen. Man hatte ihm jedoch nichts nachweisen können, und diesmal war zweifellos er das Opfer. Rupert de Veroe selbst räkelte sich auf einem hochlänigen Sofa. Er war früher einmal recht gut aussehend, hatte aber inzwischen, dank der vielen und verschiedenartigen Genüsse, denen er sich hingab, an Wangen und Bauch ein wenig zugelegt. Henry Duval, der Polizeichef, saß mit verschränkten Armen neben ihm, die graue Mütze auf den Knien. Er trug die Uniform der Grauröcke, der Elite-Truppe der Nachtpolizei, deren Befehlshaber er war. Noch drei andere Minister waren anwesend. Ein fad aussehender Mann mittleren Alters mit strähnigem, blondem Haar betrachtete seine Fingernägel. Das war Karl Mortensen vom Innenministerium. Neben ihm saß demonstrativ gähnend Helen Malbindi, die Informationsministerin. Der Außenminister, Marm-Duke Frye, ein Mann von unersättlichem Appetit, tat nicht einmal so, als hörte er Mr. Pinn zu, sondern war ganz davon in Anspruch genommen, bei einem ehrerbietigen Bediensteten lautstark ein zweites Mittagessen zu bestellen. Auf demselben Sofa wie Mr. De Veroe saß ein untersetzter, rothaariger Herr. Ihm schien die Debatte einen Heidenspaß zu machen. Quentin Makepeace hatte über zwanzig erfolgreiche Theaterstücke verfasst, von denen das Neueste, die Schwäne von Arabien, überall im britischen Weltreich sämtliche Kassenrekorde brach. Seine Anwesenheit in diesem Kreis war ein wenig unpassend, aber nicht besonders überraschend. Jeder wußte, dass er der engste Vertraute des Premierministers war, deshalb duldeten ihn die anderen Minister mit argwöhnischer Höflichkeit. Mr. De Veroe bemerkte Miss Whitwells Eintreffen und hob grüßend die Hand. Er hüstelte diskret und sofort stellte Mr. Pinn seinen Klageschwall ein. »Vielen Dank, Scholto«, sagte der Premierminister. »Sie haben sich klar genug ausgedrückt. Ihre missliche Lage betrübt uns über alle Maßen.« »Aber vielleicht hören wir jetzt ein paar Erlösungsvorschläge. Jessica Whitwell ist gekommen und hat den jungen Mandrake mitgebracht.« Nathaniel schluckte. Seine Meisterin ließ ihn eiskalt im Regen stehen. »Es ist noch zu früh, um präzise Aussagen über die Ursache des Zwischenfalls von heute früh zu machen,« sagte er. »Vielleicht Zwischenfall?« Scholto Pinn sprang das Monokel aus dem Auge. »Das ist eine Katastrophe,« brüllte er. »Wie kannst du es wagen, Junge?« »Es ist noch zu früh, Sir,« fuhr Nathaniel unbeirrt fort. »Wir können noch nicht beurteilen, ob wir es überhaupt mit dem Widerstand zu tun haben. Der Fall weist einige Ungereimtheiten auf.« Mr. Duval hob die behaarte Hand. »Lächerlich. Es handelt sich eindeutig um einen Anschlag der Widerständler. Er weist alle Merkmale ihrer bisherigen Untaten auf.« »Nein, Sir.« Nathaniel zwang sich, dem Stierenblick des Polizeichefs standzuhalten. »Die Anschläge des Widerstands sind Lappalien. In der Regel haben wir es mit relativ harmlosen magischen Angriffen zu tun. Der Vorfall in der Piccadilly ist anders. Er war von immenser Schlagkraft und hat sich über längere Zeit hingezogen. Kurz gesagt, ich glaube, dass dieses Zerstörungswerk von einer sehr hohen magischen Ebene ausgelenkt wurde.« Jetzt erst mischte sich Miss Whitwell ein. »Aber es gab keine Hinweise auf Kobolde oder Chin.« »Nein, Madam, aber auf die Beteiligung von Menschen weist genauso wenig hin. Alle Personen, die vor Ort waren, wurden von irgendeinem mächtigen Zauber getötet, aber es ist uns bislang noch nicht gelungen, seinen Ursprung zu identifizieren. Wenn ich offen sein darf, Mr. Tallow geht sehr umsichtig und penibel vor, aber seine Methode fördert keine neuen Anhaltspunkte zutage. Sollte der Feind erneut zuschlagen, fürchte ich, dass wir abermals das Nachsehen haben. Es sei denn, wir ändern unsere Taktik. »Die Befugnisse der Grauröcke müssen erweitert werden,« forderte Mr. Deval. »Nichts für ungut,« widersprach Nathaniel, »aber gestern Abend konnten sogar sechs Wölfe nichts ausrichten.« Eine kurze Pause trat ein. »Nun, das war ein offenes Wort,« sagte Mr. Devereaux schließlich. »Was schlagen Sie denn vor, John?« »Ich glaube, wir haben allen Grund zu der Annahme, dass der Täter von letzter Nacht bald wieder zuschlägt. Diesmal hat er sich die Piccadilly ausgesucht, eins der beliebtesten Touristenziele Londons. Was für Absichten er auch verfolgen mag, wir müssen über die ganze Stadt Gin der höchsten Kategorie verteilen. Ich wäre dafür, sie in der Umgebung von Touristenattraktionen zu postieren. Falls wieder etwas passiert, könnten wir sofort reagieren.« »Mandrake, Sie haben schon einmal Ihre Tüchtigkeit unter Beweis gestellt. Knüpfen Sie daran an, organisieren Sie die Sicherheitsmaßnahmen und bringen Sie den Übeltäter zur Strecke. Und legen Sie dem Widerstand endlich das Handwerk. Ich will Ergebnisse sehen. Wenn die Abteilung für innere Angelegenheiten versagt,« Dabei sah er Nathaniel und Miss Whitwell vielsagend an, »sind wir gezwungen, den Fall einer anderen Abteilung zu übertragen. Ich schlage vor, Sie brechen unverzüglich auf und suchen sich Ihre Dämonen mit dem gebotenen Sachverstand zusammen. Wir anderen sollten den Gründertag würdig begehen und feiern. Darf ich Sie in den Speisesaal bitten?« Wie jedes Mal versuchte ich natürlich auch diesmal, mich dagegen zu wehren. Ich bot meine ganze Kraft auf, um dem Sog standzuhalten, doch die Worte waren einfach stärker. Silbe um Silbe bohrte sich wie eine Harpune in meine Substanz, verdichtete sie, zerrte an mir. Drei flüchtige Sekunden schützte mich noch die freundliche Schwerkraft des anderen Ortes. Dann entließ sie mich urplötzlich, und ich wurde fortgerissen wie ein Säugling von der Mutterbrust. In rasendem Wechsel wurde meine Substanz erst verdichtet, dann unendlich in die Länge gezogen, und im nächsten Augenblick in die Welt und die so vertrauten wie verhassten Schranken eines Pentagramms hinausgeschleudert, wo ich mich dem uralten Gesetz gehorchend zugleich materialisierte. Eine große, schillernde, perlmuttern-schimmernde Gasblase rotierte in der Luft. Sie verströmte zarte, würzige Wohlgerüche, und dazu erklangen ganz leise nur wie aus weiter Ferne die süßen Sphärenklänge von Harfen und Geigen. In der Blase saß ein wunderschönes Mädchen mit einer kleinen, runden Brille auf dem zierlichen Näschen. Sie blickte gelassen nach draußen und stieß einen empörten Schrei aus. »Du!« »Nun warte doch mal, Battimeus!« »Du!« Die Sphärenklänge verstummten mit einem hässlichen Rölbser, die zarten, würzigen Wohlgerüche schlugen in ranziges Gemüffel um. Das liebliche Mädchengesicht lief puterrot an, die Augen quollen hervor wie pochierte Eier, die Brillengläser zersprangen. »Jetzt hör mir doch mal zu. Wir hatten eine Abmachung, wir haben einander etwas geschworen. Naja, ganz so war es auch wieder nicht. Ach nein, du hast aber ein kurzes Gedächtnis, denn es ist doch erst ganz kurz her, oder? Am anderen Ort verliert man schnell das Zeitgefühl, aber du hast dich kaum verändert, du bist immer noch dasselbe miekrige Bürschchen.« Er richtete sich hoch auf. »Ich bekleide ein wichtiges Regierungsamt.« »Du musst dich noch nicht mal rasieren.« »Wie lange ist es her? Zwei oder drei Jahre?« »Zwei Jahre und acht Monate.« »Dann bist du jetzt vierzehn und rufst mich schon wieder?« »Schon, aber nun lass mich doch mal ausreden. Ich habe damals nichts geschworen. Ich habe dich einfach nur entlassen. Ich habe nicht versprochen, dass...« »Dass du mich nie wieder rufst.« »Aber genau das war die zugrunde liegende Bedingung.« »Ich vergesse deinen richtigen Namen und du meinen. Abgemacht. Und jetzt...« Das reizende Mädchengesicht in der rotierenden Blase verwandelte sich flugs in eine primitive Visage. Der Junge hob die Hand. »Lass den Quatsch und hör zu.« »Zuhören soll ich? Wo mir noch vom letzten Mal alles wehtut? Glaub mir, ich habe mit wesentlich mehr als zwei Jahren gerechnet. Zwei Jahren und acht Monaten. Zwei lumpigen Menschenjahren, um den Schock über unsere Begegnung zu verwinden. Klar habe ich damit gerechnet, dass mich eines Tages wieder irgendein Schwachkopf mit spitzem Hut beschwört. Aber doch nicht derselbe wie beim letzten Mal.« Er zog einen Flunsch. »Ich trage keinen spitzen Hut.« »Du bist sowas von bescheuert. Ich kenne deinen Geburtsnamen und du holst mich gegen meinen Willen zurück. Prima. Dann reibe ich halt jedem deinen Namen unter die Nase, bis mein Auftrag erledigt ist. Aber du hast doch geschworen. Mein Schwur ist ungültig. Schluss, aus, Ende. So schlau wie du bin ich schon lange kleiner.« »Halt die Klappe!« Der Zauberer hob abrupt die Hand und im selben Augenblick spürte ich etwas von außen auf die Blase drücken. »Hör mir gut zu, Bartimeus«, begann er umständlich. »Ich versichere dir, dass ich zutiefst bedauere, dich abermals beschworen zu haben. Aber mir blieb nichts anderes übrig. Seit unserer letzten Begegnung ist dir einiges vorgefallen. Man setzt mich unter Druck. Ich muss möglichst bald Ergebnisse vorweisen. Wenn nicht...« Er biss die Zähne zusammen. »Könnte es sein, dass man sich meiner entledigt? Ich hätte auch lieber einen Dämon... äh... einen Chin beschworen, der bessere Manieren hat als du, das kannst du mir glauben, aber ich habe keine Zeit, lange herumzusuchen.« »Ich kenne deinen Geburtsnamen und habe keine Hemmungen davon, Gebrauch zu machen. Wenn du einen Funken Verstand hast, entlässt du mich, aber Dalli!« Und damit ist dieses Gespräch beendet.« Der Junge hüpfte vor Aufregung von einem Bein aufs andere. »Nun komm schon, Bartimeus!« »Nein, du kannst bitten und betteln, so viel du willst!« »Ich bettele nicht!« Jetzt kochte er vor Wut. »Mann, was für ein furchterregendes Schauspiel!« »Pass mal auf!« knurrte er. »Wenn du mir nicht hilfst, ist das aus mit mir. Das lässt dich vermutlich kalt.« »Donnerwetter, du kannst ja Gedanken lesen.« »Aber das, was ich dir jetzt sage, vielleicht nicht. Ein Feldzug gegen Amerika ist geplant. Wenn du mich jetzt im Stich lässt und ich zu Tode komme, empfehle ich dich vorher noch den Verantwortlichen da drüben. Danach kannst du meinetwegen meinen Geburtsnamen in die ganze Welt hinaus posaunen. Du hast die Wahl!« schloss er und verschränkte wieder die Arme. »Entweder ich oder die vorderste Front, ganz wie es dir beliebt.« »Ach ja?« Sein Atem ging stoßweise. »Ja. Wenn du mich verrätst, dann auf eigenes Risiko.« Ich riss die Blase auf und lehnte mich hinaus. »Sieht aus, als ob mir nichts anderes übrig bliebe.« Er zuckte die Achseln. »Scheint so.« »In diesem Fall«, fuhr ich fort, »solltest du mir wenigstens ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie ich sehe, hast du es zu etwas gebracht. Was machst du beruflich?« »Ich arbeite in der Abteilung für Innere Angelegenheiten.« »Innere Angelegenheiten? Ist das nicht Underwoods ehemalige Abteilung? So, so, da tritt wohl ein gewisser Jemand in die Fußstapfen seines alten Meisters.« Der Junge biß sich auf die Unterlippe. »Nein, das hat damit nichts zu tun.« »Vielleicht fühlt sich ja ein gewisser Jemand immer noch ein bisschen schuldig an seinem Tod.« Der Junge wurde rot. »Quatsch, das ist totaler Zufall. Meine neue Meisterin hat mir die Stelle angeboten.« »Ach ja. Die entzückende Miss Whitwell, eine reizende Person.« Ich musterte ihn noch einmal vom Scheitel bis zur Sohle. »Hat sie dich etwa auch in Stilfragen beraten?« »Was soll überhaupt diese alberne, hautenge Hose? Da kann man ja das Etikett an deiner Unterhose durchlesen. Und deine Mangetten.« »Das Hemd hat eine Menge Geld gekostet,« brauste er auf. »Mailänder Seide. Weite Mangetten sind der letzte Schrei.« »Mich erinnern Sie an Klo-Pömpel.« »Warum schneidest du die Dinge nicht ab und nähst dir noch einen Anzug draus? Schlimmer als der, den du jetzt trägst, kann er gar nicht aussehen.« So ätzend es war, wieder hier zu sein, es war amüsant, zu beobachten, wie er vor Wut schäumte. Ich ließ ihn ein Weilchen in seinem Pentagramm herumhopsen. »Darüber bist du dir doch im Klaren,« warf ich ein. »Wenn du mich beschwörst, kriegst du jedes Mal dein Fett weg. Ohne das geht's nicht.« Er brummelte vor sich hin. »Vielleicht ist Sterben ja doch nicht so schlimm.« »Ich fühlte mich schon besser.« »Dann erzähl mir mal mehr über diesen Auftrag. Du hast gesagt, er sei einfach.« Der Junge seufzte. »Irgendwas treibt sich hier in London herum, etwas höchst Zerstörerisches. Es ist kein Marit, kein Afrit und kein Gin. Es hinterlässt keinerlei magische Spuren. Es hat gestern Nacht die halbe Piccadilly dem Erdboden gleichgemacht. Pins Ausstattungen ist nur noch ein Trümmerfeld.« »Echt? Was ist mit Simpkin?« »Der Folio ist draufgegangen.« »Welch ein Jammer!« Der Junge zuckte die Achseln. »Da ich zumindest teilweise für die Sicherheit verantwortlich bin, will man mich zum Sündenbock machen. Der Premierminister ist außer sich und meine Meisterin will sich nicht vor mich stellen.« »Wir wundert dich das?« Er machte ein mürrisches Gesicht. »Sie wird ihre Treulosigkeit noch bereuen, Bartimaeus. Ich will, dass du die Augen offen hältst und den Täter ausfindig machst. Ich meinerseits berede die anderen Zauberer, ihre Chin ebenfalls auf ihn anzusetzen. Was hältst du davon?« »Ich will präzise Zeitangaben, kein Wischiwaschi.« »Na schön. Sechs Wochen. Das ist doch für dich bloß ein Klacks.« »Und meine Pflichten?« »So höre, wie dein Auftrag lautet.« Er hob die Arme und streckte das Kinn vor. Eine Pose, die nicht ganz so eindrucksvoll wie beabsichtigt wirkte. Er sah keinen Tag älter als vierzehn aus. »Stopp, ich helfe dir. Es ist schon spät. Du gehörst ins Bettchen. Wie wär's damit?« Mit gelangweiter amtlicher Stimme leierte ich. »Ich werde dir noch einmal sechs volle Wochen dienen. Gezwungenermaßen gelobe ich, während dieses Zeitraums deinen Namen, meinen Geburtsnamen, ach ja, richtig, während dieses Zeitraums deinen Geburtsnamen keinem Menschen preiszugeben.« »Sechs lange Wochen. Wenigstens war ihm eine natürliche Konsequenz der von mir vorgeschlagenen Formulierung entgangen. Sobald die sechs Wochen nämlich um waren, konnte ich alles ausplaudern.« Am Morgen nach dem Gründertag wendete sich das Wetter merklich zum Schlechten. Schmutzig-graue Wolken ballten sich über London und es begann zu nieseln. Die Mitglieder des Widerstands versammelten sich in ihrer Zentrale, einem kleinen, aber gut sortierten Laden im Londoner Stadtteil Southark. Das Geschäft, in dem man Farben, Pinsel und Ähnliches kaufen konnte, war bei gewöhnlichen, mit künstlerischen Neigungen recht beliebt. Kitty stand hinter der Ladentheke und sortierte Papierbögen nach Größe und Gewicht. Rechts, so dicht neben Kitty, dass es sie bei ihrer Tätigkeit behinderte, thronte Stanleys Hinterteil. Er hockte im Schneidersitz auf dem Tresen und steckte die Nase in die Morgenzeitung. »Ist ja zum Kotzen, unser letzter Einsatz wird kaum erwähnt. Dieses Piccadilly-Ding stiehlt uns total die Show. Das waren bestimmt die Tschechen.« Er schielte zu Kitty hinüber. »Kann sein«, sagte das Mädchen gedehnt. »Oder die Ungarn oder die Amis oder x andere Gruppen. An Konkurrenz herrscht kein Mangel. Aber egal, wer dahinter steckt, er hat sich einen öffentlichen Ort ausgesucht, und das ist nicht unsere Art, wie du sehr wohl weißt.« Sie verstummte, denn die Ladentür schwang auf. Eine dunkelhaarige Frau mittleren Alters mit strengen Gesichtszügen betrat den Laden und schüttelte die Regentropfen von ihrem Schirm. »Hallo, Anne«, sagte Kitty. »Hallo, ihr.« Die Frau spürte die angespannte Stimmung sofort. »Hier ist aber ganz schön dicke Luft. Was ist denn los?« »Nichts, alles bestens«, Kitty lächelte gezwungen. Es brachte nichts, noch weiter auf dem Thema herumzureiten. »Und wie ist es gestern bei dir gelaufen?« »Ach, ich habe gut abgeräumt«, antwortete Anne, hängte ihren Schirm an eine Staffelei und schlenderte zum Tresen, wobei sie Fred im Vorbeigehen durchs Haar strubbelte. »Ich habe ein paar Edelsteine mit starken Augen mitgehen lassen, die werden den Chef bestimmt interessieren. Er kann sie ja Mr. Hopkins zeigen.« Jetzt wurde Stanley wach. »Hast du das Zeug dabei?« Anne verdrehte die Augen. »Nein! Ich bin gleich beim Keller vorbei. Du glaubst doch nicht, dass ich so was hierher bringe. Geh lieber Teewasser aufsetzen, Dummkopf.« »Könnte sein, dass es die letzte Ware ist, die wir in nächster Zeit kriegen?« fuhr Anne fort, als Stanley im Hinterzimmer verschwand. Der Anschlag auf der Piccadilly war klasse, egal, wer es war, als hätte einer in ein Wespennest gestochen. »Habt ihr letzte Nacht den Himmel gesehen? Da hat's von Dämonen bloß so gewimmelt.« »Das war schon wieder dieser Mandrake,« sagte Kitty, »behauptet jedenfalls die Zeitung.« Anne nickte grimmig. »Der Typ gibt nicht auf, das muß man ihm lassen. Die falschen Kinder neulich. Wann kommt der Chef wieder?« wollte Fred wissen. »Hoffentlich bald,« antwortete Anne. »Gut, wir kriegen hier nämlich bald die Krise.« Stanley kam mit einem Tablett voller Teetassen zurück. Er wurde von Nick, einem stämmigen jungen Mann mit flachsblondem Haar, begleitet. Vollkommen unerwartet schwang die Eingangstür auf, und ein schlanker, junger Mann in einem geknöpften Regenmantel trat ein. Er streifte die Kapuze ab, und ein dunkler Schopf kam zum Vorschein. Mit leicht verlegenem Lächeln trat er an den Tresen, wo Kitty die Kassenbelege überprüfte. »Guten Morgen,« sagte sie. »Kann ich Ihnen behilflich sein?« »Guten Morgen, Miss.« Der Mann kratzte sich die Nase. »Ich komme im Auftrag des Sicherheitsministeriums, ob ich Ihnen wohl ein paar Fragen stellen dürfte?« Kitty legte die Belege in die Kassenschublade zurück und sah ihm offen ins Gesicht. »Legen Sie los!« »Wahrscheinlich haben Sie auch schon gelesen, dass es in letzter Zeit hier ganz in der Nähe ein paar ärgerliche Zwischenfälle gegeben hat, Sprengstoffanschläge und andere Terrorakte.« Die Zeitung lag vor Kitty auf dem Tresen. Sie nickte. »Ja, davon habe ich gelesen.« »Haben Sie irgendetwas Verdächtiges bemerkt, Miss?« Kitty überlegte. »Schwer zu sagen, schließlich sind wir nicht weit weg vom Hafen. Ausländische Seeleute, Händler, man kommt ganz durcheinander.« »Und Sie können sich nicht erinnern, dass Ihnen etwas eigenartig vorgekommen ist?« Kitty runzelte die Stirn. »Nein, leider nicht.« Das Lächeln bekam etwas Bedauerndes. »Falls Ihnen doch noch etwas auffällt, wenden Sie sich an uns.« »Mach ich bestimmt.« Er musterte sie prüfend, dann wandte er sich ab. Schon war er aus der Tür und ging zum nächsten Laden. Nach und nach kamen die anderen zwischen den Regalen hervor. Kitty sah Anne und Fred fragend an. Beide waren bleich und schwitzten. »Das war kein Mensch, oder?« sagte sie nüchtern. Fred schüttelte den Kopf. Anne erwiderte. »Ein Viech mit einem Kopf wie ein Käferpechschwarz mit roten Mundwerkzeugen. Er hat die Fühle ausgestreckt und dich fast damit berührt. Wieso hast du nichts gemerkt?« »Ist mir nicht gegeben«, erwiderte Kitty kurz. »Die haben uns auf dem Kieker«, sagte Fred mit aufgerissenen Augen wie im Selbstgespräch leise vor sich hin. »Wenn wir nicht bald was unternehmen, kriegen Sie uns. Ein Patzer reicht.« »Ich glaub ja, Hopkins hat einen Plan.« Anne gab sich Mühe, gelassen zu klingen. »Das wird der Durchbruch, ganz bestimmt.« »Ein Patzer reicht, bloß einer, und wir sind...« »Jetzt halt den Rand, Fred!« Kitty schlug mit einem Knall die Klappe in der Ladentheke zu. Sie wußte, dass es den anderen genauso ging wie ihr. Sie kamen sich vor wie in die Enge getriebene Tiere. Für Kitty kein neues Gefühl. So fühlte sie sich schon seit drei langen Jahren und war nicht einen Tag frei davon gewesen. Seit dem Vorfall im Park, nachdem nichts mehr wie vorher gewesen war. Sie war erst im Krankenhaus wieder aufgewacht, als ihr mehrere Krankenschwestern die Kleider vom Leib schnitten. Der Stoff ihres T-Shirts und ihres Shorts war auf der Vorderseite verkohlt und bröselig und trieb in Flocken durch die Luft wie verbrannte Zeitungsfetzen. Ihr selbst war seltsamerweise nichts passiert. »Wir haben deine Eltern benachrichtigt«, verkündete eine Schwester. »Sie kommen dich abholen.« Kitty sah die Frau verständnislos an. Diese zögerte. »Dir geht es wieder gut«, sagte sie endlich. »Die schwarze Schleuder hat dich offenbar nicht richtig erwischt. Du hast großes Glück gehabt.« Kitty mußte diese Auskunft erst verdauen. »Dann geht es Jakob auch wieder gut?« »Er hat leider nicht so viel Glück gehabt.« »Was meinen Sie damit? Wo ist er?« »Er ist ganz in der Nähe. Wir kümmern uns um ihn.« Kaum war die Schwester draußen, schob Kitty sich von der Bettkante. Die Tür gegenüber war geschlossen, vor die Verglasung ein Vorhang gezogen. Kitty legte die Hand auf die Klinke. Es roch intensiv nach Krankenhaus, nach Medikamenten, Jod und Desinfektionsmittel. Aber Kitty nahm noch einen anderen Geruch wahr, den Geruch von Verbranntem. Sie zog die Tür hinter sich zu und schlich auf Zehenspitzen zum Bett. Als sie Jakob sah, stiegen ihr die Tränen in die Augen. Dort, wo ihn sein Haar geschützt hatte, war Jakobs Haut wie immer leicht gebräunt. Überall sonst war sie mit unregelmäßigen senkrechten welligen Streifen versenkt oder verschmiert, schwarz und grau wie Asche oder Holzkohle. Im ganzen Gesicht war kein Fleckchen Haut unversehrt. Kitty berührte Jakobs Hand, die auf der Decke lag. Die Handflächen, mit denen er versucht hatte, den Rauch abzuwehren, waren ebenfalls schwarz gestreift. Er reagierte auf die Berührung, drehte den Kopf hin und her und ein schmerzlicher Ausdruck huschte über das fahle Gesicht. Die grauen Lippen öffneten sich, zuckten, als wollte er etwas sagen. Jakob? Die aufgerissenen Augen starrten ins Leere, ohne etwas zu sehen. Auf der schwarzgrauen Haut sahen sie hell und bleich aus wie zwei milchig-weiße Opale. Erst jetzt kam mir der Gedanke, dass er vielleicht blind war. Kitty betrachtete ihre Hände, befühlte ihr Gesicht. Alles war genau wie vorher, so wie es eigentlich nicht mehr hätte sein dürfen. Dann setzte sich wie üblich das schwerfällige Räderwerk der Justiz in Gang. Der Wagen, ein Rolls-Royce Silver Thruster, war bald gefunden, die Identität des Besitzers geklärt. Es handelte sich um einen gewissen Julius Tellow, einen Zauberer, welcher in der von Mr. Underwood geleiteten Abteilung für innere Angelegenheiten arbeitete. Er gab freimütig zu, dass er es gewesen sei, der die beiden Kinder im Wentworth Park der schwarzen Schleuder unterzogen hatte. Nichts Böses ahnend sei er am Park vorbeigefahren, als ihn die betreffenden Personen angegriffen hätten, um ihn auszurauben. Er habe sich lediglich verteidigt und sie außer Gefecht gesetzt. Er lügt wie gedruckt, widersprach Kitty. Haben sie ihn verhaftet? Er ist ein Zauberer, sagte die zuständige Polizeibeamtin erstaunt. So einfach geht das nicht. Er streitet alle Anschuldigungen ab. Nächsten Monat kommt der Fall vors oberste Zivilgericht. Wenn du die Angelegenheit weiter verfolgen willst, musst du doch erscheinen und gegen Mr. Tellow aussagen. Prima, entgegnete Kitty. Ich kann's kaum erwarten. Sie wird nicht erscheinen, widersprach ihr Vater voller Angst. Kitty schnaubte verächtlich, schwieg aber. Es folgten drei Wochen, in denen sich Kitty mit einer Mischung aus Trotz und Stolz allen Bemühungen widersetzte, sie von ihrem einmal gefassten Entschluß abzubringen. Sie behachte darauf, vor Gericht zu erscheinen und dafür zu sorgen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Am betreffenden Tag erschien Kitty in ihrer schicksten Jacke und besten Wildlederhose Punkt halb neun am Haupttor des Gerichtsgebäudes. Ihre Eltern kamen nicht mit. Jeder Besucher wurde an einem Beamten in rot-goldener Uniform vorbeigeschleust. Kitty nannte ihren Namen und der Mann schaute auf einen Zettel. »Sitzungssaal 27«, sagte er, »linker Aufgang oben, ganz rechts halten, vierte Tür, dort entlang.« Er schob sie weiter, dann war sie an ihm vorbei und betrat durch einen hohen Türbogen das kühle Marmor-Vestibül des Gerichtsgebäudes. Kitty ging die Treppe hoch und durch einen langen, überfüllten Flur, bis sie an die Tür von Saal 27 kam. Davor stand eine Holzbank. Ein Schild forderte alle Antragsteller auf, dort Platz zu nehmen und zu warten, bis sie aufgerufen wurden. Nach einer Viertelstunde öffnete sich die Tür von Saal 27 und ein junger Mann mit einer flotten grünen Mütze und ungeduldiger Miene steckte den Kopf durch den Spalt. »Kathleen Jones«, sagte er, »sind Sie anwesend? Sie sind die Nächste.« »Hier«, Kitty hatte Herzklopfen. »Gut. Julius Tellow, ebenfalls anwesend, auch Sie brauchen wir jetzt.« Schweigen, Mr. Tellow war nicht erschienen. Der junge Mann verzog das Gesicht. »Damit können wir uns nicht aufhalten. Wenn er nicht da ist, ist er eben nicht da. Miss Jones, darf ich bitten?« Kitty folgte dem ausgestreckten Arm des jungen Mannes und ging am Podium vorbei zu einem einzelnen, vor dem Fenster stehenden Stuhl mit hoher Lehne. Dort nahm sie Platz. Ein ähnlicher Stuhl befand sich vor dem Fenster an der gegenüberliegenden Wand. In einigem Abstand zum Podium waren hinter einer Messingschranke mehrere Bankreihen aufgebaut. Zu Kittys Überraschung hatten sich bereits etliche Zuschauer eingefunden. Der junge Mann mit der Mütze blickte prüfend auf die Uhr, holte tief Luft und brüllte so laut, dass Kitty fast vom Stuhl fiel. »Erheben Sie sich! Erheben Sie sich für Miss Fitz, William, Zauberin der vierten Stufe und Vorsitzende dieser Verhandlung! Erheben Sie sich!« Eine weibliche Gestalt in schwarzer Kapuzenrobe betrat das Podium. Sie sitzte sich auf den großen, geschnitzten Stuhl, warf die Kapuze zurück und zum Vorschein kam eine junge Frau mit braunem Pagenkopf und zu viel Lippenstift. »Dankeschön, meine Damen und Herren, Dankeschön, bitte Platz nehmen!« Der junge Mann salutierte zum Podium hinüber und verzog sich schleunigst in eine Ecke. Die Richterin begrüßte die Anwesenden mit einem knappen, kühlen Lächeln. »Guten Morgen! Wir beginnen heute, glaube ich, mit dem Fall Julius Tallow, Zauberer der dritten Stufe gegen Kathleen Jones, gewöhnliche, aus Valham. Wie ich sehe, hat sich Miss Jones entschieden, hier zu erscheinen. Wo ist Mr. Tallow?« Der junge Mann sprang wie ein Schachtelmännchen auf. »Er ist nicht da, euer Ehren!« Abermals salutierte er schneidig und setzte sich wieder. »Das sehe ich. Wo steckt er?« Der junge Mann sprang wieder auf. »Hab nicht den blassesten Dunst, euer Ehren!« »Tja, Pech! Protokollführer, vermerken Sie, dass Mr. Tallow wegen Missachtung des Gerichts verwarnt werden muss unter Vorbehalt. Fangen wir an!« Die Richterin setzte ihre Brille auf und warf einen Blick in ihre Unterlagen. Kitty setzte sich gerade hin. Die Richterin nahm die Brille wieder ab und blickte zu ihr hinüber. »Kathleen Jones!« Kitty sprang auf. »Gawohl, euer Ehren!« »Setzen Sie sich, setzen Sie sich! Wir halten es hier so ungezwungen wie möglich. Aufgrund Ihrer Jugend...« »Wie alt sind Sie übrigens, Miss Jones?« »13, euer Ehren!« »Aha! Aufgrund Ihrer Jugend und Ihrer unverkennbaren Herkunft aus bescheidenen Verhältnissen, ich lese hier, dass Ihr Vater Verkäufer und Ihre Mutter Putzfrau ist, schüchtert diese erhabene Umgebung Sie vermutlich ein.« Die Richterin gestikulierte in die Runde. »Aber ich darf Ihnen versichern, dass Sie nichts zu befürchten haben. Dies ist ein Tempel der Gerechtigkeit, in dem selbst die Niedrigsten unter uns willkommen sind.« »Vorausgesetzt natürlich, Sie halten sich an die Wahrheit. Haben Sie das verstanden?« Kitty saß ein Kloß in der Kehle. Sie hatte Mühe, laut und deutlich zu antworten. »Jawohl, euer Ehren!« »Sehr schön, dann wollen wir nun Ihre Schilderung der Ereignisse hören. Bitte sehr!« In den folgenden Minuten schilderte Kitty mit ziemlich belegter Stimme den Vorfall aus ihrer Sicht. Die Anwesenden hörten schweigend zu, inklusive der Richterin, die sie ausdruckslos über den Brillenrand anblickte. Die Protokollführer tippten emsig. Kitty schloss mit einer eindringlichen Schilderung von Jakobs Zustand nach Einwirkung der schwarzen Schleuder. Als sie geendet hatte, lag drückende Stille über dem Saal. Irgendwer hustete. Die Richterin lehnte sich zurück. »Haben Sie alles mitgeschrieben, meine Herren Protokollführer?« Einer der drei hob den Kopf. »Ehrwohl, euer Ehren!« »Sehr schön.« Die Richterin machte eine finstere Miene, als sei sie unzufrieden. »Da Mr. Taller nicht erschienen ist, muss ich mein Urteil wohl oder übel diese Version der Ereignisse zugrunde legen. Das Gericht kommt zu folgendem Beschluss.« Plötzlich pochte jemand kräftig an die Saaltür. Bei den Worten der Richterin hatte Kitty vor Erleichterung schon das Herz im Leib gehüpft. Jetzt rutschte er dasselbe Herz in böser Vorahnung in die Hose. Der junge Mann mit der grünen Mütze flitzte los und öffnete, doch Julius Taller stieß die Tür bereits so schwungvoll auf, dass er ihn fast umgerissen hätte. In einem grauen Anzug mit rosa Nadelstreifen schritt der Zauberer mit entschlossen vorgeschobenem Kinn zu dem leeren Stuhl und nahm Platz. Kitty betrachtete ihn voller Abscheu. Er erwiderte ihren Blick mit kaum merklichem Grinsen und wandte sich so dann der Richterin zu. »Mr. Taller, nehm ich an«, sagte diese. »So ist es, euer Ehren«, er senkte den Blick. »Meine ergebensten Entschuldigungen, hohes Gericht. Ich wurde heute früh im Büro aufgehalten, euer Ehren, ein Notruf.« Die Richterin klopfte mit ihrem Hammer auf den Tisch. »Verzeihen Sie, Mr. Taller, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Pünktlichkeit ist eine unerlässliche Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf unseres Rechtssystems. Ich befinde Sie der Missachtung des Gerichts für schuldig und verurteile Sie zu 500 Pfund Geldstrafe.« Er ließ den Kopf hängen und hockte da wie ein Häufchen Elend, wenn auch ein ziemlich großes. »Jawohl, euer Ehren.« »Wie dem auch sei«, die Richterin klang jetzt ein wenig freundlicher. »Sie kommen gerade noch rechtzeitig, um uns Ihre Sicht des Vorfalls darzulegen. Miss Jones' Version haben wir bereits gehört. Sie wissen, was man Ihnen vorwirft. Was haben Sie dazu zu sagen?« »Nicht schuldig, euer Ehren«, unversehens saß Mr. Tallow wieder kerzengerade da. »Leider habe ich von einem unvorstellbar brutalen Überfall zu berichten, bei dem ein Gangsterpärchen, wozu bedauerlicherweise auch die elegante junge Dame doch drüben gehörte, meinem Wagen in der Absicht auflauerte, mich niederzuschlagen und auszurauben. Nur dem Zufall und den Fähigkeiten, über die ich zum Glück verfüge, verdanke ich es, dass ich die beiden abwehren und mich retten konnte.« »Fast zwanzig Minuten lang schmückte er seine Lügengeschichte aus, spickte sie mit haarsträubenden Beispielen der schrecklichen Torturen, welche ihm die beiden Raudis angedroht hätten. Wiederholt streute er kleine Anekdoten ein, die das Gericht daran erinnern sollten, welch wichtigen Regierungsposten er innehatte. Kitty hörte bleich vor Zorn zu. Sie konnte sich den weiteren Verlauf der Verhandlung ausrechnen. Als Mr. Tallow schließlich mit Übelkeit erregender Bescheidenheit schilderte, mit welcher Selbstlosigkeit er befohlen hatte, dass die schwarze Schleuder nur den Rädelsführer, nämlich Jakob, erfassen sollte, weil er den Schaden schließlich so gering wie nur möglich halten wollte, verlor Kitty die Beherrschung. »Er lügt schon wieder,« rief sie. »Auf mich kam es auch zugeschossen.« Die Richterin hämmerte auf dem Tisch. »Roh im Saal!« »Aber das ist doch sonnenklar, dass das gelogen ist,« sagte Kitty. »Wir haben nebeneinander gestanden. Das Affenvieh hat auf uns beide gezielt, wie Tallow es ihm befohlen hat. Ich bin ohnmächtig geworden, und ein Rettungswagen hat mich ins Krankenhaus gebracht.« »Das gilt auch für Sie, Miss Jones?« Kitty fügte sich. »Ich...« »Entschuldigung, Euer Ehren.« »Mr. Tallow, wenn Sie bitte fortfahren.« Der Zauberer kam bald zum Ende, worauf die Zuschauer aufgeregt tuschelten. Miss Fitzwilliam saß ein Weilchen grübelnd auf ihrem thronartigen Stuhl. Schließlich betätigte sie abermals ihren Hammer, und es wurde still. »Es handelt sich um einen verwickelten und betrüblichen Fall,« begann die Richterin, »der durch den Mangel an Zeugen noch erschwert wird. Hier steht Aussage gegen Aussage. »Ja, bitte, Miss Jones, was ist denn nun schon wieder?« Kitty hatte höflich die Hand gehoben. »Es gibt noch einen zweiten Zeugen, Euer Ehren. Jakob.« »Wenn dem so ist, wieso ist er denn heute nicht erschienen?« »Weil es ihm nicht so gut geht, Euer Ehren.« »In diesem Fall hätten seine Eltern in seinem Namen eine schriftliche Eingabe machen können. Das ist unterblieben. Vielleicht sind sie zu der Überzeugung gelangt, dass die Argumente ihres Sohnes nicht stichhaltig sind.« »Nein, Euer Ehren, Sie haben Angst.« »Angst?« »Angst?« Die Richterin zog die Brauen hoch. »Lächerlich, wovor denn?« Kitty zögerte, doch jetzt gab es kein Zurück mehr. »Vor Vergeltungsmaßnahmen, Euer Ehren, falls Sie vor Gericht gegen einen Zauberer aussagen.« Die Richterin bedachte Kitty mit einem strengen Blick. »Ihre völlig aus der Luft gegriffene Anschuldigung trägt nur zu der Menge der Beweise bei, die sich bereits zu ihren Ungunsten angesammelt hat.« »Ruhe, habe ich gesagt!« Kitty hatte vor Schreck den Mund aufgeklappt. »Jedes Mal, wenn Sie den Mund aufmachen, reiten Sie sich bloß tief herein,« fuhr die Richterin fort. »Es ist offensichtlich, dass Ihr Freund hier erschienen wäre, wenn er mit Ihrer Schilderung einverstanden wäre. Ebenso offensichtlich ist es, dass Sie entgegen Ihrer Behauptungen nicht von der schwarzen Schleuder erfasst wurden, sonst könnten Sie wohl kaum, wie soll ich sagen, so putzmunter hier sitzen.« Die Richterin unterbrach sich und trank einen Schluck. »Die Unverfrorenheit, mit der Sie Ihr Anliegen vortragen, muss man fast schon bewundern,« fuhr sie fort. »Ebenso die Dreistigkeit, einen unbescholtenen Bürger wie Mr. Teller anzuklagen.« »Wenn ich das alles in Betracht ziehe, gelange ich unweigerlich zu einer eindeutigen Schlussfolgerung. Das Gericht entscheidet gegen Sie, Miss Jones, und weist Ihre Klage ab. Wären Sie älter, hätte ich Sie zu einer Haftstrafe verurteilen müssen. So wie die Dinge liegen und aufgrund der Tatsache, dass Mr. Teller bereits selbst für eine angemessene Bestrafung Ihrer Jugendbande gesorgt hat, will ich mich auf eine Geldstrafe beschränken, und zwar dafür, dass Sie dem Gericht kostbare Zeit gestohlen haben.« Kitty schluckte. »Hoffentlich ist es nicht viel.« »Hoffentlich ist es nicht viel.« »Ich verurteile Sie hiermit zu 100 Pfund Geldstrafe.« Es hätte schlimmer kommen können. Damit konnte sie leben. Sie hatte fast 75 Pfund auf ihrem Bankkonto. »Außerdem trägt der Verlierer üblicherweise auch die der Gegenpartei entstandenen Kosten. Mr. Teller schuldet dem Gericht für sein verspätetes Erscheinen 500 Pfund. Demnach schulden Sie dem Gericht insgesamt 600 Pfund.« Erst in einem der Kopfstein geflasterten Gässchen, die von der Strand abgingen, ließ Kitty den tränenfreien Lauf. Dann überlegte sie sich, was sie jetzt tun sollte. Allein konnte sie die Strafe auf keinen Fall bezahlen, und sie bezweifelte auch, dass ihre Eltern dazu in der Lage waren. Das hieß, sie hatte einen Monat, um die 600 Pfund aufzutreiben. Sonst wanderte sie und ihre Eltern womöglich ebenfalls ins Schuldgefängnis. Der Gedanke, ihren Eltern davon zu erzählen, gab Kitty einen schmerzhaften Stich. Sie konnte unmöglich sofort nach Hause gehen, wollte erst noch ein Weilchen am Fluß entlanglaufen. Als Kitty die Promenade fast erreicht hatte, verkündete plötzlich ein rasches Tappen hinter ihr, dass dort jemand mit einem Spazierstock ankam. Der Stock gehörte einem alten Mann, der mehr stolpernd als gehend über das abschüssige Pflaster schlingerte. Kitty wich ihm mit einem Satz aus, doch zu ihrem Erstaunen blieb der Mann, statt in den Fluß zu plumpsen, abrupt bremsend und nach Luft ringend vor ihr stehen. »Miss Jones«, japste er. »Ja«, sagte sie misstrauisch. »Wahrscheinlich noch ein Justizangestellter, der ihr eine weitere Geldforderung überbringen sollte.« »Ich hatte schon Angst, ich finde sie nicht mehr, hab's erst auf der Strand versucht, hatte dann aber eine Eingebung, bin umgekehrt.« »Was wollen Sie?« Kitty interessierten die Eingebungen irgendwelcher alten Männer nicht. »A ja, nicht abschweifen. Schön, also, ich hab im Zuschauerraum gesessen, Saal 27, hab ihre Verhandlung verfolgt.« Er sah sie gespannt an. »Ja, und?« »Wollte sie was fragen, bloß eine Frage, eine ganz kurze, wenn's recht ist.« »Danke, aber ich möchte nicht darüber sprechen.« Kitty wollte weitergehen, doch da schoss der Stock urplötzlich vor und versperrte ihr den Weg. Wut stieg in ihr auf. »Tut mir leid«, sagte sie, »aber ich habe nichts zu sagen.« »Schon klar, verstehe, könnte aber nützlich sein. Hören Sie zu, dauert auch nicht lange. Sie haben gesagt, die Schleuder hätte sie auch erwischt, oder?« »Ja, mich hat es auch erwischt.« »Aha, Sie sind ohnmächtig geworden, stimmt's?« »Stimmt.« »Aber die Richterin hat's nicht geglaubt.« »Nein, jetzt muss ich aber wirklich gehen.« Zu ihrer Verwunderung hielt der Alte mit ihr Schritt und streckte seinen Stock immer wieder so vor, dass er ihr zwischen die Füße geriet. Sie fuhr herum. »Hören Sie mal!« Er war ihr dicht auf den Fersen, käsebleich und keuchend. »Bitte, Miss Jones, ich verstehe ja, dass Sie wütend sind, wirklich, aber ich bin auf Ihrer Seite. Was halten Sie davon, was halten Sie davon, wenn ich die Strafe begleiche, die Ihnen das Gericht aufgebrummt hat? Die ganzen 600 Pfund wäre Ihnen damit geholfen.« Sie sah ihn groß an. »Aha, jetzt hören Sie mir zu, endlich!« Kittys Herz raste vor Verwirrung und Zorn. »Was soll das heißen?« Er lächelte, wobei sich die Haut über seinen Wangenknochen spannte. »Aber, Miss Jones, das ist mitnichten meine Absicht. Ich möchte Sie zu überhaupt nichts verleiten. Hören Sie zu! Ich heiße Pennyfeather. Hier ist meine Karte.« Er griff in die Manteltasche und reichte Kitty schwungvoll eine kleine Visitenkarte. Über den Text »T. E. Pennyfeather – Künstlerbedarf« waren zwei gekreuzte Pinsel gedruckt. In einer Ecke stand eine Telefonnummer. Kitty nahm die Karte zögernd an sich. »Gut, ich gehe dann mal, überlasse Sie Ihrem Spaziergang. Rufen Sie mich an, wenn Sie interessiert sind. Sie haben eine Woche Zeit.« Obwohl sie selbst nicht wußte, warum, bemühte sich Kitty zum ersten Mal seit ihrer Begegnung, höflich zu sein. »Aber warum wollen Sie mir helfen, Mr. Pennyfeather? Dazu haben Sie doch gar keinen Grund.« Er lächelte. »Sie und ich, wir haben am eigenen Leib gespürt, wozu Zauberer fähig sind und wie Sie Ihre Ansichten durchsetzen. Aber wir beide sind vielleicht nicht ganz so angepasst wie die anderen.« Schließt die Augen und stellt es euch gut vor. London im dicksten Regen. Niemand, der halbwegs klar im Kopf war, setzte in einer solchen Nacht einen Fuß vor die Tür. Irgendwo in Regen und Sturm liefen an einer Kreuzung sieben Straßen zusammen. In der Mitte stand ein Granitsockel und obendrauf ein massiger Mann zu Pferde. Aber seht nur, dort oben, unter dem Pferdebauch, mitten auf dem Sockel, sitzt mit anmutig um die Pfoten gelegtem Schwanz eine große, graue Katze. Die Katze tat so, als spürte sie den rauen Wind gar nicht, der ihr das triefnasse Feld zauste. Die Nacht wurde dunkler, der Regen stärker. Ich schlang den Schwanz enger um mich und beobachtete die Straßen. Die Zeit zerrann. Vier Nächte ist nicht mal für Menschen eine besonders lange Zeitspanne, geschweige denn für uns höhere Wesenheiten vom anderen Ort. Trotzdem schienen sie mir ewig zu dauern. Abend für Abend, viermal hintereinander, hatte ich auf der Suche nach dem unbekannten Unruhestifter die belebtesten Gegenden Londons durchstreift. Zugegebenermaßen nicht allein, sondern in Begleitung anderer bedauernswerter Djinn und einer Horde Folio. Und dabei hatte es die ganze Zeit über derart geschüttet, dass einem Schier die Substanz schimmelte. Unsere Aufgabe bestand darin, bestimmte Touristentreffpunkte in der Innenstadt zu überwachen, die Nathaniel und sein Direktor vorgesetzter, ein gewisser Mr. Tallow, für besonders gefährdet hielten. Es war nicht nur öde und anstrengend, sondern auch zermürbend, da sich unser Widersacher dadurch auszeichnete, dass er sowohl bösartig als auch unbekannt war. Eins versüßte mir die Sache ein wenig, nämlich, dass unter den diensthabenden Djinn auch Quise, meine alte Freundin aus Prager Zeiten, war. Wir sahen zu, dass wir so oft wie möglich gemeinsam Streife gehen konnten. In den ersten beiden Nächten passierte nichts, außer, dass zwei Folio, die sich unter die London Bridge verkrochen hatten, weggeschwemmt wurden. In der dritten Nacht jedoch hörte man es kurz vor zwölf im Westflügel der National Gallery laut krachen. Ein Djinn namens Zeno war als erster vor Ort, ich als zweiter. Gleichzeitig kamen etliche Zauberer, darunter auch mein Herr, im Konvoi angebraust, hüllten das Museum in ein engmaschiges Abwehrnetz und befahlen den Angriff. Zeno bewies bewundernswerten Mut, schnurstracks flog er direkt zum Ursprung des Getöses und ward nicht mehr gesehen. Von meinem Ausguck unter dem Reiterstandbild konnte ich drei der sieben Straßen einsehen. Plötzlich regte sich was in der Straße zu meiner Linken. Die Katze wandte den Kopf. Etwas war auf ein Fenstersims im ersten Stock getropft. Zuerst verweilte es dort als kleiner, schwarzer Fleck, dann ergoss es sich geschmeidig über das Sims und floss die Hauswand hinab, folgte wie ein dünnes Sirup-Rinnsaal dem Zickzack der Mauerfugen. Auf dem Gehsteig wurde es wieder zum schwarzen Fleck, bekam Beine und patschte übers Pflaster auf mich zu. Ich beobachtete alles, ich rührte mich keinen Millimeter. Der Fleck erreichte die Kreuzung, wartete durch die Pfützen und sprang mit einem Satz auf meinen Sockel. Jetzt erkannte man eine gepflegte Spanieldame mit großen braunen Augen. Sie baute sich vor der Katze auf, hielt kurz inne und schüttelte sich ausgiebig. Die Regendusche traf die Katze mitten ins Gesicht. »Schönen Dank auch, Quizel«, sagte ich. Der Spaniel blinzelte, legte schüchtern den Kopf schief und bellte entschuldigend. »Und diese Show kannst du dir auch schenken«, fuhr ich fort. »Ich bin kein sentimentaler Mensch, der sich von einem nassen Fellbündel mit treuen Augen um den Finger wickeln lässt. Du hast wohl vergessen, dass ich dich auf der siebten Ebene klar und deutlich sehen kann, mit deinen komischen Röhren auf dem Rücken und allem drum und dran.« »Konnt's mir nicht verkneifen, Bartimaeus.« Die Hündin hob das Hinterbein und kratzte sich lässig hinterm Ohr. »Meine Tarnung ist mir allmählich in Fleisch und Blut übergegangen. Sei froh, dass du nicht die ganze Zeit an einem Laternenpfahl hocken musst.« »Ich würdigte diese Bemerkung keiner Erwiderung.« »Wo warst du?« fragte ich. »Du bist zwei Stunden zu spät dran.« Die Hundedame nickte matt. »Falscher Alarm im Seidenlager. Zwei Folio glaubten, was gesehen zu haben.« Ich rückte ein Stück, um Quizel ein bisschen Platz in der Sockelmitte zu machen. »Eigentlich kann man es ihnen nicht verübeln, meinte ich. Folio haben als schwache Nerven. Der Regen ist schuld. Dazu noch die Geschichte mit Sino. Und eine Nacht nach der anderen beschworen zu werden, ist auch kein Vergnügen. Irgendwann geht einem das Echt an die Substanz. So, ich mach die Runde bis rauf nach Soho und wieder zurück. Du übernimmst die Gegend zwischen den Schickimicki-Läden und das Museumsviertel.« »Vielleicht ruhe ich mich erst ein bisschen aus«, erwiderte Quizel. »Ich bin müde.« »Auch gut. Na, dann viel Glück.« »Dir auch.« Die Spanieldame bettete melancholisch den Kopf auf die Vorderpfoten. Ich trat an den Sockelrand in den peitschenden Regen hinaus. In der Schlucht zwischen zwei steilen Dächern verschnaufte ich kurz und blickte sehnsüchtig zum Himmel. Fliegend wäre ich wesentlich schneller in Soho gewesen, aber ich hatte Anweisung, mich in Bodennähe umzusehen. Niemand wusste genau, in welcher Gestalt der feindliche Unbekannte auftauchte und wieder verschwand, aber mein Herr hatte das Gefühl, dass es sich nicht um einen Gin, sondern um ein der Erde verhaftetes Wesen handelte. Die Katze wischte sich mit der Pfote die Tropfen aus dem Gesicht und duckte sich wieder zum Sprung, zu einem gewaltigen Satz über die volle Breite der Straße. Da zuckte plötzlich ein gleißend helles Licht auf und tauchte die ganze Umgebung in seinen orangefarbenen Schein. Das vereinbarte Zeichen. Es kam von nicht weit hinter mir. Quiesel. Sie hatte etwas entdeckt. Oder etwas hatte sie entdeckt. Zum Kuckuck mit den Vorschriften. Ich machte kehrt und wechselte noch ihm wendende Gestalt. Ein Adler mit schwarzem Federschopf und goldgesäumten Schwingen erhob sich eilend in die Lüfte. In kaum zehn Sekunden wäre ich bei ihr. Kein Problem, ich war schon so gut wie da. Drei Sekunden später hörte ich sie schreien. Quiesel? Keine Antwort. Nur der Wind heulte. Ich hockte auf dem Hut des Reites und überprüfte alle sieben Straßen auf allen sieben Ebenen. Der Spaniel war nirgends zu sehen und auch sonst keine Chin, Kobolde, Bannzauber oder andere magische Machenschaften. Die Straßen waren leer. Ich war ganz allein. Dann hörte ich es krachen. Und schlimmer noch, ich konnte hören, wo es herkam. Wäre der Regen bloß ein bisschen lauter oder das Krachen bloß ein bisschen leiser gewesen, hätte ich mich heldenhaft in die falsche Richtung aufmachen können. Aber ich hatte natürlich mal wieder Pech. Das Loch in der Wand des British Museum gähnte groß und schwarz. Aus respektvoller Entfernung spähte ich hindurch und erblickte eine Art Foyer. Alles war ruhig. Auf keiner Ebene regte sich etwas. Ein mitten in zwei gebrochenes Schild, das frohgemut »Willkommen im Briti« verkündete, verriet mir, in welche Richtung sich der tatkräftige Unbekannte seinen Weg gebannt hatte. Außer dem Regengeprassel glaubte ich, das charakteristische Splittern unersetzlicher Altertümer zu vernehmen. Ich schoss noch rasch ein Signalfeuer ab, falls dieser Drückeberger von Folio zufällig in meine Richtung schaute, dann verwandelte ich mich und betrat das Gebäude. Als grimmiger Minutaurus sah ich mich gebieterisch in dem zerstörten Foyer um, holte tief Luft, stieg auf Zehenspitzen über den Schutt zur nächsten demolierten Wand und lugte vorsichtig durch das Loch. Vorsichtshalber sandte ich erst einen kleinen magischen Impuls durch die Wandöffnung, aus der lautes Getöse drang. Ich wartete, dass der Impuls wieder zurückgesprodelt kam, entweder abgeschwächt, falls im Nachbarraum keine Zauberkraft zu Gange war, oder verstärkt, falls dort eine fremde Macht auf der Lauer lag. Zu meiner Bestürzung kam der Impuls überhaupt nicht wieder zurück. Ich legte das Ohr an die Mauer. Wieder waren nur gedämpfte Geräusche zu hören. Der Minutaurus zwängte sich durch das Loch und stand in einem weitläufigen Saal. Ein paar kleinere Pharaonen waren umgekippt und lagen wie umgeworfene Kegel würdelos am Boden, während etliche Götterdichter zusammenstanden, als es ihnen zu Lebzeiten recht gewesen wäre. Mitten im Saal dort, wo die Spur des Eindringlings aufhörte, erhob sich eine gewaltige Sitzstatue von Ramses dem Großen, über neun Meter hoch und aus massivem Granit. Aus der Dunkelheit zu seinen Füßen hörte man schwache Kratzgeräusche, was den Verdacht nahelegte, dass jemand versuchte, Ramses aus dem Weg zu räumen. Die meisten Chin können im Dunkeln ausgezeichnet sehen, eins der zahllosen Beispiele dafür, wie überlegen wir euch Menschen sind. Doch jetzt, obwohl ich blitzschnell alle anderen Ebenen durchging, musste ich feststellen, dass sich am Fuß der Skulptur ein pechschwarzer Schattentümpel befand, den mein Blick einfach nicht durchdringen konnte. Der Zeitpunkt für einen Überraschungsangriff schien günstig. Ich sah mich nach einem geeigneten Wurfgeschoss um. In der Vitrine neben mir lag ein komischer, unregelmäßig geformter schwarzer Stein, klein genug zum Werfen und groß genug, um einen Afriten sauber den Schädel zu spalten. Auf die abgeflachte Seite war irgendwas gekritzelt, aber ich hatte jetzt keine Zeit, es durchzulesen. Geschickt nahm der Minotaurus den Stein in die muskulösen Arme, und schon schlich ich durch den Saal zurück und suchte mir eine gute Stelle zum Werfen. Mein Blick fiel auf einen eher kleinen Pharao. Da ich ihn nicht kannte, musste er zu den weniger Denkwürdigen gehören. Den Stein noch immer im Arm sprang ich erst auf den Sockel und dann auf den Thron und schließlich dem Pharao auf den Schoß. Ich linste über seine Schulter. Ausgezeichnet. Rums, ich hatte einen Treffer gelandet, und das, was ich getroffen hatte, war etwas Festes. Die schwarze Wolke wallte wie im Jähzaun auf und zog sich ein Stückchen zurück. Mittendrinne spähte ich etwas sehr Großes und Massives, das in blinder Wut mit einem riesenhaften Arm um sich schlug. Dann schloss sich das Gewaber wieder und blähte sich auf, schwappte gegen die umstehenden Standbilder als Taste es umher und wollte den Übeltäter packen. Heimlich, still und leise kletterte der Minotaurus vom Schoß des Pharao und huschte zwischendurch immer wieder deckungsuchend hinter den hohen Sandstein-Torso eines anderen Gottkönigs, der dicht an der Wand stand. Der Torso war gut vier Meter hoch. Ich griff mir unterwegs eine kleine Graburne aus einem Gestell und duckte mich in seinen Schatten. Dann streckte ich den zottigen Arm aus meinem Versteck und warf das Gefäß ungefähr drei Meter weit. Es zerschellte mit einem satten Knall. Als hätte sie nur darauf gewartet, änderte die dunkle Wolke sofort die Richtung und wogte dorthin, wo das Geräusch hergekommen war. Jetzt hatte ich sie dort, wo ich sie haben wollte. Inzwischen war der Minotaurus den Sandstein-Torso zur Hälfte hochgeklettert und stemmte den Rücken an die Wand gedrückt, die Hufe mit aller Kraft gegen die Statue. Der Torso fing sofort zu kippen an, schwankte mit einem schwachen Schabegeräusch vor und zurück. Das hörte die schwarze Wolke und kam angeflitzt, aber nicht schnell genug. Mit einem letzten Stoß geriet der Torso unwiderruflich aus dem Gleichgewicht. Er kippte um und knallte voll auf die Wolke. Siebzer stob unter der Wucht des Aufpralls in tausend winzige Fetzen. Ich brachte mich mit einem Sprung aus Reichweite, dann drehte ich mich gespannt um. Der Torso lag nicht flach auf dem Boden. Er war mitten durchgebrochen, aber der obere Teil stand ein Stück hoch, als läge etwas Großes darunter. Ich trat vorsichtig näher. Blitzschnell schoss eine riesige Hand vor und packte mich an meinem zottigen Ziegenbein. Sie hatte drei Finger und einen Daumen, war von blaugrauer Färbung und hart und kalt wie Stein. Sie war geädert wie ein Stück Marmor, aber die Adern pulsierten und sie zerquetschte meine Substanz wie ein Schraubstock. Der Minotaurus wankte und wurde schlaff wie eine Stoffpuppe. Mich umfing die eisige Einsamkeit des Todes. Da spannte sich das steinerne Handgelenk plötzlich und der Griff der Pranke lockerte sich. Der reglose Minotaurus flog in hohem Bogen durch die Luft und prallte unsanft gegen die nächstbeste Wand. Ich sah Sternchen. Dann krachte ich hufüber Horn auf den Steinfußboden. Mit einer qualvollen Willensanstrengung verwandelte sich der Minotaurus. Als sich der Riesenfuß des Gegners herabsenkte und tief in den Boden grub, machte die Katze einen gewaltigen Satz. Diesmal drehte sie sich noch im Flug um und konnte ihren Gegner endlich ungehindert betrachten. Auf den ersten Blick schien es, als sei eins der Standbilder lebendig geworden, denn es war eine hünenhafte, menschenähnliche, etwa drei Meter große Gestalt. Zwei Arme, zwei Beine, ein ungeschlachter Rumpf und obendrauf ein vergleichsweise kleiner, runder Kopf. Das Wesen war nur auf der ersten Ebene sichtbar, auf allen anderen herrschte undurchdringliche Finsternis. Die Katze landete auf dem schuppigen Kopf von Sobek, dem Krokodilgott, und blieb dort trotzig fauchend hocken. Die Gestalt strahlte eine feindliche Fremdheit aus, bei ihrem bloßen Anblick verließ mich aller Kraft. Sie stapfte verblüffend flink auf mich zu. Als sie an den Fenstern vorbeikam, huschte ein Lichtschein über ihr Gesicht. Die Oberfläche war voller Beulen, Risse und Dellen, als handelte es sich lediglich um einen groben Entwurf. Das Wesen hatte weder Ohren noch Haare. Dort, wo man Augen erwartet hätte, waren nur zwei runde Löcher, als hätte jemand das Ende eines überdimensionalen Bleistifts in den Schädel gedrückt. Auch die Nase fehlte, und der Mund war einfach nur ein langer Spalt, der ein wenig aufklaffte, wodurch das ganze Gesicht einen dumpfen, gefräßigen Ausdruck bekam, der an einen Haifisch erinnerte. Und mitten auf der Stirn prangte ein ovales Etwas, das ich schon mal irgendwo gesehen hatte, und zwar noch vor gar nicht so langer Zeit. Das Oval war ziemlich klein und war mit größter Sorgfalt modelliert. Es stellte ein geöffnetes Auge dar, zwar ohne Lide und Wimpern, aber mit schraffierter Iris und runder Pupille. Und bevor sich die Dunkelheit wieder darüber sinkte, blitzte die Pupille wach und boshaft auf und stachte mich an. Der schwarze Schatten griff nach mir, die Katze machte einen Satz. Hinter mir hörte ich Sobeck zerbersten. Ich landete auf dem Boden und sauste zur nächsten Tür. Es war höchste Zeit, den Ort des Geschehens zu verlassen. An der hinteren Wand verhieß ein hohes Fenster einen Fluchtweg. Mit angelegten Ohren und Barthaaren und auf dem Steinboden klackernden Krallen sauste die Katze drauflos, sprang und warf sich in letzter Sekunde mit einem nicht sehr katzenhaften Fluch zur Seite. Sie hatte draußen vor dem Fenster die weißglühenden Fäden eines hochmagischen Abwehrnetzes erspäht. Die Zauberer waren eingetroffen. Wir waren von der Außenwelt abgeriegelt. Einen Augenblick regten sich weder Katze noch Wolke. Dann schien das fremde Wesen endgültig Nerven und Durchblick zu verlieren. Man hörte es laut aufstampfen und ein gewaltiger Hieb traf die linke Wand. Putz rieselte von der Decke, Staub und Schutt gesellten sich zu Wind und Regen. Beim zweiten Schlag gab die Wand nach und dann die ganze Decke. Der kleine Mann lächelte entschuldigend. Wir haben fast den ganzen Schutt abgetragen, Madam, und bis jetzt noch nichts gefunden. Jessica Whitwells Stimme war kalt und unbewegt. Nichts, Schubit? Das kann nicht sein, das weißt du selber. Ich glaube eher, da will sich jemand drücken. In aller Bescheidenheit, Madam, das glaube ich nicht. Es wirkte tatsächlich sehr bescheiden, wie er mit eingeknickten O-Beinen und gesenktem Kopf dastand und verlegen seine Mütze zerknautschte. Einzig die Tatsache, dass er in einem Pentagramm stand, verriet seine Dämonennatur. Das und sein linker Fuß, denn aus dem Hosenbein lugte die wuschelige Hinterpfote eines Schwarzbären hervor, die er entweder versehentlich oder aus einer Laune heraus zu verwandeln versäumt hatte. Nathaniel betrachtete den Djinn mit finsteren Blicken. Er sprach so ruhig wie möglich. Du musst jeden Stein dreimal umdrehen, mein Dämon muss irgendwo da drunter sein. Der kleine Mann warf ihm aus hellgrünen Augen einen flüchtigen Blick zu, ansonsten beachtete er ihn nicht weiter. Jessica Whitwell ergriff wieder das Wort. Dein Dämon kann vernichtet worden sein, John, sagte sie. Dann hätte ich seinen Verlust bestimmt gespürt, Madam, widersprach Nathaniel höflich. Oder er hat sich seinem Auftrag entzogen. Das war Henry Duvalls polternde Stimme. Der bullige Polizeichef saß Nathaniel gegenüber und trommelte ungeduldig auf die Armlehnen. Seine schwarzen Augen funkelten. So was soll bei allzu ehrgeizigen Lehrlingen öfters vorkommen. Nathaniel war nicht so dumm, auf diesen Seitenhieb einzugehen und schwieg. Miss Whitwell wandte sich noch einmal an ihren Diener. »Mein Gehilfe hat recht, Schubbitt«, sagte sie, »du musst den Schutthaufen noch einmal durchsuchen, sofort.« »Euer Wunsch ist mir befehlen, Madam«, der Dämon verneigte sich und verschwand. Einen Augenblick herrschte Stille. Nathaniels Miene war gefasst, aber innerlich war er in Aufruhr. Seine Laufbahn und womöglich sein Leben standen auf dem Spiel, und Bartimaeus war nicht aufzufinden. »Nun«, Mr. Duval klatschte sich auf die Knie und machte Anstalten aufzustehen. »Ich glaube, wir haben genug Zeit, verplempert Jessica.« »Bitte bleiben Sie sitzen, Henry!« Miss Whitwells Ton war so giftig, dass Nathaniel eine Gänsehaut bekam. Dem Polizeichef schien es ähnlich zu gehen, denn er ließ sich wieder in die Polster sinken. Abermals herrschte Stille. Schließlich meldete sich Julius Tallow zu Wort. »Bloß schade, dass nicht mein Dämon vor Ort war. Mein Nemaides ist ein tüchtiger Kerl und hätte es bestimmt geschafft, vor seinem Ableben irgendwie mit mir Verbindung aufzunehmen. Dieser Bartimaeus war offensichtlich ein ziemlicher Schwächling, oder ihre Formen waren fehlerhaft.« Nathaniel warf ihm einen wütenden Blick zu. »Ich dachte immer, was fehlerhafte Formeln betrifft, seien Sie so etwas wie ein Experte, Julius«, konterte Jessica Whitwell. »War nicht ein ähnlicher Vorfall daran schuld, dass ihr Tint diesen kleidsamen Ton angenommen hat?« Mr. Tallow zog sich den Hut tiefer ins gelbe Gesicht. »Ich konnte nichts dafür«, sagte er verdrossen, »in meinem Buch war ein Druckfehler.« Ohne jegliches Geräusch, ohne Geruchsentwicklung oder andere Bühneneffekte war das Pentagramm plötzlich wieder besetzt. Der kleine schüchterne Mann war zurückgekehrt, diesmal mit zwei Bärenpfoten statt einer, und er trug ein verdrecktes Etwas, eine schlaffe, leblos aussehende Katze. »Madam«, begann er, »das Vieh hier haben wir zwischen zwei zersplitterten Balken gefunden. Es war so eingeklemmt, dass wir es beim ersten Mal übersehen haben.« Miss Whitwell runzelte angewidert die Stirn. »Ich weiß ja nicht. Lohnt es sich, dass wir uns damit befassen?« Nathaniel ging es nicht anders als seiner Meisterin. Seine Linsen halfen ihm in diesem Fall nicht weiter. In seinen Augen war das Tier auf allen drei Ebenen eine Katze. Trotzdem erriet er, wen er da vor sich hatte, und der Betreffende schien tot zu sein. Er kniff die Lippen zusammen. Der kleine Mann verzog das Gesicht und ließ die Katze am Schwanz hin- und herschaukeln. »Hängt davon ab, was sie mit lohnt meinen, Madam. Es ist ein ziemlich übler Typ, Chin, das steht mal fest. Er ist häßlich ungepflegt und riecht auf der sechsten Ebene ziemlich unangenehm. Des Weiteren, demnach darf ich davon ausgehen«, unterbrach ihn Miss Whitwell-Bachsch, »dass er noch lebt.« »Jawohl, Madam, damit er aufwacht, bedarf es bloß des geeigneten Belebungsmittels.« »Wenn du das übernimmst, darfst du anschließend gehen.« »Mit dem größten Vergnügen.« Der kleine Mann warf die Katze einfach in die Luft, zeigte mit dem Finger darauf und sprach ein Wort. Ein knallgrüner Blitzstrahl schoss in hohem Bogen aus seinem Finger, traf die Katze und ließ sie mit gesträubtem Fell in der Luft zucken und tanzen. Der kleine Mann klatschte in die Hände und die Katze schwebte zu Boden. Dann verglomm der grüne Blitz und die Katze plumpste in das Pentagramm, wobei sie ganz wieder ihre Natur auf dem Rücken landete. Als statisch aufgeladene Fellkugel blieb sie einen Augenblick liegen und streckte alle Viere in die Höhe. Nathaniel sprang auf. »Pachtimeus!« Die Katze schlug die Augen auf, ihr Blick war ungehalten. »Du brauchst nicht so zu brüllen!« Sie hielt inne und blinzelte. »Was ist denn mit dir los?« »Nichts, du liegst falschrum!« Blitzschnell kam die Katze auf die Füße und schaute sich im Zimmer um, sah Duval, Whitwell und Tullow ungerührt in ihren Lehnsesseln sitzen. Dann kratzte sie sich lässig mit der Hinterpfote. »Wie es scheint, hast du Gesellschaft!« Nathaniel nickte. Unter dem schwarzen Umhang drückte er beide Daumen, daß Bartimeus nicht plötzlich auf die Idee kam, etwas auszuplaudern, beispielsweise seinen Geburtsnamen. »Hüte deine Zunge«, sagte er, »es sind bedeutende Persönlichkeiten zugegen.« Die Katze betrachtete stumm die anderen Zauberer, dann hob sie die Pfote und beugte sich verschwörerisch vor. »Unter uns gesagt habe ich schon bedeutendere gesehen.« »Sieh vermutlich auch, du siehst aus wie eine Puderquaste auf Beinen.« Jetzt erst merkte die Katze, in welchem Zustand ihr Fell war. Sie fauchte ärgerlich und wechselte unverzüglich die Gestalt. Im Pentagramm saß nun ein schwarzer Panther mit glattem, seidig glänzendem Fell, den Schwanz zierlich um die Pfoten gelegt. »Soll ich jetzt Bericht erstatten?« Nathaniel hob einhaltgebietend die Hand. Alles hing davon ab, was der Chin zu sagen hatte. Falls er keine brauchbaren Informationen über den unbekannten Vandalen lieferte, war seine Stellung tatsächlich gefährdet. »Bis jetzt wissen wir nur, daß du letzte Nacht vor dem Museum ein Signal abgegeben hast. Kurz danach sind meine Kollegen und ich eingetroffen. Drinnen war irgendein Tumult. Im Gange daraufhin haben wir das Museum abgeriegelt.« Der Panther fuhr die Krallen aus und trommelte damit vielsagend auf den Boden. »Das ist mir auch aufgefallen.« »Etwa um Viertel vor zwei haben wir beobachtet, daß im Ostflügel eine Innenwand eingestürzt ist. Anschließend durchbrach ein unbekanntes Objekt die Sicherheitszone und tötete dabei einige Kobolde. Seither haben wir die ganze Gegend durchkämmt aber nichts gefunden, bis auf dich, und zwar bewusstlos.« Nathaniel hustete laut und richtete sich auf. »Wie auch immer«, sagte er streng, »in Ermangelung anderslautender Beweise fällt der Verdacht, die Verwüstung verursacht zu haben, auf dich. Es sei denn, du kannst uns Gegenteiliges berichten.« »Wie bitte?« Der Panther riss empört die Augen auf. »Du willst mir die Sache in die Schuhe schieben? Nach allem, was ich durchgemacht habe? Meine Substanz ist ein einziger blauer Fleck, das kann ich dir flüstern.« »Mit wer war dann daran schuld?« »Ein Golem!« Miss Whitwell schnappte leise nach Luft. Tallow und Duval schnaubten verächtlich. Nathaniel ließ sich entsetzt in den Sessel fallen. »Ein Golem?« Der Panther legte seine Pfote an und glättete sich die Augenbraue. »So wahr ich hier sitze, Kumpel?« »Bist du ganz sicher?« »Ein riesiger Mensch aus zum Leben erwecktem Lehm, hart wie Stein, gefeit gegen jeden Angriff und so stark, dass er Mauern einreißt, hüllt sich in Dunkelheit und verströmt den Geruch von Erde. »Seine Berührung bringt allen Luft- und Feuerwesen wie mir den Tod, verbrennt unsere Substanz im Handumdrehen zu einem schwelenden Aschehäufchen. Doch, ich würde sagen, da bin ich ziemlich sicher.« Miss Whitwell machte eine wegwerfende Handbewegung. »Vielleicht hast du dich trotzdem geirrt, Dämon?« Der Panther blickte sie aus gelben Augen an. Einen entsetzlichen Augenblick fürchtete Nathaniel, er wollte ausfällig werden. Aber falls dem so war, überlegte er es sich offenbar anders. Er verneigte sich. »Das wäre schon möglich, Madame, aber ich habe während meines Aufenthalts in Prag genug Golems gesehen.« »In Prag? Das kann sein, aber das ist viele hundert Jahre her.« Jetzt mischte sich auch Mr. Duval wieder ein. Ihm schien zu missfallen, welche Richtung das Gespräch nahm. »Mit dem Ende des Heiligen Römischen Reichs sind sie ausgestorben. Der letzte urkundlich belegte Einsatz gegen unsere Truppen war zu Gladstones Zeit.« Der Panther verneigte sich abermals. »Das mag wohl alles wahr sein, Sir?« Mr. Duval schlug mit der Faust auf die Armlehne. »Es ist wahr. Seit dem Untergang des tschechischen Kaiserreichs wurden keine Golems mehr gesichtet. Dieses Wissen ist verloren gegangen.« »Offenbar nicht ganz«, der Djinn zuckte mit dem Schwanz. »Der Golem, mit dem ich es zu tun hatte, wurde von jemandem gelenkt. Er oder sie hat alles durch ein Auge in der Stirn des Ungeheuers verfolgt. Als ich die schwarze Wolke kurz lichtete, habe ich es aufblitzen sehen.« »Pah!« Mr. Duval war nicht überzeugt. »Das sind doch alles Herrengespinste! Der Dämon lügt!« Nathaniel schielte zu seiner Meisterin hinüber. Die runzelte skeptisch die Stirn. »Bartimaeus«, sagte er, »ich befehle dir, sprich die Wahrheit. Kann es an dem, was du gesehen hast, irgendeinen Zweifel geben?« Die gelben Augen blinzelten träge. »Nein! Es hat meine Kollegin getötet. Ich lüge nicht.« »Er will bloß seinen Herrn in Schutz nehmen«, brauste Duval auf. »Aber ob Golem oder nicht, das spielt keine große Rolle. Es ist offenkundig, dass die Innere die Situation nicht mehr im Griff hat. Wir werden ja sehen, ob meine Leute besser damit zur Rande kommen. Ich ersuche den Premierminister sofort um eine Unterredung. Guten Tag allerseits!« Er stapfte mit steifem Rücken und quietschenden Lederstiefeln zur Tür. Niemand sagte ein Wort. Die Tür fiel zu. Miss Whitwell blieb stumm. Nachdenklich strich sie sich das spitze Kinn. »Wir sollten die Sache überdenken«, sagte sie schließlich. »Falls der Dämon die Wahrheit spricht, sind das wertvolle Informationen. Aber Duval hat nicht ganz Unrecht, misstrauisch zu sein, auch wenn seine Kritik dem Wunsch entspringt, unsere Leistung zu schmälern. Einen Golem zu erschaffen, ist ein schwieriges Unterfangen, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. »Was weißt Du darüber, Mandrake?« Nathaniel räusperte sich. »Dazu benötigt ein Zauberer zwei zauberkräftige Gegenstände, Madame«, sagte er strahlend. »Erstens ein Pergament, auf dem der Bandspruch geschrieben steht, mit dem man den Golem zum Leben erweckt. Man modelliert aus Flusslehm eine Figur und steckt ihr das Pergament in den Mund, um sie zu beleben.« Seine Meisterin nickte. »Richtig, dieser geheime Bandspruch soll verloren gegangen sein, die tschechischen Zauberer haben ihn nie schriftlich festgehalten.« »Zweitens braucht man ein besonderes Stück Lehm«, fuhr Nathaniel fort, »zu dessen Herstellung es mehrerer Bandsprüche bedarf. Es wird auf der Stirn des Ungeheuers angebracht, darin konzentriert sich seine Kraft. Der Zauberer kann es als Auge benutzen, genau wie Bartimaeus es beschrieben hat. Er oder sie kann das Geschöpf dann mit Hilfe einer ganz gewöhnlichen Kristallkugel fernsteuern.« »Korrekt. Angenommen, dein Dämon spricht die Wahrheit, dann suchen wir also jetzt nach jemandem, der sich sowohl ein Lehmauge als auch das Pergament verschafft hat, das den Golem lebendig werden lässt. Wer könnte das sein?« »Niemand!« Tallow verschränkte die Finger und ließ die Knöchel wie eine Gewehrsalve knacken. »Das ist doch Absuch, diese Dinger gibt's nicht mehr. Sie scheinen sich ja gut auszukennen,« warf der Panther ein und gähnte ausgiebig. »Es ist zwar richtig, dass sich das Pergament auflöst, sobald es dem Golem aus dem Mund genommen wird und dem Bandspruch zufolge muss, das Ungeheuer dann zu seinem Herrn und Meister zurückkehren und wieder zu Leben werden. »Doch sein Auge wird dabei nicht zerstört, es kann mehrmals benutzt werden. Deshalb könnte sehr wohl hier im heutigen London so ein Auge existieren. Herrje, Sie werden ja ganz gelb im Gesicht.« Tallow fiel vor Wut die Kinnlade herunter. »Mandrake, weisen Sie dieses Vieh in die Schranken, sonst haben Sie die Konsequenzen zu tragen.« Nathaniel wurde sofort wieder ernst. »Sehr wohl, Mr. Tallow, still, Sklave!« Jessica Whitwell hob die Hand. »Trotz seiner Unverschämtheit hat der Dämon zumindest in einer Hinsicht recht. Es gibt noch Golem-Augen. Vor zwei Jahren habe ich sogar selbst eins gesehen.« Tallow hob die Braue. »Tatsächlich, Madame, wo?« »In der Sammlung von jemandem, an den wir uns aus gutem Grund alle erinnern. Ich spreche von Simon Loveless.« Nathaniel fuhr zusammen, und es lief ihm kalt über den Rücken. Der Name ließ ihn immer noch nicht gleichgültig. Tallow zuckte die Achseln. »Loveless ist schon lange tot.« »Ich weiß«, erwiderte Miss Whitwell, lehnte sich in ihrem Sessel zurück und drehte ihn so, dass sie auf ein anderes Pentagramm blickte. Sie schnippte mit den Fingern, und ihr Gin erschien diesmal von oben bis unten in Bärengestalt. »Schubit«, sagte sie, »du begibst dich sofort in das Kellergewölbe mit den Artefakten unter dem Sicherheitsministerium und suchst die Sammlung Loveless heraus. Sieh alles gründlich durch. Unter anderem müsste ein aus Lehm modelliertes Auge dabei sein. Das bringst du her.« Der Bär duckte sich zum Sprung und war fort. Als er kurz darauf wieder erschien, waren seine Pfoten leer, bis auf die Mütze, die er betreten hin und her drehte. »Hast du die Sammlung Loveless gesichtet, Schubit?« »Jawohl, Madame.« »War ein Lehmauge dabei?« »Nein, Madame.« »War es auf der Inventarliste aufgeführt?« »Jawohl, Nummer 34, Madame. Auge aus Lehm, neun Zentimeter Durchmesser, verziert mit kabbalistischen Symbolen. Verwendungszweck Golemauge. Herkunft Prag.« »Du kannst gehen.« Miss Whitwell ließ ihren Sessel wieder herumwirbeln und blickte die anderen an. »Sie haben es gehört«, sagte sie. »Ursprünglich war so ein Auge vorhanden. Jetzt ist es weg.« Nathaniel lief vor Aufregung rot an. »Das kann kein Zufall sein, Madame. Jemand hat es gestohlen und benutzt.« »Hatte Loveless in seiner Sammlung denn auch das entsprechende Pergament?« fragte Tallow gereizt. »Natürlich nicht. Und wo soll das auf einmal hergekommen sein?« »Das müssen wir eben herausfinden«, antwortete Jessica Whitwell. Sie rieb sich die dünnen, blassen Hände. »Meine Herren, nach dem Debakel von heute Abend wird Duval den Premierminister drängen, seine Befugnisse auf meine Kosten zu erweitern. Ich muss sofort nach Richmond und mich darauf vorbereiten, Widerspruch einzulegen. »Ich möchte, dass Sie in meiner Abwesenheit die Sicherheitsmaßnahmen koordinieren, Tallow. Der Golem, falls es sich tatsächlich um einen solchen handelt, wird erneut zuschlagen. Ich übertrage Ihnen die alleinige Verantwortung.« Mr. Tallow nickte selbstgefällig. Nathaniel räusperte sich. »Sie, äh, Sie wünschen nicht mehr, dass ich mich mit der Sache befasse, Madame?« »Nein, deine Karriere hängt am seidenen Faden, John. Immerhin hat uns dein Dämon einen Hinweis geliefert, mit welchem Gegner wir es zu tun haben. Jetzt müssen wir herausbekommen, wer ihn befehligt. Finde heraus, wer diese Kunst noch beherrscht, und zwar umgehend.« »Sehr wohl, Madame, wie Sie wünschen, Madame.« Zweifel trübten Nathaniels Blicke, er hatte keinen blassen Schimmer, wie er das anstellen sollte. »Dein Chin scheint ja ganz nützlich zu sein.« Sie betrachtete den Panther, der ihnen den Rücken zugedreht hatte, sich putzte und die Unterhaltung beflissen ignorierte. Nathaniel machte ein säuerliches Gesicht. »Geht so. Er hat den Kampf mit dem Golem überlebt, das ist noch keinem gelungen. Nimm ihn mit.« Nathaniel stutzte. »Äh, Verzeihung, Madame, aber ich fürchte, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Wo soll ich denn hin?« Jessica Whitwell stand auf und wandte sich zum Gehen. »Na, wohin wohl? In die historische Heimat aller Golems, nach Prag.« Am Abend nach der Gerichtsverhandlung war Jakob aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er saß aufrecht in seinem Bett in einem nagelneuen blauen Schlafanzug, bei dem er noch die Bügelfalten in den Ärmeln sah. Die fleckigen Hände lagen gefaltet in seinem Schoß. Auf seinen Augen waren mit Mullstreifen zwei schneeweiße, runde Gasekissen befestigt, und auf dem Kopf sproß ihm ein kurzer Haarflaum. Wie Kitty es in Erinnerung hatte, war sein Gesicht mit schrecklichen grauen und schwarzen Streifen überzogen. Als sie eintrat, verzog er den Mund zu einem schiefen Lächeln. »Kitty, das ging aber schnell!« Zitternd näherte sie sich dem Bett und nahm seine Hand. »Wie? Woher weißt du denn, dass ich es bin?« »Außer dir kommt niemand wie ein Elefantenbulle die Treppe raufgestampft. Geht's dir gut?« Sie blickte auf ihre unversehrten, rosigen Hände. »Ja, alles bestens.« »Hab's schon gehört.« Er bemühte sich, das Lächeln beizubehalten, was ihm auch fast gelungen wäre. »Du hast Schwein gehabt, das freut mich.« »Ja, und wie geht es dir?« »Ziemlich mies. Fühl mich scheißlich.« »Wie ne Scheibe Räucherschinken. Ist ja auch egal. Erzähl mir lieber, was los war. Ich hab gehört, du warst beim Gericht.« Sie erzählte ihm die ganze Geschichte, nur die Begegnung mit Mr. Pennyfeather ließ sie weg. Jakob seufzte. »Ich find's gut, dass du's versucht hast, und mir tut's leid, dass du jetzt meinetwegen solchen Ärger hast. Halb so wild, wir treiben das Geld schon auf.« Dann saßen sie eine Zeit lang schweigend da. Schließlich sagte Jakob, »trotzdem brauchst du nicht zu denken, dass dieser Tallo einfach so davonkommt.« »Wie meinst du das?« Tallo ist Zauberer und glaubt wahrscheinlich, die Sache ist damit erledigt. Mich hat er längst vergessen, falls er überhaupt eine Sekunde an mich gedacht hat. Jedenfalls bringt er mich bestimmt nicht mit der Firma Jirnek in Verbindung. Und das wird ihm noch teuer zu stehen kommen. Wie viele andere Zauberer lässt er nämlich seine Bücher bei uns binden. Das hat mir Karel erzählt. Er hat im Auftragsbuch nachgeschaut. »Früher oder später lässt er uns wieder ein Buch zum Binden vorbeibringen oder bestellt irgendwas, und Tallows nächstes Buch kriegt nicht nur einen neuen Einband.« Kitty runzelte die Stirn. »Wie? Er wird da nicht etwa an den Zaubersprüchen rumfuschen?« Jakob lächelte grimmig. »Wenn man weiß, wie's geht, kann man Seiten austauschen, Sätze umschreiben und Zeichnungen verändern.« »Das ist gar nicht so schwer. Für ein paar Leute, die mein Papa kennt, ist es sogar ziemlich leicht. Wir ändern ein paar Formeln, und dann werden wir ja sehen. Vielleicht dauert es Jahre, bis Tallow in die Falle tappt. Na und? Ich hab Zeit. In vier, fünf Jahren ist mein Gesicht immer noch entstellt. Ich kann warten.« Er wandte unvermittelt den Kopf ab. »Hol bitte Mama mit der Salbe, und dass du ja niemandem verrätst, worüber wir eben geredet haben.« Kitty fand Mrs. Jirnek in der Küche. Als Kitty sie ansprach, nickte sie. Ihre Augen waren trüb vor Müdigkeit. »Du findest alleine raus, oder?« Und sie verließ eilig den Raum. Kitty war gerade mal zwei Schritte in Richtung Diele geschlurft, als ein kurzer, leiser Pfiff sie innehalten ließ. Als sie sich umdrehte, sah sie Jakobs betagte Oma am Herd sitzen. Noch nie, obwohl sie so oft hier gewesen war, hatte sie ein Wort mit Jakobs Großmutter gewechselt. Ja, sie hatte sie kein einziges Mal sprechen gehört. Eine kindische Angst befehlt sie. »Das hier ist für dich«, sagte Jakobs Großmutter mit unverkennbarem Südlondoner Akzent und kramte in den Taschen ihrer weiten Rücke. Dabei ließ sie Kitty nicht aus den Augen. »Du sollst es immer bei dir tragen.« Sie streckte Kitty die geschlossene Hand hin, und Kitty spürte, wie schwer und kalt der Gegenstand war, bevor sie sah, worum es sich handelte. Es war ein kleiner, tränenförmiger Silberanhänger mit einer Öse dran, damit man ihn an einer Kette um den Hals hängen konnte. Kitty war verdutzt. »Danke«, sagte sie. »Der ist schön«, Jakobs Großmutter brummte. »Hm? Echtes Silber? Ist das alles, was dir da gibt?« »Wir dazu einfällt, Mädchen?« »Er ist bestimmt sehr wertvoll. Glaube nicht, dass ich das...« »Nimm ihn und trag ihn.« »Künstlerbedarf, guten Tag.« »Mr. Pennyfeather?« »Miss Jones, das...« »Hören Sie, ich... Ihr Angebot interessiert mich, aber erst wüsste ich gern, was Sie dafür von mir verlangen.« »Natürlich, natürlich, das will ich Ihnen erklären. Wo wollen wir uns treffen?« »Sagen Sie es mir jetzt, am Telefon.« »Das halte ich nicht für ratsam. Mein Vorschlag, wir treffen uns im Druidencafé an den Seven Dials. Kennen Sie das?« »Und ganz gleich, wie unser Gespräch verläuft, die 600 Pfund bekommen Sie auf jeden Fall.« »Na schön«, sagte Kitty. »Einverstanden. Im Druiden. Um wieviel Uhr?« Am Leicester Square stieg Kitty aus der U-Bahn und ging in Richtung Seven Dials. Um Zeit zu sparen, nahm sie eine Abkürzung. Das Sträßchen war eng und roch muffig, aber hier gab es weder Straßenkünstler noch Touristen, und für Kitty war es geradezu eine Schnellstraße. Sie schlug ein zügiges Tempo an und blickte auf ihre Armbanduhr. Zehn vor drei. Auf einmal hörte sie jemanden hinter sich herschleichen. Vor Angst sträubten sich ihr die Haare. Sie ging noch schneller. Da trat jemand aus einem dunklen Hauseingang. Er war von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet und trug eine schwarze, glatte Maske mit schmalen Augenschlitzen. Kitty schrie auf und wollte kehrt machen. Von hinten näherten sich noch zwei Maskierte. Sie wollte schreien, doch sie kam nicht mehr dazu. Der eine Verfolger holte rasch aus und warf etwas. Eine kleine dunkle Kugel. Die Kugel prallte vor ihren Füßen aufs Pflaster, zerschellte und hinterließ einen wirbelnden, schwarzen Dunst, der sich rasch verdichtete. Kitty war wie gelähmt vor Schreck. Sie konnte nur tatlos zusehen, wie sich der Dunst in eine kleine, schwarz-blaue, geflügelte Gestalt mit langen, schlanken Hörnern und großen, roten Augen verwandelte. Das Wesen flatterte unschlüssig hin und her und schlug in der Luft Purzelbäume. Der Werfer zeigte auf Kitty und stieß einen Befehl hervor. Das Wesen schwebte auf der Stelle. Ein bösartiges, schadenfrohes Grinsen spaltete sein Gesicht. Dann senkte es die Hörner, schwirrte mit den Flügeln und stürzte sich mit einem gellenden Freudenschrei auf Kittys Kopf. Im Nu war das Wesen über ihr. Die Spitzenhörner blitzten, das gezackte Maul öffnete sich klaffend. Blauschwarze Flügel schlugen Kitty ins Gesicht, kleine, schwielige, krallen Hände grapschten nach ihren Augen. Sie spürte fauligen Atem auf der Haut. Ein schriller Schrei zerriss ihr fast das Trommelfell. Sie kreischte und schlug wie eine Rasende um sich. Da zerplatzte das Wesen mit einem schmatzenden Knall, und nur ein kalter, schwarzer Tropfenschauer und ein dumpfer, bitterer Geruch blieben zurück. Kitty ließ sich schwer atmend gegen die nächste Hauswand sinken und sah verstört um sich. Aber das Wesen war tatsächlich verschwunden, und mit ihm die drei maskierten. Kitty rannte so schnell sie konnte, bis sie auf die belebte Hauptstraße kam, und schlängelte sich durch die Trauben von Menschen die leichte Steigung zu den Seven Dials hinauf. Kitty rang nach Luft und ließ den Blick über die Tische schweifen. Auf die Minute genau drei Uhr. Ob er da! Von einer Säule fast verdeckt erspähte sie den weißen Haarkranz um die spiegelnde Glatze. Mr. Pennyfeather nippte an einem Kaffee Latte. Seinen Stock hatte er auf den Tisch gelegt. Als er Kitty näherkommen sah, lächelte er strahlend und wies auf einen Stuhl. »Miss Jones! Pünktlich wie die Maurer! Setzen Sie sich doch! Was darf ich Ihnen bestellen? Kaffee, Tee, eine Zimtschnecke? Die schmecken hier ausgezeichnet!« Kitty fuhr sich verwirrt durchs Haar. »Äh, Tee bitte! Und Schokolade! Ich brauche dringend Schokolade!« Mr. Pennyfeather schnippte mit den Fingern und ein Kellner kam herbei. »Ein Kännchen Tee und ein Eclair! Ein großes! Also, Miss Jones, aber mir scheint, Sie sind ganz außer Atem, Sie sind gerannt, oder täusche ich mich?« Er zwinkerte ihr verschmitzt zu und lächelte noch eine Spur strahlender. Wütend beugte Kitty sich vor. »Da gibt's nichts zu lachen!« zischte sie mit einem Seitenblick auf die Nebentische. »Bin gerade überfallen worden! Auf dem Weg zu diesem Kaffee, wo Sie mich hinbestellt haben!« fügte sie hinzu, um jedes Missverständnis auszuschließen. Doch das tat Mr. Pennyfeathers guter Laune keinen Abbruch. »Tatsächlich? Wirklich? Das ist ja schlimm! Sie müssen mir alles... Ah, da kommt Ihr Tee! Das ging aber schnell! Und ein schönes, großes Eclair! Wunderbar! Am besten essen Sie erst mal einen Happen, bevor Sie mir alles erzählen. »In einer Nebenstraße haben mir drei Typen aufgelauert. Sie haben etwas nach mir geworfen, irgendeinen Behälter, glaube ich, und dann ist ein Dämon erschienen. Er hat sich auf mich gestürzt und wollte mich umbringen. Und dann hören Sie mir überhaupt zu, Mr. Pennyfeather, oder soll ich lieber wieder gehen?« »Ich würde Ihnen raten, sich zunächst einmal zu stärken«, sagte Mr. Pennyfeather, »und dann, wenn Sie sich ein wenig beruhigt haben, erzähle ich Ihnen etwas.« Kitty verspeiste ihr Eclair mit vier Bissen, trank Tee hinterher und wurde etwas ruhiger. »Na schön, Mr. Pennyfeather«, sagte sie, »lassen Sie hören.« »Gut«, er tupfte sich mit der gefaltten Serviette die Mundwinkel. »Sie fragen sich vielleicht, weshalb ich mich überhaupt für Ihre Probleme interessiere. Nun, eigentlich interessiere ich mich weniger für Ihre Probleme als für Sie selbst. Übrigens habe ich die sechshundert Pfund selbstverständlich dabei.« Lächelnd klopfte er auf seine Brusttasche. »Ich habe gehört, was Sie über die schwarze Schleuder berichtet haben. Niemand hat Ihnen geglaubt, aber ich habe die Ohren gespritzt.« »Weshalb sollten Sie lügen, habe ich überlegt. Dazu hatten Sie keinen Grund. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass Sie die Wahrheit gesagt haben.« »Habe ich auch«, bekräftigte Kitty. »Aber niemand, den eine schwarze Schleuder erwischt und seien es auch nur deren Ausläufer, kommt unversehrt davon. Damit kenne ich mich aus.« »Wieso?«, fragte Kitty scharf. »Sind Sie etwa ein Zauberer?« Der alte Mann zuckte zusammen. »Ich bitte Sie, von mir aus können Sie mich gern als Glatzkopf bezeichnen, aber das nicht. Dieser Vorwurf kränkt mich zutiefst. »Ein Zauberer bin ich ganz gewiss nicht, aber nicht nur Zauberer verfügen über derlei Wissen, Miss Jones. Aber ich schweife ab. Ich versichere Ihnen, die schwarze Schleuder hinterlässt Ihre Spuren bei jedem, den Sie erfasst. Sie wurden davon erfasst, sagen Sie, aber Sie sind nicht entstellt. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.« Kitty dachte an Jakobs gestreiftes Gesicht und verspürte ein leises Schuldgefühl. »Ich kann nichts dafür.« »Der Dämon, der sie vorher angefallen hat, war ein Mauler, ein niederer Dämon von unbedeutender Macht. Trotzdem hätte er sie mit seinem widerlichen Gestank betäuben können.« Kitty rümpfte die Nase. »Er hat wirklich scheißlich gestunken, aber so schlimm nun auch wieder nicht.« »Außerdem zerplatzen Mauler normalerweise nicht. Sie krallen sich in den Haaren fest und bleiben dort hocken, bis Ihr Herr sie entlässt.« »Meiner ist aber zerplatzt.« »Meine liebe Miss Jones, bitte verzeihen Sie, dass ich schon wieder vergnügt bin. Wissen Sie, ich freue mich über Ihre Schilderung, denn das bedeutet schlicht, dass Sie eine ganz besondere Gabe besitzen, eine angeborene Abwehrkraft gegen Zauberei.« Er lehnte sich zurück, winkte wieder einen Kellner heran und bestellte schmunzelnd eine weitere Runde Kuchen und Getränke, ohne sich um Kittys verdutztes Gesicht zu kümmern. »Mr. Pennyfeather«, sagte sie schließlich, »es tut mir leid, aber ich verstehe kein Wort.« »Aber das liegt doch auf der Hand, oder nicht? Niedere Magie kann Ihnen nichts oder so gut wie nichts anhaben. Über machtvollere Methoden können wir jetzt noch nichts aussagen.« Kitty schüttelte den Kopf. »Unsinn, die schwarze Schleuder hat mich K.O. geschlagen.« »Sie hatte so gut wie keine Wirkung. Immun sind sie nicht. Ich übrigens auch nicht, aber ich habe immerhin einen Überfall von drei Folio auf einmal überstanden, was meiner Meinung nach ziemlich ungewöhnlich ist.« Damit konnte Kitty überhaupt nichts anfangen. Sie sah Mr. Pennyfeather verständnislos an. Der alte Mann winkte ungeduldig ab. »Damit will ich sagen, dass Sie und ich und noch ein paar andere, denn wir sind nicht die Einzigen, in der Lage sind, gewissen Bannsprüchen standzuhalten. Wir sind keine Zauberer, aber wir sind auch nicht so machtlos wie die übrigen Gewöhnlichen.« Er spie das Wort mit unverhohlener Verachtung aus. »In diesem armen, gottverlassenen Land!« »Ich kapiere das alles nicht. Von so einer Abwehrkraft habe ich noch nie gehört. Mir geht's nur darum, dass ich nicht ins Gefängnis muss.« »Tatsächlich?« Mr. Pennyfeather schob beiläufig die Hand in sein Jackett. »In diesem Fall könnten Sie das Geld auch gleich bekommen und wieder gehen. Auch gut. Aber ich glaube, Sie wollen mehr als das. Ich sehe es Ihnen an der Nasenspitze an. Ich tippe auf Folgendes. Sie wollen Ihren Freund Jakob rächen. Sie wollen, dass sich an den herrschenden Verhältnissen etwas ändert. Sie wollen in einem Land leben, in dem Leute wie Julius Tallow nicht ungestraft Untaten begehen dürfen. »Ich würde sagen Ihnen«, fuhr er etwas leiser fort, »dass Sie etwas dagegen unternehmen können. Aber dazu müssten Sie mir zuhören.« Mr. Pennyfeather lächelte sie an, aber in seinem Blick loderte Zorn. »Die Zauberer haben Ihnen Schlimmes angetan«, sagte er sanft. »Wir beide könnten dafür sorgen, dass Sie Ihre gerechte Strafe ereilt. Aber nur, wenn Sie zunächst einmal mich unterstützen. Sie helfen mir, ich helfe Ihnen eine faire Abmachung.« Zwei Tische weiter hustete jemand laut, und als hätte sich plötzlich ein Vorhang gehoben, begriff Kitty, in welcher Gefahr sie sich befand. Sie saß mitten unter Fremden und unterhielt sich ganz offen über Landesverrat. »Wir sind verrückt«, zischte sie entsetzt. »Hier kann uns jeder hören. Dann ruft man die Nachtpolizei und lässt uns wegschaffen.« Jetzt mußte der alte Mann laut lachen. »Niemand hört uns«, beschwichtigte er sie. Kitty hörte kaum hin. Eine junge blonde Frau an einem Tisch links hinter Mr. Pennyfeather erregte ihre Aufmerksamkeit. Obwohl ihr Glas leer war, blieb sie in ihr Buch vertieft sitzen. Mit einem Mal war Kitty überzeugt, dass alles eine Falle war. Im nächsten Augenblick war sie sich absolut sicher. Als spüre sie Kittys Blick, sah die Frau auf und grinste sie unverfroren an, bevor sie sich wieder ihrem Buch widmete. Das war der Beweis. Sie hatte alles mit angehört. Kitty hatte solche Angst, dass sie kaum ein Wort herausbrachte. »Hinter ihnen«, flüsterte sie, »die Frau da. Es ist eine Spionin, sie hat alles mitgehört.« Mr. Pennyfeather drehte sich nicht um. »Die blonde Dame, die ein gelbes Taschenbuch liest? Das müsste Gladys sein. Keine Sorge, sie ist eine von uns.« »Eine von«, die Frau blickte wieder auf und zwinkerte Kitty ganz offen zu. »Links davon sitzt Anne und rechts von mir hinter der Säule, Eva. Das da drüben ist Frederick, Nicholas und Timothy sitzt hinter ihnen. Stanley und Martin haben keinen freien Tisch mehr gefunden, deshalb sitzen sie in der Kneipe gegenüber.« Kitty sah sich benommen um. »Sie sehen, es besteht kein Grund zur Sorge«, sagte Mr. Pennyfeather. »Sie sind hier unter Freunden. Wer weiter weg sitzt, kann uns nicht hören. Und Dämonen sind auch keine da, das wüssten wir.« »Woher?« »Für Fragen ist später noch genug Zeit. Aber vorher muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Ich fürchte, Frederick Martin und Timothy kennen Sie bereits.« Wieder sah ihn Kitty verständnislos an. »Vorhin in der Nebenstraße«, half ihr Mr. Pennyfeather auf die Sprünge. »In der Nebenstraße? Moment mal.« »Die drei haben den Mauler auf Sie losgelassen. Halt, bitte gehen Sie nicht, es tut mir leid, dass wir Ihnen einen Schrecken eingejagt haben. Aber wir mussten uns vergewiss sein, verstehen Sie? Dass Sie wie wir über gewisse Abwehrkräfte verfügen. »Das Maulerglas war zufällig zur Hand, und da dachten wir«, Kitty fand ihre Stimme wieder. »Sie Schwein, Sie sind genauso ein Mistkapitalo, Sie hätten mich umbringen können. Aber nein, ich sagte Ihnen doch bereits, das Schlimmste, was ein Mauler ausrichten kann, ist, jemanden so zu betäuben, dass er bewusstlos wird. Sein Gestank«, »das reicht ja wohl schon«, Kitty sprang wütend auf. »Wenn Sie wirklich gehen wollen, dann vergessen Sie das hier nicht.« Der alte Mann zog einen dicken weißen Umschlag aus seinem Jackett und warf ihn verächtlich auf den Tisch. »Das sind 600 Pfund.« »Ich will Ihr Geld nicht.« Kitty war fuchsteufelswild. Am liebsten hätte sie das Geschirr zerschmissen. »Seien Sie nicht dumm«, der Alte funkelte sie an. »Wollen Sie etwa im Marshallsee-Gefängnis vermodern? Dort werden nämlich Leute eingesperrt, die Ihre Schulden nicht bezahlen.« »Betrachten Sie das Geld als Entschädigung für den Mauler. Aber es könnte auch der Auftakt«, Kitty griff nach dem Umschlag und fegte dabei um ein Haar die Tassen vom Tisch. »Sie sind ja übergeschnappt, Sie und Ihre komischen Freunde. Na gut, ich nehm's. Deswegen bin ich ja schließlich gekommen.« Sie stand immer noch da. »In Ordnung, Miss Jones. Es muss jeder selbst wissen, ob er aus seinen Kräften Nutzen ziehen will oder nicht.« Kitty zögerte kurz. »Also gut«, sagte sie dann um Jakobs Willen. »Ich gehe noch nicht sofort. Bitte erzählen Sie mir mehr darüber.« Etliche Wochen lang traf sich Kitty regelmäßig mit Mr. Pennyfeather und seinen Freunden. Von Mal zu Mal erfuhr sie mehr über die Gruppe und ihre Ziele, von Mal zu Mal fühlte sie sich ihnen enger verbunden. Anne, eine lebhafte Frau von vierzig, kannte Mr. Pennyfeather seit fast fünfzehn Jahren. Die beiden hatten schon so manche Schlacht zusammengeschlagen. Gladys, die Blonde aus dem Café, war um die zwanzig und hatte vor zehn Jahren noch als kleines Mädchen bei einem Duell zweier Zauberer einen Querschläger überlebt. Sie und Niklas, ein untersetzter, grüblerischer junger Mann, hatten schon als Kinder für Mr. Pennyfeather gearbeitet. Der Rest der Gruppe war jünger, keiner älter als achtzehn. Mit ihren dreizehn Jahren waren Kitty und Stanley die jüngsten. Der Alte mit seiner zugleich mitreißenden und selbstherrlichen Art war der unbestrittene Anführer. Kitty lauschte ihm stets gespannt, wenn er voller Leidenschaft von der gewaltigen Aufgabe sprach, der sie sich verschrieben hatten, der Vormachtstellung der Zauberer Widerstand zu leisten. Bis zu einem gewissen Grad besaßen Mr. Pennyfeathers Freunde genau wie er angeborene Abwehrkräfte gegen Magie, aber niemand konnte sagen, wie weit diese gingen. Die Vergangenheit hatte gezeigt, dass Mr. Pennyfeather ziemlich heftigen Angriffen standhalten konnte. Die meisten anderen, darunter auch Kitty, waren bislang nur relativ harmlosen Situationen ausgesetzt gewesen. Einige, nämlich Anne, Eva, Martin und der mürrische, pickelige Fred, besaßen noch eine andere Begabung. Schon als kleine Kinder hatten sie immer wieder beobachtet, wie überall in London kleine Dämonen unterwegs waren. Doch das fiel außer ihnen niemandem auf, und als sie nachfragten, stellte sich heraus, dass die Dämonen für die meisten Menschen entweder unsichtbar oder getarnt waren. Dämonische Trugbilder durchschauen zu können, war eine Fähigkeit, die Mr. Pennyfeather sehr gelegen kam. Stanley verfügte über eine andere, von Mr. Pennyfeather sehr geschätzte Fertigkeit. Er konnte zwar keine Dämonen sehen, aber er nahm die schwach flimmernde Strahlung wahr, die jedes magische Artefakt abgab. Als kleinem Jungen hatten es ihm diese Auren so angetan, dass er sich aufs Klauen verlegt hatte. Als Mr. Pennyfeather ihn kennenlernte, vor dem Zivilgericht, war er bereits ein mit allen Wassern gewaschener Taschendieb. Anne und Gladys besaßen dieselbe Fähigkeit, doch war sie bei ihnen nicht annähernd zu ausgeprägt wie bei Stanley, der magische Objekte durch Kleidung hindurch und sogar hinter Schranktüren aufspüren konnte. Deshalb genoß er in Mr. Pennyfeathers Truppe eine Vorrangstellung. Der freundliche, stille Timothy wiederum schien Magie zu hören, statt sie zu sehen. Angeblich hörte er eine Art Sirren. »Wie eine Klingel«, sagte er, wenn man ihn drängte, es zu beschreiben. »Oder wie das feine Singen, wenn man ein leeres Glas anstößt.« Fasste man alle diese Fähigkeiten zusammen, war ihre Truppe, das behauptete Mr. Pennyfeather jedenfalls, eine kleine, aber schlagkräftige Streitmacht, die es mit den Zauberern durchaus aufnehmen konnte. Ihre Eltern hatten lieber nicht so genau wissen wollen, woher das Geld kam, und Kitty die Geschichte von dem großzügigen Wohltäter, der eine Stiftung für Justizopfer ins Leben gerufen hatte, bereitwillig abgenommen. Leicht verwundet nahmen sie zur Kenntnis, wie Kitty immer mehr Zeit bei ihren neuen Freunden in Southwark verbrachte. Vor allem ihr Vater hielt mit seiner Genugtuung nicht hinterm Berg. »Du wärst viel besser, wenn du dich von dem jungen Jirnek fernhältst«, sagte er. »Der bringt dich bloß wieder in Schwierigkeiten.« Obwohl Kitty Jakob weiterhin besuchte, waren diese Besuche im Allgemeinen kurz und unbefriedigend. Seine Mutter saß die ganze Zeit an Jakobs Bett, und sobald ihr Sohn das kleinste Anzeichen von Ermüdung erkennen ließ, schickte sie Kitty weg. Kitty konnte Jakob nicht von Mr. Pennyfeather erzählen, und Jakob wiederum wurde immer verschlossener, und vielleicht, dachte Kitty, war er auch ein wenig neidisch auf ihre Gesundheit und Tatkraft. Mit der Zeit wurden ihre Besuche bei den Jirneks seltener, und nach ein paar Monaten hörten sie ganz auf. Neben den Dämonen war die Polizei das größte Problem des Widerstandes, der zuerst Tim an die Wölfe der Nachtpolizei verlor. Dann starb Martin nach einem kühnen, doch erfolglosen Attentatsversuch auf den Premierminister. Praktisch über Nacht wurde Mr. Pennyfeather eigenbrötlerisch und reizbar, und erschien fast nur noch zu den Treffen der Widerstandsgruppe im Laden. Anne berichtete, dass er sich noch mehr als früher seinen Recherchen in den gestohlenen Zauberbüchern widmete. »Er will an bessere Waffen herankommen«, sagte sie. »Bis jetzt ist unser Wissen noch viel zu oberflächlich. Wenn wir Tim und Martin rächen wollen, müssen wir unsere Kenntnisse vertiefen. Er hat jemanden aufgetrieben, der uns dabei behilflich sein kann.« Tatsächlich gesellte sich um diese Zeit ein neues Mitglied zur Gruppe, dessen Ansichten Mr. Pennyfeather sehr ernst nahm. »Mr. Hopkins ist ein Gelehrter«, sagte er, als er ihn der Gruppe vorstellte. »Ein Experte. Er kennt sich mit den verfluchten Zauberern hervorragend aus.« »Man tut, was man kann«, sagte Mr. Hopkins bescheiden. »Er ist Bibliothekar in der British Library«, fuhr Mr. Pennyfeather fort und klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Ich bin dort erwischt worden, als ich mir ein Buch über Magie aneignen wollte. Mr. Hopkins hat die Wächter abgelenkt und mir die Flucht ermöglicht. Dafür war ich ihm sehr dankbar, und wir gerieten ins Gespräch. Ich bin noch keinem Gewöhnlichen begegnet, der derart viel weiß. Vor Jahren wurde sein Bruder von einem Dämon getötet, und seither sind er wie wir auf Rache. Leider besitzt er im Gegensatz zu uns keine angeborenen Abwehrkräfte, aber er kann uns auf andere Weise unterstützen.« »Das will ich jedenfalls versuchen.« Wenn Kitty versuchte, sich Mr. Hopkins zwischen den Versammlungen vor Augen zu rufen, musste sie eigenartigerweise jedes Mal feststellen, dass das gar nicht so leicht war. Er war geradezu übertrieben durchschnittlich. Seine Stärke waren Informationen, und in dieser Hinsicht erwies er sich alsbald als außerordentlich nützlich. Die Arbeit in der Bibliothek, unterstützt vielleicht von seiner Unauffälligkeit, gestattete es ihm, die Gespräche der Zauberer zu belauschen. Oft wußte er, was sie vorhatten, sodass Mr. Pennyfeather gezielte Einbrüche organisieren konnte. Vor allem aber beschaffte ihnen Mr. Hopkins eine größere Bandbreite an Beschwörungsformeln, wodurch der Widerstand neue Waffen auf vielseitigere Weise einsetzen konnte. Seine Angaben waren so präzise, dass sich schon bald alle blind auf ihn verließen. Mit fünfzehn ging Kitty wie die meisten anderen Kinder von der Schule ab und fing im Künstlerbedarfsladen als Lehrmädchen an. Um der Aufsicht ihrer Eltern zu entgehen, mietete sie sich nach ein paar Monaten ein kleines Zimmer in einem heruntergekommenen Mietshaus, fünf Minuten vom Laden entfernt. Sie wurde immer blasser. Ihre Züge verhärteten sich durch die ständige Angst, erwischt zu werden, und die unvermeidlichen Verluste. Jedes Jahr forderte neue Opfer. Eva wurde in einer Villa in Mayfair von einem Dämon umgebracht. Ihre Abwehrkraft hatte nicht ausgereicht. Gladys kam bei einem Lagerhausbrand ums Leben. Dann kam es zu dem schicksalhaften Treffen und damit zur größten Herausforderung überhaupt. Mr. Hopkins erschien als erster und blieb auf der Schwelle stehen, bis sich seine Augen ans Zwielicht des Hinterzimmers gewöhnt hatten. Dann trat er beiseite und führte Mr. Pennyfeather über die Schwelle. Im Halbdunkeln wirkte die gebeugte Gestalt ihres Anführers noch gebrechlicher als sonst. Er kam hereingeschlurft wie ein wandelndes Skelett. Nicks beruhigend stämmige Statur bildete die Nachhut. Als alle drei im Zimmer waren, schloss Nick leise die Tür. »Setzt euch, setzt euch!« Mr. Pennyfeather legte die Handschuhe auf seine Knie. »Liebe Freunde«, hob er dann an, »in letzter Zeit bin ich und mein guter Hopkins hat mich darin bestärkt, zu der Überzeugung gekommen, dass es uns an Mitteln fehlt, unserem Feind ernsthafte Verluste beizubringen. Dafür mangelt es uns an Geld, Waffen und Wissen. Aber ich glaube, jetzt habe ich einen Weg gefunden, diesen Missstand zu beheben.« Er stockte abermals und winkte ungeduldig. Sofort kam Anne mit einem Glas Wasser angelaufen. »Also Hopkins und ich haben uns in gewisse aus der British Library gestohlene Dokumente vertieft. Wir haben ihnen entnommen, dass es eine Art Schatzkammer mit Objekten von zum Teil beträchtlicher Zauberkraft gibt. Wenn es uns gelänge, die zu erbeuten, könnte unsere Lage eine entscheidende Wendung nehmen.« »Und welchem Zauberer gehört diese Schatzkammer?«, wollte Anne wissen. »Gegenwärtig hat überhaupt kein Zauberer darauf Zugriff.« Der Alte kicherte leise. »Diese Schätze befinden sich hier, ganz in unserer Nähe, und wir sind schon x-mal dran vorbeigegangen. Sie lagern hier mitten in der Stadt im Zentrum des Zaubererimperiums, nämlich in der Westminster Abbey.« Kitty hörte die anderen nach Luft schnappen und spürte, wie es ihr eiskalt den Rücken herunterlief. »In der Kathedrale von Westminster? Aber niemand würde es wagen.« »Sie meinen in irgend so einer Gruft, Sir?«, fragte Nick. »Allerdings, allerdings. Mr. Hopkins würden Sie bitte fortfahren.« Der Bibliothekar hüstelte. »Vielen Dank. In der Kathedrale haben viele der größten Zauberer der Vergangenheit ihre letzte Ruhe gefunden. Sie sind tief unter dem Fußboden in geheimen Grüften beigesetzt, und man hat ihnen Schätze mit ins Grab gegeben, hochmagische Objekte, von denen die Dummköpfe, die heute am Ruder sind, höchstens träumen können.« »Aber die Grabstätten wurden doch mit Bannflüchen verschlossen,« gab Anne zu bedenken. »Schreckliche Strafen drohen jenen, die sie öffnen.« Mr. Pennyfeather ließ ein kurzatmiges Lachen hören. »Gewiß, die heutigen Regierungsmitglieder, allesamt jämmerliche Vertreter ihrer Zunft, meiden diese Gräber wie der Teufel das Weihwasser. Sie sind feige, einer wie der andere.« »Wenn man sich gut vorbereitet, kann man die Bannflüche umgehen,« fuhr Mr. Hopkins fort. »Ich habe mir die Verzeichnisse angesehen und eine Krypta entdeckt, die Wunderdinge enthält, wie man sie sich kaum vorstellen kann, unter anderem einen verzauberten Geldbeutel aus schwarzem Atlas.« Mr. Hopkins sah sie über den Brillenrand an. »Von außen wirkt der Beutel recht schlicht, aber jetzt kommt's. Ganz gleich, wie viele Münzen man herausnimmt, er wird niemals leer. Damit wären, wie ich meine, eure Geldprobleme mit einem Schlag gelöst.« »Damit können wir ja Waffen kaufen,« brummte Stanley. »Die Tschechen schaffen uns jede Menge Zeug ran, wenn wir gut zahlen.« Der Geldbeutel und, richtig, eine Kristallkugel, mit der man in die Zukunft blicken kann. »Stellt euch das vor,« rief Mr. Pennyfeather, »stellt euch bloß vor, was wir damit alles anfangen könnten. Wir könnten jeden Schritt der Zauberer voraussehen. Wir wären unschlagbar.« Flüsterte Anne. »Wir wären reich,« schnaufte Fred. »Wenn es mal stimmt,« setzte Kitty leise hinzu. »Dann gibt es noch,« fuhr Mr. Hopkins fort, »mal sehen, einen Umhang, einen Stab und diverse persönliche Gegenstände. Der Geldbeutel und die Kristallkugel sind das Beste.« Mit verschmitztem Koboldgrinsen beugte sich Mr. Pennyfeather vor. »Nun, Freunde,« fragte er, »was haltet ihr davon? Ist das nicht ein Schatz, den zu heben sich lohnt?« »Das ist ja alles schön und gut, Sir,« sagte Kitty, »aber wie kommt es, dass ihn sich nicht schon längst jemand anders geholt hat? Da muss doch irgendwo ein Haken sein.« »Kittys Einwand ist berechtigt,« sagte Mr. Hopkins. »Den Aufzeichnungen zufolge ist der Schlussstein des Gewölbes mit einem Pestilenzbann belegt. Die Pestilenz wird ausgelöst, wenn man die Tür öffnet.« »Na prima,« sagte Kitty und spielte dabei heimlich mit dem tränenförmigen Anhänger in ihrer Tasche. »Äh, und wie sollen wir diesen Bann ihrer Meinung nach umgehen?« erkundigte sich Anne höflich. »Da gibt es Mittel und Wege,« antwortete Mr. Pennyfeather. »Mr. Hopkins hätte jemanden an der Hand, der uns in dieser Hinsicht weiterhelfen könnte.« Alle Augen richteten sich auf den Bibliothekar, der ein betretenes Gesicht machte. »Er ist, oder besser, er war ein Zauberer. Bitte, bitte lasst mich doch erst mal ausreden. Er ist aus bestimmten Gründen mit der Regierung unzufrieden, und ihm ist daran gelegen, Devereaux und alle anderen zu stürzen. Er verfügt über die erforderliche Sachkenntnis und die erforderlichen Objekte, die es uns ermöglichen, der Pestilenz zu entkommen. Darüber hinaus – Mr. Hopkins wartete, bis wieder Ruhe einkehrte – besitzt er den Schlüssel zu dem betreffenden Grab. »Wer ist es denn?« fragte Nick. »Bedauere, er hält seine Identität sorgfältig geheim, wie wir es selbstverständlich alle tun sollten. Ich habe ihm auch nichts von euch erzählt, aber wenn ihr seine Unterstützung annehmt, möchte er sich mit einem von euch treffen, und das schon sehr bald. Dann gibt er uns die erforderlichen Informationen.« »Wieso sollten wir ihm trauen?« protestierte Nick. »Vielleicht will er uns ja bloß reinlegen.« Mr. Hopkins hüstelte. »Das glaube ich nicht. Er hat euch nämlich schon oft geholfen. Meine Hinweise stammen größtenteils von diesem Herrn. Er hat schon lange den Wunsch, uns zur Seite zu stehen.« »Wann geht's los?« fragte Fred. »Wenn alles gut geht, statten wir der Kathedrale morgen nach deinen Besuch ab. Und da du heute so besonders munter bist, Kitty, triffst du dich morgen mit unserem Gönner.« Kitty erwiderte Penny Feathers Blick. »In Ordnung.« »Na schön«, der alte Mann sah sie der Reihe nach an. »Ich muss sagen, ich bin ein wenig enttäuscht. Bis jetzt hat sich noch keiner von euch erkundigt, in wessen Gruff wir eigentlich eindringen wollen. Seid ihr denn gar nicht neugierig?« Er lachte keuchend. »Wer ist es denn, Sir?« fragte Stanley. »Es ist niemand anders als der Gründervater unserer Nation, der Held von Prag persönlich.« Mr. Penny Feathers Augen glänzten im Schummerlicht. »Unser geliebter William Gladstone.« »Mandrake, sehr schön. Jessica hat sie schon angekündigt. Kommen Sie rein, ich habe die Karten von Prag schon vorbereitet.« Nathaniel trat neben den stellvertretenden Außenminister, der ihm kaum bis zur Schulter reichte. »Das hier ist Prag. Ich nehme doch an, dass Sie mit der Stadt in groben Zügen vertraut sind.« »Ja, Sir.« »Weiter. Sehen Sie das Päckchen da. Es enthält Ihre gefälschten Ausweisdokumente. Sie reisen unter dem Namen Derek Smithers und sind Lehrling in Watts' Weinfirma in Marilbone.« »Derek Smithers, Sir?« Nathaniel sah nicht besonders begeistert aus. »Ja, ein anderer Name war nicht frei.« »In Ordnung, Sir.« »Gut. Vor allen Dingen müssen Sie sich bedeckt halten, Mandrake. Sie dürfen bloß nicht auffallen. Falls Sie Magie anwenden müssen, tun Sie es heimlich und rasch. Ich habe gehört, Sie wollen einen Dämon mitnehmen. Geben Sie bloß Acht, dass Sie ihn immer im Griff haben.« »Selbstverständlich, Sir. Die Tschechen dürfen nicht erfahren, dass Sie ein Zauberer sind. Es gehört zu unserem derzeitigen Abkommen, dass wir Ihnen zugesichert haben, auf Ihrem Territorium keinerlei magische Tätigkeiten durchzuführen, und umgekehrt.« »Jawohl, Sir.« »Jetzt brauchen Sie nur noch einen Kontaktmann in Prag, jemanden, der Ihnen auf die Sprünge hilft.« Nathaniel nickte. »Haben Sie jemanden doch, Sir?« »Allerdings einen unserer Top-Agenten. Er nennt sich Harlekin.« »Harlekin!« Vor seinem geistigen Auge sah Nathaniel eine schlanke, maskierte Gestalt durch die Dämmerung tänzeln, umweht von einem Hauch von Karneval und Gefahr. »Falls Sie sich jetzt einen schlanken, maskierten, leichtfüßigen Jüngling in einem farbenfrohen Kostüm vorstellen, muss ich Sie leider enttäuschen. Unser Harlekin ist ein untersetzter, älterer und ziemlich trübsinniger Herr. Außerdem trägt er mit Vorliebe Schwarz.« Ein flüchtiger Ausdruck von Abscheu huschte über das Gesicht des Staatsbeamten. »So ergeht es vielen, die sich zu lange in Prag aufhalten. Es ist eine deprimierende Stadt.« Nathaniel schob sich das Haar aus den Augen. »Damit komme ich schon klar, Sir. Wie mache ich ihn ausfindig?« »Heute Abend verlassen Sie um Mitternacht Ihr Hotel und begeben sich auf den alten Ghettofriedhof. Der ist übrigens hier, Mandrake, sehen Sie, nicht weit vom alten Marktplatz. Sie tragen ein Barrett mit einer blutroten Feder dran und schlendern zwischen den Grabsteinen umher. »Harlekin wird auf Sie zukommen. Sie erkennen ihn daran, dass er eine ungewöhnliche Kerze hält.« »Eine ungewöhnliche Kerze?« »Genau.« »Wie jetzt? Ungewöhnlich lang oder ungewöhnlich krumm oder was?« »Darüber bin ich leider nicht informiert.« Nathaniel verzog das Gesicht. »Entschuldigen Sie, Aber das kommt mir alles ein bisschen melodramatisch vor. Finden Sie nicht Friedhöfe und Kerzen und blutrote Federn? Kann er mich nicht einfach, wenn ich geduscht habe, im Hotel anrufen und wir treffen uns unten im Restaurant?« Der andere lächelte matt. »Prag ist anders, Mandrake. Es ist in jeder Hinsicht ein ausgesprochen düsterer Ort, der mit übertriebener Nostalgie der Herrlichkeit früherer Zeiten nachtrauert. Und Leute wie Harlekin müssen genauso denken wie die Tschechen, sonst würden sie uns nichts nützen, verstehen Sie? Harlekin ist einer unserer besten Spione, Mandrake, deshalb auch seine fantasievollen Anweisungen. Ich rate Ihnen, sie Wort für Wort zu befolgen.« »Jawohl, Sir, ich werde mir Mühe geben.« Kaum hatte ich mich materialisiert, wusste ich, dass ich in Prag war. Der verglichene Prunk des vergoldeten Kronleuchters an der Decke des Hotelzimmers, die mit Verzierung und überladenen, schmuddeligen Stuckleisten am Übergang von Decke und Wänden, der eingestaubte Faltenwurf des Baldachins über dem schmalen Himmelbett, die ganze mit Schwermut getränkte Atmosphäre, einfach alles ließ darauf schließen. Wie auch das ausgesprochen übellaunige Gesicht meines Herrn. Noch während er die letzten Silben der Beschwörungsformel nuschelte, sah er sich argwöhnisch im Zimmer um, als könnte es sich plötzlich auf ihn stürzen und ihn beißen. »Gute Reise gehabt«, erkundigte ich mich. »Kann man eigentlich nicht behaupten.« Er schnitt eine Grimasse. »Und sieh dir dieses Zimmer an. Das soll das erste Hotel am Platz sein? Jede Wette, dass es in den letzten hundert Jahren kein einziges Mal renoviert wurde. Siehst du die Spinnweben dort oben auf dem Baldachin? Ekelhaft. Und kannst du erkennen, welche Farbe der Teppich mal hatte? Ich nicht.« Er trat gereizt gegen das Bett. Eine Staubwolke stieg empor. »Tja, was hattest du denn erwartet? Du bist Engländer. Ist doch klar, dass sie dir ein mieses Zimmer geben.« Der Junge setzte sich an den wuchtigen Schreibtisch und nahm ein paar Papiere aus einem kleinen braunen Päckchen. »Grade deshalb hätte ich das beste Zimmer kriegen müssen«, murmelte er geistesabwesend. »Espinnst du nach allem, was Gladstone Prag angetan hat, das vergessen die euch nie.« Jetzt hob er den Kopf. »Das war im Krieg, wir haben gewonnen, offen und ehrlich, mit minimalen Verlusten an Zivilisten.« »Glaubst du das wirklich?« fragte ich höhnisch. »Erzähl das mal den Leuten in den Vororten, da gibt es immer noch Brachflächen, wo ganze Wohnblöcke niedergebrannt sind.« »Du musst es ja wissen. Logisch weiß ich, dass ich war schließlich dabei. Schon vergessen?« Etwa eine Stunde schmölkerte der Junge daraufhin im Schein eines Kerzenstummels in seinen Unterlagen und versah sie mit Randnotizen. Er kümmerte sich nicht um mich und ich mich nicht um ihn. Um halb elf rief er die Rezeption an und bestellte sich in fehlerlosem Tschechisch eine Portion Lammbraten und eine Karaffe Wein aufs Zimmer. Dann legte er den Stift weg, wandte sich nach mir um und strich sich übers Haar. »Jetzt habe ich's«, sagte ich. Ich hatte es mir auf dem Himmelbett bequem gemacht. »Endlich weiß ich, an wen du mich erinnerst. Schon seit du mich letzte Woche beschworen hast, liegt es mir auf der Zunge. An Loveless. Du fummelst auch andauernd an deinen Haaren rum. Kannst sie einfach nicht in Ruhe lassen.« »Ich möchte mit dir über die Prager Golems sprechen.« »Muss was mit Eitelkeit zu tun haben, womit sonst? Fundweise Haargel. Du hast schon welche gesehen, was für Zauberer benutzen Golems? Ich denke mal, es ist auch ein Ausdruck von Unsicherheit, ein ständiger Zwang, sich zu putzen. Waren die tschechischen Zauberer die einzigen, die Golems erschaffen haben, oder könnten englische Zauberer das auch?« »Gladstone hat nie an irgendwas rumgefummelt, weder an seinem Haar noch an sonst was.« Ein Klopfen kündigte das Eintreffen eines befragten Hausdieners und eines ältlichen Zimmermädchens an, die etliche zugedeckte Servierplatten und eine eisgekühlte Flasche Wein brachten. Der Junge redete sie höflich an, erkundigte sich noch ein paar Straßen in der Umgebung und entlohnte sie für ihre Mühe mit einem Trinkgeld. Für die Dauer ihrer Anwesenheit kuschelte ich mich als Maus in die Kissen und behielt diese Gestalt auch bei, solange mein Herr und Meister sein Essen herunterschlang. Schließlich ließ er klirrend die Gabel fallen, trank einen letzten Schluck und stand auf. »Na gut«, sagte er, »genug geredet, es ist viertel nach elf, wir müssen los.« Das Hotel lag in der Kremenkova, einer kurzen Straße am Rande der Prager Altstadt, ganz nah am Fluss. Wir traten ins Freie, wanderten im Laternenlicht in nachtlicher Richtung durch die Straßen und näherten uns langsam, aber stetig dem Ghetto. Der Junge sagte nicht viel. Das war nicht verwunderlich, denn er war noch nicht oft aus London herausgekommen. Ich nahm an, dass er sprachlos vor Bewunderung war. »Das ist ja eine scheißliche Stadt«, sagte er, »Devros Methoden zur Beseitigung von Slums kämen hier gerade recht.« Ich schielte zu ihm herüber. »Irre ich mich, oder findet die goldene Stadt etwa nicht deine Zustimmung?« »Na ja, alles ist so vergammelt, findest du nicht?« Hier lebten einmal sehr bedeutende Magier. »Früher vielleicht«, sagte er, »heute ist heute.« Der Junge vollzog geringschätzig das Gesicht. »Da fällt mir was ein, am besten bringe ich den Kostümzwang gleich hinter mich.« Er kramte in dem kleinen Lederrucksack, den er mitgenommen hatte, und zog eine große, weiche Stoffmütze hervor. Weiteres Kramen förderte eine gekringelte und ziemlich zerknitterte Feder zutage. Er hielt beides in die Höhe, um es im Laternenlicht zu begutachten. »Was für eine Farbe ist das deiner Meinung nach?« Ich überlegte. »Keine Ahnung, vermutlich rot.« »Was für ein Rot, bitte genauer.« »Ziegelrot, Feuerrot, Tomatenrot, Sonnenbrandrot, irgendwas halt.« »Aber nicht Blutrot, oder?« Er fluchte. »Ich war spät dran, etwas Besseres konnte ich auf die Schnelle nicht auftreiben, egal, es muss reichen.« Er stieß die Feder durch den Stoff und setzte das Gebilde auf. »Wozu soll das gut sein?«, fragte ich. »Du glaubst hoffentlich nicht, dass dir das Ding steht, du siehst nämlich aus wie ein Volltrottel.« »Das ist rein geschäftlich, darauf kannst du Gift nehmen, und meine Idee war es auch nicht. Komm weiter, wir haben schon fast Mitternacht.« Wir ließen den Fluss hinter uns und betraten den Kern der Altstadt, wo einst das Ghetto Prags die kostbarsten Geheimnisse hütete. »Besteht die Möglichkeit, zu erfahren, was wir hier eigentlich treiben?«, erkundigte ich mich. Er sah auf die Uhr. »Zehn vor zwölf, Punkt Mitternacht, muss ich auf dem alten Friedhof sein. Dort soll ich mich mit einem Geheimagenten treffen. Er soll mich an diesem Barrett erkennen und ich ihn an einer ungewöhnlichen Kerze.« Er hob abwehrend die Hand. »Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung, aber er kann uns womöglich jemanden nennen, der sich mit Golems auskennt.« »Und was ist meine Aufgabe, während du dich mit diesem Herrn triffst?« »Du versteckst dich und passt auf, hier ist Feindesland, und ich traue weder diesem Harlekin noch sonst jemandem über den Weg. Da, das muss der Friedhof sein, du verwandelst dich jetzt besser.« »Diesmal entschied ich mich für eine langohrige Fledermaus. Flatternd verzog ich mich ins Grabsteindickicht. Als erste Vorsichtsmaßnahme ging ich rasch alle sieben Ebenen durch. Ich fand weder Fallen noch Sensoren. Der Friedhof selbst war menschenleer. Ich suchte mir einen schiefen Grabstein, hängte mich geschickt, kopfüber dran und behielt den Hauptweg im Auge.« Nathaniel holte tief Luft, rückte sein Barrett zurecht und schlenderte möglichst unbekümmert herum. Was war das bloß da hinten? Ein bleiches Leichenlicht von grünlich-milchiger Farbe glitt auf ihn zu und warf dabei einen kränklichen Schein auf die Steine, die es streifte. Ihm folgte ein buckliger Schatten, der sich schlurfend zwischen den Gräbern durchschlängelte. Nathaniel kniff die Lieder zusammen, konnte aber auf keiner der drei ihm zugänglichen Ebenen irgendwelche dämonischen Aktivitäten erkennen. Das Ding dort musste ein Mensch sein. Schließlich erkannte Nathaniel ein paar ungesund weiße Hände, die aus dem Umhang ragten und etwas hielten, wovon das matte Geisterlicht ausging. »Ih, wie eklig«, sagte er auf Tschechisch. Die Gestalt blieb abrupt stehen. Eine empöte Fistelstimme drang aus der Mönchskutte. »Wie meinen Sie das?« Ein zerheckseltes Husten, dann ertönte eine dumpfere, getragenere, kurz gesagt gruseligere Stimme. »Toll heißen, wie meinen Sie das?« Nathaniel verzog das Gesicht. »Das scheußliche Ding, das Sie da durch die Gegend tragen, das ist ja widerlich.« »Höte dich, es ist sehr mächtig.« »Es ist unhygienisch, so viel ist schon mal klar. Wo haben Sie das her?« »Habs eigenhändig bei Dreiviertelmond vom Galgen geschnitten.« »Das ist garantiert noch nicht mal anständig konserviert. Na bitte, da fallen ja noch Fetzen ab.« »Nein, das ist bloß Wachs, die Kerze tropft.« »Von mir aus. Trotzdem sollte man sowas nicht mit sich rumschleppen. Am besten werfen Sie es einfach weg und waschen sich gründlich die Hände.« »Ist Ihnen bewusst«, sagte die Gestalt und stemmte gereizt die Faust in die Hüfte, »dass Sie von dem Gegenstand reden, der sehr mächtig ist?« »So eine Kostbarkeit werde ich doch nicht einfach wegwerfen.« Nathaniel schüttelte den Kopf. »Leute wie Sie gehören eingesperrt. So ein Verhalten würde in London nicht geduldet, das kann ich Ihnen aber flüstern.« »London?« »Was geht mich London an?« »Na, Sie sind doch Harlequin, oder nicht, der Agent?« Lange Pause. »Dann?« »Kann schon sein.« »Natürlich sind Sie's. Wer sonst sollte um diese Stunde über den Friedhof geistern? Da brauche ich nicht erst Ihren abartigen Kerzenhalter zu sehen. Außerdem sprechen Sie tschechisch mit englischem Akzent. Schluss jetzt mit dem Quatsch, ich brauche Informationen, und zwar schnell.« Die Gestalt hob die freie Hand. »Moment mal, ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind.« »Ich bin John Mandrake im Auftrag der Regierung unterwegs.« »Das genügt mir nicht, ich will Beweise.« Nathaniel verdrehte genervt die Augen. »Wenn Sie bitte hinschauen wollen.« Er zeigte auf seinen Kopf. »Blutrote Feder.« Die Gestalt überlegte. »Kommt mir eher ziegelrot vor. Sie ist blutrot, oder wird es gleich sein. Na schön, von mir aus. Aber zuerst«, die Gestalt nahm eine bedrohliche Pose ein, »muss ich prüfen, ob uns irgendwer belauscht. Obacht.« Er hielt den Gegenstand in seiner Hand in die Höhe und sprach ein Wort. Zugleich machte sich das gleiche Feuer selbstständig wurde zu einem leuchtenden Ring, der zwischen ihnen schwebte. Auf einen zweiten Befehl hin dehnte sich der Ring schlagartig nach allen Richtungen aus. Nathaniel sah, wie sich die Fledermaus wie ein Stein von ihrem Ast plumpsen ließ, kurz bevor das Licht sie traf. Was dann mit ihr geschah, konnte er nicht erkennen. Der wabernde Schein erreichte den Zaun und verblasste allmählich. Die Gestalt nickte. »Jetzt können wir uns unbesorgt unterhalten.« Nathaniel deutete auf die Kerze, deren Lichtkreis wieder auf seine ursprüngliche Größe geschrumpft war. »Den Trick kenn ich. Das ist ein Leuchtring, der wird von einem Kobold bedient. Dazu braucht man aber keine Leichenteile. Dieser Schauerkram ist doch der reinste Mummenschanz. Da machen höchstens die gewöhnlichen große Augen. Bei mir zieht so was nicht, Harlekin.« »Mag sein«, die hagere Hand verschwand in der Kutte und man sah den Stoff sich wölben, als sich der Träger sinnend kratzte. »Also dann, worum geht es und was für Informationen wollen Sie von mir?« Nathaniel schilderte stichwortartig die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Tage. Der Mann in der Kutte hörte schweigend zu. »Ein Golem drüben in London?«, sagte er, als Nathaniel fertig war. »Es gibt doch nichts, was es nicht gibt. Erstaunlich!« »Erstaunlich, aber erklärlich?«, fragte Nathaniel. »Keine Ahnung, aber ich hätte da vielleicht ein paar Tipps für Sie. Zunächst mal, was das Golem-Auge betrifft. So lagern etliche dieser Objekte in den Magiedepots der tschechischen Regierung. Der Prager Stadtrat verweigert jeden Zugang. Vor ein paar Jahren wurde eins davon gestohlen, der Missetäter nie gefasst. Ich vermute, dass dieses Auge dasselbe ist, das später in der Sammlung Ihres Freundes Simon Loveless auftauchte.« »Verzeihung«, unterbrach Nathaniel scharf, »aber Mr. Loveless war nicht mein Freund.« »Tja, jetzt ist er jedenfalls niemandes Freund mehr, stimmt's?« Ein gedehntes, schwermütiges, geringschätziges Schnauben drang unter der Kapuze hervor. »Halten Sie mal kurz, ich muss mal eben einen Schluck trinken.« »Ick, das ist ja ganz feucht und kalt.« »Ich hab's gleich.« Harlekins Hände kramten umständlich in seinem faltigen Gewand. Dann kamen sie mit einer dunkelgrünen Flasche wieder zum Vorschein. Es gluckste und roch nach Hochprozentigem. Unsichtbare Lippen schmatzten, der Korken wanderte wieder auf die Flasche und die Flasche zurück in die Tasche. »Jetzt können Sie es mir wieder geben. Also«, fuhr der Harlekin fort, »vielleicht wollte Loveless das Auge ja selbst benutzen, aber dann hat ihm der Tod die Tour vermasselt. In diesem Fall hat vielleicht hinterher einer seiner Spießgesellen, wer weiß, der britischen Regierung das Auge entwendet, und wie es aussieht, hat er das Ding aktiviert, aber da wird die Sache knifflig.« »Und wo soll ich jetzt weitersuchen?«, wollte Nathaniel wissen und gähnte dabei unwillkürlich. »Mal überlegen«, der Agent grübelte eine Weile. »Ich brauche etwas Zeit, um ein paar Nachforschungen anzustellen.« »Wir treffen uns morgen Abend wieder, dann kann ich Ihnen Namen nennen.« Er raffte theatralisch die Kutte um sich. »Wir treffen uns«, Nathaniel fiel ihm ins Wort. »Ich hoffe, Sie sagen jetzt nicht unter dem Galgenbaum oder am Richtplatz oder etwas ähnlich Abgeschmacktes.« Die Gestalt richtete sich hoch auf. »Lächerlich, wie kommen Sie denn darauf?« »Dann ist ja gut.« »Ich wollte die alten Pestgruben in der Jibernska-Straße vorschlagen.« »Nein«, der Agent schien verstimmt. »Daneben nicht«, knurrte er. »Um sechs Uhr am Würstchenstand auf dem alten Marktplatz. Ist denn das profan genug?« »Das passt wunderbar.« »Na dann, bis dann.« Mit wallender Kutte machte der Agent kehrt und fegte mit flackerndem Leichenlicht über den Friedhof. Kurz darauf verlosch das Licht, und nur noch ein flüchtiger Schatten und ein unterdrückter Fluch, als der Agent einen Grabstein rammte, kündeten davon, dass es ihn je gegeben hatte. Punkt halb zehn stand eine zerzauste, schnaufende Kitty am Bühneneingang des Kolosseumtheaters, drückte behutsam gegen die Tür und stellte fest, dass sie nicht verschlossen war. Sie warf noch einen letzten Blick auf die mit Abfall übersäte Straße, konnte nichts Verdächtiges entdecken und schlüpfte in das Gebäude. Erst an diesem Morgen hatte sie inmitten hektischer Vorbereitungen für den großen Coup ihre Anweisungen entgegengenommen. Laut Hopkins hatte der geheimnisvolle Gönner das leerstehende Theater als angemessenen, neutralen Treffpunkt ausgewählt. Kitty sollte dort die für den Einbruch in Gladstones Gruft erforderlichen Informationen einholen. Trotz gewisser Vorbehalte hinsichtlich der ganzen Unternehmung verfehlte der Name seine Wirkung auf Kitty nicht. Gladstone. Seine Heldentaten und seine überragende Persönlichkeit waren in zahllosen Legenden verewigt. Sein Grab zu schänden war ein so ungeheuerliches Unterfangen, dass Kitty den Gedanken kaum zu Ende denken konnte, und doch, falls es ihnen tatsächlich gelingen sollte, welche Wundertaten vermochte der Widerstand dann zu vollbringen. Für den Fall, dass die Unternehmung fehlschlug, machte sich Kitty keine Illusionen. Dann würde sich die Gruppe unweigerlich auflösen. Penny Feather war alt. Trotz seines leidenschaftlichen Hasses auf die Zauberer schwanden seine Kräfte zusehends. Aber erst einmal musste sie sich mit dem unbekannten Gönner treffen. Der Foyerflur führte an einer Reihe halboffener Türen vorbei, durch die man auf die mit Tüchern abgedeckten Sitzreihen des Theatersaals sah. Es war ganz still. Der dicke Läufer und die Samttapete schluckten jeden laut. Kitty stieg die flachen Stufen der langen geschwungenen Treppe empor und ging zu den ausschließlich für Zauberer reservierten Logen im ersten Rang. In Nummer sieben wollte der Unbekannte auf sie wachten. Wie bei den anderen Logen war der Vorhang zugezogen. Kitty blieb davor stehen und lauschte, hörte aber nichts. Dann tastete sie nach dem glückbringenden Silberanhänger in ihrer Tasche, schob den Vorhang beiseite und trat ein. Bis auf zwei protzige, vergoldete Armlehnsessel, die mit dem Rücken zum Durchgang standen, war die Loge leer. Kitty runzelte verwundert und enttäuscht die Stirn. Hatte sie sich in der Nummer geirrt oder stimmte die Uhrzeit nicht? Nein. Wahrscheinlicher war, dass der Unbekannte Gönner kalte Füße bekommen hatte und gar nicht erst auftauchte. An einer Armlehne war ein kleiner Zettel angepinnt. Als Kitty ihn abnahm, streifte sie ein leiser Luftzug und sie vernahm ein fast unhörbares Geräusch. Instinktiv fuhr ihre Hand in die Manteltasche. Dann spürte sie etwas kleines Spitzes im Nacken und hielt erschrocken inne. »Bitte drehen Sie sich auf keinen Fall um, meine Liebe«, sagte eine leise, bedächtige Stimme. »Das, was Sie da spüren, ist ein Stilett, das in Rom eigens für die Borgias geschmiedet wurde. Wir wenden das nur deshalb, damit wir nicht womöglich unsere Umgangsformen vergessen. Und jetzt nehmen Sie bitte, ohne sich umzudrehen, diesen Sessel und stellen ihn so hin, dass er zur Wand zeigt. Gut, so. Setzen Sie sich. Ich setze mich hinter Sie, und dann können wir uns unterhalten.« Kitty drehte den Sessel um, ging langsam darum herum und ließ sich vorsichtig darauf nieder. Dann meldete sich die Stimme wieder. »Gut. Es wäre erledigt. Kommen wir zur Sache. Sie verstehen doch, dass es sich bei meinen Vorkehrungen lediglich um Vorsichtsmaßnahmen handelt. Ich will Ihnen keinesfalls Schaden zufügen.« Kitty blieb reglos sitzen. »Meine Kollegin wachte draußen vor dem Theater. Sie hat einen Beutel mit explosiven Gelkugeln dabei, sechsfacher Dämonenladung. Ich erwähne das nur, damit Sie uns nicht unterschätzen. Aber auch deshalb, weil meine Freundin, wenn ich nicht in einer Viertelstunde wieder rauskomme, die Kobolde scharf macht und zur Tür reinschmeißt.« Kitty verzog keine Miene. Das Ganze war schamlos gelogen. Leises Kichern. »Das haben Sie nett gesagt, meine Liebe. Dann sollten wir uns lieber beeilen. Wie Ihnen Mr. Hopkins sicherlich mitgeteilt hat, bin ich ein Privatmann mit guten Beziehungen zu den Zauberern und habe mich gelegentlich sogar selbst in dieser Kunst versucht. Aber genau wie Sie habe ich endgültig die Nase voll von unserer Regierung.« Der Unbekannte sprach jetzt mit einem aufgebrachten Unterton. »Aufgrund einiger unbedeutender finanzieller Unstimmigkeiten hat man mich meines Wohlstands und meiner Besitztümer beraubt. »Ich, wie ich einst in Seidenbettwäsche aus Taschkent schlief, bin jetzt bettelarm. Ist unerträglich. Den Sturz der Zauberer mitzuerleben, ist mein sehnlichster Wunsch.« Die kleine Rede wurde mit großem Nachdruck vorgebracht, und bei jeder Betonung piekte das Stilett Kitty in den Nacken. Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Mr. Hopkins meinte, Sie hätten wertvolle Informationen für uns.« »So ist es. Bei der Sichtung von Gladstones Unterlagen habe ich eine Liste mit seinen Grabbeigaben gefunden. Dort sind Objekte aufgeführt, die sowohl für Sie als auch für mich von einigem Interesse sind.« Kitty rutschte ein bisschen auf ihrem Sessel herum. »Mr. Hopkins wird Ihnen von den Wunderdingen berichtet haben, welche die Gruft birgt. Von mir aus können Sie alles behalten, die magischen Waffen und so weiter. Ich brauche so etwas nicht. Aber dafür sammle ich ungewöhnliche Objekte und würde mich über Gladstones Umhang freuen, der zusammengefaltet auf seinem Sarkophag liegt. »Der Oma hat keine magischen Eigenschaften und ist für Sie und Ihre Leute wertlos. Ach ja, und falls sein Eichenstock noch da ist, den hätte ich auch gern. Das ist von geringem magischem Wert. Ich glaube, Gladstone hat lediglich einen harmlosen Bann darüber ausgesprochen, um Mücken zu vertreiben. Aber in meiner bescheidenen Sammlung würde er sich hervorragend machen.« »Wenn wir die übrigen Kostbarkeiten kriegen, bringen wir Ihnen die beiden Sachen gerne mit.« »Dann sind wir uns ja einig. Eine Hand wäscht die andere. Hier drin ist alles, was Sie benötigen.« Er schachte leise und eine kleine schwarze Tasche glied über den Teppich in Kittys Blickfeld. »Halt noch nicht aufmachen. Sie finden darin ein Kästchen und einen Hammer. Damit können Sie die Pestilenz deaktivieren. Eine Gebrauchsanweisung liegt bei. Wenn Sie sich daran halten, bleiben Sie am Leben. Und jetzt hören Sie gut zu«, fuhr der Unbekannte fort. »Heute Abend um halb zwölf verlassen die Aufseher die Kathedrale. Sie gehen zunächst zu der Tür, die in den Kreuzgang führt. Ich sorge dafür, dass sie offen bleibt. Eine zweite Tür versperrt den Eingang in die Kathedrale selbst. Die ist normalerweise gesichert, aber auch sie wird diesmal offen sein. »Sie begeben sich ins nachtliche Querschiff und gehen durch bis zu Gladstones Denkmal. Im Pfeiler dahinter befindet sich der Eingang zur Gruft. Wir müssen nur den Schlüssel umdrehen.« »Den Schlüssel?«, wiederholte Kitty verdutzt. Etwas kleines Glänzendes kam geflogen und landete neben der Tasche. »Passen Sie gut drauf auf«, mahnte der Unbekannte, »und vergessen Sie nicht, den Schutzzauber zu aktivieren, ehe Sie die Gruft öffnen, sonst hätten wir uns das ganze Brimborium sparen können.« »Wir denken dran«, versprach Kitty. »Gut.« Das Pieksen in ihrem Nacken ließ nach, aber so unmerklich, dass Kitty erst gar nicht wußte, ob es noch da oder schon weg war. Sie blieb eine volle Minute bewegungslos sitzen und starrte mit aufgerissenen Augen an die Wand. Irgendwann verlor sie die Geduld. Mit gezücktem Messer fuhr sie geschmeidig herum. Die Loge war leer. Und als sie die Schlüssel und Tasche an sich nahm und in den stillen Gang hinausschlich, wies nichts darauf hin, dass gerade eben noch jemand hier gewesen war. Sie betraten der Reihe nach den Kreuzgang der Kathedrale von Westminster Abbey. Erst Nick, dann Kitty, dann Fred, Anne und Stanley, zum Schluss Mr. Pennyfeather. Lautlos wie die Fledermäuse huschten sie durch den Säulengang. Verschwommene graue Flecken vor der pechschwarzen Wand. Die Bogenfenster zu ihrer Rechten waren als hellere Flächen zu erkennen, der Innenhof dagegen war eine schwarze Masse. An Nicks Stimme merkte sie, dass er sich umwandte. Er zischte. »Die Tür zum Mittelschiff, jetzt wird's spannend.« Kitty vernahm ein leises Schaben, gedämpftes Schnaufen und unterdrückte Flüche, hörte Nicks Jacke rascheln. Offenbar hatte er Schwierigkeiten. »Komm schon!« Ein leises Klicken, trübes Licht fiel auf die Fliesen. Nick hatte seine Laterne abgestellt und kämpfte beidhändig mit dem Riegel. Dicht hinter sich, fast an ihrem Ohr, hörte Kitty Fred eine Verwünschung murmeln. Jetzt erst merkte sie, dass sie vor Anspannung die Zähne so fest zusammenbiss, dass ihr der Kiefer schmerzte. Jemand schob sich an ihr vorbei. Dem Geruch nach war es Fred. »Lass mich mal ran, mach Platz!« Es raschelte noch mehr, als Nick beiseite trat. Dann rappelte es, man hörte Fred ächzen, und es krachte, gefolgt von einem dumpfen Schlag und dem Quietschen rostiger Scharniere. Fred klang zufrieden, als er brummte. »Hatte schon gedacht, wir hätten ein Problem, das war ja kinderleicht!« Er nahm wieder seinen Platz ein, und die Truppe defilierte im Gänsemach stumm durch die Tür. Der letzte machte sie hinter sich wieder zu. Sie standen im Mittelschiff der Westminster Abbey. Nick rückte die Abdeckung seiner Laterne zurecht, damit der Lichtkreis so klein wie möglich blieb. Sie warteten einen Moment, bis sich ihre Augen an die neuen Verhältnisse gewöhnt hatten. Es war nicht gänzlich finster in der Kathedrale. Nach und nach machte Kitty an der gegenüberliegenden Nordwand die schemenhaften Konturen großer Bogenfenster aus. Ein dumpfes Pochen verriet, dass Mr. Pennyfeather mitsamt Stock weitermarschierte. Obwohl auch er eine Sturmhaube über den Mund gezogen hatte, rief seine Stimme unzählige Echos hervor, die zwischen Wänden und Pfeilern seufzend hin- und herwaberten, als er raunte, »Beeilt euch! Mir nach!« Als sie um einen gewaltigen Pfeiler herumgegangen und ins nördliche Querschiff gelangt waren, wurden die Grabmäler links und rechts, soweit sie das erkennen konnten, zahlreicher. Nick und Stanley hoben ihre Laternen. Hier irgendwo mußte auch Gladstones Grabmal sein. »Da ist er!«, flüsterte Mr. Pennyfeather plötzlich. Eine schlichte Statue aus weißem Marmor. Der Mann auf dem flachen, runden Sockel hatte die Stirn in Falten gelegt und wirkte wie tief in Gedanken versunken. Er trug einen wallenden Umhang, einen altmodischen Gehrock und darunter ein Hemd mit hohem, steifem Kragen. Ein einziges Wort war in den Marmorsockel graviert. »Gladstone!« Wider Willen flößte ihnen der Name lähmende Ehrfurcht ein. Sie hielten respektvoll Abstand. »Den Schlüssel zur Gruft habe ich in der Tasche«, sagte Mr. Pennyfeather leise. »Der Zugang müßte in dem Pfeiler doch drüben sein. Eine kleine Bronzentür, Kitty, Anne, ihr habt die besten Augen, sucht die Tür und das Schlüsselloch. Kitty und Anne gingen um die Statue herum und Anne ließ den Lichtkegel ihrer Stablampe über das Mauerwerk wandern. Schritt für Schritt wagten sie sich vor, bis sie mattes Metall aufglänzen sahen. Sie traten noch näher. Die Bronzentür war niedrig, kaum anderthalb Meter hoch und ziemlich schmal. Mit Ausnahme der kleinen Nägel an den Rändern war sie unverziert. »Ich hab's«, flüsterte Kitty. »Ein winziges Loch auf halber Höhe am linken Rand. Jetzt kam auch Mr. Pennyfeather mit den anderen heran. »Niklas«, sagte Mr. Pennyfeather, »den hermetischen Mantel.« Kitty stand wartend zwischen ihren Gefährten im Dunkeln und atmete gleichmäßig durch die wollene Sturmhaube. Von der Kreuzung vor dem Parlament hörte man ab und zu das gedämpfte Summen einer Limousine, sonst war alles ruhig, nur Mr. Pennyfeather hustete leise in seine Handschuhe. Nick räusperte sich. »Ich wär dann soweit.« Im nächsten Moment heulten draußen Sirenen auf, die erst lauter wurden und näher kamen, dann aber verklang ihr klagendes Jaulen auf der Westminster Bridge. Sie stellten sich Schulter an Schulter im Kreis auf, die Gesichter einander zugewandt. In der Mitte stand Nick und hielt in einer Hand ein Ebenholzkästchen, in der anderen einen kleinen Hammer. Mr. Pennyfeather nickte abermals. »Ich halte den Schlüssel bereit. Sobald uns der Mantel einhüllt, stecke ich ihn ins Schloss. Ihr rührt euch nicht vom Fleck, ganz gleich, was geschieht.« Nick hob den Hammer und ließ ihn schwungvoll auf das Holzkästchen fallen. Der Deckel zersprang mit einem Krachen wie ein Pistolenschuss. Aus dem Kästchen stieg eine wirbelnde Wolke gelbblinkender Funken auf. Sie sprudelte spiralförmig etwa vier Meter über die Köpfe der Truppe. Dann brach sie sich wie eine Springbrunnenfontäne, fiel auf den Steinboden und wurde davon aufgesogen. Unablässig stiegen neue Funken aus dem Kästchen auf und sanken wieder herab, bildeten einen schwach glitzernden Baldachin, der sie wie eine Kuppel umschloss. Mr. Pennyfeather nahm den winzigen goldenen Schlüssel zur Hand. Darauf bedacht, dass seine Hand nicht aus der Funkenkuppel herausragte, steckte er ihn hastig ins Schloss, drehte ihn um und zog die Hand blitzschnell zurück. Sie warteten. Niemand regte sich. Kitty stand der kalte Schweiß im Gesicht. Geräuschlos schwang die kleine Bronzetür nach innen auf. Dahinter war es stockfinster. Im nächsten Augenblick jedoch sauste eine hellgrüne Wolke kreuz und quer durch den Kirchenraum. Die Gruppe duckte sich unter den schützenden Mantel, während die Pestilenz die Luft ringsum bis zur halben Wandhöhe verseuchte. Solange sie die Kuppel nicht verließen, konnte ihnen nichts passieren. Unvermittelt erlosch die Pestilenz. Es war wieder finster. Eine Minute verstrich. Schweißtropfen rannen über Kittys Nase. Immer noch rührte sich niemand. Jählings brach Mr. Pennyfeather in Gelächter aus. Es war ein hohes, fast hysterisches Gelächter, bei dem Kitty das Blut in den Adern stockte. Es klang übertrieben und fast ein wenig irre. Kitty wich instinktiv zurück und machte einen Schritt rückwärts aus dem Mantel heraus. Als sie durch den gelben Baldach hintrat, spürte sie ein Prickeln, sonst nichts. Sie sah sich um, dann holte sie tief Luft. Also die Kruft wäre jetzt offen. Den größten Teil des Tages hatte der Junge vor einem Gasthaus an einem weiß gedeckten Tisch gelümmelt und diverse tschechische Zeitungen und billige Broschüren gelesen. Wenn er zwischendurch aufsah, hatte er einen guten Ausblick auf den Altstädter Ring, den alten Marktplatz, auf den die Straße nach ein paar Dutzend Metern mündete. Wenn er den Blick wieder senkte, hatte er einen sogar noch besseren Ausblick auf ein Stillleben aus leeren Kaffeetassen und Tellern voller Wuchstreste und Brezelkrümel, die Überbleibsel seiner nachmittäglichen Brotzeit. Ich saß am selben Tisch und trug eine große dunkle Brille und einen fast so totschicken Mantel wie er. Um nicht aufzufallen, hatte ich auf meinen Teller ebenfalls eine Brezel drapiert und in Stücke zerpflückt, damit es aussah, als hätte ich davon genascht, aber ich aß und trank natürlich nichts. »Hör doch endlich mit dem Gezappel auf!« Der Junge klatschte seine Lektüre auf den Tisch. »Wie soll ich mich da konzentrieren?« »Ich kann nichts dafür,« sagte ich. »Wir sitzen ja wie auf dem Präsentierteller.« »Reg dich ab, uns kann nichts passieren.« Ich sah mich verstohlen um. »Das sagst du, wir hätten im Hotel bleiben sollen.« Der Junge schüttelte den Kopf. »Ich wäre durchgedreht, wenn wir noch eine Sekunde länger in dieser staubigen Flohburg gehockt hätten.« »Ja, warum hast du nicht gebadet, wenn dich der Staub so gestört hat?« Er sah mich verlegen an. »Mir ist die Wanne nicht ganz geheuer, sie sieht irgendwie so gefräßig aus. Aber egal, heutzutage ist man in Prag sicher, hier gibt es so gut wie keine Magie mehr.« Seit wir hier sitzen, ist dir nicht das Geringste aufgefallen, kein Kobold, kein Chin, kein Bann. Dabei befinden wir uns mitten in der Stadt. »Niemand kann dich in deiner wahren Gestalt sehen, also reg dich ab.« Ich zuckte die Achseln. »Wenn du meinst.« Er steckte die Nase wieder in seine Broschüre und studierte sie stirnrunzelnd. Ich meinerseits widmete mich wieder meiner eigenen Nachmittagsbeschäftigung und unterzog zum ich weiß nicht wievielten Mal sämtliche Ebenen einer eingehenden Prüfung. Die Sache war die, der Junge hatte völlig recht. Den ganzen Tag über war uns nichts Magisches in die Quere gekommen. Alles wirkte vollkommen harmlos und friedlich. Kaum hatte ich das festgestellt, spürte ich auch schon, dass ganz in der Nähe ein mächtiges Treiben anhob, und zwar auf allen Ebenen gleichzeitig. Jede einzelne Ebene war davon betroffen, insbesondere die siebte, die im Allgemeinen für die größten Scherereien verantwortlich ist. Allerdings richtete sich die betreffende Magie nicht gegen uns. Noch nicht. »Wir hätten uns darauf einlassen sollen, uns mit ihm an irgendeinem entlegenen Ort zu treffen,« griff ich das Thema wieder auf. »Hier ist es viel zu öffentlich.« Der Junge schnaubte bloß. »Damit er Gelegenheit hat, wieder als Ghul verkleidet aufzukreuzen?« »Lieber nicht. Der soll gefälligst Anzug und Krawatte tragen, wie jeder normale Mensch.« Es war schon kurz vor sechs. Der Junge zahlte und stopfte hastig Broschüren und Zeitungen in seinen Rucksack. »Dann mal auf zum Würstchenstand,« sagte er. »Du hältst dich wie gehabt im Hintergrund und kommst mir zur Hilfe, falls irgendwas nicht stimmt.« Wir tauchten in die Menge ein und trennten uns. Ein geschäftstüchtiger Herr mit einem struppigen Schnorrbärtchen hatte einen fahrbaren Holzkohlengrill an sein Fahrrad gehängt und sich eine günstige Stelle mitten auf dem Platz gesucht. Dann hatte er den Grill angeworfen und war nun emsig damit beschäftigt, für die hungrigen Prager würzige Würste zu braten. Mein Herr reihte sich in die kleine Schlange vor dem fahrbaren Stand ein und hielt dabei unauffällig nach Harlekin-Ausschau. Ich lehnte mich lässig an eine Hauswand, von wo aus ich den ganzen Platz im Blick hatte. Er gefiel mir nicht. Zu viele Fenster glänzten im schwindenden Sonnenlicht, und man konnte unmöglich sagen, ob dahinter jemand stand und auf das bunte Treiben herabschaute. Es schlug sechs Uhr. Harlekin hatte sich noch nicht gezeigt. Die Würstchenschlange wurde kürzer. Nathaniel war der Letzte. Er schob sich weiter und kramte in seiner Tasche nach Kleingeld. Ich überprüfte jeden einzelnen Passanten in jedem noch so entlegenen Winkel des Platzes. Ein kleines Grüppchen stand schwatzend vor dem Rathaus, aber die meisten Leute hatten es eilig, nach Hause zu kommen. Falls sich Harlekin in der Nähe auffiel, gab er sich jedenfalls nicht zu erkennen. Mein Argwohn wuchs. Ich entdeckte immer noch kein sichtbares Anzeichen von Magie. Trotzdem spürte ich auf allen sieben Ebenen ein sonderbares Kribbeln. Aus reiner Gewohnheit überprüfte ich nacheinander die abgehenden Straßen, insgesamt sieben Stück. Das zumindest war ein Vorteil. Im Notfall standen uns mehrere Fluchtwege zur Verfügung. Jetzt stand nur noch ein kleines Mädchen vor Nathaniel und verlangte einen Extraklax Ketchup auf seine Wurst. Jetzt bestellte Nathaniel seine Wurst und schien mit dem Verkäufer über einen Sauerkraut-Nachschlag zu verhandeln. Wo blieb bloß dieser Harlekin? Aus dem Gedränge am Rand des Platzes vernahm ich ein leises, rhythmisches Klingeln, wie die Glöckchen an einem Rentierschlitten. Es schien von allen Seiten zugleich zu kommen. Einerseits kam mir der Klang bekannt vor, andererseits konnte ich mich nicht erinnern, ihn schon einmal gehört zu haben, jedenfalls konnte ich ihn beim besten Willen nicht einordnen. Erst als ich die blauen Tupfen sah, die sich an den Einmündungen der sieben Straßen ihren Weg durchs Gewühl bahnten, ging mir ein Licht auf. Stiefelabsätze knallten aufs Kopfsteinpflaster, Sonnenlicht glitzerte auf Gewehrläufen, metallischer Klimperkram klirrte auf den uniformierten Brustkästen der halben Prager Armee, die jetzt ins Blickfeld rückte. Die Menge wich unter ängstlichen Ausrufen zurück. Die Soldaten blieben wie auf Kommandos stehen, ihre dicht geschlossenen Reihen versperrten sämtliche Zu- und Ausgänge. Schon lief ich quer über den Platz. »Mandrake«, rief ich, »wir müssen weg!« Der Junge drehte sich mit dem Würstchen in der Hand um, erst jetzt fielen ihm die Soldaten auf. »Ach, herrje«, meinte er, »wie unangenehm!« »Das kannst du laut sagen, über die Dächer können wir auch nicht, außerdem sind sie uns zahlenmäßig überlegen.« Nathaniel hub den Kopf und weidete sich am Anblick etlicher Dutzend Folio, die offensichtlich auf der uns abgewandten Seite auf die Dächer geklettert waren. Kaum sah der Würstchenverkäufer die Soldatenkette, hechtete er mit einem Schrei des Entsetzens auf sein Fahrrad und sauste wie von der Tarantel gestochen davon, wobei eine Spur aus Würstchen, Sauerkraut und glühender Holzkohle hinter sich herzog. »Das sind doch bloß Menschen«, sagte Nathaniel, »wir sind hier nicht in London, wir brechen einfach durch.« »Wir liefen bereits auf die nächstbeste Straße zu, die Karlova. Ich dachte, ich darf hier keine Gewalt oder offenkundige Magie anwenden«, wandte ich ein. »Schluss mit der vornehmen Zurückhaltung. Wenn unsere tschechischen Freunde auf den Putz hauen wollen, dann können wir...« Wir hatten den Würstchenmann immer noch im Blick, als es geschah. Als sei er ganz von Sinnen vor Angst, war er zuerst ziellos kreuz und quer über den Platz geradelt. Jetzt aber änderte er plötzlich seine Taktik und raste mit gesenktem Kopf geradewegs auf den Soldatenkordon zu. Ein Soldat riss das Gewehr hoch, ein Schuss knallte. Der Radfahrer zuckte zusammen, sein Kopf sackte zur Seite, die Füße rutschten von den Pedalen und hüpften und schleiften über den Boden. Das Fahrrad rollte mitsamt dem scheppernden, polternden Grill weiter, bis es mit voller Wucht in den Wall aus Soldaten krachte, umkippte, und den Leichnam des Verkäufers, die Würstchen, die heißen Koden und das kalte Kraut auf die Umstehenden verteilte. Mein Herr bremste keuchend. »Ich brauche einen Schutzschild!« japste er. »Sofort!« »Meinetwegen!« Ich hob den Finger und wirkte einen Schild um uns, sogleich umspannte uns eine schillernde, aber nur auf der zweiten Ebene sichtbare, kartoffelförmige Blase, die allen unseren Bewegungen folgte. »Und jetzt eine Detonation!« sagte der Junge entschlossen. »Wir sprengen uns den Weg frei!« Ich sah ihn an. »Ist das dein Ernst? Es sind doch keine Chin!« »Dann hau sie halt irgendwie anders weg!« Aus dem Gewürf verhedderte Gliedmaßen löste sich ein Soldat und legte an. Ein Schuss, die Kugel überwand den Zwischenraum von dreißig Metern, durchschlug den Schild, kam auf der anderen Seite wieder heraus und zog Nathaniel unterwegs einen neuen Scheitel. »Was soll denn das für ein Schild sein?« fauchte er. Ich verzog das Gesicht. »Die haben Silberkugeln! Der Schild reicht nicht aus! Komm!« Ich drehte mich um, packte ihn am Schlawittchen und nahm zugleich die unumgängliche Verwandlung vor. Der schlanke, anmutige Ptolemäus wurde groß und unförmig und bekam eine raue Oberfläche, Haut wurde zu behauenem Stein, dunkles Haar zu grünem Moos. Den Soldaten bot sich der seltene Anblick eines schwärzlichen, obeinigen Steindämons, der in großer Eile davonstapfte und einen wütenden Halbwüchsigen mitzerrte. »Wo willst du hin?« protestierte der Junge. »Wir sind obzingelt!« Der Dämon knirschte mit dem Horn-Schnabel. »Klappe! Ich muss nachdenken«, was angesichts des nun folgenden Durcheinanders schwer genug war. Sie kamen von allen Seiten, Silberkugeln auf Straßenniveau, Folio von oben. Blieb nur eine Möglichkeit, der goldene Mittelweg. Ich zog den Flügel zurück und drehte den Jungen mit dem Gesicht nach vorn, damit er sich bequem umsehen konnte. »Schau gut hin«, befahl ich, »welches Haus hat deiner Meinung nach die dünnsten Mauern?« Erst begriff er nicht, was ich meinte, dann machte er große Augen. »Du willst doch nicht etwa...« »Das da? Mit den schnuckligen rosa Fensterläden? Ja, da könntest du recht haben. Na, wir werden's ja sehen.« Übern Daumen gepeilt hielt ich es für das Erfolgversprechendste, den zweiten Stock anzusteuern, weil der auf halber Höhe zwischen unseren Verfolgern lag. Ich rannte, ich hüpfte, ich schlug knatternd mit den Flügeln, und zwei Tonnen Steindämon erhoben sich stolz in die Lüfte. Zwei Silberkugeln nahmen uns aufs Korn, dazu gesellte sich von oben ein kleiner, vorwitziger Folio, der schneller als seine Kumpane war. Die Kugeln zischten links und rechts an uns vorbei, und der Folio prallte gegen eine Steinfaust, die ihn zu einer plattgedrückten Frikadelle verformte. Zwei Tonnen Steindämon krachten in eine Fensterscheibe im zweiten Stock. Mein Schild war immer noch intakt und schützte mich und den Jungen weitgehend vor Glas- und Holzsplittern, während um uns herum Putz und Ziegel wegspritzten. Was den Jungen keineswegs davon abhielt, Zeta und Mordio zu schreien, womit er mehr oder weniger mit dem übereinstimmte, was die alte Dame im Rollstuhl äußerte, als wir über ihren Kopf hinweg rauschten. Ich erhaschte einen Blick auf ein von Klöppels Spitzen überwuchertes Schlafzimmer. Dann verschwanden wir auch schon wieder aus ihrem Leben. In einem Backsteinhagel purzelten wir durch einen Wald aus Wäschestücken in eine kühle, dunkle Gasse. Der Aufprall war heftig, doch der Steindämon federte ihn einigermaßen mit seinen grauen Waden ab. Der Junge entglitt seinen Armen und kullerte in den Rindstein. Eine kleine Straße führte tiefer in die Altstadt hinein, und wir einigten uns wortlos darauf, ihr zu folgen. Eine halbe Stunde später warfen wir uns keuchend ins schattige Dickicht eines verwilderten Gartens. Wir hatten schon eine ganze Weile nichts mehr von den Verfolgern gehört, und ich präsentierte mich längst wieder in der unauffälligeren Gestalt des Ptolemäus. »So viel zum Thema »Wir vermeiden jedes Aufsehen«, sagte ich, »hat ja prima geklappt.« Der Junge erwiderte nichts. Er hielt den Blick auf seine Hände gerichtet, die irgendetwas umklammerten. »Ich schlage vor, wir vergessen diesen Harlekin einfach«, fuhr ich fort. »Wenn er auch nur einen Funken Grips besitzt, wandert er nach diesem Theater.« »Das ist doch nicht nötig«, entgegnete mein Herr. »Und viel bringen würde es auch nicht. Er ist nämlich tot.« »Hä?« Erst jetzt fiel mir auf, dass der Junge immer noch sein Würstchen in der Hand hielt. »Hör mal, ich weiß, dass du Hunger hast«, sagte ich, »aber das muss nun wirklich nicht sein. Ich hol dir raschen Burger oder sowas.« Der Junge schüttelte den Kopf. Mit staubigen Fingern klappte er das Brötchen auf. »Harlekin hat Wort gehalten«, sagte er gedient. »Hier ist unser nächster Kontakt in Prag.« »Eine Bratwurst?« »Nein, du Knalltöte! Das hier!« Er zog unter der Wurst ein zerknicktes, ketchupbekleckstes Kärtchen hervor. »Der Würstelmann war Harlekin«, fuhr er fort. »Er hatte sich verkleidet. Jetzt hat er sein Leben für sein Vaterland gelassen und von nun an gehört es zu unserem Auftrag, ihn zu rächen. Aber zuerst müssen wir diesen Zauberer hier finden.« Er hielt mir das Kärtchen hin. Darauf waren nur vier Worte gekritzelt. »Kavka, goldenes Gässchen, 13« Der Junge brauchte eine Ewigkeit für die lächerlichen 256 Stufen hinauf zum goldenen Gässchen. Er schnaufte und hechelte, lief rot an wie ein Hummer und blieb andauernd stehen. »Wir hätten eine Papiertüte oder etwas Ähnliches mitnehmen sollen«, meinte ich. »Dein Gesicht glüht dermaßen, dass man es wahrscheinlich noch vom anderen Ufer aus sieht. Dabei ist der Berg nicht mal besonders hoch.« »Was für Sicherheitsvorkehrungen gibt es?« Er ließ sich nicht ablenken. »Ein hauchzartes Netzlein weiter oben. Kein Problem. Sag mal, treibst du überhaupt keinen Sport?« »Nein, keine Zeit. Zu viel Arbeit. Natürlich, du bist ja jetzt ein wichtiger Mann, hätte ich fast vergessen.« Nach zehn Minuten standen wir vor der Turmruine, und ich verwandelte mich wieder in Ptolemäus. In dieser Gestalt führte ich meinen Herrn zu einer Stelle, wo ein flacher Abhang zur Straße hinabführte. Während er sich keuchend wie ein Ertrinkender an eine Mauer lehnte, ließen wir unsere Blicke über die Bruchbuden des goldenen Gässchens schweifen. »Höchst bedenklicher Zustand«, bemerkte ich. »Allerdings, man sollte alles abreißen und neu bauen.« »Ich spreche von dir.« »Welches Haus ist es?« »Nummer 13.« »Das da drüben, das dritte auf der rechten Seite, mit der weißen Fassade. Wenn du mit Sterben fertig bist, können wir ja mal überlegen, wie wir weiter vorgehen.« Wir schlichen durch die Gasse und machten ein paar Meter vor dem Häuschen Halt. Mein Herr war dafür, einfach anzuklopfen. Ich hielt ihn zurück. »Kein Schritt weiter ab, der Netz direkt vor uns. Ein Millimeter und der Alarm geht los.« Er hielt inne. »Glaubst du, du kommst da durch?« »Das glaube ich nicht nur, mein Junge, das weiß ich.« »So was habe ich schon gemacht, da war Babylon noch ein kleines Kuhkaff.« »Tritt beiseite, sieh hin und pass gut auf.« Ich baute mich vor dem filigranen Netz aus schimmernden Fäden auf, das uns den Weg versperrte und beugte mich vor. Ein winziges Wölkchen hilfreicher Hauch schlüpfte in eine Masche und blieb dort hängen, klick nicht hindurch und kam auch nicht zurück. Es war zu zart, um den Alarm auszulösen. Der Rest war einfach. Ich verstärkte den Hauch behutsam, er schwoll an und dehnte die Fäden, bis dicht über dem Boden ein großes, rundes Loch entstand. Ich formte den Hauch zu einem Ring und stieg hindurch. »So«, sagte ich, »du bist dran.« Der Junge sah mich fragend an. »Womit? Ich sehe immer noch nichts.« Entnervt wandelte ich meinen Hauch noch immer um, sodass er auch auf der zweiten Ebene sichtbar war. »So besser und sei beim Durchsteigen vorsichtig.« Er gehorchte, schien aber immer noch reichlich unbeeindruckt. »Fünftausend Jahre Erfahrung stehen dir zu Gebote und du sagst nicht einmal Danke.« »Krieg dich wieder ein. Und jetzt, jetzt klettern wir durchs Fenster und überrumpeln ihn.« »Toll. Nach dir.« Er machte einen entschlossenen Schritt und latschte voll in die Maschen eines zweiten Abwehrnetzes, das ich übersehen hatte. Im Haus ging ein ohrenbetäubender Alarm los, der allem Anschein nach in dutzenden Glocken und schlagenden Ohren bestand. Nathaniel sah mich an. Ich sah Nathaniel an. Bevor einer von uns reagieren konnte, verstummte das Geklingel. Dann wurde die Tür aufgerissen und ein großer Mann mit zornsprühendem Blick und einem Käppchen auf dem Schädel kam herausgeschossen. »Hab ich mich etwa nicht klar genug ausgedrückt?« bräulte er. »Sie kommen zu früh. Ich bin nicht vor Tagesanbruch fertig. Können Sie mich nicht einmal in Ruhe? Ach!« Erst jetzt nahm er von uns Notiz. »Wer zum Teufel?« »Knapp daneben, aber vom Ansatz her nicht falsch«, erwähnete ich. Dann stürzte ich mich auf ihn und warf ihn zu Boden. Kurz darauf hatte ich ihm mit der Kordel seines Morgenmantels die Hände ordentlich auf den Rücken gefesselt. Das hinderte ihn an irgendwelchen Gesten, mit denen er Hilfe hätte herbeirufen können. Zusätzlich knebelte ich ihn mit einem Fetzen von Nathanaels Hemd, um auch mündlichen Befehlen vorzubeugen. Als das erledigt war, zog ich ihn wieder hoch und verfrachtete ihn ins Haus, ehe mein Herr auch nur den Mund aufmachen und mir irgendwelche Anweisungen erteilen konnte. »Siehst du wohl?« sagte ich stolz und ohne jede Gewaltanwendung. »Du hast mein teures Hemd ruiniert«, erwiderte mein Herr vorwurfsvoll. »Du hast es zerrissen.« Als die Tür zu war, sahen wir uns um. Kafkas Haus ließ sich am ehesten mit dem Ausdruck »gelehrtenhafte Verwahrlosung« beschreiben. Überall auf dem Fußboden und auf sämtlichen Möbelstücken lagen Bücher und lose Blätter herum. Mancherorts bildeten sie gar zentimeterdicke Ablagerungen. Der Zauberer selbst hatte bei näherer Betrachtung tiefe Ringe unter den Augen und seine Wangen waren vor Übermüdung ganz fahl. Zudem war er furchtbar mager und stand so krumm da, als hätte ihn alle Kraft verlassen. Kein besonders erhebender Anblick also, und doch nahm das Beben der sieben Ebenen von hier seinen Ausgang. »Ich spürte es stärker denn je. Mir klapperten richtig die Zähne davon.« »Setzt ihn hin«, befahl mein Herr. »Da, aufs Sofa. Schmeiß den ganzen Möll einfach runter, gut so.« Er selbst hockte sich auf die Tischkante, ein Bein auf dem Boden, das andere ließ er lässig baumeln. »Und nun, Herr Kafka«, fuhr er fort, indem er unseren Gefangenen in fließendem Tschechisch ansprach, »hoffe ich, dass Sie sich kooperativ zeigen. Ich habe es nämlich eilig.« Der Zauberer zuckte matt die Schultern. »Ich warne Sie«, fuhr der Junge fort, »ich bin ein Zauberer von beträchtlicher Macht. Mir dienen schreckliche Wesenheiten. Jenes Geschöpf, das Sie hier vor sich sehen.« »An dieser Stelle nahm ich die Schultern zurück und warf mich drohend in die Brust.« »Ist noch der niederste und harmloseste meiner Sklaven.« Ich ließ die Schultern wieder hängen und streckte den Bauch raus. »Sollten Sie sich weigern, mir die gewünschten Auskünfte zu erteilen, ergeht es Ihnen schlecht.« Herr Kafka gab einen unverständlichen Laut von sich, nickte und verdrehte die Augen. Der Junge sah mich an. »Was sollte das deiner Meinung nach heißen?« »Woher soll ich das wissen? Ich schlage vor, wir nehmen den Knebel raus und fragen ihn.« »Einverstanden, aber wenn er auch nur eine Bannselbe von sich gibt, drehst du ihm auf der Stelle den Hals um.« Ich zog Kafka den Knebel aus dem Mund, der Zauberer hustete und prustete. »Ich weiß, weshalb Sie hier sind.« Er sprudelte plötzlich los wie eine geschüttelte Limo-Flasche. »Sie brauchen mir nichts zu erklären, es geht natürlich um das Pergament. Warum denn sonst? Schließlich habe ich mich das letzte halbe Jahr ausschließlich mit seinen Rätseln befasst.« Er klang trotzig, gequält und unendlich erschöpft. »Es hat mich richtig aufgefressen, sehen Sie nur, es hat mich meiner Jugend beraubt. Mit jedem Federstrich werde ich älter und runzliger. Das Pergament, das muss es sein.« Nathaniel war verdutzt. »Ein Pergament? Gut möglich, aber erst einmal möchte ich Ihnen...« »Ich muss der strengste Stillschweigen geloben«, fuhr Herr Kafka unbeirrt fort. »Man hat mir mit dem Tod gedraut, aber das kann mich nicht mehr schrecken. Einmal war schlimm genug, zweimal, das hält ja kein Mensch aus. Da, sehen Sie, wie ich dahin schwinde.« Er hielt die zitternden, gefesselten Handgelenke gegen das Licht. Sie waren nur noch Haut und Knochen, und die Haut war so dünn, dass das Licht durchschien. »Das hat er mir angetan. Davor war ich das blühende Leben.« »Ja, aber was? Oh, ich weiß sehr gut, wer Sie sind«, brabbelte der Mann einfach weiter. »Ein Beauftragter der britischen Regierung. Ich habe Sie bereits erwartet, hatte aber zugegeben nicht mit jemand so Jungem und Unerfahrenem gerechnet. Wären Sie vor einem Monat gekommen, hätten Sie mich noch retten können. Jetzt nutzt mir das auch nicht mehr viel.« Ein tiefer Seufzer entrang sich ihm. »Es liegt hinter Ihnen auf dem Tisch.« Die Junge drehte sich um, streckte die Hand aus und griff nach dem Schriftstück. Doch im selben Augenblick schrie er auf und ließ es wieder fallen. »Aua, was ist da geladen, eine Falle?« »Stell dich nicht so blöd an, dass jeder merkt, wie jung und unerfahren du bist«, todelte ich ihn. »Es ist mir peinlich. Bist du blind?« »Jeder Anfänger sieht doch, dass sich die Magie nirgendwo in Prag so ballt wie in diesem Fetzen.« »Kein Wunder, dass du ein Gewischt bekommen hast. Nimm dein albernes Einstecktuch zum Anfassen.« »Ich sah so etwas nicht zum ersten Mal. Es war ein großes, aus Kalbsleder gefertigtes, dickes, gelbliches Pergament, herrlich glatt und förmlich knisternd vor Macht.« Diese Macht beruht nicht auf dem Material, sondern auf dem, was darauf geschrieben stand. Der Schreiber hatte eine ungewöhnliche Tinte benutzt, zu gleichen Teilen rot und schwarz, und damit schwungvoll von rechts nach links und von unten nach oben Zeile um Zeile verschnörkelter, kaligrafischer Runen gemalt. Der Junge machte verstaunen große Augen. Der alte Kafka hingegen sang immer noch wie ein Kanarienvogel. »Sie sehen ja, es ist noch nicht fertig. Es fehlt noch eine halbe Zeile, und die kostet mich eine ganze Nacht. Eine Nacht, die so oder so meine letzte ist. Denn wenn nicht mein letztes Blut in die Tinte fließt, wird er mich gewiss umbringen. »Sie sehen Sie das leere Feld da oben? Dort will sein Auftraggeber den eigenen Namen hineinschreiben. Mehr Blut braucht er nicht zu opfern, um die Kreatur zu befehligen. Für ihn ist das eine feine Sache.« »Wie heißt er denn?«, fragte ich. »Der Auftraggeber?« Kafka lachte rau. Es klang wie ein irrer alter Vogel. »Ich bin ihm nie begegnet.« Der Junge betrachtete noch immer das Pergament. »Es ist für einen weiteren Golem bestimmt,« sagte er ganz benommen. »Man steckt es ihm in den Mund, und er weckt ihn damit zum Leben. Der Schreibende opfert sein eigenes Blut, und das verleiht dem Golem Kraft.« Er blickte auf und sah Kafka zugleich fasziniert und entsetzt an. »Warum tun sie das? Es bringt sie um.« »Wegen Karl natürlich,« sagte er, »und wegen Mia.« »Man hat mir versprochen, dass ich sie heil und gesund wiederbekomme, wenn ich das hier schreibe.« Der Junge sah ihn verwirrt an. »Karl? Mia? Ich verstehe kein Wort.« »Mehrfamilie habe ich nicht,« fuhr der Zauberer fort, »und es betrübt mich sehr, dass ich sie verloren habe. Die Welt ist ungerecht.« »Aber wenn man verzweifelt ist, greift man eben nach jedem Strohhalm. Das müssten sogar Sie als verdammter Engländer nachvollziehen können. Ich konnte doch nicht die einzige Chance ausschlagen, Sie noch einmal zu sehen.« »Wo leben Sie denn jetzt, ich meine Ihre Familie?«, fragte Nathaniel. »Ha! Jetzt kam Leben in den Zauberer. Woher soll ich das wissen? Auf irgendeinem gottverlassenen Sträflingsschiff im Tower von London? Oder sind Ihre Leichen längst eingeäschert? So was ist doch Ihr Spezialgebiet, mein kleiner Engländer. Verraten Sie es mir. Sie kommen doch von der britischen Regierung, nicht wahr?« Mein Herr nickte. »Der, hinter dem Sie her sind, ist Ihrer Regierung nicht wohlgesonnen.« Kafka hustete wieder. »Aber das wissen Sie ja schon, deshalb sind Sie ja hier. Meine Regierung würde mich umbringen, wenn sie wüsste, was ich getan habe. Sie will nicht, dass wieder jemand einen Golem erschafft, damit nicht wieder ein Gladstone mit seinem schrecklichen Zauberstab über Prag herfällt.« »Dann sind Ihre Verwandten also tschechische Spione? Sie sind nach England gegangen?« Der Zauberer nickte. »Man hat sie geschnappt. Ich habe nichts mehr von Ihnen gehört. Dann kam ein Herr bei mir vorbei und meinte, sein Auftraggeber würde sie mir wohlbehalten zurückschicken, wenn ich das zur Erschaffung des Golem benötigte Pergament anfertige. »Was blieb mir anderes übrig? Würde nicht jeder Vater genauso handeln?« »Untypischerweise erwiderte mein Herr nichts.« »Untypischerweise sagte auch ich nichts.« »Das erste Pergament habe ich vor einem Monat fertiggestellt,« führte Kafka aus. »Bei der Abholung hat der Bote die Forderung erweitert. Auf einmal wurden zwei Golems gebraucht. Vergebens gab ich zu bedenken, dass mich die Arbeit umbringt, dass ich nicht mehr lange genug leben würde, um Mia und Karl wieder in die Arme zu schließen. Ach, er ist grausam, er wollte nicht auf mich hören.« »Erzählen Sie mir mehr über den Boten,« sagte der Junge plötzlich. »Wenn Ihre Kinder noch am Leben sind, schicke ich sie Ihnen zurück. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort.« Zu meiner Überraschung nickte Kafka. »Na schön, machen Sie das mit Ihrem Gewissen aus, mein Junge. Ich lebe ohnehin nicht mehr lange genug. Eigentlich bin ich schon jetzt so gut wie tot. Ihr beide seid mir im Grunde gleichgültig. Ich will euch alles sagen, was ich weiß.« Er hüstelte kraftlos, das Kind auf die Brust gedrückt. »Eins könnt ihr mir immerhin glauben. Dieses Pergament hier stelle ich nicht mehr fertig. Es wird keinen zweiten Golem geben.« »Na, das ist aber wirklich schade,« sagte eine tiefe Stimme. Nathaniel hätte nicht sagen können, wie der Mann hereingekommen war. Weder war draußen der Alarm ausgelöst worden, noch hatte irgendeiner von Ihnen, Nathaniel Kafka, ja nicht einmal Bartimaeus, Ihnen das Haus betreten hören. Trotzdem stand er da, lässig an die Leiter zum Obergeschoss gelehnt, die kräftigen Arme locker vor der Brust verschränkt. Nathaniel klappte der Mund auf, aber er blieb stumm und schnappte nur entsetzt nach Luft, als er ihn wiedererkannte. Der schwarzbärtige Söldner. Simon Loveless Meuchelmörder. Nach der Auseinandersetzung in Heddleham Hall zwei Jahre zuvor war der Mann der Festnahme entgangen. Regierungsbeamte hatten landauf, landab nach ihm gefahndet, aber ohne Erfolg. Er war spurlos verschwunden. Irgendwann hatte die Polizei die Suche aufgegeben und die Akte geschlossen. Nur Nathaniel hatte ihn nicht vergessen können. Ein schreckliches Bild hatte sich ihm unauslöschlich eingeprägt, wie der Söldner in Loveless' Arbeitszimmer trat, das Amulett von Samarkand in der Hand, den Mantel mit dem Blut seines Opfers bespritzt. Seit Jahren hatte ihm dieser Anblick wie eine schwere Last auf der Seele gelegen, und nun stand der Auftragskiller zwei Meter vor ihnen und maß sie nacheinander mit kaltem Blick. »Du brauchst uns nicht vorzustellen, Kafka«, sagte der Mann mit tiefer Stimme, »wir drei sind alte Bekannte.« Der alte Mann stieß einen langen, traurigen Seufzer aus, der schwer zu deuten war. »Es wäre sowieso sinnlos. Ich weiß ohnehin nicht, wie sie alle heißen.« »Wie jemand heißt, war für uns noch nie ein Thema.« Falls der Djinn erschrocken war, ließ er sich jedenfalls nichts anmerken. »Ich sehe, du hast dir deine Stiefel wiedergeholt,« sagte er. Die dunklen Brauen zogen sich zusammen. »Ich habe ja gesagt, dass ich dir das noch mal heimzahle, und zwar dir und dem Jungen.« Bis dahin hatte Nathaniel wie vom Donner gerührt auf Kafkas Schreibtisch gehockt. Nun aber glitt er herunter und stemmte die Hände in die Hüften. »Sie sind verhaftet«, verkündete er. Dieser erwiderte seinen Blick mit so unheimlicher Gleichgültigkeit, dass sich Nathaniel ganz klein fühlte. Wütend räusperte er sich. »Haben Sie mich verstanden?« Der Mann bewegte den Arm so blitzartig, dass Nathaniel es kaum mitbekam. Dann hielt er ein Schwert in der Hand. »Und wo ist deine Waffe, Kleiner?« Nathaniel reckte trotzig das Kinn und deutete mit dem Daumen auf Bartimaeus. »Hier«, sagte er, »meiner Fried gehorcht mir aufs Wort. Ein Befehl, und er reißt sie ins Stücke.« Der Djinn schien ein wenig überrascht. »Äh, ja«, sagte er unsicher. »Stimmt genau.« Ein eisiges Lächeln erschien unter dem Bart. »Dieses Geschöpf hattest du letztes Mal auch dabei. Damals konnte es mir nichts anhaben. Wie kommst du darauf, dass es diesmal mehr Erfolg haben könnte?« »Übung macht den Meister«, warf der Djinn ein. »Wie wahr!« Noch eine blitzartige Bewegung, als ob die Luft flimmerte, und der Söldner hielt in der anderen Hand eine S-förmige Metallscheibe. »Damit habe ich lange trainiert. Diese Waffe durchtrennt deine Substanz und kehrt anschließend in meine Hand zurück.« »Bloß, dass sie bis dahin keine Hand mehr haben«, erwiderte Nathaniel. »Mein Afrit reagiert nämlich so schnell wie eine gereizte Kobra.« Sein Blick wanderte zwischen Djinn und dem Söldner hin und her. Keiner von beiden sah besonders überzeugt aus. »Kein Dämon der Welt ist so schnell wie ich«, behauptete der Söldner. »Ach nein? Dann stellen Sie ihn doch auf die Probe!« Bartimeus hob rasch den Finger. »Vielleicht sollten wir erst mal...« »Strengen Sie sich an!« »Das habe ich auch vor, Bartimeus, ich befehle dir...« Da geschah etwas Unerwartetes. Kafka erhob sich vom Sofa. »Bleib, wo du bist!« Kopf und Schwert des Söldners schwenkten herum. Kafka schien ihn nicht zu hören. Er schwankte ein wenig, dann stolperte er über den mit Papieren bedeckten Boden. Nach wenigen Schritten stand er am Tisch. Sein knochiger Arm schnellte vor, und er entriss Nathaniels losem Griff das Golem-Pergament. Der Söldner holte mit der Scheibe aus, ließ die Hand aber wieder sinken. »Leg das wieder hin, Kafka«, knurrfte er. »Denk an deine Familie, denk an mir!« Kafka hielt die Augen geschlossen und schwankte wieder. Dann wandte er das Gesicht zur Decke. »Ja, die sehe ich nie wieder!« Nathaniel warf dem Djinn einen Blick zu. Der schob sich kaum wahrnehmbar vor. Der Söldner schien nichts zu merken. Nathaniel räusperte sich in der Absicht, ihn noch mehr abzulenken. »Hören Sie nicht auf ihn, Kafka! Er lügt!« »Es ist wirklich jammerschade«, erwiderte der Schwarzbärtige, »dass man dich nicht schon heute Nachmittag auf dem Platz geschnappt hat. Ich habe der Polizei genaue Anweisungen erteilt, aber sie haben es trotzdem geschafft, alles zu verpatzen. Ich hätte die Sache selbst in die Hand nehmen sollen.« »Sie haben gewusst, dass wir hier sind?« »Selbstverständlich! Dein Timing kam uns ausgesprochen ungelegen. Ein, zwei Tage später, und es hätte uns nicht weiter gestört. Dann hätte ich das fertige Pergament abgeholt und wäre längst wieder in London. Deine Nachforschungen wären vergebens gewesen. So aber musste ich dich ein bisschen beschäftigen. Deshalb habe ich der Polizei einen kleinen Tipp gegeben.« Nathaniel knifft die Augen zusammen. »Und wer hat Ihnen erzählt, dass ich herkomme?« »Mein Auftraggeber! Wer sonst? Ich habe es den Tschechen weitererzählt, und die sind diesem Stümper von britischem Geheimagenten den ganzen Tag gefolgt, und sie wußten, dass er sie früher oder später zu dir führen würde.« Beim Reden hielt er Schwert und Scheibe gezückt. Sein Blick huschte zwischen Nathaniel und dem Zauberer hin und her. Dem Jungen drehte sich der Kopf, es hatte doch kaum jemand gewußt, dass er nach Prag wollte, und trotzdem hatte jemand den Söldner davon in Kenntnis gesetzt. Das bedeutete ... Nein, er durfte jetzt nicht abschweifen. Er sah, wie sich Bachtimeos langsam wie eine Schnecke zentimeterweise aus dem Blickfeld des Söldners schob. Noch ein kleines Stück, dann war der Gin in der idealen Angriffsposition. »Dann haben Sie sich also nach Loveless Tod einen anderen miesen Verräter gesucht.« »Loveless?« Die dichten Brauen hoben sich amüsiert. »Der war doch schon damals nicht mein Hauptauftraggeber. Er war bloß eine Randfigur, ein Amateur, viel zu ehrgeizig, um Erfolg zu haben. Mein Herr hat ihn zwar ermutigt und bis zu einem gewissen Grad unterstützt, aber Loveless war nicht sein einziges Werkzeug, so wie ich auch jetzt nicht sein einziger Untergebener bin.« »Wer ist es? Für wen arbeiten Sie?« schnaubte Nathaniel. »Für jemanden, der gut zahlt, ist doch klar. Du bist wirklich ein komischer kleiner Zauberer.« In diesem Augenblick hob der Gin die Hand, doch Kafka kam ihm zuvor. Die ganze Zeit hatte er mit dem Golem-Pergament neben Nathaniel gestanden. Jetzt gab er sich mit festgeschlossenen Augen plötzlich einen Ruck und riß das Manuskript mitten durch. Die Wirkung war verblüffend. Ein Magieschwall drang aus dem zerrissenen Schriftstück und fegte wie ein Tornado durch das kleine Haus. Nathaniel wurde von seinem Sog erfasst und mit Gin, Söldner, Tisch, Sofa, Papieren, Schreibfedern und umherspritzender Tinte durch die Luft gewirbelt. Dann knallte er auf den Boden. Nathaniel lag zusammengekrümmt unter dem umgekippten Sofa, den Kopf zum Fenster gewandt. Das ganze Haus war verrutscht und gekippt und stand nun zur Seite geneigt am Rande des Abhangs. Es war ziemlich dunkel im Zimmer. Es regnete raschelnd, Papier. Wo war der Seltner? Wo war Bartimaeus? Nathaniel blieb ganz still unter seinem Sofa liegen, seine Pupillen groß und schwarz wie die eines Kaninchens bei Nacht. Kafka konnte er gut erkennen. Der alte Zauberer hing mit dem Gesicht nach oben über der schiefen Spüle. Schriftstücke schwebten auf ihn nieder und deckten ihn zu wie ein behelfsmäßiges Leichentuch. Sogar aus dieser Entfernung konnte Nathaniel sehen, dass der Mann tot war. Schritte Der Bärtige betrachtete prüfend die Leiche, fluchte leise und ging weiter, um das Durcheinander vor dem Fenster zu durchsuchen. Er bewegte sich vorsichtig und breitbeinig, um auf dem abschüssigen Boden nicht auszurutschen. Dann ging er mit der Silberscheibe in der Hand in die Hocke und machte Anstalten, das Möbel von Nathaniels eingezogenen Kopf zu wuchten. In diesem Augenblick tauchte Bartimaeus hinter ihm auf. Der Djinn stieß einen frechen Pfiff aus. Der Söldner fuhr blitzschnell herum und warf gleichzeitig seine Scheibe. Das Geschoss pfiff jaulend durch die Luft, streifte Bartimaeus Schutzschild und flog in hohem Bogen durchs Zimmer. »Nicht getroffen, Schnaps gesoffen«, spottete der Djinn. Aus seinen Fingerspitzen schoss dem Schwarzbart ein Inferno-Bann entgegen. Flammen umloderten seinen Oberkörper. Er schrie auf und schlug die Hände vors Gesicht. Der rot-gelbe Widerschein des Feuers erhellte den ganzen Raum. Der Söldner machte ein paar taumelnde Schritte und blinzelte durch die verkrampften, brennenden Finger. In der hintersten Zimmerecke machte die Silberscheibe kehrt und kam mit hellerem Heulen zurückgesaust. Im Flug schlitzte sie dem braunhäutigen Jungen, in den Bartimaeus sich verwandelt hatte, die Hüfte auf. Nathaniel hörte den Djinn schreien, sah die Knabengestalt flimmern und beben. Die Scheibe war zu ihrem Besitzer zurückgekehrt. Nathaniel zerrte sein Bein unter dem Sofa hervor, stieß das Möbel mit aller Kraft weg und rappelte sich unbeholfen hoch. Der junge Ägypter verblasste, stattdessen flitzte eine hinkende Ratte aus dem Flammenschein in einen finsteren Winkel. Der brennende Mann taumelte hinterher. Er hatte die Lieder zusammengekniffen, die Kleidung hing ihm in verkohlten Fetzen vom Leib, in der Hand hielt er die rötlich funkelnde Scheibe. Nathaniel gab sich Mühe, einen klaren Gedanken zu fassen. Er stand jetzt neben der Leiter zum ersten Stock. Die Ratte sprang über ein knisterndes altes Pergament. Die Scheibe schnitt das Pergament in zwei, die Ratte quietschte und warf sich zur Seite. Der brennende zückte zwei neue Scheiben. Die Ratte flitzte in panischer Angst davon, war jedoch nicht schnell genug. Eine Scheibe bohrte sich in die Dielen und klemmte ihr den Schwanz unter einem silbernen Zacken ein. Zappelnd suchte die Ratte sich zu befreien. Der Söldner trat hinzu und hob den schwelenden Stiefel. Mit der Kraft der Verzweiflung riss Nathaniel an der Leiter, bekam sie frei und ließ sie dem Kerl in den Rücken krachen. Der hatte damit nicht gerechnet, verlor das Gleichgewicht, kippte in einem Funkenschauer um und steckte die Schriftstücke auf dem Boden in Brand. Mit einem energischen Ruck befreite die Ratte ihren Schwanz und landete mit einem flinken Satz neben Nathaniel. »Schönen Dank auch«, japste sie, »hast du mitgekriegt, wie prima ich dir zugearbeitet habe?« Nathaniel stachte ungläubig die schwerfällige Gestalt an. »Wieso lebt der Typ noch?«, flüsterte er, »er bremmt doch lichterloh.« »Das sind wohl leider nur die Klamotten«, erwiderte die Ratte, »körperlich ist er praktisch unverwundbar, aber jetzt ist er endlich am Fenster. Aufgepasst!« Die Ratte hob das rosige Pfötchen. Der Bärtige drehte sich um, und jetzt bemerkte er auch Nathaniel. Er knuchte zornig, hob die Hand, ließ etwas Silbernes aufblitzen, er holte aus. Da schlug ihm aus der Rattenpfote ein gewaltiger Wirbelwind entgegen, riss ihn um und schleuderte ihn in einem Hagel aus Glassplittern und brennendem Papier rücklings aus dem Fenster. »Komm!«, quiekte die Ratte, »glaubst du, das hält ihn auf? Wir haben fünf Minuten, höchstens zehn!« Am nächsten Vormittag ging Nathaniel von Kopf bis Fuß neu eingekleidet auf dem Kopf eine Perücke, in der Tasche einen frisch geklauten Pass, über die tschechische Grenze ins von den Engländern kontrollierte Preußen. Er ließ sich vom Lieferwagen eines Bäckers bis nach Chemnitz mitnehmen, wo er unverzüglich die britische Botschaft aufsuchte und sich zu erkennen gab. Am frühen Nachmittag ging er an Bucht eines Flugzeugs, das direkt nach London flog. Nathaniel betrat die Gangway. Es war kalt und nieselte. Neben der Rollbahn wartete eine schwarze Limousine. Wagen nahm er an, dass seine Meisterin ihn abholte, doch der Rücksitz war leer. Der Chauffeur legte die Hand an die Mütze und öffnete den Wagenschlag. »Mit besten Grüßen von Miss Whitwell«, sagte er, »Sie sollen sofort nach London kommen, diesmal hat der Widerstand direkt in Westminster zugeschlagen und...« »Nun, Sie werden's ja gleich sehen, wir sollten uns beeilen, da bahnt sich eine Katastrophe an.« Wortlos stieg Nathaniel ein. Die Wagentür schloss sich mit dumpfem Knall. Gladstones Gruft war ziemlich schmal und maß an der breitesten Stelle vielleicht vier Meter. Der Boden bestand aus nackten Steinfliesen, auf denen sich jedoch ein dicker weißer Schimmelteppich gebildet hatte, der sich an einigen Stellen sogar die Wände hinaufzog. Kitty erschauerte und wandte sich dem eigentlichen Ziel zu, dem Marmorsarkophag. Er war drei Meter lang und über einen Meter hoch, schlicht und glatt, ohne irgendwelche Ornamente oder Inschriften, bis auf eine Bronzetafel, die mittig auf der Seitenwand angebracht war. Der ebenfalls marmorne Deckel war geschlossen, allerdings hatte Kitty den Eindruck, als sei er ein wenig verrutscht, als hätte ihn jemand draufgelegt und in der Eile nicht sorgfältig zurechtgerückt. Mr. Pennyfeather und die anderen versammelten sich in höchster Anspannung drumherum. »Was steht da?« Stanley beäugte die Bronzetafel. »Ich kann's nicht lesen.« Auch Mr. Pennyfeather blinzelte angestrengt. »Das ist irgendeine verflickste Sprache, die ich nicht kenne. Hopkins könnte es vielleicht entziffern, aber das nützt uns jetzt auch nichts, aber...« Er richtete sich wieder auf und pochte mit dem Stock auf den Sargdeckel. »Wie kriegen wir das Ding auf?« Bei dieser Frage verspürte Kitty einen heftigen Widerwillen, eine Art böser Vorahnung. »Müssen wir den Sarg denn unbedingt öffnen? Wie kommen Sie darauf, dass das Zeug da drin ist?« Mr. Pennyfeathers schroffe Erwiderung verriet, unter welcher Anspannung er stand. »Es wird wohl kaum einfach auf dem Boden rumliegen, Mädchen. Bestimmt hat der gierige alte Ghoul noch im Tod seine Schätze um sich geschart. Außerdem sehe ich hier sonst nirgendwo etwas.« Kitty ließ sich nicht einschüchtern. »Haben Sie denn schon überall nachgesehen?« »Herr Gott noch mal, das ist doch Zeitverschwendung.« »Frederick, Nikola, Stanley, um den Deckel abzuheben, brauchen wir ein paar starke Männer. Könnt ihr irgendwo drunter fassen, sonst müssen wir es mit dem Seil versuchen.« »Kitty, gehst du mal aus dem Weg? Sei ein braves Mädchen.« Stanley hatte eine Ecke des Deckels gepackt, Nick die andere, und Fred hatte das entgegengesetzte Ende ganz für sich und stemmte den Fuß gegen die Wand. Sie sammelten Kräfte für den ersten Versuch. Kitty, die sich über Stanleys spöttischen Ton ärgerte, richtete sich auf und trat zurück. Sie wischte sich mit dem Ärmel über das schweißnasse Gesicht. Es war wirklich furchtbar stickig hier drin. »Was jetzt, Jungs? Hau! Rock!« Ächzend spannten die drei jungen Männer die Muskeln an. Anne und Mr. Pennyfeather hielten die Laternen hoch, damit man sah, ob sich etwas tat. Das Licht fiel auf die verzerrten Gesichter, gebleckten Zähne, schweißtriefenden Stirnen. Ein leises Knirschen war zu vernehmen. »Gut so! Und ablassen!« Nick, Fred und Stanley ließen stöhnend los. Mr. Pennyfeather hinkte auf und ab. »Er hat sich schon bewegt. Ich hab's genau gesehen. Bravo, Jungs! Wir können zwar noch nicht reinschauen, aber das kriegen wir schon hin. Tief, Lufthund, dann probieren wir's noch mal.« Ein zweiter Versuch, dann ein dritter. Jedes Mal ächzten und stöhnten sie lauter. Jedes Mal bewegte sich der Sargdeckel ein paar Millimeter, um dann wieder störrisch Widerstand zu leisten. Mr. Pennyfeather feuerte seine drei an, hüpfte wie ein Dämon um sie herum, wobei er kaum noch humpelte, und sein Gesicht war im flackernden Licht fratzenhaft verzerrt. »Schieben! So ist's gut! Gleich haben wir's! Gleich brauchen wir nur noch reinzugreifen! Nur noch ein kleines Stück! Schieb's, Stanley! Verflick's noch mal! Strengt euch an, Jungs!« Kitty nahm sich eine Laterne vom Boden und wanderte damit durch die kahle Gruft, trat mit ihren Turnschuhen Spuren in die uralte Schimmelschicht. Sie schlenderte bis zur hinteren Wand, machte Dichter vorkehrt und schlenderte wieder zurück. Auf einmal beschlich sie das vage Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Sie ging zurück und hob die Laterne. Eine Mauer, eine ganz normale Mauer. Aber das war... der Schimmel, da war kein Schimmel. Die weiße Schicht bedeckte den ganzen Boden, sparte kaum eine Steinplatte aus und hatte auch die anderen Wände schon erobert. Doch auf der hinteren Wand war kein einziges Fleckchen zu sehen. Kitty drehte sich nach den anderen um. »Wisst ihr, gleich haben wir's noch ein letztes Mal, Jungs!« Mr. Pennyfeather vollführte buchstäblich Luftsprünge. »Hier in der Ecke ist wohl ein Spalt zu sehen, noch ein tüchtiger Rock, und wir sind die Ersten, die wieder einen Blick auf den Orland Gladstone werfen.« Keiner hörte Kitty. Keiner gönnte ihr einen Blick. Sie wandte sich wieder der Mauer zu. Das war wirklich seltsam. Vielleicht lag es an der anderen Steinsorte. Kitty trat näher, um den Stein zu befühlen, und stolperte dabei über eine Unebenheit. Im Fallen streckte sie die Hände aus, um an der Mauer Halt zu suchen, und fiel einfach durch sie hindurch. Sie knallte auf die Steinfliesen und schrammte sich die Handballen und ein Knie auf. Die Laterne fiel ihr aus der Hand und rollte scheppernd über den Boden. Was war das denn? Sie war doch gegen eine Mauer gefallen, aber irgendwie schien sie einfach hindurchgeschlüpft zu sein. Hinter ihr ertönte ein grässliches Knirschen, gefolgt von einem fürchterlichen Poltern, vielstimmigem Jubel und zwischendurch einem Schmerzensschrei. Sie hörte Mr. Pennyfeather loben. »Gut gemacht, Jungs, gut gemacht! Hör auf zu schniefen, Stanley, das ist doch bloß ein Kratzer. Kommt alle her, jetzt wollen wir uns die Sache mal genauer betrachten.« Sie hatten es geschafft. Das musste sie sehen. Kitty kam mühsam und mit zusammengebissenen Zähnen auf alle Viere und griff nach der Laterne. Als sie aufstand, fiel Licht auf den Boden vor ihren Füßen. Obwohl es ihr nicht an Mut mangelte, verspürte sie angesichts dessen, was sie jetzt erblickte, ein so lähmendes Entsetzen wie damals, als sie schlotternd vor Angst auf der Eisenbrücke am Park gestanden hatte. Sie hörte ein schrilles Heulen durch die Grufthallen und zuckte erschrocken zusammen, als sie merkte, dass es von ihr selbst kam. Der freudige Lärm hinter ihr verstummte schlagartig, und sie hörte Anne fragen. »Was war das? Wo ist Kitty?« Kitty konnte sich nicht losreißen. »Hier bin ich!« flüsterte sie heiser. »Kitty, wo bist du?« »Hier bin ich!« »Hier hinten, seid ihr blind?« Lauter sprechen konnte sie nicht, ihre Kehle war wie zugeschnürt. »Hier bin ich!« »Und da ist noch jemand!« Die richtige Rückwand der Gruft lag höchstens drei Meter hinter der trügerischen, durch die sie hindurchgeglitten war. Der Schimmel hatte die falsche Wand einfach ignoriert und war weitergewachsen, doch der dicke weiße Pelz machte das, was dort ordentlich an der Wand aufgereiht lag, keineswegs unkenntlich. Zu sechst lagen sie Schulter an Schulter, die knochigen Hände waren friedlich auf der Brust gefaltet, die Haut war ledrig und runzlig und schwarz wie versteinertes Holz, die Augäpfel waren weggetrocknet. Alle sechs trugen altmodische Anzüge. Die Gefährten riefen immer noch nach ihr. Hatten sie denn keine Augen im Kopf? »Hier bin ich!« Sie gab sich einen gewaltsamen Ruck und drehte sich um. Nick schrie auf, Anne ließ die Lampe fallen. »Das müsst ihr euch unbedingt ansehen«, sagte Kitty schlicht, »und dann, was ist denn mit euch los, verdammt noch mal?« Ihr wütender Ton brachte Nick wieder zu sich. »Aber siehst du das denn nicht?« stammelte er. »Du steckst ja halb in der Mauer.« Kitty blickte an sich herunter. Tatsächlich, von Nicks Standort aus gesehen, war das Trugbild täuschend echt. Nur ihr Bauch, ihre Brust und der vorgestreckte Fuß ragten aus der Falle. »Es flimmert nicht mal«, flüsterte Anne, »ich hab noch nie so ein überzeugendes Trugbild gesehen.« »Ihr könnt einfach durchgehen«, sagte Kitty beiläufig. »Dahinter gibt's übrigens was zu sehen.« »Den Schatz?« Nick konnte seine Ungeduld kaum noch bezähmen. »Nein!« Im Nu versammelte sich der Rest der Truppe vor der Wand, und nach kurzem Zögern schritten sie nacheinander hindurch. Alle sechs stachten stumm und schockiert auf die beleuchteten Leichen. »Lass uns lieber wieder gehen«, sagte Kitty. »Seht euch die Haare an«, flüsterte Stanley, »und die Fingernägel, wie lang die sind. Die liegen da wie die Ölsardinen. Was glaubt ihr, wie das? Vielleicht sind sie erstickt. Seht mal da, das Loch in seiner Brust. Es ist nicht von allein passiert.« »Wir brauchen uns nicht zu ängstigen, die liegen schon ganz lange hier«, sagte Mr. Pennyfeather munter, womit er sich selbst wahrscheinlich ebenso beruhigen wollte wie die anderen. »Ihr seht ja, wie dunkel die Haut ist. Die sind sozusagen mumifiziert.« »Glauben Sie, die sind noch aus Gladstones Zeit?«, fragte Nick. »Ganz bestimmt, dafür spricht auch die Kleidung spätes neunzehntes Jahrhundert.« »Aber, aber das sind ja sechs, für jeden von uns einer.« »Halt's Maul, Fred!« »Aber wieso sind sie dann?« »Vielleicht war es ja eine Art Opfer.« »Bitte, Mr. Pennyfeather, lassen Sie uns.« »Aber warum hat man sie dann versteckt?« »Vielleicht sind es ja Grabräuber.« »Und zur Strafe hat man sie eingemauert.« »Bitte, lassen Sie uns gehen.« »Das klingt schon einleuchtender. Trotzdem, warum hat man sie versteckt?« »Mr. Pennyfeather«, schrie Kitty und stampfte mit dem Fuß auf, dass es von den Wänden wiederhallte. Die anderen verstummten. »Hier ist irgendwas nicht geheuer. Vergessen wir den Schatz und verschwinden. Sofort!« Mr. Pennyfeather tätschelte Kitty mit gekünstelter Freundlichkeit die Schulter. »Ich gebe ja zu, es ist kein hübscher Anblick, aber das wäre dann doch übertrieben. Überleg doch mal, die Kerle müssen schon hier gelegen haben, bevor man die Gruft geschlossen hat, sonst hätten sie beim Betreten die Pestilenz ausgelöst. Und das kann nicht sein, denn wir mussten uns ja vorhin noch davor schützen.« »Hier liegen sechs Leichen und wollen uns etwas sagen. Wir wären schön blöd, wenn wir nicht drauf hören würden.« »Meine liebe Kitty, du darfst nicht immer so empfindlich sein«, mahnte Mr. Pennyfeather, zog ein Taschentuch hervor und wischte sich die Stirn. »Den Sarg des alten Satans haben wir immerhin aufbekommen, ohne dass die Gruft über uns eingestürzt ist.« »Komm, und sieh es dir an, Mädchen, du hast ja noch gar keinen Blick drauf geworfen. Fünf Minuten, Kitty, wir brauchen höchstens fünf Minuten.« Kitty schwieg, drehte sich um und trat durch das Trugbild wieder in den vorderen Teil der Gruft. Sie war kreidebleich vor Wut und traute sich nicht, etwas zu erwidern, aus Angst, dass sie womöglich die Beherrschung verlor. Der Sargdeckel lag noch genauso da, wie er herabgeglitten war, schräg an den Sarg gelehnt. Mr. Pennyfeather trat ans Kopfende, lehnte seinen Stock an den Sarkophag und stützte sich auf den Rand. Er blickte sich lächelnd um und rieb sich voller Tatendrang die Hände. »Frederick, Niklas, hoch mit den Lampen, ich möchte gut sehen, was ich da drinnen anfasse!« Stanley kicherte. Kitty drehte sich noch einmal um. Im Dunkeln konnte sie die falsche Mauer, die ein grausiges Geheimnis barg nur verschwommen, erkennen. Sie atmete tief durch. Wozu sollte das Trugbild bloß dienen? Es wollte ihr einfach nicht einleuchten. Sie wandte sich wieder dem Sarg zu. Mr. Pennyfeather beugte sich vor, griff vorsichtig hinein und zog. »Ah«, seufzte Mr. Pennyfeather wie ein Feinschmecker an einer festlich gedeckten Tafel. Da war er, der ersehnte Schatz, rings um den erhöhten Leichnam aufgeschichtet. Kleine Tierfiguren, verzierte Schatullen, Juwelen besetzte Schwerter und Dolche, ein Satz schwarze Onyx-Kugeln, der kleine, dreieckige Schädel eines unbekannten Wesens, mehrere versiegelte Schriftrollen. In Kopfnähe des Toten lag etwas Kleines, Gewölbtes, das mit einem schwarzen, inzwischen staubgrauen Tuch zugedeckt war, wahrscheinlich die Kristallkugel, und daneben lag ein kleiner, schwarzer, mit einer Bronzeschnalle verschlossener Beutel. Dicht neben dem Toten lag ein Zeremonienschwert, das so lang war wie der ganze Sarg, und daneben ein Stab aus geschwärztem Holz, schlicht und schmucklos, abgesehen von dem Pentagramm, das ins obere Ende geschnitzt war. Mr. Pennyfeather gab sich einen Ruck. »Dann wollen wir mal. Taschen auf, wir nehmen alles mit.« Er blickte auf die Uhr und rief erstaunt aus, »Schon fast eins, wir sind viel zu spät dran, Anne, du zuerst.« Während der Sarg geplündert wurde, stand Kitty mit offenem Rucksack untätig abseits. Sie spürte wieder das Unbehagen, das sie bei der Entdeckung der Leichen befallen hatte. Dazu kam ein immer heftigerer Widerwille gegen das, was in dieser Nacht ablief. Noch nie hatte ihr Ziel, der brennende Wunsch, die Zauberer zu stürzen und die Gewöhnlichen wieder an der Macht zu sehen, in so krassem Gegensatz zu dem gestanden, was sie mit der Gruppe erlebte. Es war ernüchternd und abstoßend. Die nackte Gier ihrer Gefährten, ihr aufgeregtes Geschrei, Mr. Pennyfeathers gerötetes, verschwitztes Gesicht, das leise Klirren, mit dem die gestohlenen Kostbarkeiten in den aufgehaltenen Rucksäcken verschwanden, alles ging ihr furchtbar gegen den Strich. Die Widerstandsbewegung war kaum besser als eine Bande von Dieben und Grabschändern, und sie gehörte dazu. »Kitty, komm her!« Stanley und Nick hatten sich die Rucksäcke voll gestopft und traten beiseite. Kitty war an der Reihe. »Hier, nimm den Umhang und den Stab auch. Das ist beides für Mr. Hopkins' Bekannten, der uns so gut beraten hat. Ich reiche von hier aus nicht zur anderen Seite. Stanley, machst du das bitte?« Kitty nahm den Stab entgegen und stopfte den Umhang zuunterst in ihren Rucksack. Sie beobachtete, wie Stanley sich weit vorbeugte, sodass seine Beine einen Augenblick in der Luft zappelten. Gegenüber lehnte Mr. Pennyfeather an der Wand und trocknete sich die Stirn. »Es ist nicht mehr viel«, keuchte er. »Dann können wir herrje, diese verflixte Junge, kannst du nicht ein bisschen aufpassen?« Stanley war vielleicht vor lauter Überschwang kopfüber in den Sarg geplumpst und hatte im Fallen seine Laterne weggeworfen. Sie polterte dumpf zu Boden. »Du Tollpatsch, wenn du irgendwas kaputt gemacht hast!« Mr. Pennyfeather beugte sich prüfend vor, aber im Sarkophag war es zu finster, um etwas zu erkennen. Ab und zu hörte man es rascheln und scheppern. »Steh vorsichtig wieder auf, dass bloß die Kristallkugel nicht beschädigt wird!« Kitty trat mit der Laterne an den Sarg und wollte hineinleuchten, wich jedoch erschrocken zurück, als ganz unerwartet Stanleys Kopf über den Rand schnellte. Die Mütze war ihm übers Gesicht gerutscht und verbarg es bis zum Kinn. »Hoppla«, sagte er mit hoher, ärgerlicher Stimme. »Nein, was bin ich für der Ungeschickt!« »Was soll der Quatsch?« brauste Kitty auf. »Was denkst du dir dabei, mich so zu erschrecken? Das ist nicht lustig!« »Beeil dich, Stanley«, mahnte Mr. Pennyfeather. »Tut mir furchtbar leid!« Aber es schien Stanley überhaupt nicht leid zu tun, denn er zog weder die Mütze hoch, noch kletterte er aus dem Sarg. Mr. Pennyfeathers Laune schlug um. »Wenn du dich nicht sofort in Bewegung setzt, Junge«, schrie er, »kriegst du meinen Stock zu spüren!« »Bewegen soll ich mich? Aber gern!« Stanley wackelte albern mit dem Kopf wie im Takt einer unhörbaren Musik. Dann duckte er sich zu Kittys Verblüffung wieder, verschwand kurz und ließ erneut mit irrem Kichern den Kopf hochschnellen. »Der Junge ist verrückt geworden«, konstatierte Mr. Pennyfeather. »Stanley, komm sofort da raus«, bat Kitty, und mit einem Mal schlug ihr das Herz bis zum Hals. »Ach, ich heiße Stanley?«, fragte der Kopf. »Stanley, hm? Gefällt mir ehrlich. Guter alter englischer Name. Würde Mr. G auch gefallen?« Fred war neben Kitty getreten. »Hä?« Er schien verunsichert, was sonst nicht seine Art war. »Wieso klingt denn seine Stimme so anders?« Der Kopf hielt plötzlich inne und neigte sich kokett. »Na, das ist mal eine gute Frage. Bin gespannt, ob einer von euch drauf kommt.« Kitty wich beklommen einen Schritt zurück. Fred hatte recht. Die Stimme hörte sich spätestens jetzt überhaupt nicht mehr nach Stanley an. »Aber, aber lauf doch nicht weg, kleines Mädchen!« Der Kopf wackelte heftig hin und her. »Das macht alles nur noch schlimmer. Lass dich doch mal anschauen.« Ein zerschlissener, schwarzer Ärmel, aus dem eine Knochenhand ragte, wurde aus dem Sarg gestreckt. Ganz behutsam zogen die Knochenfinger die Mütze hoch, bis sie vorwegen auf dem Kopf thronte. »So ist schon viel besser«, sagte die Stimme erfreut. »Jetzt können wir einander endlich richtig sehen.« Unter der Mütze erschien ein goldglänzendes Gesicht mit einem weißen Haarschopf, das eindeutig nicht Stanley gehörte. Anne heulte auf und rannte zur Treppe. Der Kopf ruckte verwundert herum. »Hier geblieben! Wir wurden einander noch nicht vorgestellt!« Die Knochenhand fischte blitzartig einen Gegenstand aus dem Sarg und schleuderte ihn Richtung Ausgang. Krachend landete die Kristallkugel auf der untersten Treppenstufe direkt vor Anne's Füßen. Sie schrie erschrocken auf, stolperte und fiel hin. Wenn sich der Schädel bewegte, knirschten die Halswirbel und die goldene Totenmaske blinkte matt in ihrem Rahmen aus langem weißem Haar. »Na schön, wen haben wir denn da? Fünf Verirrte sitzen tief unter der Erde fest und wissen nicht ein noch aus. Wie heißt der denn, wenn ich mal fragen darf?« Kitty, Fred und Nick blieben auf halbem Weg zur Gittertür wie angewurzelt stehen. Mr. Pennyfeather drückte sich an die Wand unter dem Sims mit den Kränzen. Anne war der Treppe am nächsten, lag aber am Boden und schluchzte tonlos vor sich hin. Keiner brachte ein Wort heraus. »Ich muss doch sehr bitten!« Die Goldmaske legte sich schief. »Ich versuche bloß, nett zu sein. Was, finde ich, ausgesprochen entgegenkommt von mir, ist, wenn man bedenkt, dass ich eben erst aufgewacht bin und einen feixenden Pflege mit einer viel zu großen Mütze dabei ertappen muss, dass er in meinen Sachen rumwühlt. Wobei mir einfällt, welches Jahr haben wir eigentlich? »Du da, Mädchen, die nicht rumquäkt, Antworte gefährlichst!« Kitty konnte kaum sprechen, so einen trockenen Mund hatte sie. Die Maske nickte. »Hab mir schon gedacht, dass es lange her ist.« Das Gerippe schnippte mit den Knochenfingern und vollführte ein Tänzchen. »Bin auch ein bisschen steif, kein Wunder, so ganz ohne Sehnen, aber das gibt sich. Alle Knochen noch da, alle dort, wo sie hingehören? Jawohl. Alle Schätze noch da? Nein, so, so.« Die Stimme fuhr vor Sonnen fort. »Es sind wohl ein paar Mäuslein gekommen und haben sie weggehext. Unachtige Mäuslein! Die schnapp ich beim Schwanz und rupf ihnen die Barthaare aus.« Kitty hatte unterdessen unauffällig die Hand in den Rucksack geschoben und tastete nach ihrer Elementenkugel. Sie hatte sie gefunden und hielt sie fest, umklammert in der schweißnassen Hand. Fred, der neben mir stand, versuchte das Gleiche, aber nicht so geschickt, und Kitty fürchtete, dass sein Gekrame dem Gerippe auffallen würde. Deshalb erwiderte sie eher zur Ablenkung, denn aus Überzeugung, dass es etwas nützen könnte. »Bitte, Mr. Gladstone, Sir, wir haben Ihre Sachen in unseren Rucksäcken und legen Euch alles wieder zurück, wenn Sie das wollen.« Mit hässlichem Knirschen drehte sich der Schädel um hundertachtzig Grad und schaute hinter sich. Da er dort nichts entdeckte, neigte er sich verwirrt und drehte sich wieder nach vorn. »Mit wem redest du eigentlich, kleines Mädchen?«, fragte er. »Mit mir?« »Äh, ja, ich dachte, ich soll Mr. Gladstone sein. Bist du übergeschnappt oder mit dem Klammerbeutel gepudert? Ich siehst du die Hand hier.« Fünf Knochenfinger reckten sich ins Licht und zappelten auf dem knubbeligen Handgelenk. »Siehst du dieses Becken? Siehst du diesen Brostkorb?« Bei jeder Frage zupften die Finger an den vergilbten Knochen. »Und dieses Gesicht?« Die Goldmaske wurde beiseite geschoben und Kitty erspähte einen toten Schädel mit geblecktem Gebiss und leeren Augenhöhlen. »Mal ehrlich, kleines Mädchen, hat Mr. Gladstone je so ausgesehen?« »Äh, ich glaube nicht.« »Ich glaube nicht.« Die richtige Antwort lautet »Nein«, jedenfalls nicht zu seinen Lebzeiten. Und warum nicht? Weil er dann noch nicht tot war. Jetzt ist er aber tot, und zwar schon hundertzehn Jahre. Tot, begraben und verfault. »Ich glaube nicht.« »Was ist denn das meine Antwort? Was seid ihr doch für Dummköpfe, kleines Mädchen, du und deine Freunde? Und überhaupt?« Das Gerippe zeigte auf die Bronzeplakette auf dem Sarkophag. »Könnt ihr nicht lesen?« Kitty schüttelte stumm den Kopf. Das Gerippe schlug sich in gespielter Verzweiflung auf die Stirn. »Kein Sumerisch lesen können, aber gleitst du uns Gruft plündern. Dann hast du also auch die Stelle nicht gelesen, wo von einem nimmermüden Wächter und erbarmungsloser Ahndung die Rede ist und wo steht »Zuwiderhandlungen sind unentschuldbar?« »Nein, leider nicht.« Kitty sah aus dem Augenwinkel, wie Fred den Rucksack, in dem seine rechte Hand steckte, ein Stück senkte. Er war so weit. »Tja, was hattet ihr denn gedacht? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, und die Strafe besteht in diesem Fall in einem ziemlich qualvollen Tod. Die Ersten, die's versuchen wollten, haben sich auch überschwänglich entschuldigt. Ihr hättet sehen sollen, wie sie auf den Knien rumgerutscht sind und um die Nade gewinselt haben. Ich rede von den Burschen da hinten.« Das Gerippe hiefte ein steifes Hosenbein über den Rand. Kitty und Fred wechselten einen Blick, dann holten sie gleichzeitig ihre Elementenkugeln heraus und schleuderten sie auf den Knochenmann. Der hob abwehrend die Hand, worauf etwas Unsichtbares den Flug der Kugeln bremste, und sie wie Steine zu Boden fielen, wo sie, statt zu explodieren, mit jämmerlichen Piepsen implodierten. »Ich kann nicht dulden, dass ihr hier alles durcheinanderbringt«, schallt das Gerippe. »Zu Mr. Gladstones Zeiten haben sich die Besucher deutlich besser benommen.« Jetzt zog Mr. Pennyfeather eine Silberscheibe heraus und warf sie auf seinen Stock, gestützt auf das Gerippe. Die Scheibe bohrte sich in den staubigen Anzugärmel und blieb stecken. Die Stimme hinter der Maske stieß einen schrillen Schrei aus. »Meine Substanz, das tut weh. Selber kann ich absolut nicht ab. Wie schmeckt's dir denn, wenn dich einer Hinterrücks angreift, Alterchen?« Aus der Maske schoss ein hellgrüner Strahl in Mr. Pennyfeathers Brust und schleuderte ihn gegen die Wand, wo er zusammensackte. Das Gerippe ließ ein zufriedenes Grunzen vernehmen und wandte sich wieder den anderen zu. »Das wird ihn hoffentlich eines Besseren belehren.« Doch Fred gab nicht auf, zog eine Silberscheibe nach der anderen aus seiner Kleidung und warf sie blitzschnell hintereinander. »Heißer, das macht Spaß!« jubelte das Gerippe, während es den Scheiben auswich. Freds Vorrat an Wurf geschossen war schier unerschöpflich. Er ließ ein regelrechtes Sperrfeuer los, während sich Nick, Anne und Kitty immer weiter zur Treppe hin bewegten. Dann schoss plötzlich noch ein grüner Strahl aus der Maske, erwischte Fred an beiden Beinen und riss ihn um. Doch er rappelte sich gleich wieder hoch, schwankte zwar noch ein wenig und zog eine schmerzverzerrte Grimasse, war aber quicklebendig. Das Gerippe musterte ihn verwundert. »Ja, was haben die denn da? Angeborene Abwehrkräfte, so was hab ich seit Prag nicht mehr gesehen.« Es klopfte mit dem Knochenfinger auf seine Maske. »Was machen wir da bloß? Mal überlegen.« »Aha!« Mit einem Satz war es wieder am Sarg und kramte darin herum. »Mach mal Platz, Stanley, ich muss nur eben...« »Dachte ich's mir doch...« Die Hand tauchte mit dem Zeremonienschwert wieder auf. »Das hier funktioniert ganz ohne Zauberei, eine solide Stahlklinge aus einheimischer Produktion. »Kannst du das auch ablenken, Pickelgesicht? Mal sehen!« Er ließ das Schwert über dem Kopf kreisen und stakste auf Fred los. Der Junge blieb stehen, zückte sein Springmesser und ließ es aufklappen. Kitty war mittlerweile an der Gittertür angekommen und blieb unschlüssig vor der untersten Treppenstufe stehen. Nick und Anne waren bereits nach oben verschwunden, man hörte, sie die Stufen hochhassten. Kitty blickte zu Mr. Pennyfeather hinüber, dem seine eigenen Abwehrkräfte zustatten kamen. Ohne auf ihren Instinkt zu hören, lief sie zu ihm, packte ihn und schleppte ihn zum Ausgang. Nach Fred sah sie sich nicht mehr um, hörte ihn nur wütend schnauben. Dann zischte etwas durch die Luft und es gab einen dumpfen Aufprall. Kitty zerrte Mr. Pennyfeather weiter mit einer Kraft, die sie selbst überraschte, durch die Gittertür und die ersten paar Stufen hoch. Sie nahm den Stab aus Glatster und Sarg zur Hilfe und tastete damit nach der nächsten Stufe. Irgendwo hinter und unter ihnen ertönte ein Ruf. »Hu, ist da oben wer?« Kitty spürte Mr. Pennyfeathers Atem an ihrem Ohr. »Ich, ich, ich, ich muss verschlaufen.« »Nein, wir müssen weiter.« »Ich kann nicht mehr.« »Wenn ihr nicht runterkommen wollt, dann muss ich eben raufkommen.« »Los, weiter!« Noch eine Stufe und noch eine. Mr. Pennyfeather wurde langsamer, hemmte sie wie ein Bleiklotz. »Bitte«, flehte sie flüsternd, »ein Versuch noch!« Aber er war endgültig stehen geblieben. Sie spürte, wie er neben ihr in die Knie ging und nach Luft rang. Vergebens zog sie ihn am Arm. »Tut mir leid, Kitty!« Sie gab es auf, zog das Messer und wartete. Es raschelte und klapperte. Kitty hob das Messer. Stille. Dann gab es urplötzlich ein kurzes Handgemenge. Mr. Pennyfeather schrie auf und verschwand im Dunkeln. Eben war er noch da, im nächsten Augenblick war er forcht, und etwas Schweres polterte bumm, bumm, bumm die Treppe hinunter. Kitty stand vielleicht fünf Sekunden wie versteinert da. Dann raste sie die Treppe hoch und stolperte in das luftige, dämmerige Kirchenschiff hinaus. Erst da fiel ihr ein, dass sie vielleicht lieber hinter sich hätte abschließen sollen. »Kitty!« sagte jemand leise. Kitty erschrak zu Tode. Mit gezücktem Messer wich sie zurück. »Kitty, ich bin's!« Der schmale Strahl der kleinen Taschenlampe, Anne's blasses Gesicht. Sie kauerte hinter einem hohen, hölzernen Chorpult. »Wir müssen hier raus!« Kittys Stimme überschlug sich. »Wo geht's zum Ausgang?« »Wo ist Fred und Mr. Pennyfeather?« »Frag nicht!« Kitty tastete sich ein paar Schritte voran. »Was ist mit Nick?« »Der ist weg!« »Ich hab nicht gesehen!« Kitty knirschte mit den Zähnen. »Egal!« »Kitty, ich!« »Hab mir den Rucksack fallen lassen!« »Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder?« »Dann ist eben alles futsch!« Noch als sie es aussprach, wurde ihr bewusst, dass sie noch immer Gladstones Stab in der linken Hand hielt. Den Rucksack mit dem Umhang und den anderen Kostbarkeiten hatte sie irgendwo auf der Treppe verloren. »Was war das?« Sie blieben stehen. »Ich habe nichts.« »Du hast was geraschelt.« »Hast du...« »Nein!« »Nein, das war ich nicht.« »Geh weiter!« In diesem Augenblick raschelte es direkt hinter ihnen. Die beiden kreischten auf und stoben stolpernd auseinander. Kitty prallte gegen den Pfeiler, verlor das Gleichgewicht und fiel hin, wobei ihr das Messer entglitt. Hastig stand sie wieder auf und drehte sich um. Dunkelheit. Ein leises Scharren. Anne war nirgends zu sehen. Langsam und vorsichtig ging Kitty rückwärts. Mit dem Stab in der Hand schlich sie weiter und tastete sich mit ausgestreckter Hand in Richtung der Südwand. Zu ihrer Überraschung und überwältigenden Erleichterung fuhren ihre Finger über raues Holz, und ein kalter, frischer Luftzog schlug ihr entgegen. Die Tür stand einen Spalt offen. Kitty zerrte verzweifelt daran, um sich hindurch zu zwängen. Da hörte sie irgendwo hinter sich im Mittelschiff ein wohlbekanntes Geräusch. Das Tapp-Tapp-Tapp eines Gehstocks. Kitty blieb mit angehaltenem Atem auf der Schwelle stehen. Tapp-Tapp-Tapp, ein gehauchtes Flüstern. »Kitty, bitte hilf mir!« Das konnte nicht sein. Das war unmöglich, sie hielt noch einmal inne. »Kitty, bitte!« Die Stimme war leise. Kitty kniff die Augen zu, holte tief Luft und kehrte in die Kathedrale zurück. Jemand schlurfte durch den Mittelgang und tappte unsicher mit dem Stock. Es war zu dunkel, um genaueres zu erkennen. Statur und Größe stimmten, auch die Bewegungen waren ihr vertraut, die Stimme ebenfalls, und doch hielt sie etwas zurück. Der da drüben wollte sie bestimmt in einer Falle locken. Trotzdem konnte sie nicht einfach auf dem Absatz kehrt machen, abhauen und mit der Ungewissheit weiterleben, dass sie womöglich Mr. Pennyfeather Schnöde im Stich gelassen hatte. Kitty zog etwas Kleines aus der Hosentasche. Großmutter Jirnecks Silberanhänger lag kalt und schwer in ihrer Hand. Dann verließ sie ihre Deckung. Direkt neben ihr lehnte das Gerippe mit glitzernder Goldmaske am Pfeiler und stemmte lässig die Hand in die Hüfte. »Hallöchen«, sagte es fröhlich und stürzte sich auf sie. Mit einem Aufschrei stolperte Kitty zurück und stieß die Hand mit dem Silberanhänger vor. Ein Luftzug, Gelenke quietschten, ein heiserer Protestruf. »Ey, das ist unfair!« Das Gerippe blieb abrupt stehen. Zum ersten Mal erhaschte Kitty einen Blick auf seine Augen, zwei rotglühende Punkte, die sie erbost anfunkelten. »Tu das weg, kleines Mädchen!« »Sagte das Gerippe verdrießlich.« »Es tut mir weh! Muss erst klassische Qualität sein, sonst hätte so ein kleines Dingelchen nicht so eine große Wirkung.« »Hau ab!« fauchte Kitty. Irgendwo hinter ihr musste die Tür zum Kreuzgang sein. »Wieso sollte ich? Weißt du, ich hab meine Weisungen, und besser gesagt zwei Weisungen. Erstens, Gladstones Schatz zu hüten. Wie sieht's damit aus? Auftrag ausgeführt. Honorius, gut gemacht. Zweitens, alle Eindringlinge ins Jenseits zu befördern. Trefferquote bis jetzt zehn von zwölf. Nicht übel, aber noch ausbaufähig. Und deshalb bist du, kleines Mädchen, die Nummer elf.« Das Gerippe machte einen Satz und streifte Kitty mit den Knochenhänden. Sie kreischte auf, duckte sich und hielt den Silberanhänger hoch. Ein grüner Funkenschauer, ein Kreischen wie von einem Tier. »Ach! Tu das weg! Verdammt noch mal!« Kitty machte zwei Schritte rückwärts, zwängte sich durch den Spalt, trat über die Schwelle und stand im Kreuzgang. »Findlich hätte ich mein Schwert einstecken sollen, Kitty. Eigentlich könnte ich es ja mal eben holen.« Es brach ab und neigte den Kopf. Irgendetwas hatte es abgelenkt. Kitty ging langsam rückwärts durch den Kreuzgang. »Die Sterne! Ich wusste schon gar nicht mehr, wie die aussehen.« Der Schatten unter der Tür hüpfte auf ein Sims und blickte zum Himmel empor. »Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt?« Noch am anderen Ende des Kreuzgangs hörte Kitty, wie es die kühle Nachtluft einsog, vor sich hin brummelte und gelegentlich leise Entzückensrufe ausstieß. Es schien Kitty ganz vergessen zu haben. Der Wagen glitt am Parlamentsgebäude vorbei und hielt auf die hohen grauen Mauern der Westminster Abbey zu. Nathaniel schluckte. Die Grünfläche vor der Westfassade war mit Dienstfahrzeugen vollgeparkt. Krankenwagen, Mannschaftswagen der Nachtpolizei, eine ganze Armada glänzender Limousinen, darunter auch eine, auf deren Haube Devereaux's goldene Standarte flatterte. Der Premierminister höchstselbst war anwesend. Drinnen herrschte hektische Betriebsamkeit. Zauberer der Abteilung für Inneres durchstreiften mit ihren Kobolden das Kirchenschiff. Eine Kollegin aus seiner Abteilung erblickte ihn und deutete mit dem Daumen hinter sich. »Tag, Mandrake, Sie sind hinten im nördlichen Querschiff an der Gruft. Whitwell erwartet Sie schon.« »An welcher Gruft?« fragte Nathaniel erstaunt. Er erntete einen geringschätzigen Blick. »Das sehen Sie dann schon.« Nathaniel wanderte benommen durch das Gewühl, bis er eine kleine, freie Fläche erreichte, wo Mr. Devereaux und die führenden Minister im Stuhlkreis saßen. Sie waren vollzählig versammelt. Der bullige, übellaunige Duval, die zierliche Malbindi, der farblose Mortensen, der korpulente Fry. Auch Jessica Whitwell war da und stachte mit finsterer Miene und verschränkten Armen vor sich hin. Ein wenig abseits hatte sich Mr. Devereaux' Freund, der Theaterschriftsteller Quentin Makepeace, niedergelassen. Keiner sagte etwas. Alle schauten in eine große, schimmernde Kugel, die etwa einen Meter über dem Boden schwebte. Es war, wie Nathaniel sofort erkannte, der Kontrollmonitor einer Wachkugel, der irgendeine Gegend von London aus der Vogelperspektive zeigte. Ganz weit hinten, fast schon im Unschärfebereich, hüpfte eine kleine Gestalt von Dach zu Dach. Jedes Mal, wenn sie irgendwo aufkam, gab es eine kleine grüne Kraftentladung. Nathaniel trat stirnrunzelnd näher. »Na, wieder zurück von der Jagd auf Phantome?« Eine gelbe Hand packte ihn am Ärmel. Neben ihm stand Julius Tallow und rümpfte missbilligend die lange, spitze Nase. »Oder auch Zeit, hier ist der Teufel los!« Nathaniel zog den Arm weg. »Was ist denn passiert?« »Es interessiert Sie vielleicht, Mandrake, dass der Widerstand erneut zugeschlagen hat. Nicht irgendein mysteriöser Golem, sondern eben jene aus gewöhnlichen rekrutierte Widerstandsbewegung, der Sie bis heute nicht das Handwerk gelegt haben. Jetzt sind Sie in Gladstones Gruft eingebrochen und haben einen seiner Afriten entfesselt, und der treibt jetzt, wie Sie hier sehen können, in der Stadt munter sein Unwesen.« Nathaniel schwirrte der Kopf. »Das war der Widerstand, woher wissen Sie das?« »Weil wir Leichen gefunden haben. Da hatte keine Lehmfigur die Hand im Spiel, Mandrake, das schlagen Sie sich mal wieder schön aus dem Kopf. Und wir beide stehen auf der Abschussliste. Duval hat...« Er verstummte. Jessica Whitwell hatte ihren Platz verlassen und kam auf sie zu. Nathaniel räusperte sich. »Ich muss Sie unbedingt sprechen, Madame, in Prag. Hierfür mache ich dich ganz allein verantwortlich, Mandrake.« Ihr Blick erdolchte ihn förmlich. »Heute Vormittag hat der Premierminister Duval die Leitung meiner Sicherheitsabteilung übertragen. Außerdem ist Duval ab sofort für alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Widerstandsbewegung zuständig.« »Das tut mir leid, Madame, aber ich muss Ihnen...« »Heute ist dir. Zu spät, Mandrake. Das Debakel im British Museum war schlimm genug. Aber das hier hat das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Duval ist endlich am Ziel seiner Wünsche.« »Madam«, Nathaniel konnte nicht mehr an sich halten. »Ich habe den tschechischen Zauberer ausfindig gemacht, der das Pergament angefertigt hat, welches den Golem zum Leben erweckt. Er war gerade dabei, ein zweites zu verfassen, im Auftrag eines Verräters aus den Reihen unserer eigenen Regierung.« Er übersah geflissentlich Talos skeptisches Gesicht. Miss Whitwell blickte ihn scharf an. »Und wer ist dieser Verräter?« »Das weiß ich noch nicht.« »Hast du irgendeinen Beweis für deine Geschichte, das Pergament beispielsweise?« »Nein, das ist verbrannt, aber ich glaube, in diesem Fall«, unterbrach ihn Miss Whitwell mit vernichtender Bestimmtheit, »nützt es mir nichts und dir auch nicht.« »Ganz London ist in Aufruhr, Mandrake, und man sucht nach einem Sündenbock.« »Ich gedenke mich, von dir zu distanzieren, und wenn Mr. Tello auch nur halbwegs bei Verstand ist, hält er es ebenso.« Sie machte auf dem Absatz kehrt und marschierte zu ihrem Stuhl zurück. Tello folgte ihr, wobei er Nathaniel über die Schulter zugrinste. Dieser zögerte einen Augenblick, dann trat er vor den Kontrollmonitor. »Dieses Geschäft ist ganz offensichtlich gestört«, sagte Informationsministerin Marbendi gerade. »Der Kerl bringt völlig beliebig Leute um Mädchen und Jungen, zwar meist nur gewöhnliche, aber ab und zu auch bedeutende Persönlichkeiten. Er behauptet, er suche die letzten beiden, was immer das heißen soll.« »Die beiden letzten Überlebenden...« »Und einer von denen hat ihm den Stab gestohlen.« »Mr. Devereaux schlug sich mit der Faust in die hohle Hand.« »Es geht zuvorderst darum, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Alle führenden Staatsbeamten haben noch heute Nachmittag einen Dämon darauf anzusetzen, und wenn ich alle sage, meine ich alle. Doch auch die Sache mit dem Stab dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.« »Entschuldigung«, Nathaniel hatte der Debatte stumm und respektvoll gelauscht, doch jetzt hielt es ihn nicht länger. »Geht es etwa um Gladstones Stab, mit dessen Hilfe er Prag zerstört hat?« »Freut mich, dass Sie doch noch geruhen, mitzudenken, Mandrake«, erwiderte Mr. Devereaux kühl. »In der Tat, es geht um eben jenen Stab. Das hieße, wenn wir die entsprechenden Worte der Macht wüssten, könnten wir ihn auf anderen Feldzügen einsetzen, wir oder unsere Gegner. Wir wissen nicht, wo sich der Stab momentan befindet.« »Wirklich nicht«, vergewisserte sich Helen Malbindi, »dieses Gerippe bzw. der Afrit, oder was das auch ist, hat den Stab nicht vielleicht bei sich?« »Nein, es trägt einen Rucksack, worin wahrscheinlich der größte Teil von Gladstones Grabbeigaben verstaut ist. Der Stab dagegen ist verschwunden, einer von den Plünderern muss ihn mitgenommen haben.« »Und Sie glauben wirklich, dass der Widerstand dahinter steckt?«, hakte Nathaniel noch einmal nach. »Die Toten, die Sie gefunden haben, müssten dafür doch gewisse Anhaltspunkte liefern. Ich würde gern...« »Nichts für ungut, Mandrake«, fiel ihm Duval ins Wort. »Aber das fällt nicht mehr in Ihren Aufgabenbereich. Das ist jetzt Sache der Polizei.« Nathaniel erwog flüchtig, seine Prager Erlebnisse zu schildern, aber er wußte, dass es zwecklos war. Er hatte keine Beweise. Abgesehen davon war es mehr als wahrscheinlich, dass der Verräter mitten unter Ihnen saß und ihn beobachtete. Deshalb hielt er sich zurück. Der Premierminister wandte sich ab. »Meine Damen, meine Herren, wir müssen die verbliebenen Mitglieder der Widerstandsbewegung ausfindig machen und Ihnen den Stab wegnehmen, aber zuallererst müssen wir das Gerippe unschädlich machen. Rufen Sie Ihre besten Zauberer zusammen, und zwar in...« Er sah auf seine Armbanduhr. »In zwei Stunden.« Aufgeregt plappernd verließ die Ministerschah die Kathedrale, wobei Miss Whitwell und Tallow mit einigem Abstand als letzte gingen. Nathaniel machte keine Anstalten, ihnen zu folgen. In einer Kirchenbank im Mittelschiff saß eine junge Zauberin und blätterte in ihrem Notizbuch. Nathaniel gab sich einen Ruck. »Tag Vennel«, sagte er Bachsch, »haben Sie irgendwas über die Einbrecher rausgefunden?« Sie zuckte die Achseln. »Nicht viel. Laut Ausweis handelt es sich bei dem alten Mann um einen gewissen Terence Pennyfeather. Ihm gehörte in Southwark ein Laden für Künstlerbedarf. Die anderen sind wesentlich jünger, vielleicht waren sie seine Angestellten. Wie sie heißen, habe ich noch nicht feststellen können. Ich wollte gerade nach Southwark fahren und seine Akte einsehen.« Nathaniel sah auf die Uhr. »Ich komme mit.« Vor Pennyfeathers Künstlerbedarf hatten sich etliche stämmige Nachtpolizisten postiert. Drinnen kehrten Zauberer aus verschiedenen Dienststellen das unterste zu Oberst. Nathaniel und Vennel zeigten ihre Ausweise vor und gingen hinein. Sie kümmerten sich nicht um die Suche nach gestohlenen Artefakten, die ringsum im Gange war, sondern nahmen sich den Stapel zerfledderter Geschäftsbücher hinter der Ladentheke vor. Es dauerte nicht lange, bis Vennel eine Namensliste fand. »Erst eine Aufstellung der Lohnzahlungen,« verkündete sie, »die reicht ein paar Monate zurück. Die Betreffenden könnten der Widerstandsbewegung angehören. Jedenfalls ist heute keiner von ihnen zur Arbeit erschienen.« »Lassen Sie mal sehen!« Nathaniel überflog die Liste. Anne Stevens, Kathleen Jones, Nicholas Drew, die Namen sagten ihm alle nichts. »Halt! Stanley Haig und Frederick Weaver.« Fred und Stanley ganz eindeutig, er war auf der richtigen Spur, aber eine Kitty schien es nicht gegeben zu haben. Er blätterte zur Lohnliste des Folgemonats um, wieder dieselben Namen. Er gab Vennel das Buch zurück und trommelte ungeduldig auf den Glastresen. »Hier ist noch eins, Sir!« »Sparen Sie sich die Mühe, ich habe schon genug...« »Moment mal!« Er riss Vennel das Blatt förmlich aus der Hand, kniff die Augen zusammen und sah noch einmal hin. Da war ja, was er suchte, die gleiche Liste, nur mit einer kleinen Änderung. Anne Stevens, Kitty Jones, Nicholas Drew. Kein Zweifel, Kitty Jones und Kathleen Jones waren ein und dieselbe Person. »Ist Ihnen nicht gut, Mr. Mandrake?« erkundigte sich Vennel besorgt. Mit einem Mal passte alles zusammen. »Doch, doch, mir geht's gut, es ist bloß...« Er lächelte sie an und zupfte seine Manschette zurecht. »Mir ist eben eine Idee gekommen.« Seit der Blütezeit von Prag war das die größte Sammelbeschwörung, an der ich teilnahm. Vierzig Gin materialisierten sich mehr oder minder gleichzeitig in einem riesigen Beschwörungsraum in Whitehall. Wie immer in solchen Fällen war es trotz redlicher Bemühungen der Zauberer ein fürchterliches Durcheinander. Wir waren eine brüllende, schnatternde Menagerie, umwölkt von beißendem Schwefelgestank. Aus purer Langeweile hatte ich mich auf einem meiner früheren Lieblingsgestalten besonnen, eine geflügelte Schlange mit einem silbernen Federkranz am Hinterkopf. Rechts neben mir materialisierte sich ein vogelähnliches Vieh auf Stelzbeinen, links neben mir ein schauriges Geblubber aus blaugrünem Rauch. Dahinter erspähte ich einen geifernden Greifen, und dahinter wiederum eine eher peinliche, denn eindrucksvolle Erscheinungsform, einen grob geschnitzten, plumpen Schemel. Alle hielten wir in Erwartung unserer Aufträge den Blick auf unsere Herren gerichtet. »Ahm«, höstelte die silbergefiederte Schlange diskret. »Hä?« Keine Reaktion. So ein Pflege. Erst wird man beschworen und dann nicht mal zur Kenntnis genommen. Ich höstelte energischer. »Faniel«, das zeigte Wirkung. Sein Kopf fuhr in die Höhe und ruckte hektisch von rechts nach links und wieder zurück. »Halt die Klappe«, zischte er. »Und was soll das hier für eine Veranstaltung sein, bitte sehr?«, fragte ich seelenruhig. »Ich dachte, wir beide hätten was Persönliches am Laufen, und plötzlich macht jeder Hansel mit seinem Hilfskobold mit.« »Höchste Dringlichkeitsstufe. Ein durchgedrehter Dämon geht um und muss unschädlich gemacht werden.« »Wenn du diesen Haufen da loslässt, ist er nicht mehr der einzige Durchgedrehte, der umgeht.« Ich deutete züngelnd nach links. »Guck dir den da ganz am Ende an, der ist als Schemel erschienen, total bescheuert, andererseits nicht ganz unoriginell.« »Das ist ein Schemel. Das Pentagramm dort wird nicht benutzt. Und jetzt pass auf. Hier überstürzen sich die Ereignisse. Der Widerstand hat Gladstones Grab aufgebrochen und dabei den Hüter seiner Schätze befreit. Der tobt jetzt durch London und verursacht ein fürchterliches Chaos. Der Premierminister hat angeordnet, ihn zur Strecke zu bringen, und deshalb hat man euch gerufen.« »Uns alle? Muss ja ein höllischer Brummer sein. Ist es ein Afrit? Das nehmen wir jedenfalls an. Ein einigermaßen mächtiger, und er blamiert uns, wo er kann. Falls du dem Demo... Ich meine den Afriten aufstöberst, dann sieh zu, ob du von ihm irgendwas über die Widerstandsbewegung erfahren kannst, insbesondere über ein Mädchen namens Kitty. »Es wäre möglich, dass sie mit einem sehr wertvollen Zauberstab entkommen ist. Der Afrit ist vielleicht in der Lage, uns eine detaillierte Personenbeschreibung zu liefern.« »Kitty«, die Schlange züngelte nachdenklich. »Ein Mädel dieses Namens aus dem Widerstand war uns doch schon mal in die Quere gekommen. Ein dreistes Ding mit flatterigen Hosenbeinen.« »Mir fiel noch etwas ein.« »War sie das, die dir damals den Zauberspiegel abgenommen hat?« Er machte sein typisches begossener Pudelgesicht. »Kann schon sein.« »Und jetzt hat sie sich Gladstones Zauberstab geklemmt? Da sagt noch einer, die jungen Leute könnten sich heutzutage nicht mehr hocharbeiten.« »Es war ein sehr guter Zauberspiegel.« »Von mir aus, aber du wirst wohl zugeben, dass er nicht ganz Europa in Schutt und Asche gelegt hat. Dieser Stab ist ein echtes Prachtstück. Du hast gesagt, er hat die ganze Zeit in Gladstones Gruft gelegen?« »Allem Anschein nach, ja.« Der Junge sah sich argwöhnisch um. »Das ist doch super peinlich. Niemand hat sich je getraut, das Grab zu öffnen, und dann kommt so ein dahergelaufener Haufen gewöhnlicher und macht die Regierung lächerlich. Aber ich bin entschlossen, das Mädchen zu finden.« Ich zuckte die nicht vorhandenen Schultern. »Warum wünschst du ihr nicht einfach alles Gute und lässt sie in Frieden? Damit sie den Stab an den meistbietenden verscherbelt, das wäre ja noch schöner.« Mein Herr beugte sich noch weiter vor. »Ich glaube, ich weiß, wie ich ihr auf die Spur komme. Und wenn es mir gelingt, tja, ich habe so einiges über diesen Zauberstab gelesen. Er ist sehr mächtig, das schon, aber die Bedienungsformel soll ziemlich simpel sein.« Er richtete sich ungeduldig auf. »Was lungern die hier noch alle rum? Sie sollten längst ausgeschwärmt sein. Ich habe Wichtigeres zu tun.« »Die Wachten des Butterblümchen drüben in der Ecke seine Beschwörung auf die Reihe kriegt.« »Wer, Terlow, was treibt der Schwachkopf da schon wieder? Warum ruft er nicht einfach sein grünes Affenvieh?« »Nach dem Kilo Räucherwerk zu schließen, dass er abbrennt, und dem dicken Wälzer, den er zu Rate zieht, hat er was richtig Großes vor.« »Vermutlich will er uns mit einem höheren Dämon beeindrucken,« brummelte der Junge. »Typisch. Da würde er alles tun, um bei Whitwell nicht in Ungnade zu fallen.« Die geflügelte Schlange wiegte sich schneller hin und her. »Boah, krass! Was ist denn jetzt los? Wie du ausgesehen hast, gerade hast du einen Moment lang richtig verächtlich gegrenzt. Mir ist es eiskalt die Schuppen runtergelaufen.« »Rät keinen Stuss! Wer von uns beiden ist denn hier als Riesenschlange aufgekreuzt? Dieser Talow sitzt mir schon viel zu lange im Nacken, das ist alles. Er und alle anderen, ich kann hier keinem vertrauen. Da fällt mir wieder ein...« Jetzt beugte er sich ganz weit vor, und die Schlange senkte den majestätischen Kopf, um ihn besser zu verstehen. »Ab sofort brauche ich dringender denn hier deinen Schutz. Du hast ja gehört, was der Schwarzbart gesagt hat. Ein britischer Beamter muss ihm gesteckt haben, dass wir nach Prag kommen.« Die gefiederte Schlange nickte. »Freut mich, dass du es endlich geschnallt hast. Mir war das schon längst klar. Apropos, hast du die beiden tschechischen Spione schon aus dem Gefängnis geholt?« Seine Stirn verfinsterte sich. »Hetz mich nicht, zur Zeit haben andere Dinge voran.« »Wer hat denn überhaupt gewusst, dass du nach Prag fliegst? Whitwell? Talow?« »Ja, und noch jemand im Außenministerium. Ach ja, und Duval vielleicht auch.« »Der fiese Polizeichef, aber der ist doch gegangen bevor...« »Das weiß ich selber, aber es könnte doch sein...« Unser Gespräch wurde plötzlich durch einen unerwarteten Vorfall unterbrochen. Der gelbgesichtige Talow war endlich mit seiner langatmigen Beschwörung fertig und ließ das Buch sinken, aus dem er die Formel abgelesen hatte. Erst geschah gar nichts, und er wartete schwer atmend, dass sein Ruf gehört wurde. Dann stieg in dem kleineren Pentagramm plötzlich eine schwarzbrodelnde Rauchsäule empor, in der gelbe Blitze knisterten. Ein bisschen abgedroschen, aber in diesem Rahmen recht ordentlich ausgeführt. Der Qualm verdichtete sich zu einer muskelbepackten, schwarzen Gestalt von zwei Metern Höhe inklusive vier wild herumfuchtelnder Arme. Sie tigerte die Begrenzungen des Pentagramms ab und suchte nach einer Schwachstelle, und zu ihrer offenkundigen Verwunderung fand sie auch eine. Sogleich dehnte sich das Pseudopodium aus und entströmte durch das Leck. Talow äußerte ein paar unverständliche Laute, für mehr blieb ihm keine Zeit. Im nächsten Augenblick waren beide Pentagramme leer, bis auf einen verräterischen Brandfleck an der Stelle, wo eben noch Talow gestanden hatte. Daneben lag das angekokelte Buch. Im Beschwörungsraum herrschte betroffenes Schweigen. Die Zauberer waren wie vor den Kopf geschlagen, die Schreiber hingen schlaffer während Stühlen. Unter uns höheren Wesen setzte ein vergnügtes, anerkennendes Geplauder ein. Ich wechselte ein paar Worte mit dem grünen Geblubber und dem stelzbeinigen Vogel. Klasse Auftritt! Eins herausgeführt! Die glückliche Mann hat ihr angesehen, dass sie es selber kaum fassen konnte. Tja, wie oft hat man schon so eine Gelegenheit! Leider viel zu selten. Ich erinnere mich nur an einen ähnlichen Vorfall damals in Alexandria. Da war so ein junger Lehrling. Der Trottel muss sich bei einem Bindebefehl versprochen haben. Entweder das oder es lag an einem Druckfehler. Habt ihr gesehen, dass er aus dem Buch abgelesen hat? Er hat zuerst Exziteris und danach erst Stringaris gesagt. Ich hab's genau gehört. Nein, echt typischer Anfängerfehler. Bartimaeus, so höre! Mein Herr stapfte mit wehendem Mantel wieder in sein Pentagramm. Die anderen Zauberer überall im Raum machten es genauso. Auf einmal wirkten sie sehr geschäftsmäßig und konzentriert. Meine Mitsklaven und ich wandten uns ihnen widerstrebend zu. Bartimaeus, wiederholte der Junge und seine Stimme bebte dabei, »Tu, was ich dir gebiete. Zieh hinaus in die Welt und bring den entsprungenen Afrieten zur Strecke. Ich verbiete dir, zu mir zurückzukehren, ehe er vernichtet ist.« Wenn er so drauf war, hatte es wenig Zweck, mit ihm zu diskutieren. Die gefiederte Schlange ringelte sich zusammen, und ich schloss mich meinen Schicksalsgenossen an. Ich flog eine Zeit lang in Wasserspeiergestalt ziellos kreuz und quer über die Innenstadt. Weil mir sonst nichts Besseres einfiel, steuerte ich irgendwann ein hässliches Hochhaus an, um mich mit den dort dienstschiebenden Wachen auszutauschen. Der Wasserspeier landete anmutig wie eine prima Ballerina. »Hey, ihr Bein, ist das Gerippe hier vorbeigekommen? Na, wird's bald!« Angesichts der Tatsache, dass es sich um zwei kleine blaue Kobolde von der nervtötenden Sorte handelte, fand ich mich vergleichsweise höflich. »Es ist ungefähr vor zwei Stunden hier vorbeigekommen. Keine Ahnung, wo es hin wollte. Wir hatten genug damit zu tun, uns zu verstecken, der Kerl spinnt ja total.« »Inwiefern?« Der Kobold überlegte. »Der hier, der redet so komisches Zeug daher, und eben hat er noch gute Laune, und auf einmal, na ja, sieh dir an, was er mit Hibbit gemacht hat.« »Ne, das ist doch quietschvergnügt.« »Das ist Tibbit. Tibbit hat's nicht erwischt, mich auch nicht. Er hat gesagt, uns schnappt er sich beim nächsten Mal.« »Beim nächsten Mal?« »Ja. Inzwischen ist er schon fünfmal hier rumgekommen. Jedes Mal hält er uns erst einen superöden Vortrag, und dann frisst er einen von uns. Fünf sind schon futsch, zwei sind noch übrig. Ich sag's dir, so eine Mischung aus Angst und Langeweile macht einen echt fertig. Glaubst du, der Zehennagel hier ist eingewachsen?« »Kann ich nicht beurteilen, wann kommt das Gerippe wieder?« »In zehn Minuten, wenn es seinen Zeitplan einhält.« Der Wasserspeier schnurrte zu einem blauen Kobold zusammen. Mit etwas Glück schnappte sich ein anderer Chin den Affreten, bevor er zurückkam. Wenn nicht, musste eben ich ran. Zehn Minuten später verfielen meine Koboldkollegen in eine Art Torschlusspanik, hörten auf, an ihren Zehennägeln rumzufriebeln und ihre Schwänze zu wienern und hüpften in dem Versuch, sich hinter dem jeweils anderen zu verstecken, über das Dach. Ich entdeckte zwei, drei andere Chin, die einer hüpfenden Gestalt in sicherer Entfernung folgten. Warum sie noch nicht zugeschlagen hatten, war mir ein Rätsel. Das Geschöpf kam direkt auf mich zu. Ich erhob mich, drapierte den Schwanz geschmackvoll über meine Schulter und wartete ab. Die beiden anderen Kobolde flitzten quiekend um mich herum, bis ich den Fuß ausstreckte und dem einen ein Bein stellte. Der andere konnte nicht mehr bremsen und plumpste auf seinen Kameraden. »Stell jetzt!« fauchte ich. »Habt ihr denn gar keinen Stolz?« Sie glotzten mich stumm an. Als ich aufblickte, stand kaum zwei Meter entfernt, breitbeinig über dem Gelände des Flachdachs, der ausgebrochene Affried. Ich gestehe, dass mich sein Äußeres verblüffte. Ich spreche nicht von der goldenen Maske oder dem Gerippe, das war nichts Besonderes, schließlich bin ich selbst schon dutzende Male als Gerippe erschienen, wer nicht. Nein, was mich überraschte, war vielmehr die Erkenntnis, dass sich die eigene Substanz des Affrieden irgendwo in den sterblichen Überresten des Zauberers verbarg. Er besaß keine eigene Gestalt, weder auf dieser noch auf einer anderen Ebene. So etwas hatte ich noch nicht erlebt. Das Gerippe betrachtete die Kobold-Truppe mit schiefgelegtem Schädel. »Seid ihr da am Brüten?« »Nein«, antwortete ich, »ich meine, eure Anzahl. Vorhin waren doch nur noch zwei von euch übrig.« »Ich bin die Verstärkung«, erklärte ich. »Die beiden haben mich gerufen, damit ich dich kennenlernen und reden hören kann, und natürlich, damit ich mich von dir auffressen lassen kann.« Das Gerippe drehte eine Pirouette auf dem Geländer. »Nein, wie reizend«, rief es fröhlich, »ein echtes Kompliment für meine Schönheit und Redegewandtheit. Ihr Kobolde seid eben doch klüger, als ihr aussieht.« Etwa fünfzig Meter hinter ihm erspähte ich die beiden anderen Djinn, die sich wie zwei kleinkriminelle Halbwüchsige hinter einem Schornstein versteckten und sich das kleine Intermezzo von Weitem zu Gemüte führten. So gesehen hatten wir den seligen Gladstone so gut wie umzingelt. »Du scheinst ja richtig guter Laune zu sein.« »Warum auch nicht?« Das Gerippe machte ein paar letzte Steppschritte und ließ dazu die Knochenfinger wie Kastagnetten klappern. »Ich bin frei«, rief es. »Frei wie ein Vogel, Vogel frei. Klingt das nicht hübsch?« »Ja, sehr hübsch.« Der Kobold kratzte sich mit der Schwanzspitze am Kopf. »Aber du bist immer noch in dieser Welt gefangen«, gab ich zu bedenken, »zumindest scheint es mir von hier aus gesehen so zu sein. Demnach bist du nicht richtig frei, oder? Richtig frei bist du erst, wenn du deine Fesseln gesprengt hast und wieder heimkannst.« »Das habe ich mir auch immer gesagt, als ich noch in dieser muffigen Gruft lag«, erwiderte das Gerippe, »aber jetzt nicht mehr. Sieh mich an, ich gehe, wohin ich will, ich kann tun und lassen, was ich will. Die ganze Welt ruft mir zu. Komm her, Honorius, tu, wonach dir der Sinn steht. Das, mein kleiner Kobold, das nenne ich Freiheit. Verstehst du?« Damit schoss es auf mich zu, die Finger zuckten krampfhaft und in den leeren Augenhöhlen hinter der Maske flackerte es plötzlich rot und mocht lustig. Ich sprang erschrocken zurück. »Sieh dir diesen Sonnenuntergang an«, seifzte es wie im Selbstgespräch, »wie Blut auf Schmelzkäse.« Die beiden Kobolde lagen ganz richtig, der Afrit war total durchgeknallt. »Nichts für ungut, Herr Knochenmann«, sagte ich, »als schlichter Kobold möchte ich Sie ersuchen, mich über eines aufzuklären. Stehen Sie immer noch unter einem Bann?« Ein langer, verkrümmter Fingernagel deutete auf die Goldmaske. »Siehst du den da?«, fragte das Gerippe zurück, und Schwermut schwang in seiner Stimme mit. »Es ist alles seine Schuld. Mit seinem letzten Atemzug hat er mich in diese Gebeine gebannt, hat mir aufgetragen, sie bis in alle Ewigkeit zu behüten und seine Schätze ebenfalls. Das meiste habe ich dabei.« »Es drehte sich um, und ich sah, dass es einen modernen Rucksack trug, was reichlich unpassend wirkte.« »Außerdem«, ergänzte es, »soll ich all jene töten, die in seine Gruft eindringen. Immer zehn von zwölfen ist doch eigentlich nicht schlecht, oder?« »Ein prima Schnitt«, erwiderte der Kobold. »Das hätte niemand besser machen können, und die beiden waren vermutlich ziemlich harte Brocken, was?« Das rote Licht flackerte wieder auf, und hinter der Maske hörte man Zähne knirschen. »Einer war, glaube ich, ein Mann, ich hab's nicht so genau gesehen. Der war feige, ist schon abgehauen, als seine Freunde noch gekämpft haben. Aber die andere, das war ein munteres Persönchen. Wie gern hätte ich ihren weißen Hals in die Finger gekriegt. Sie hatte massives Silber dabei, das hat Honorius in den Knochen gezwackt, als er in Arie greifen wollte. »Das ist ja abscheulich«, der Kobold schüttelte traurig den Kopf. »Wetten, sie hat ihr noch nicht mal verraten, wie sie heißt?« »Stimmt, aber ich hab gehört, wie die anderen sie angeredet haben.« »Ha, und damit krieg ich sie doch noch.« Das Gerippe führte einen kleinen Kriegstanz auf. »Kitty«, heißt sie, »und wenn ich sie erwische, muss die kleine Kitty sterben, aber ich hab's nicht heilig, ich hab Zeit.« »Aha«, der Kobold kniff die Lippen zusammen. »Und weißt du, was das Beste ist?« Das Gerippe beugte sich vertraulich zu mir herab. »Es tut überhaupt nicht weh.« »Ich versuchte hinlänglich Interesse zu bekunden.« »Ganz recht, überhaupt nicht. Das erzähle ich auch jedem Geist, dem ich begegne. Die beiden da hinten.« Es zeigte auf die beiden anderen Kobolde, die inzwischen genug Grips gehabt hatten, sich ans andere Dachende zu verdrücken. »Die beiden da hinten haben es sich schon ein paar Mal angehört. Diese Gebeine schützen meine Substanz, weshalb ich nicht in der Verlegenheit bin, mir eine eigene verwundbare Erscheinungsform suchen zu müssen. Ich hab's mir in den Knochen so gemütlich gemacht wie ein Vögelchen in seinem Nest. Kaum zu fassen, dass nicht schon eher jemand auf diese Idee gekommen ist.« Der Kobold brach sein Schweigegelübde. »Vielleicht deshalb, weil der betreffende Zauberer dazu tot sein muss?« »Die meisten Zauberer sind nicht bereit, ein solches Opfer zu bringen. Denen ist es piep, egal, ob unsere Substanz leidet, während wir ihnen zu Diensten sind. Wahrscheinlich ist es ihnen sogar ganz recht. Auf diese Weise bleiben wir bei der Stange.« Die Maske musterte mich. »Für ein Kobold bist du ganz schön unverschämt«, sagte sie schließlich. »Dich fräse ich als Nächsten.« Wieder schoss es auf mich zu. Ich schlug einen Purzelbaum rückwärts und entging den Knochenhänden mit knapper Not, hing allerdings mit dem Hintern gefährlich über dem Geländer. »Dann stört es dich also nicht, dass du den Stab verloren hast?« sagte ich rasch und machte den beiden Djinn auf dem Nachbardach hektische Schwanzzeichen. Es war an der Zeit, Honorius und seinem Größenwahn Einhalt zu gebieten. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sich der eine, ein Orang-Utan, unter den Achseln kratzte. Entweder wollte er mir damit heimlich bedeuten, dass die Rettung nicht mehr fern war, oder er hatte gar nicht hergesehen. »Der Stab«, wiederholte das Gerippe mit funkelnden Augen. »Doch, mich zwickt ein bisschen das Gewissen, aber was soll's, den hat bestimmt diese Kitty eingesteckt. Sie ist hier in London, und früher oder später finde ich sie.« Ich war mit entblößtem Totenkopf herum. »Gib das wieder her!« »Hoppla, jetzt ist mir das Ding doch glatt aus der Hand gerutscht!« Ich schleuderte die Maske mit aller Kraft wie ein goldenes Frisbee in die Tiefe. Das Gerippe stieß ein Wutgebrüll aus und schickte in rascher Folge drei Detonationen in meine Richtung, dass es nur so zischte. Der Kobold hüpfte übers Geländer, wo ich mich mit meinen Saugnipfen an die nächstbeste Fensterscheibe klebte. Von dort aus winkte ich noch einmal den beiden Djinn, die hinter dem Schornstein hervorspitzten, und pfiff so schrill ich konnte. Anscheinend war Honorius' gekonnte Handhabung der Detonationen Ursache ihres Zögerns gewesen. Ich war erleichtert, als sich der Orang-Utan und widerstrebend auch sein Freund Stelzvogel endlich rührten. Das Gerippe stand über mir an der Dachkante, und ich hörte, wie es sich quietschend die Halswirbelsäule nach mir verrenkte. Honorius machte soeben die Erfahrung, dass sein Einzug in Gladstones Gebeine den Nachteil hatte, dass er die Gestalt nicht wechseln konnte. Jeder vernünftige Affret hätte sich spätestens jetzt Flügel wachsen lassen. Ich dagegen, Bartimaeus, brauchte nicht lange zu grübeln. Millimeter für Millimeter kroch ich im Seitwärtsgang erst über die Scheibe und dann über die Hauswand bis an die Ecke des Gebäudes. Dort kletterte ich wieder senkrecht nach oben und spähte über das Geländer, wenn es bloß noch ein Momentchen länger in dieser Stellung verhachte. Ausgerechnet jetzt wurde meine Strategie durch das überraschende Eingreifen von Vogel und Orang-Utan zunichte gemacht. Sie stießen vor der nicht vorhandenen Nase des Gerippes vom Himmel herab, und jeder feuerte im Flug eine Ladung Magie ab. Die beiden Kraftblitze erwischten das Gerippe voll und warfen es rücklinks aufs Dach. Mit jener Geistesgegenwacht, die mein Markenzeichen ist, verwarf ich meine ursprüngliche Taktik, wurde zum Wasserspeier und stand meinen Genossen bei. Doch unser Gegner sprach nur ein Wort, stampfte mit dem Fuß auf, und alle drei Attacken lösten sich spurlos auf. Gladstones Schädel drehte sich knarrend und sagte zu mir, »Was glaubst du wohl, warum mein Herr ausgerechnet mich erwählt hat in seinen Gebeinen zu Hause? Ich bin Honorius, einer Fried der neunten Ebene. Niedere Chin können mir nichts anhaben, und jetzt lass mich gefälligst in Ruhe.« Grüne Kraftstrahlen sprühten aus seinen Fingerspitzen. Der Wasserspeier stürzte sich vom Dach, Vogel und Orang-Utan setzten ihren Sturzflug fort. Das Gerippe sprang auf ein tiefer gelegenes Dach und hüpfte heiter seines Weges. Die drei Chin hielten im freien Fall Kriegsrat. »Mir gefällt dieses Spielchen überhaupt nicht«, sagte der Orang-Utan. »Mir auch nicht«, meinte der Vogel. »Ihr habt es ja gehört, er ist unverwundbar. Ich kann mich noch an die Geschichte im alten Siam erinnern. Der eine Afrit des Königs, der...« »Gegen Silber ist er nicht immun«, unterbrach ihn der Wasserspeier. »Hat er mir selber gesagt?« »Schon, aber wir auch nicht«, wehrte der Orang-Utan ab. »Wann Silber kriege ich Fellausfall?« »Wir brauchen ja nicht damit in Berührung zu kommen, oder? Kommt mal mit.« Ein kurzer Blick auf die Einzelhandelsgeschäfte der Gegend bestätigte mich in meiner Idee. Ein richtiger Silberschmied pries seine Künste mit einer vollgestopften und liebevoll arrangierten Auslage an. Vogel und Orang-Utan, denen es gelungen war, drei lange Geländerstangen in ihren Besitz zu bringen, hielten ängstlich Abstand, denn die eisige Aura des Silbers wirkte bereits auf unsere Substanz, noch ehe wir die Straße ganz überquert hatten. Aber der Wasserspeier konnte darauf jetzt keine Rücksicht nehmen. Ich griff mir eine Stange und schlug die Scheibe ein. Dann schob ich die Stange geschickt in den Henkel eines großen Humpens und machte mich mit meiner Beute davon. »Seht ihr?« Ich ließ den Humpen vor den Augen meiner staunenden Kollegen an der Stange hin- und herschaukeln. »Das ist die erste Lanze. Fehlen noch zwei.« Nach zwanzig Minuten Tiefflug hatten wir das Gerippe geortet. Jeder von uns dreien trug eine selbstgebastelte Lanze mit einem Silbergegenstand am anderen Ende. Der Vogel hatte einen Dartpokal an seiner Stange hängen, der Orang-Utan, der ein paar Minuten mit dem vergeblichen Versuch verplempert hatte, einen großen Teller auf der Spitze seiner Stange zu jonglieren, hatte sich schließlich mit einem Toastständer begnügt. Den Vogel entdeckte Honorius zuerst. Der Kraftstrahl zischte zwischen den Starksbeinen meines gefiederten Kampfgenossen durch und pulverisierte eine öffentliche Bedürfnisanstalt. Da war auch schon der Orang-Utan heran und rammte den Toastständer zwischen Gladstones Schulterblätter. Es sprühte grüne Funken, dann stank es nach versenktem Stoff und das Gerippe machte einen Riesensatz. Mit einem durchdringenden Schrei landete es, sprang in Richtung Straße davon und entging dort nur knapp meinem Silberhumpen. »Pfui, ihr Verräter!« Honorius nächster Kraftstrahl zischte haarscharf am Ohr des Wasserspeiers vorbei, und während er noch versuchte, meine wilde Flucht mit dem Blick zu verfolgen, schlich sich der Vogel von hinten an und kitzelte ihn mit dem Dartpokal am Schenkelknochen. Als er sich umdrehte, um diesen Angriff abzuwehren, kam der Toastständer wieder zum Einsatz und immer sofort. So flink sich das Gerippe auch drehte und wendete, eine der drei Silberwaffen lauerte immer hinter seinem Rücken. Bald zielte es nicht mehr richtig, und die Kraftstrahlen wurden schwächer. Im Handumdrehen stand das Gerippe mit dem Rücken zum Sockel eines Obelisken. Der Schädel ruckte panisch hin und her, die roten Lichter suchten flackernd nach einem Fluchtweg. »Honorius«, redete ich es an, »das ist deine letzte Chance. Wir können dir nachfühlen, dass dich das alles sehr angestrengt hat. Wenn du dich nicht aus eigener Kraft aus diesen Gebeinen befreien kannst, so kann gewiss einer der heutigen Zauberer den Bann lösen. Ich werde meinen Herrn bitten, die entsprechende Formel nachzuschlagen.« »Deinen Herrn bitten?«, wiederholte das Gerippe schrill und empört. »Einfach so? Steht ihr so gut miteinander? Das möchte ich doch sehr bezweifeln. Ihr seid doch alle den Launen eurer Herren ausgeliefert. Nur ich nicht. Ich bin als einziger frei.« Ächzend und keuchend kraxelte, glätzte uns Gerippe am Obelisken hoch und benutzte die eingemeißelten Hieroglyphen als Halt. »Wo will er denn hin?«, wunderte sich der Vogel. Der Wasserspeier zuckte die Achseln. »Bringen wir's hinter uns.« Aber als wir mit gezückten Lanzen aufflatterten, hatte das Gerippe die Spitze der uralten Steinsäule erreicht. Es richtete sich unbeholfen auf und reckte die von Lumpen umflatterten Knochenarmigen Westen der sinkenden Sonne entgegen. Dann ging das Gerippe in die Knie, stieß sich ab und vollführte ohne einen Laut einen weiten, anmutigen Kopfsprung in den Fluß. Sie erwachte im Dunkeln und blieb noch eine ganze Weile steif und frierend liegen. Dann stand sie auf, tastete über die Wand und knipste die einsame Glühbirne an. Der Keller sah nicht anders aus als am Vortag, als sie dort nachmittags mit den anderen trainiert hatte. Nick hatte sich im Messerkampf geübt, Fred und Stanley hatten Scheiben geworfen. Dort, wo Freds Scheibe den Balken getroffen hatte, sah man noch die Kerben. Und wozu das alles? Seit über drei Jahren hatte sie ihre körperlichen und geistigen Kräfte ausschließlich der Widerstandsbewegung gewidmet, und jetzt, in einer einzigen Nacht, war das alles wie von einem Sturm hinweggefegt. Ihre Gefährten waren tot oder verschwunden und mit ihnen das gemeinsame Ziel. Aber worin hatte dieses Ziel eigentlich bestanden? Wenn sie sich Mr. Pennyfeather jetzt vorzustellen versuchte, sah sie ihn nicht mehr als die von hehren Visionen beseelte Leitfigur, sondern eher als besseren Dieb, der mit rotem Gesicht grinsend und schwitzend in Särgen nach tückischer Beute wühlte. Und der Dämon hatte behauptet, er habe zehn von zwölf Eindringlingen getötet. Zählte man seine früheren Opfer mit, bedeutete das, dass auch Nick noch am Leben war. Ein spöttisches Grinsen huschte über Kittys Gesicht. Nick war so schnell verschwunden, dass sie nicht einmal mitbekommen hatte, wie er hinausgerannt war. Und dann der schlaue Mr. Hopkins. Wenn sie an den Faden Bücherwurm dachte, packte Kitty heller Zorn. Und was war der Lohn? Leere Hände. Bis auf einen knorrigen alten Holz stecken. Allerdings war es durchaus denkbar, dass sie zu gegebener Zeit wieder Kontakt mit Mr. Hopkins aufnehmen musste. Aber nicht gleich heute. Erst musste sie etwas gegen das grässliche Gefühl unternehmen, ganz allein auf der Welt zu sein. Sie wollte ihre Eltern besuchen. Es dämmerte, als sie in ihre alte Straße einbog, und sie verlangsamte unwillkürlich ihren Schritt, je näher sie ihrem Elternhaus kam. Als sie sah, dass im Wohnzimmer Licht brannte, entfuhr ihr ein erleichterter Seufzer. Gleichzeitig verspürte sie eine gewisse Beklommenheit. Ihre Mutter durfte auf keinen Fall Verdacht schöpfen, dass etwas nicht in Ordnung war. Sie ging zur Haustür und betätigte den Klopfer. Der Schlüssel lag ja noch in ihrer Wohnung. Es kam so lange niemand, dass Kitty noch einmal klopfte. Dann erschien in der Diele ein wohlbekannter, schmaler Schatten und glät zögerlich heran, als wäre er unschlüssig, ob er öffnen sollte. Kitty pochte an die Scheibe. »Mama, ich bin's!« Der Schatten schwebte zaghaft näher. Die Mutter öffnete die Tür einen Spalt und spähte nach draußen. »Ach, Kathleen!«, sagte sie dann. »Hallo, Mama!«, sagte Kitty und drang sich ein Lächeln ab. »Entschuldige, dass ich so unangemeldet aufkreuze!« »Ach so, ja!« Ihre Mutter machte die Tür nicht weiter auf und sah Kitty erschrocken und ein wenig misstrauisch an. »Stimmt was nicht, Mama?«, fragte Kitty, zu müde, um groß darüber nachzudenken. »Nein, nein, alles in Ordnung.« »Darf ich nicht reinkommen?« »Aber doch, natürlich!« Die Mutter trat beiseite und ließ Kitty ein, hielt ihr die kühle Wange zum Begrüßungsküsschen hin und schloss sorgfältig die Tür. »Wo ist Papa? In der Küche? Ich weiß, es ist schon spät, aber ich hab schrecklichen Hunger.« »Wir gehen lieber erst ins Wohnzimmer, Schätzchen.« »Na gut.« Kitty ging durch den Flur in den kleinen Wohnraum. Auf dem kleinen Beistelltisch standen eine dampfende Teekanne und drei Tassen. Auf dem Sofa saß ihr Vater. Im Sessel gegenüber saß ein junger Mann. Kitty blieb betroffen stehen. Die Mutter schloss leise die Tür. Der junge Mann blickte lächelnd auf, und Kitty fühlte sich sofort an Mr. Pennyfeather erinnert, als er die Schätze im Sarkophag erspäht hatte. »Hallo, Kitty!« Kitty erwiderte den Gruß nicht. Sie wußte sehr gut, wer das war. »Kathleen«, sagte ihr Vater so leise, dass man ihn kaum verstand. »Das ist Mr. Mandrake von... von der Abteilung für Innere Angelegenheit, nicht wahr?« »Ganz recht«, bestätigte Mr. Mandrake freundlich. »Er möchte...« Der Vater zögerte. »Er möchte dir ein paar Fragen stellen.« »Oh, Kathleen«, schluchzte die Mutter plötzlich, »was hast du bloß getan?« Kitty schwieg immer noch. In der Jacke hatte sie noch eine Wurfscheibe, sonst war sie unbewaffnet. Sie schielte zum Fenster hinüber. Der junge Mann zeigte aufs Sofa. »Möchten Sie nicht Platz nehmen, Miss Jones?«, fragte er höflich, »oder erwägen Sie soeben, aus dem Fenster zu springen?« Indem er aussprach, was ihr gerade durch den Kopf ging, erwischte sie der Zauberer eiskalt, so daß sie einen Fluchtversuch fürs Erste aufschob. Sie wurde rot, kniff die Lippen zusammen, setzte sich aufs Sofa und blickte den Zauberer mit künstlicher Gelassenheit an. Das war also dieser Mandrake, dessen Leute der Widerstandsbewegung seit Monaten auf den Fersen waren. Seinen Beruf sah man ihm schon von Weitem an, allein die lächerliche Kleidung verriet ihn. Dass er noch so jung war, beruhigte Kitty ein wenig. »Was wollen Sie von mir, Mr. Mandrake?«, fragte sie scheinbar gelassen. »Zunächst einmal möchte ich Ihnen mitteilen, dass Sie verhaftet sind.« »Und weshalb?« Kitty hörte, daß ihre Stimme schwankte. »Nun sagen wir«, bei jedem Punkt der nun folgenden Aufzählung tippte er die Fingerspitzen bekräftigend aneinander. »Terrorismus, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Verrat an Mr. Devereaux, Vandalismus, vorsätzliche Beschädigung, fremden Eigentums, Verabredung zur Mord, Raubüberfall, Grabschändung.« »Ich verstehe das nicht«, sagte Kitty, ohne eine Miene zu verziehen. »Das sind alles schwerwiegende Anschuldigungen. Haben Sie dafür irgendwelche Beweise?« »Sie wurden in Gesellschaft diverser und bekannter Verbrecher gesehen, die der Widerstandsbewegung angehören.« »Gesehen? Was soll das heißen? Wer hat das behauptet?« »Du dummes Ding, sagt die Wahrheit«, mahnte ihr Vater. »Misch dich nicht ein, Papa!« »Besagte Verbrecher«, fuhr der Zauberer fort, »wurden heute Morgen tot in einer Gruft in Westminster Abbey aufgefunden, die sie zuvor geplündert hatten. Der eine war ein gewisser Mr. Pennyfeather, ihr Arbeitgeber, soweit ich unterrichtet bin.« »Ich hab's ja immer geahnt, dass mit dem Kerl was nicht stimmt«, flüsterte die Mutter. Kitty holte tief Luft. »Es tut mir leid, das zu hören, aber Sie erwachten doch wohl nicht, dass mich mein Arbeitgeber über sein Privatleben unterrichtet. Da müssen Sie sich schon etwas Besseres einfallen lassen, Mr. Mandrake.« »Nun, was das betrifft«, der Zauberer lehnte sich lächelnd zurück, »drängt sich beispielsweise die Frage auf, wieso Ihre Kleidung voller weißer Flecken ist. Man könnte fast an Schimmel denken, vielleicht aus einer alten Gruft.« Auch könnte man sich fragen, warum Sie heute früh nicht zur Arbeit erschienen sind. Nicht zu vergessen gewisse Akten, die ich vorhin im Staatsarchiv eingesehen habe. Sie beziehen sich auf einen Gerichtsprozess. »Kathlyn Jones gegen Julius Tallow. Ein hochinteressanter Fall.« »Und dann wäre da noch der Zeuge, der miterlebt hat, wie Sie zusammen mit dem leider verstorbenen Fred und dem leider ebenfalls verstorbenen Stanley mit Diebesgut gehandelt haben. Ein Zeuge, den Sie niedergeschlagen und liegen gelassen haben, weil Sie ihn für tot hielten.« »Und wer ist dieser angebliche Zeuge, wenn ich fragen darf?«, fauchte Kitty. »Er lügt nämlich.« »Oh nein, ich halte ihn im Gegenteil für ausgesprochen vertrauenswürdig.« Der Zauberer kicherte und strich sich das Haar aus dem Gesicht. »Erinnern Sie sich jetzt?« Kitty sah ihn verständnislos an. »Woran denn?« Der Zauberer zog die Brauen hoch. »Na, an mich natürlich.« »An Sie sind wir uns schon mal begegnet? Wissen Sie das nicht mehr? Es ist schon ein paar Jahre her und ich gebe zu, dass ich damals noch etwas anders aussah. Hatten Sie vielleicht nicht so affige Klamotten an?« Kitty hörte ihre Mutter einen leisen, kummervollen Seufzer ausstoßen, aber es kümmerte sie so wenig wie das Seufzen eines völlig Fremden. Jetzt, da alles aus war, verspürte Kitty keine Angst mehr, nur einen überwältigenden Widerwillen gegen den hochnäsigen jungen Mann, der ihr gegenüber saß. Sie verschränkte die Arme und sah ihn offen an. »Fahren Sie bitte fort!«, verlangte sie. »Klären Sie mich auf!« Der Junge räusperte sich. »Vielleicht hilft Folgendes Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge. Vor drei Jahren in Nordlondon? Eine kalte Dezembernacht?« »Nein«, er seufzte. »In einer dunklen Gasse?« Kitty zuckte desinteressiert die Achseln. »Es gibt viele dunkle Gassen in London, sie haben wahrscheinlich ein Allerweltsgesicht.« »Nun, Ihr Gesicht habe ich jedenfalls nicht vergessen.« Jetzt machte er keinen Hehl mehr aus seinem Zorn. »Und Ihre Freunde Fred und Stanley auch nicht, denn die beiden haben mich beklaut und wollten mich umbringen.« »Beklaut?« Kitty sah ihn zweifelnd an. »Was haben Sie ihn denn entwendet?« »Einen wertvollen Zauberspiegel.« »Ach!« Kitty kam eine schwache Erinnerung. »Sie waren das damals, der kleine Spitze, jetzt erinnere ich mich an Sie. Und an Ihren Spiegel, der war vielleicht ein Fusch.« »Ich habe ihn selbst gemacht.« »Wir konnten ihn nicht mal benutzen.« Mr. Mandrake nahm sich mit sichtlicher Mühe zusammen und sagte mit gefährlich ruhiger Stimme. »Jedenfalls streiten Sie die Anschuldigung nicht mehr ab.« »Nein«, erwiderte Kitty, sprang auf und fühlte sich dabei lebendiger als seit Monaten. »Es stimmt alles, was Sie eben gesagt haben, und noch viel mehr. Bloß schade, dass jetzt alles vorbei ist. Nein, erwarten Sie, eins streite ich doch ab. Sie haben gesagt, ich hätte Sie damals auf der Straße liegen lassen, weil ich Sie für tot gehalten hätte. Das stimmt nicht. Fred wollte Ihnen die Kehle durchschneiden, aber ich war dagegen. Ich weiß wirklich nicht, wieso Sie, elender kleiner Kriecher, Sie. Damit hätte ich der Menschheit einen großen Dienst erwiesen.« »Tatsächlich?« Auch der Junge war aufgestanden. »Das reicht jetzt. Im Tower von London haben Sie demnächst hinreichend Gelegenheit, ihre Ansichten in Modefragen in Ruhe zu überdenken.« »Nein«, Kittys Mutter warf sich ihm flehend zu Füßen. »Bitte, Mr. Mandrake.« »Ist schon gut, Mama, du kannst wieder aufstehen.« Kitty hielt mit ihrer Verachtung nicht hinterm Berg. »Er steckt mich schon nicht in den Tower. Ich wüsste nicht, wie er das anstellen will.« »Ach nein«, fragte der Junge belustigt. »Nein, ich komme nicht freiwillig mit, Mr. Mandrake.« Kitty sprang ihn an und versetzte ihm einen Fausthieb. Es krachte dumpf, als sie ihn am Wangenknochen traf. Er kippte rücklings in den Sessel. Kitty stieg über ihre am Boden liegende Mutter und lief zur Tür. Da packte sie jemand mit eisernem Griff an der Schulter. Ihr Vater sah sie mit weißem Gesicht ausdruckslos an. »Lass los, Papa!« Sie zerrte ihn am Ärmel, aber sein Griff war wie ein Schraubstock. »Was hast du getan?« Er betrachtete sie voller Abscheu, als wäre sie ein Ungeheuer. »Was hast du getan?« »Papa, lass mich einfach gehen. Bitte lass mich einfach gehen.« Kitty sträubte und wandte sich, doch der Vater packte sie nur noch fester. Vom Boden streckte ihre Mutter halbherzig die Hand aus und umklammerte ihr Bein, als sei sie noch unschlüssig, ob sie an die Vernunft ihrer Tochter appellieren oder sie ebenfalls festhalten wollte. Drüben im Sessel schüttelte sich der Zauberer wie ein nasser Hund und wandte den Kopf in ihre Richtung. Er sprach schroff ein paar Worte in einer fremden Sprache und klatschte in die Hände. In einer Dunstwolke erschien eine verschwommene blau-schwarze Gestalt mit schlanken Hörnern und ledrigen Flügeln und musterte sie mit verschlagenem Grinsen. Der Zauberer massierte sich die gerötete Wange. »Das Mädchen da«, sagte er, »nimm sie fest und pass auf, dass sie nicht abhaut. Du darfst sie so fest an den Haaren ziehen, wie du willst.« »Mehr haben sie nicht zu beten«, fragte Kitty, »einen armseligen Mauler, ich bitte sie.« Sie streckte die Hand aus und bevor der verdutzte Dämon nach ihr grapschen konnte, hatte sie ihn schon an der Gurgel gepackt, ihn ein paar Mal über ihrem Kopf herumgewirbelt und ihn dem Zauberer ins Gesicht geworfen, wo er mit einem furzenden Geräusch zerbarst. Sogleich erschien ein rotgesichtiger Kobold, hüpfte auf die Anrichte und riss das Maul auf. Ein gelbroter Flammenschwall schlug Kitty entgegen, traf sie an der Brust und schleuderte sie mit dem Rücken gegen die Zimmertür. Die Mutter kreischte, der Vater schrie auf, der Kobold führte ein Freudentänzchen auf und hielt mit erhobenem Fuß inne. Kitty richtete sich auf, klopfte sich die angesenkte Jacke ab und sah den Zauberer mit grimmigem Lächeln an. Dann zog sie blitzschnell die Wurfscheibe aus der Jacke und ließ sie durchs Timmer segeln. Der Zauberer, der im ersten Zorn auf sie zugestürzt war, duckte sich hastig. »Auf Wiedersehen, Mr. Mandrake«, sagte sie. »Wenn Sie mich verfolgen, bringe ich Sie um. Ach ja, und keine Sorge, Mama und Papa.« Sie wandte sich um und blickte gelassen von einem zum anderen. »Euer Ruf wird durch mich nicht mehr gefährdet. Mich seht Ihr nie wieder.« Damit ließ sie ihre Eltern, den Zauberer und seinen Kobold verdattert zurück. Erst als sie um die nächste Ecke war und in Laufschritt fiel, strömten ihr die Tränen übers Gesicht. Nathaniel schäumte vor Wut über die fehlgeschlagene Verhaftung. Er kehrte in schauderhafter Laune nach Whitehall zurück. Ein leises Klingeln im Ohr kündigte fremde Magie an. Er sprang auf und schon sah er Bartimeos in einer blauen Wolke heranschweben und sich materialisieren. »Und, hast du mir etwas zu berichten?« »Ich freu mich auch, dich zu sehen.« Der Wasserspeier langte nach unten, knuffte die Wolke zu einem Kissen zurecht und ließ sich ächzend darauf nieder. »Jawohl, Winni, Widi, Vici und so weiter. Der Erfried hat das Zeitliche gesegnet. Ich bin total erledigt. Wenn auch nicht so erledigt wie du. Offenbar, du siehst ja aus wie ausgespuckt.« »Du hast den Dämon zur Strecke gebracht?« Nathaniel wurde wieder munter. Das war eine gute Nachricht. Damit konnte er bei Deverot punkten. »Klaro, hab ihn in der Thimse erseucht. Es spricht sich schon in der Stadt rum. Ach, übrigens, du hattest recht. Es war tatsächlich diese Kitty, die den Stab gemobst hat. Hast du sie schon gekriegt? Nein? Na, dann würde ich an deiner Stelle nicht hier rumstehen und Maulaffenfeil halten, sondern mich schleunigst an die Arbeit machen.« »Na nur?« Der Wasserspeier beugte sich vor. »Du hast ja ein Pfeilchen. Hast du dich geprügelt?« »Vergiss das einfach. Hör zu, ich bin sehr zufrieden mit dir. Aber jetzt müssen wir das Mädchen finden.« Nathaniel betastete den Bluterguss unter seinem Auge. Es tat weh. Der Wasserspeier seufzte wieder. »Das sagst du so einfach. Wo auf dieser weiten Welt soll ich sie denn suchen?« »Keine Ahnung. Darüber muss ich erst noch nachdenken. Du bist vorläufig entlassen. Ich ruf dich morgen früh wieder.« »Prima.« Wasserspeier und Wolke legten den Rückwärtsgang ein und verschwanden in der Wand. Als er wieder allein war, blieb Nathaniel grübelnd neben dem Schreibtisch stehen. Er war schrecklich müde, sehnte sich inständig nach seinem Bett. Doch der Stab war zu wichtig, um sich mit seinem Verlust abzufinden. Er fuhr zusammen, als er es an die Tür zum Hof klopfen hörte. Er verlangte zu dieser Stunde noch Einlass. Sofort sah er wieder den grässlichen Söldner vor sich, aber er tat die Schreckensvision mit einem Achselzucken ab, gab sich einen Ruck, trat auf den Flur hinaus und ging zur Tür. Auf der Schwelle stand ein kleiner, rundlicher Herr und blinzelte in das helle Licht, das aus Nathaniels Büro fiel. »Hallo, Mandrake, mein Junge, darf ich reinkommen? Ziemlich frisch hier draußen.« »Mr. Makepeace, ach ja, kommen Sie doch rein, Sir.« »Vielen Dank, mein Junge, vielen Dank.« »Das ist ja eine freudige Überraschung, Sir.« Nathaniel wußte nicht recht, was er davon halten sollte, und blieb stehen. »Darf ich Ihnen etwas anbieten?« »Nein, nein, Mandrake, setzen Sie sich, setzen Sie sich, ich bin nur auf einen kleinen Schwatz vorbeigekommen.« Wieder lächelte er Nathaniel strahlend an. »Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei der Arbeit.« »Oh, nein, Sir, ich wollte eben nach Hause gehen. Schön, schön.« Mr. Makepeace vollführte etliche komplizierte Gebärden, worauf aus seinen geöffneten Händen orangefarbene Funken aufstoben und sich überall im Zimmer verteilten. Erst als sich alle Funken irgendwo niedergelassen hatten, zwinkerte der Bühnenautor Nathaniel zu. »Sie wissen, was ich da eben getan habe, mein Junge?« »Sie haben ein Sensorennetz eingerichtet, Sir, um ungebildene Lauscher zu entlarven.« »So ist es, aber im Moment ist noch alles ruhig. Schön. Ich bin gekommen, um Ihnen, da Sie ein so begabter junger Mann sind, einen Vorschlag zu unterbreiten.« »Ich fühle mich geehrt, Sir.« Nathaniel setzte eine höfliche, aufmerksame Miene auf. Hinter dieser Maske schwirrte ihm der Kopf. »Zunächst einmal darf ich Ihnen herzlich zu Ihrem Erfolg gratulieren,« sagte Mr. Makepeace. »Der abtrünnige Afrit ist beseitigt, und soweit ich weiß, hat Ihr Chin dabei eine wichtige Rolle gespielt. Mein Kompliment. Seien Sie versichert, dass der Premierminister sehr wohl darüber informiert ist. Genau deshalb habe ich Sie heute Abend aufgesucht. Jemand so Tüchtiges könnte mir eventuell aus der Klemme helfen.« Er machte eine kleine Pause, aber Nathaniel äußerte sich nicht. Ihm war immer noch nicht klar, worauf Makepeace eigentlich hinaus wollte. »Sie waren ja heute Morgen auch in der Westminster Abbey und haben die Debatte des Ministerrats gefolgt. Ihnen dürfte nicht entgangen sein, dass unser Freund, der Polizeichef Duval, erheblich an Einfluss gewonnen hat.« »Ganz recht, Sir. Als guter Freund von Rupert de Vereau scheue ich mich nicht zu gestehen, dass ich Duval seit geraumer Zeit mit wachsender Besorgnis beobachte. Zu viel Ehrgeiz ist gefährlich, Mandrake. Solche Leute stiften nur Unruhe. Ehrlich gesagt, Mandrake, fürchte ich, dass Duval schon jetzt mächtig genug für einen Putsch ist.« Aller Vorsicht zum Trotz war Nathaniel von seinem Vortrag gefesselt und beugte sich ganz gebannt vor. »Jawohl, mein Junge, Sie haben recht gehört. Ich fürchte einen Putsch, und als Mr. de Vereau's treuester Freund möchte ich so etwas um jeden Preis verhindern. Deshalb suche ich Verbündete.« »Das ist sehr freundlich von Ihnen, Sir«, sagte Nathaniel gedehnt, aber innerlich jubelte er. Darauf hatte er gewartet, auf eine direkte Verbindung zum Premierminister. Doch er bewegte sich auf vermintem Gelände und musste äußerst vorsichtig vorgehen. »Mr. Duval ist ein ernstzunehmender Gegner«, sagte er unverbindlich. »Sich mit ihm anzulegen, ist nicht ungefährlich.« Mr. Makepeace lächelte. »Ein wahres Wort. Aber haben Sie in dieser Hinsicht nicht bereits erste Schritte unternommen? Soweit ich weiß, haben Sie heute Nachmittag dem Staatsarchiv einen Besuch abgestattet und anschließend eilig eine zweifelhafte Adresse in Valham aufgesucht.« Es klang ganz harmlos, aber Nathaniel bekam einen Riesenschreck. »Entschuldigen Sie«, stammelte er, »aber woher wissen Sie?« »Ich höre so manches, mein Junge. Ich habe keine Ahnung, was Sie dort vorhatten. Es sah nur sehr nach einem Alleingang aus.« Sein Lächeln wurde noch breiter. »Inzwischen ist ja Duval für die Bekämpfung des Widerstands verantwortlich, aber ich nehme nicht an, dass Sie ihn von Ihrem kleinen Ausflug unterrichtet haben.« Das hatte Nathaniel natürlich nicht getan. In seinem Kopf drehte sich alles, er musste unbedingt Zeit schinden. »Äh, Sie, Sie hatten erwähnt, dass wir irgendwie zusammenarbeiten könnten«, sagte er. »Woran dachten Sie dabei?« Quentin Makepeace ließ sich in seinen Sessel zurücksinken. »An Gladstones Zauberstab schlicht und ergreifend.« »Ich kann Ihnen versichern, dass Mr. Duval, während wir beide hier plaudern, alles daran setzt, denjenigen ausfindig zu machen, der den Stab an sich genommen hat.« »Sollte ihm das gelingen«, der Zauberer blickte Nathaniel aus blauen Augen eindringlich an, »könnte er auf den Gedanken kommen, ihn für seine eigenen Zwecke einzusetzen, statt ihn wieder der Regierung zu übergeben. Ganz London ist in Gefahr.« »Da bin ich mit Ihnen einer Meinung, Sir«, sagte Nathaniel. »Ich habe einiges über den Stab gelesen und glaube, dass man ihn sich mittels ein paar simpler Formeln zu eigen machen kann. Es ist durchaus denkbar, dass Duval ihn für seine Zwecke nutzt.« »Allerdings, und ich finde, wir sollten ihm zuvorkommen. Wenn Sie den Stab auftreiben und ihn Mr. Devereaux zurückerstatten, hebt das erstens Ihr Ansehen beträchtlich, und zweitens muss Mr. Duval eine Schlappe einstecken. Auch mir wäre damit gedient, denn dann kann der Premierminister meine Arbeit weiterhin international finanziell fördern. Was halten Sie von meinem Vorschlag?« Nathaniel konnte immer noch nicht richtig klar denken. »Das klingt sehr interessant, Sir. Gut, sehr gut, wir sind uns also einig, Eile ist geboten.« Mr. Makepeace beugte sich vor und klopfte Nathaniel auf die Schulter. »Ich habe bereits Nachforschungen angestellt«, sagte Nathaniel stockend, »und ich glaube, der Stab könnte einem Mädchen namens Kitty Jones in die Hände gefallen sein.« Der Zauberer nickte zustimmend. »Ich habe Sie zu Recht als klugen Kopf eingeschätzt, Mandrake. Haben Sie auch einen Verdacht, wo sich das Mädchen aufhält?« »Ich, ähm...« »Ich hätte Sie heute Abend beinahe bei Ihren Eltern abgepasst, Sir. Ich bin ein paar Minuten zu spät gekommen, aber ich glaube nicht, daß Sie den Stab bei sich hatte.« »Hm...« Mr. Makepeace kratzte sich das Kinn, unternahm aber keinen Versuch, Nathaniel weiter auszufragen. »Ich habe einen Kontaktmann mit guten Beziehungen zur Londoner Unterwelt. Gleich heute Abend rede ich mit ihm mal sehen, ob er uns etwas über diese Kitty Jones sagen kann. Bis dahin würde ich sagen, Sie gehen nach Hause und legen Sie schlafen.« In einem dichten Holunderbusch hinter dem straßenseitigen Zaun eines Grundstücks hockte eine schwarze Krähe. Natürlich hockte ich dort nicht ohne Grund. Eins muss man sich bei der ganzen Beschwörerei immer wieder klar machen, streng genommen ist man selber an überhaupt nichts schuld. Wenn dir ein Zauberer einen Auftrag erteilt, erledigst du ihn, und das möglichst sofort, oder du kriegst ein Schrumpfffeuer aufgebrummt. Als mich mein Herr an diesem Morgen beschworen hatte, war er dermaßen kurz angebunden gewesen, daß es schon an Unhöflichkeit grenzte. Mir wurde auch kein weiteres Lob dafür zuteil, daß ich den entflohenen Afriten erledigt hatte. Stattdessen verpasste er mir umgehend den nächsten Auftrag, und zwar einen, von der sochte fies und gemein. Zu so etwas ließ er sich das erste Mal herab. Aber Dienst ist nun mal Dienst, und deshalb kauerte ich jetzt schon ein, zwei Stunden in einem Busch in Belham. Ich wußte, daß mein Opfer zu Hause war und sich höchstwahrscheinlich im ersten Stock aufhielt, also blieb ich sitzen und ließ die Fenster nicht aus den Knopfaugen. Da regte sich etwas hinter der Scheibe. Die schmuddelige Gardine wurde weggeschoben, eine magere Hand schob den Riegel auf und öffnete einen Fensterflügel. Das war mein Einsatz. Die Krähe hob ab, landete auf dem Fensterbrött und schob sich auf schuppigen Krallen an der Gardine entlang, bis sie einen kleinen, senkrechten Riss im Gewebe entdeckte. Sie steckte den Kopf durch und lugte ins Zimmer. Der Junge, dessen wegen ich gekommen war, war so in seiner Arbeit vertieft, daß er mich gar nicht bemerkte. Er trug einen abgewetzten Morgenmantel und einen verwaschenen blauen Schlafanzug. Die unter dem Stuhl gekreuzten Füße steckten den dicken, gestreiften Haussocken. Das schwarze Haar war schulterlang und stellte, was die Ungepflegte betraf sogar Nathaniels fettige Mähne in den Schatten. Das ganze Zimmer müffelte nach Leder, Leim und Jungenschweiß. Na gut, frisch ans Werk und so weiter. Die Krähe seufzte, packte die Gardine mit dem Schnabel und riss den Stoff mit einem Ruck mitten durch. »Was für eine Art Dämon bist du!« Die Krähe war verdattert. »Trägst du Linsen oder was?« Der Junge zuckte gelangweilt die Achseln. »Meine Oma hat immer gesagt, Dämonen erscheinen am liebsten in Krähengestalt. Außerdem zerreißen gewöhnliche Vögel keine Gardinen.« Letzterem konnte ich nicht widersprechen. »Tja, wenn du es unbedingt wissen willst, ich bin ein altehrwürdiger und sehr mächtiger Djinn. Momentan bin ich allerdings eine Krähe.« Ich schlug einen geschäftsmäßigen Ton an. »Du bist der gewöhnliche Jakob Jirnek?« Er nickte. »Gut, dann stell dich drauf ein.« »Ich weiß, wer dich schickt.« »Äh, woher denn?« »Ich hab schon lange damit gerechnet.« Die Krähe machte große Augen. »Hä? Ich hab's doch selber erst heute Morgen erfahren.« »Das passt. Er hat beschlossen, die Sache endgültig aus der Welt zu schaffen.« Der Junge steckte die Hände tief in die Taschen des Morgenmantels und seufzte theatralisch. Ich kapierte immer noch nichts. »Wer denn und welche Sache? Jetzt red mal vernünftig und seufzt hier nicht rum wie ein Mädchen.« »Mich umzubringen, was sonst?« erwiderte Jirnek. »Vermutlich bist du ein gefährlicherer Dämon als der davor. Der sah allerdings wesentlich gruseliger aus. »Du bist ein bisschen sehr alltäglich und zu klein.« »Ey, jetzt halt aber mal die Luft an.« Die Krähe rieb sich mit der Flügelspitze die Augen. »Hier scheint ein Örtum vorzuliegen. Mein Herr hat erst gestern von deiner Existenz erfahren,« hat er gesagt. Jetzt guckte zur Abwechslung der Junge dumm aus der Wäsche. »Wieso sollte Tallow sowas behaupten? Spinnt der?« »Tallow?« Die Krähe schielte so durcheinander, war sie. »Was hat denn Tallow damit zu tun?« »Na, er hat doch damals seinen grünen Affen auf mich gehetzt. Deshalb nehme ich jetzt natürlich an, dass...« Ich hob Einhalt gebietend den Flügel. »Noch mal von vorn. Von einem grünen Affen weiß ich nichts, möchte dir aber bei dieser Gelegenheit mitteilen, dass man niemanden nach seinem Äußeren beurteilen soll. Auch wenn ich derzeit nicht gerade doll aussehe, ich kann dir versichern, dass ich bösartiger bin, als es auf den ersten Blick scheint.« Der Junge nickte betrübt. »Das habe ich mir gedacht.« »Ich hab den Faden verloren. Ach, richtig. Tallow hat mich ganz gewiss nicht geschickt. Das kann gar nicht sein.« »Wieso?« »Na, weil ihn gestern Abend einer Fred gefressen hat, aber das nur nebenbei.« Von wegen, bei dieser Mitteilung kam Leben in den Jungen. Seine Augen leuchteten, er kräuselte die Mundwinkel und ein breites Lächeln ging über sein Gesicht. »Er ist tot? Bist du ganz sicher?« »Hab's mit diesen meinen Augen gesehen. Genau genommen natürlich nicht mit diesen, denn zu jenem Zeitpunkt war ich eine Schlange.« »Und wie kam das?« »Durch eine Beschwörung ist was schiefgegangen. Der Dummkopf hat die Formel falsch abgelesen oder so.« »Irnecks Lächeln wurde noch breiter.« »Hat er sie aus einem Buch abgelesen?« »Ja, woraus denn sonst? Aber können wir jetzt vielleicht mal wieder zur Sache kommen?« »Meinetwegen. Trotzdem vielen Dank für die Information.« Der Junge riss sich einigermaßen zusammen, musste aber immer wieder unwillkürlich grinsen und leise in sich hineinkichern. Der Kerl brachte mich völlig aus dem Konzept. »Ey, hör mal, das hier ist ne ernste Sache, du pass jetzt lieber mal auf.« »Verdammt!« Die Krähe wollte drohend auf den Jungen zutreten und war dabei in den Leimtopf gestiegen. Nach einigen vergeblichen Versuchen gelang es mir, den Topf wegzuschleudern, sodass ich meine Krallen am Rand eines Holzkastens wieder sauber kratzen konnte. »Jetzt hör mal genau zu,« knurrte ich, wie ich so schabte und kratzte. »Ich bin nicht hergekommen, um dich zu töten, wie du fälschlich vermutet hast, sondern um dich mitzunehmen, und ich rate dir im Guten, keinen Widerstand zu leisten.« »Mich mitnehmen? Wohin denn?« »Ja, wirst du schon sehen. Willst du dich vorher anziehen? Ein bisschen Zeit hätten wir noch.« »Aber ich gehe nie vor die Tür, nie!« »Ja, dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, Kleiner. Wie wär's denn mit einer anständigen Hose?« »Bitte nicht,« flehte er verzweifelt. »Ich gehe nie vor die Tür. Ich bin schon seit drei Jahren nicht mehr draußen gewesen. Sieh mich doch an, sieh mich an, siehst du's.« Ich musterte ihn sachlich. »Was soll sein? Du bist ein bisschen moppelig, na und?« »Aber meine Haut und meine Hände, nur schau sie dir doch an, ich bin abstoßend hässlich.« Er hatte angefangen zu schreien und schüttelte sich das Haar aus dem Gesicht. »Es tut mir leid, aber ich rede von der Farbe, siehst du das, so seh ich überall aus.« »Tatsächlich, jetzt wo er mich drauf hinwies, fielen mir ein paar senkrechte grau-schwarze Streifen im Gesicht und an den Händen auf.« »Ach, das meinst du,« sagte ich, »ne, was ist damit? Ich hab gedacht, das hättest du absichtlich gemacht.« Daraufhin gab Jirnek ein irres schluchzendes Lachen von sich wie einer, der entschieden zu viel allein ist und entschieden zu viel grübelt. Ich kam ihm zuvor. »Es war eine schwarze Schleuder, stimmt's?« Furchtfurcht. »Die haben seinerzeit die Banja in Groß-Zimbabwe zur Verschönerung benutzt. In ihren Augen wärst du jedenfalls ein ausgesprochen attraktiver junger Mann.« Ich machte eine Pause, dann fügte ich an, »bis auf die Haare, die sind ne Katastrophe, aber das ist bei meinem Herrn und Meister genauso, und den hält das auch nicht davon ab, am helllichten Tag durch die Gegend zu spazieren. Jetzt müssen wir aber endgültig los. Lass die Schlafanzughose an und halt sie im Aufwind gut fest.« An diesem Nachmittag ging Kitty insgesamt dreimal am Druidencafé vorbei. Bei den ersten beiden Malen konnte sie nichts und niemanden von Interesse entdecken. Beim dritten Mal hatte sie mehr Glück. Hinter einer angeregt schwatzenden Touristengruppe erblickte sie den unauffälligen Mr. Hopkins, der still für sich allein saß und in seinem Espresso rührte. Der schnöde Verrat ihrer Eltern hatte Kitty auch der letzten Zuflucht beraubt. Damit war sie ganz allein, ohne irgendeinen Vertrauten, und nach der zweiten mit knurrendem Magen im Keller verbrachten Nacht war sie zu dem Schluss gekommen, dass sie sich mit dem einzigen Verbündeten beraten musste, der vielleicht noch ausfindig zu machen war. Sie glaubte zwar, dass Nick mit dem Leben davon gekommen war, aber bestimmt war er für längere Zeit untergetaucht. Mit Mr. Hopkins dagegen, der eher eine Randfigur der Gruppe gewesen war, konnte sie sich eventuell in Verbindung setzen. Sie trat aus ihrer Deckung und ging zu seinem Tisch. Grußlos zog sie einen Stuhl zurück und setzte sich. Mr. Hopkins sah auf und taxierte sie mit wässrig-grauem Blick. Ein Kellner kam herbeigeeilt. Kitty bestellte rasch irgendetwas, ansonsten schwieg sie. Mr. Hopkins nahm den Löffel aus der Tasse, klopfte ihn am Rand ab und legte ihn behutsam auf den Tisch. »Ich suche bereits seit Tagen nach Ihnen.« Kitty lachte bitter auf. »Da sind Sie nicht der Einzige.« »Lassen Sie mich...« Mr. Hopkins unterbrach sich, da in diesem Augenblick der Kellner schwungvoll einen Milchshake und einen Krapfen mit Zuckerguß vor Kitty hinstellte und wieder ging. »Falls er Sie irgendwie tröstet, mein... mein Informant war fassungslos.« »Vielen Dank,« sagte Kitty, »aber das tröstet mich nicht. In allen Unterlagen, die uns zur Verfügung standen, war nirgends von einem Wächter die Rede,« fuhr Mr. Hopkins unbeirrt fort, »von einer Pestilenz schon, aber sonst von nichts. Hätten wir davon gewußt, hätten wir einen solchen Plan selbstverständlich niemals unterstützt.« Kitty starrte in ihren Milchshake. Sie hatte einen Kloß im Hals, und er war ganz plötzlich übel. Mr. Hopkins ließ Sie nicht aus den Augen. »Sind die anderen alle...« setzte er an, unterbrach sich aber. »Sind Sie die Einzige, die...« »Ich hatte angenommen,« erwiderte Kitty scharf, »dass Sie das inzwischen herausgefunden haben.« Sie seufzte. »Nick hat's auch überlebt.« »Ach, wirklich? Ausgezeichnet. Und wo steckt er?« »Keine Ahnung, ist mir auch egal. Er ist abgehauen, als wir anderen uns gewehrt haben.« »Ach, verstehe.« Mr. Hopkins spielte wieder mit seinem Löffel. Kitty hielt den Kopf gesenkt. Erst jetzt wurde ihr klar, dass sie gar nicht wußte, was sie mit ihm besprechen sollte, dass er genauso ratlos war wie sie. Es hatte alles keinen Zweck. Sie war und blieb allein und auf sich gestellt. »Es spielt zwar keine Rolle mehr,« hob Mr. Hopkins noch einmal an und sein Tonfall veranlaßte, Kitty aufzublicken. »Aber ist es Ihnen gelungen, irgendetwas von Wert aus der Gruft mitzunehmen?« »Da haben Sie allerdings recht,« sagte sie Bachsch, »das spielt jetzt wirklich keine Rolle mehr.« Mr. Hopkins rührte wieder in seinem Kaffee. »Heißt das, Sie konnten überhaupt nichts erbeuten?« drängte er. »Es ist Ihnen nicht gelungen?« Als Kitty Platz genommen hatte, war sie noch unschlüssig gewesen, ob sie Mr. Hopkins von dem Zauberstab erzählen sollte. Sie konnte schließlich nichts damit anfangen, und vielleicht war ja der Unbekannte, der ihn gern für seine Sammlung gehabt hätte, bereit, ihr etwas dafür zu bezahlen, denn um sich weiter durchzuschlagen, brauchte sie vor allem erst einmal Geld. Sie war davon ausgegangen, dass Mr. Hopkins möglichst diskret einen Schlussstrich unter die Sache würde ziehen wollen. Nicht im Traum wäre sie darauf gekommen, dass er sie wegen der Beute ganz unverblümt bedrängen würde. »Wir haben alles Mögliche zusammengerafft,« entgegnete sie, »aber wir sind nicht rechtzeitig rausgekommen. Vielleicht konnte Nick hier etwas retten, keine Ahnung.« »Aber Sie, Sie selbst haben nichts mitgenommen?« »Ich habe meinen Rucksack verloren.« »Ach so, verstehe, natürlich. Unter anderem war der Umhang drin. Das müssen Sie Ihrem Informanten wohl leider schonend beibringen, denn der Umhang gehörte ja zu den Dingen, an denen er interessiert war, oder?« »Das ist mir entfallen,« erwiderte der Bibliothekarwaage. »Sie wissen nicht zufällig, was aus Gladstones Zauberstab geworden ist? Auf den war er, glaube ich, besonders erpicht. Ach, der muß noch in der Gruft liegen, aber warum fragen Sie? Der Stab ist doch nicht wertvoll, oder? Jedenfalls haben Sie das gesagt.« Kitty beobachtete ihr Gegenüber ganz genau. Hopkins schüttelte den Kopf. »Das stimmt auch. Mein Informant wird enttäuscht sein, weiter nichts. Er hat sich sehr darauf versteift und würde auch jetzt noch viel Geld dafür bezahlen.« »Enttäuscht waren wir alle,« erwiderte Kitty, »und die meisten sind tot. Er wird damit leben müssen. Ich gehe jetzt lieber.« Mr. Hopkins kratzte sich die Nase. »Bevor Sie gehen, sollten Sie noch etwas wissen. Es betrifft Sie ganz persönlich.« Kitty hielt halb aufgerichtet inne. »Mich?« »Leider ja. Ich weiß es selbst erst seit kaum einer Stunde. Es ist streng geheim. Einer der Zauberer, der auf Sie angesetzt ist, ich glaube, er heißt Mandrake, hat in Ihrer Vergangenheit gestöbert.« »Ja, und?« Kittys Miene blieb unbewegt. »Mr. Mandrake glaubt, dass Ihr Freund, wie hies er doch gleich, Jakob so und so, Jirnek, Jakob Jirnek, genau, er glaubt, dass der junge Jirnek ebenfalls der Widerstandsbewegung angehört. Das ist doch lächerlich. Trotzdem hat er seinen Dämon losgeschickt, damit er ihren Freund zum Vorhör abholt.« Kitty brauchte einen Augenblick, um sich zu fassen, und auch dann sprach sie nur stockend. »Aber ich habe seit Jahren nichts mehr mit Jakob zu tun. Er weiß überhaupt nichts.« »Das dürfte Mr. Mandrake auch bald herausfinden.« »Verraten Sie mir nur eins, bitte. Ist er im Tower?« »Nein, seltsamerweise nicht. Mandrake hat ihren Freund zum Verhör in ein sicheres Haus verbracht.« »Wenn dieser Milchbubi Jakob was antut, wenn er ihm auch nur ein Haar krümmt, dann bring ich ihn um.« Mr. Hopkins hatte nicht gefragt, was sie vorhatte, und sie hatte es ihm auch nicht erzählt. Sie hatte nur die Adresse von ihm haben wollen, sonst nichts. Von nun an würde sie sich auf niemanden mehr verlassen.« Kitty hatte Mr. Pennyfeathers geheime Waffenkammer geplündert und dort auch Mandrakes alten Zauberspiegel eingepackt. Jetzt stand sie in einer kurzen Sackgasse. Nur ein Fenster war beleuchtet. Sie spähte angestrengt hinüber, konnte aus der Entfernung aber nur erkennen, dass das Fenster offenbar mit einem Bettlaken verhängt war. Ihr Blick flog hin und her. Sie beobachtete die Straße, die stummen Gebäude, die schwarzen Fensterhöhlen, das Fenster mit dem Vorhang. Alle paar Schritte blieb sie stehen und horchte, doch die Stadt blieb still und abweisend. Jetzt kam sie an einer aufgebrochenen Tür vorbei, den Blick fest auf die gähnende Öffnung gerichtet. Ein eiskalter Schauer lief ihr über den Rücken, aber nichts rührte sich. Sie schob sich weiter die Straße entlang. Links von ihr war die nächste eingeschlagene Tür und dahinter undurchdringliches Dunkel. Wieder bekam sie eine Gänsehaut, als sie vorbeischlich, wieder hielt sie angestrengt Ausschau und wieder konnte sie nichts Beunruhigendes feststellen. Sie ging weiter und machte gleich darauf zwei Entdeckungen. Erstens ging oben im Fenster ein Schatten vorbei. Kein Zweifel, das dort oben war Jakob. Die zweite Entdeckung machte sie zu ebener Erde, schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite. Dort zeichnete sich die Silhouette eines Mannes ab. Sie blieb wie angewurzelt stehen. Er kam ein erschreckender Gedanke. Sie war schon an zwei Haustüren vorbeigekommen, die beide aufgebrochen waren, und bis zum Ende der Straße gab es mindestens noch zwei weitere. Wenn sie am Ende der Sackgasse angekommen war, würde die Falle zuschnappen. Aber wer hatte die Falle überhaupt gelegt? Mandrake? Oder, und das war ein nicht minder schrecklicher Gedanke, Mr. Hopkins? Kitty ballte zornig die Fäuste und zog die erstbeste Waffe heraus, einen Inferno-Stab, und ging vorsichtig weiter, wobei sie den Schatten in der Tür nicht aus den Augen ließ. Da stellte sich ihr ein Mann in den Weg. In seiner anthrazitgrauen Uniform war er im Dunkeln nur undeutlich zu erkennen. Obwohl er direkt vor ihr stand, war sein breitschultriger Umriss geisterhaft verschwommen, und doch die tiefe, unfreundliche Stimme hörte sich sehr wirklich an. »Ihr spricht die Nachtpolizei, Sie sind verhaftet.« Kitty erwiderte nichts, sondern wich langsam zurück. Den Inferno-Stab hielt sie lose in der Hand. Dann regte sich etwas zu ihrer Rechten, der Schatten in der Einfahrt. Sie sah aus dem Augenwinkel, wie er seine Haltung änderte. Er beugte sich vor, und dabei veränderte sich sein Profil. Die vorstehende Nase wurde noch länger und verschmolz mit dem Kinn, die gewölbte Stirn wurde flacher, dem Schädel wuchsen spitze Ohren, die sich sogleich lauschend nach allen Richtungen drehten. Kitty sah sogar eine pechschwarze, feuchte Schnauze im Laternenlicht aufschimmern. Dann ließ sich die Gestalt auf alle Viere fallen. Hastig drehte sich Kitty nach dem Polizisten um. Auch er war dabei, die Gestalt zu verändern. Seine Augen glänzten gelb, und er fletschte wütend die Zähne. Kitty machte kehrt, rannte davon und ließ den Inferno-Stab fallen. Er landete auf dem Pflaster zwischen den Vorderpfoten der Kreatur, zerbrach und entfesselte einen lodernden Flammenstoß. Der Wolf ergriff die Flucht. Kitty hatte bereits eine Kugel in der Hand. Sie rannte zum erstbesten Fenster und schleuderte die Kugel gegen die Scheibe. Glas splitterte, es regnete Ziegelbrocken, und Kitty wurde von der Druckwelle der Explosion umgeworfen. Sie rappelte sich auf, hechtete durch die Öffnung und zerschnitt sich dabei an einer Scherbe die Hand. Von draußen hörte man lautes Knurren, und Krallen kratzten über das Kopfsteinpflaster. Kitty stand in einem leeren, dunklen Raum. Ganz hinten war eine schmale Treppe zu erkennen. Sie lief darauf zu und drückte dabei die verletzte Hand fest an die Jacke. Auf der untersten Stufe wandte sie sich um. Ein Wolf setzte durch die zerbrochene Scheibe. Kitty traf ihn mit der nächsten Kugel auf die Schnauze. Im ersten Stock standen mehrere Fenster offen. Das Mädchen reckte den Hals durch die Öffnung und spähte nach oben, ob man sich irgendwo festhalten konnte. Kittys Blick fiel auf den verwitterten Fenstersturz etwa dreißig Zentimeter über dem Fenster. Sie langte hoch und schwang sich durch die Fensteröffnung. Auf halbem Weg zwischen ihr und dem Pflaster kletterte ein flinker Schatten die Mauer hoch. Die Brüstung. Ächzend zog sie sich hoch, schwang sich darüber, rutschte aus. Sie rollte sich auf den Rücken, und im selben Augenblick hob der Wolf witternd den Kopf über die Brüstung. Kitty griff in ihren Schuh, zückte einen Dolch und rappelte sich auf. »Siehst du den?«, keuchte sie. »Der ist doch Silber!« Hinter ihr setzten sich zwei weitere Wölfe in Bewegung. »Mann, ist das öde!«, maulte der Djinn. »Wahrscheinlich passiert heute Abend überhaupt nichts mehr.« Nathaniel, der pausenlos im Kreis herumlief, blieb stehen. »Doch, und jetzt sei still! Wenn ich deine Meinung hören will, frage ich dich schon.« Dann sah er auf die Uhr. »Die Nacht ist noch lang.« Der Djinn hockte in der Gestalt des jungen Ägypters auf einem alten Kleiderschrank. »Die besten Pläne haben ihre Schwächen«, sagte er. »Irgendwelche kleinen Haken, die irgendwann zum Scheitern führen. Das Mädchen kommt nicht. Du wartest, bis du schwach wirst und hast nicht mal was zu essen für Jakob eingesteckt.« Nathaniel warf ihm einen finsteren Blick zu. »Mach dir um dem mal keine Sorgen, dem geht's gut.« »Ehrlich gesagt, knurrt mir wirklich der Magen.« Jakob Jirnek saß in der Ecke auf einem wackeligen Stuhl. Unter dem alten Militärmantel, den der Djinn auf dem Dachboden gefunden hatte, trug er lediglich seinen Schlafanzug und übergroße Haussocken. »Ich hab nicht mal gefrühstückt«, gab er zu bedenken und kippelte mit dem Stuhl. »Könnte tatsächlich einen Happen vertragen?« »Da hast du's«, meinte der Djinn, »hat Kohldampf.« »Hat er nicht, und wenn er keinen Ärger will, macht er's wie du und hält den Mund.« Der Zauberer sah zum Fenster hinüber, das mit einem Bettlaken zugehängt war. Nur Geduld. Das Mädchen würde kommen. Nathaniel schnaufte gereizt. Auch ohne das geschwätztes Djinn fiel es ihm schwer genug, die Nerven zu behalten. Mit dieser Unternehmung war er ein großes Risiko eingegangen, und er wagte nicht, sich die Konsequenzen auszumalen, wenn sie fehlschlug. »Mr. Makepeace hatte ihn frühmorgens heimlich aufgesucht und Neuigkeiten mitgebracht. Sein Kontaktmann aus der Londoner Unterwelt glaubte, Kitty aus ihrem Versteck locken zu können, wenn er den richtigen Köder hatte. Nathaniels scharfer Verstand war sofort Jakob Jirnek verfallen. Nach allem, was Nathaniel inzwischen über sie wußte, würde sie nicht zögern, Jirnek beizustehen, wenn dieser ernsthaft in Schwierigkeiten steckte.« Der Rest war ein Kinderspiel gewesen. Jirnek war im Handumdrehen verhaftet, und Makepeace hatte seinen Kontaktmann davon in Kenntnis gesetzt. Nathaniel brauchte nur noch abzuwarten. Allerdings war es schon erstaunlich, wie mühlos Makepeace Kontakte zur Unterwelt geknüpft hatte. Jakob Jirnek hob die Hand. »Entschuldigung, Sir.« »Was ist denn?« »Entschuldigen Sie, Mr. Mandrick, aber mir ist ein bisschen kalt.« »Meinetwegen steh auf und lauf ein Weilchen hin und her, aber verschon mich mit deinen scheußlichen Socken.« »Schwer zu glauben, dass jemand für so einen Typen sein Leben riskiert,« kommentierte der Djinn. »Wenn ich seine Mutter wäre, würde ich die Straßenseite wechseln.« »Da kennst du diese Kitty schlecht,« erwiderte Nathaniel, »die kommt auf jeden Fall.« »Nein«, Jirnek war am Fenster stehen geblieben und hatte den kleinen Meinungsaustausch verfolgt. »Sie hat den Kontakt abgebrochen, weil mein Gesicht entstellt ist,« fuhr der Junge fort. Seine Stimme bebte vor selbst mit Leid. »Jetzt hör endlich damit auf!« Nathaniels Anspannung entlud sich in einem Wutanfall. »Mit deinem Gesicht ist alles in Ordnung. Du kannst sprechen, oder? Du kannst sehen, oder? Und hören ja wohl auch. Na bitte, dann lass gefälligst das Gejammer, ich hab schon wesentlich Schlimmeres gesehen.« »Das sag ich ihm auch dauernd.« Der Djinn stand auf und hüpfte gelenkig vom Schrank. »Nein, euer wahres Problem ist die Frisur. Jeder Dachshintern sieht besser aus.« Nathaniel verdrehte genervt die Augen und nahm seine ruhelose Wanderung wieder auf. Kurz darauf blieb er stehen, denn von draußen drang ein Geräusch herein. Er drehte sich mit aufgerissenen Augen nach dem Djinn um. »Was war das?« »Da hat jemand was gerufen, ein Mensch.« »Hast du verstanden, was er...« »Da, schon wieder!« Der Djinn deutete aufs Fenster. »Soll ich mal nachschauen?« »Aber pass auf, dass dich keiner sieht.« Der junge Ägypter trat ans Fenster und war verschwunden. Ein Skarabeus krabbelte hinter das Laken. Irgendwo draußen flammte helles Licht auf. Nathaniel trat von einem Fuß auf den anderen. »Und, siehst du was?« »Dein Mädchen, glaub ich«, erwiderte der Djinn mit schwacher Piepsstimme. »Warum siehst du nicht selber nach?« Nathaniel schlug hastig den Vorhang beiseite und sah gerade noch, wie ein Stück weiter weg eine kleine Flammensäule aufloderte und wieder erlosch. Die zuvor so menschenleere Straße wimmelte von verschwommenen Gestalten. Manche liefen auf zwei Beinen, manche auf allen Vieren, und einige konnten sich nicht recht entscheiden und sprangen mal so, mal so über das mondbeschienene Pflaster. Als Nathaniel sie knurren und heulen hörte, wurde er Käseblei. Es krachte. Das Zimmer erbebte. Eine schmächtige Gestalt auf zwei Beinen spuchtete quer über die Straße und hechtete durch ein Sprengloch in einer Häuserwand. Ein Wolf hetzte hinterher, wurde jedoch von der nächsten Explosion weggepustet. Der Skarabeus stieß einen anerkennenden Pfiff aus. »Ihr kann aber mit Elementenkugeln umgehen, dein Mädel hat's echt drauf, aber ein ganzes Rudel ist trotzdem zu viel für sie.« »Wie viele sind es denn?« »Zehn, zwölf, vielleicht mehr. Da hinten, da kommen noch welche über die Dächer.« Nathaniel trat vom Fenster zurück und fasste einen Beschluss. »Geh raus und hol sie, Bartimaeus. Wir können es uns nicht leisten, dass sie umkommt.« »Noch so ein toller Auftrag,« zirpte der Skarabeus entrüstet. »Na prima. Bist du dir auch wirklich ganz sicher, willst du den Polizeichef offen brüskieren?« »Wenn ich Glück habe, erfährt er nicht, dass ich das war. Am besten bringst du sie«, Nathaniel überlegte fieberhaft, dann schnippte er mit den Fingern, »in die alte Bücherei. Du weißt schon, wo wir uns damals versteckt haben, als Loveless-Dämonen hinter uns her waren. Ich übernehme den Gefangenen und wir treffen uns dort.« Der Käfer spreizte die Flügel und suchte in die Nacht hinaus. Nathaniel drehte sich wieder zum Zimmer um und die Stuhlbeine trafen ihn voll ins Gesicht. Er sank schwerfällig und benommen zu Boden und erhaschte eben noch einen Blick auf Jakob Jirnek, der den Stuhl wegwarf und zur Tür lief. »Was ist denn das für ein unerquicklicher Anblick?« In der offenen Tür stand Jane Farah, die Assistentin von Polizeichef Henry Duval, flankiert von zwei kräftigen Nachtpolizisten. Sie trug die fesche Uniform der Grauröcke und sah ihn mit unvorhohlen verächtlicher Miene an. Der eine Beamte ließ ein guturales Knurren verlauten. »Wie kann ein Mensch bloß so tief sinken, Mandrake?« sagte Jane. »Sie sind verhaftet. Wegen Landesverrats.« Das Mädchen schwebte im Griff meiner Klauen Meter hoch über den Wölfen und entschwand rasch. Das wütende, enttäuschte Geheul verklang, dann waren wir allein, und meine Schwingen trugen uns fürsorglich in friedlicher Stille über das Lichtermeer der Stadt. »Aua! Das ist mein Bein! Hey! Das ist Silber! Lass das!« Das Mädchen stach mit dem Messer nach meinen schuppigen Zehen. Ja, war das noch zu fassen? Eben diese Zehen bewahrten sie schließlich vor dem tödlichen Sturz auf die russigen Schlote Ostlondons. Also sowas. Ich wies sie mit meinem üblichen Taktgefühl darauf hin. »Du brauchst dir gar nicht ausfallen zu werden, Dämon!«, erwiderte sie und stellte ihr Gepiekse einen Augenblick ein. »Außerdem ist mir sowieso alles egal. Ich will tot sein.« »Ich wäre dir da wirklich liebend gern behilflich, aber hör gefälligst auf damit!« Ein stechender Schmerz, und wieder wurde mir ganz schwindlig. Ich schüttelte die Kleine durch, bis ihr die Zähne klapperten und die Messer aus den Händen fielen, aber sie gab immer noch keine Ruhe, sondern wandte sich wie ein Aal, um sich aus meinen Klauen zu befreien. Der Vogel Rock packte fest dazu. »Hörst du wohl endlich mit dem Gezappel auf, Mädchen! Ich lass dich sowieso nicht fallen. Aber wenn du nicht sofort stell hältst, hänge ich dich kopfüber in den Schornstein einer Gerberei.« »Mir doch egal!« »Oder ich dunk dich in die Temse.« »Mir doch egal!« »Oder ich flieg mit dir zum Klärwerk und...« »Mir egal! Mir egal! Mir alles scheißegal!« Sie schien vor Wut und Kummer ganz von Sinnen zu sein. »Kitty Jones«, sagte ich, »Willst du den Jakob Jirnek gar nicht wiedersehen?« Daraufhin wurde sie endlich still, hing schlaff in meinen Klauen, und wir flogen eine Weile in segensreichem Schweigen dahin. Ich nutzte die Atempause, indem ich einen weiten Bogen flog und nach uns eventuell verfolgenden Kugeln Ausschau hielt, aber alles war in Ordnung. Irgendwo unter meinem Brustbein ertönte eine Stimme. Sie klang etwas ziviler als zuvor, hatte aber nichts von ihrem Temperament eingebüßt. »Sag mal, Dämon, warum hast du mich eigentlich vor den Wölfen gerettet? Ich weiß doch, dass du und dein Herr mich sowieso töten wollt.« »Es ist mir nicht gestattet, mich dazu zu äußern«, erwiderte der Vogel Rock. »Aber du kannst dich gern bei mir bedanken.« »Bringst du mich jetzt zu Jakob?« »Ja, wenn alles noch planläuft.« »Und dann?« Der Rock seufzte. »Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was mit dir geschehen soll, und jetzt halt mal einen Moment den Rand, ich bin im Landeanflug.« Die verfallene Bücherei gab es immer noch, ich erkannte das hohe Gebäude sofort. Es hatte seither noch mehr gelitten, und dort, wo einst ein großes Oberlicht gesessen hatte, gähnte jetzt ein schwarzes Loch. Erst ganz dicht über dem schuttbedeckten Boden ließ ich meine Last los. Die Kleine schrie leise auf und kullerte über die Dielen. Ich landete ein Stück daneben und betrachtete sie mir erst mal in aller Ruhe. Es war eindeutig dasselbe Mädchen, die Göre, die mir damals das Amulett hatte, abnehmen wollen. Sie sah älter und magerer aus und ziemlich erschöpft. Die letzten Jahre hatten ihr ganz offensichtlich übel mitgespielt, und die letzten paar Minuten waren besonders hart gewesen. Ein Arm hing schlaff herunter, und in der Schulter klaffte eine blutverkrustete Wunde. Doch ihr Trotz war ungebrochen. »Was ist das denn für ein Saustall?« fauchte sie. »Könnt ihr mich nicht irgendwo vorhören, wo es sauber ist? Der Tauer ist ja wohl das Mindeste.« Ich hob den großen, gefiederten Kopf. »Vergiß nicht, dass ich dich eben erst den Fängen der Nachtpolizei entrissen habe. Ein bisschen Dankbarkeit wäre gewiss nicht fehl am Platz, junge Dame.« Der Vogel Rock fixierte sie mit jenem Blick, bei dem persische Seefahrer schreiend über Boch zu springen pflegen. Sie fixierte mich ihrerseits mit einem Blick, der die Milch sauer werden lässt. »Gib's auf, Dämon, ich fürchte dich und deine Bosheit nicht, du machst mir keine Angst.« »Ach nein?« »Nein, du bist nur ein albernes Flaschenteufelchen, und dein Gefieder ist reudig und verschimmelt.« »Wie bitte?« Der Rock blickte eilig an sich herab. »Blödsinn, das liegt am Mondlicht.« »Da sieht ja jede Straßentaube hübscher aus.« »Ey, jetzt hör aber mal!« »Ich hab schon ganz andere Dämonen besiegt,« brüllte sie. »Glaubst du ihm ernst, ich fürchte mich vor einem zu groß geratenen Suppenhuhn?« »Diese Rotzgöre!« »Ich merkte, dass sie sich verstohlen nach Fluchtmöglichkeiten umsah.« »Und keine faulen Tricks,« ried ich ihr, »sonst schlag ich dir mit einem Dachbalken in Schädel ein.« Sprach's und wurde zu Ptolemäus. »Ich dachte gar nicht groß darüber nach, der Junge war einfach schon immer meine Lieblingserscheinungsform, aber sie erschrak und wich einen Schritt zurück.« »Ach, du bist das, der Dämon von damals!« »Reg dich ab, das kannst du mir nun wirklich nicht ankreiden, schließlich habt damals ihr mich überfallen.« »Stimmt, da hätte mich die Nachtpolizei auch beinahe erwischt.« »Du solltest halt vorsichtiger sein. Wozu wolltet ihr das Amulett von Samarkand eigentlich haben?« »Das Mädchen sah mich verdutzt an.« »Das was? Ach, den Schmuck! Der war doch magisch, oder nicht? Wir haben die Zauberer beklaut und den Kram selber benutzt. Ach, Mann, waren wir blöd!« Sie trat gegen einen Ziegel. »Aua!« »Darf ich daraus schließen, dass ihr diese Taktik inzwischen nicht mehr verfolgt?« »Wohl kaum schließt, die sind alle tot.« »Bis auf dich.« Ihre Augen blitzten auf. »Glaubst du ihm ernst, ich überlebe diese Nacht?« »Ein Punkt für sie.« »Schon möglich, dass mein Herr dich am Leben lässt, immerhin hat er dich vor den Wölfen gerettet.« Sie schnaubte verächtlich. »Dein Herr? Hat der auch einen Namen?« »Man kennt ihn als John Mandrake.« »Der? Dieser eingebildete Heini?« »Ach, ihr seid euch schon mal begegnet?« »Schon zweimal. Beim letzten Mal habe ich ihm eins auf die Glocke gegeben.« »Echt?« »Kein Wunder, dass er davon nichts erzählt hat.« Die Kleine wurde mir immer sympathischer. Mit einem Fingerschnipsen erzeugte ich eine kleine Illumination, die ins Dachgebälk hinaufschwebte und sich dort niederließ. Dann zog ich aus dem Schutt ein paar Bretter und Gasbetonsteine und bastelte daraus eine Sitzgelegenheit. »Nimm Platz«, sagte ich, »mach's dir bequem. So ist's recht. Du hast John Mandrake also eine gesimmelt?« Flucht Sie könnte versuchen, zu entkommen. Nein, sie musste auf Jakob wachten, falls er wirklich hierher kam. Sie runzelte die Stirn. Letztendlich hatte sie nur das Wort des Dämons. Vielleicht sollte sie doch lieber fliehen. Sie spähte suchend umher. »Ich hoffe, du tust nichts Unüberlegtes«, sagte der Junge. Sie spähte schuldbewusst zu ihm hinüber. »Nein!« »Dich treibt irgendwas um. Ich höre es deiner Stimme an. Lass es bleiben. Ich greife nämlich nicht mehr auf magische Waffen zurück. Ich weiß genau, dass das bei dir nichts nützt. Ich schmeiß dir einfach einen Backstein an den Kopf.« Widerstreben verwarf Kitty den Gedanken an Flucht vorläufig. »Was meinst du damit? Spielst du auf unseren Zusammenstoß damals an?« Der Junge warf ihr einen flüchtigen Blick über die Schulter zu. »Das auch, klar. Deine Kumpels haben ein ziemlich hochprozentiges Inferno meinerseits aus nächster Nähe überstanden. Nein, ich rede von früher, lange bevor die Scharlatanen von London-Größen wahnsinnig wurden. Ich habe sowas immer wieder erlebt. Früher oder später ist es soweit.« Also ehrlich, wenn man bedenkt, was für ihn auf dem Spiel steht, könnte sich Mandrake wirklich ein bisschen beeilen. »Du meinst, du hast früher schon Leute wie mich kennengelernt?« fragte Kitty skeptisch. »Ja, aber sicher schon x-mal. Tja, vermutlich lassen euch die Zauberer keine Geschichtsbücher lesen. Kein Wunder, dass ihr derart ahnungslos seid.« Der Dämon rutschte auf dem Hintern herum, bis er ihr von Angesicht zu Angesicht gegenüber saß. »Was meinst du wohl, wie Kartago unterging? Und Persien? Und Rom?« »Klar, es gibt immer Feinde, die darauf lauern, irgendwelche Schwächen großer Reiche auszunutzen. Doch in Wahrheit erfolgt der Umsturz von innen.« Der Junge kratzte sich die Nase. »Das hatte vermutlich auch sein Gutes, alles auf Anfang und so.« Kitty sah ihn erstaunt an. Ihre Geschichtskenntnisse waren lückenhaft, die fremden Namen und Orte sagten ihr nicht viel, »Aber die Aussage dieses kleinen Vortrags begriff sie trotzdem. Willst du damit sagen, dass die meisten Römer über Abwehrkräfte gegen Magie verfügten?« »So nun auch wieder nicht. Es waren vielleicht 30 Prozent, dabei recht unterschiedlich dosiert, aber für einen ordentlichen Aufstand reicht das allemal.« »Aber wir haben nie mehr als elf zusammengekriegt, und London ist eine Riesenstadt.« »Elf Prozent, das ist doch gar nicht schlecht.« »Nein, elf Leute, mehr nicht.« Der Junge hob die Augenbrauen. »Echt? Dann habt ihr euch aber zu wenig Gedanken darüber gemacht, wie und wo ihr suchen müsst. Andererseits seid ihr noch früh dran. Wie lange ist das jetzt her, dass Gladstone den Laden übernommen hat? Hundertfünfzig Jahre, schätzungsweise. In Rom waren die Zauberer fünfhundert Jahre an der Macht, der es zu den ersten Aufständen kam. »Was kannst du denn Besonderes? Kannst du unsereinen sehen?« »Nein«, »Kitty schnitt eine Grimasse.« »Fred und Andy konnten das, ich kann bloß am Leben bleiben.« Der Junge grinste. »Nicht die schlechteste Fähigkeit. Sieh zu, dass du sie dir erhältst.« Stanley konnte sogar versteckte Magie spüren. Deswegen wussten wir, dass du die Kette unter der Jacke hattest. »Welche Kette? Ach so, das Amulett. Tja, diese Fähigkeit gehört auch dazu. Wahrscheinlich kommen momentan überall in der Bevölkerung von London alle möglichen Begabungen zum Vorschein. Vermutlich gibt es hunderte Leute dieser Art. »Aber du darfst nicht vergessen, dass die meisten von Ihnen überhaupt nicht wissen, welche besonderen Fähigkeiten sie da besitzen. Wie hast du's denn rausgefunden?« »Ein Dämon hat mich mit einer schwarzen Schleuder erwischt.« Kitty staunte selbst, dass sie ihm das anvertraute. Es war ihr einfach herausgerutscht. »Stimmt, ja, Talos Affe hat dich vergessen.« Der Junge räkelte sich träge. »Da erfreut es dich, dass bestimmt zu hören, dass Talos tot ist. Ein Afrit hat ihm den Garaus gemacht. War eine ziemlich gute Show. Nein, Einzelheiten erzähle ich dir erst, wenn du mir mehr von dir erzählst. Was ist nach der Schleuder passiert?« Nach kurzem Zögern erzählte ihm Kitty die ganze Geschichte bis hin zur Katastrophe in der Gruft. Als sie damit fertig war, zuckte der Dämon bedauernd die Achseln. »Diesem Pennyfeather ist wahrscheinlich zum Verhängnis geworden, dass er den Zauberern zu ähnlich war, habgierig und herrschsüchtig. Alles sollte schön geheim bleiben und alle sollten unter seiner Fuchtel stehen. Und kein Wunder, dass ihr nur elf Mitglieder hattet. Kleiner Tipp meinerseits. Für einen Aufstand sollte man immer die breite Masse auf seine Seite bringen. Und Bildung ist das A und O. Das Wissen um die Vergangenheit. Deshalb sorgen die Zauberer auch dafür, dass ihr nur so eine mangelhafte Schulbildung bekommt. Er kicherte in sich hinein. »Das Komische ist, dass die zunehmenden Abwehrkräfte in der Bevölkerung für die Zauberer jedes Mal ganz überraschend kommen. Mein Herr hat keine Ahnung, wieso du neulich seinem Mauler entkommen bist.« Übrigens braucht der Kerl ja ewig, um Jürnäck herzuschaffen. Ich frage mich langsam, ob ihm was zugestoßen ist. Etwas Tödliches kann es nicht sein, sonst will ich nämlich nicht mehr hier. Jakob, Kitty hatte dem Dämon so gespannt zugehört, dass sie gar nicht mehr an ihren Freund gedacht hatte. Wie konnte sie das nur vergessen? »Weißt du was«, sagte der Dämon kumpelhaft, »eins verstehe ich nicht. Warum hast du überhaupt nach diesem Jürnäck gesucht? Du musst doch geahnt haben, dass du in eine Falle tapst. Er hat uns erzählt, ihr hättet euch schon ewig nicht mehr gesehen.« »Das stimmt auch. Trotzdem ist er nur meinetwegen in diesen Schlamassel geraten, oder?« Kitty hatte einen dicken Kloß im Hals. »Warum hat mich Mandrake eigentlich vor den Wölfen gerettet? Das ist doch unlogisch.« »Er will den Stab, was sonst«, grummelte der Junge. »Den Stab? Wozu? Was glaubst du denn? Es geht ihm um Macht. Er gönnt ihn seinen Kollegen nicht.« Der Junge war kurz angebunden und schien schlechte Laune zu haben. Ganz sachte dämmerte es Kitty. »Du glaubst, der Stab ist so was Nütze?« »Selbstverständlich, schließlich ist es Gladstones Zauberstab. Das habt ihr doch gewusst, sonst werde ich ja nicht in die Gruft eingebrochen.« Kitty sah wieder die Theaterloge vor sich und den goldenen Schlüssel, den ihr der Unbekannte zuwarf. Sie sah Hopkins' wässrig-grauen Blick. Sie ahnte Verrat, und ihr wurde ganz flau. »Oh, ihr habt nichts davon gewusst?« Der wache Blick des Djinn beobachtete sie. »Man hat euch reingelegt. Aber wer war's? Dieser Hopkins?« »Ja, und noch jemand, den ich nicht sehen konnte und auch nicht kenne,« erwiderte Kitty tonlos. »Schade. Höchstwahrscheinlich einer aus der Führungsriege. Welcher tut eigentlich nichts zur Sache? Von denen ist einer so mies wie der andere.« Er blinzelte, als wäre ihm soeben eine Idee gekommen. »Du weißt nicht zufällig etwas über den Golem?« Das Wort sagte Kitty überhaupt nichts, sie schüttelte den Kopf. »Dachte ich mir, irgendjemand steckt dahinter, und ich wüsste zu gerne, wer, schon deshalb, weil mich das Biest beinahe umgebracht hätte.« Dabei sah er so wütend aus, dass sich Kitty das Lachen verbeißen musste. »Ich dachte, du bist ein edler Djinn von furchterregender Macht. Wie kommt es dann, dass dir so ein Golem überlegen ist?« »Er ist gegen Magie immun, raubt mir alle Kraft, wenn ich ihm zu nahe komme. Sogar du hättest mehr Chancen, ihn aufzuhalten als ich.« Es klang, als sei diese Vorstellung völlig absucht. »Schönen Dank auch,« sagte Kitty ärgerlich. »Ich meine es ernst, ein Golem wird mittels eines Pergamentstreifens gelenkt, der unter seiner Zunge steckt. »Wenn man es schafft, ihm den wegzunehmen, muss er zu seinem Herrn zurückkehren und wieder zu Lehm zerfallen, habe ich selber schon gesehen, damals in Prag.« Kitty nickte, gedankenverloren. »Fällt sich nicht allzu schwierig an. Warum hat ihn nicht längst irgendein Zauberer unschädlich gemacht?« Der Djinn lächelte überheblich. »Weil man dazu Mut braucht. Die Zauberer machen nie etwas selber. Sie verlassen sich lieber auf uns. »Mandrake befehlt, ich gehorche. Er hockt zu Hause, ich muss raus und den Kopf hinhalten. So funktioniert das.« Der Junge hörte sich jetzt an wie ein müder, alter Mann. Kitty nickte. »Klingt anstrengend.« Ein Achselzucken war die Antwort. »Wir wissen das eben, Schicksal.« »Ah, da kommt jemand, na endlich!« Beide standen auf. Im Treppenhaus schimpfte jemand gedämpft vor sich hin. Kittys Herz schlug schneller. Der Djinn grinste sie an, seine Zähne waren blendend weiß. »Weißt du was? Ich habe unsere kleine Unterhaltung sehr genossen. Vielleicht freut es dich zu hören, dass ich das Gerippe aus der Gruft erwischt habe. Ich hoffe bloß, man befiehlt mir nicht, dich umzubringen.« Als sie in Westminster Hall eintreffen, wurden Nathaniel und Jakob sogleich in den großen Empfangssaal geführt. Der Polizeichef saß auf dem Ehrenplatz neben dem Premierminister und wirkte außerordentlich selbstzufrieden. Miss Whitwell musste sich mit einem Stuhl irgendwo am Rand begnügen. Nathaniel würdigte seine Meisterin keines Blickes. Ihr Blick wiederum war starr und forschend auf den Premierminister gerichtet. Doch Mr. Devereaux blickte geradeaus auf den Tisch. Nur die führenden Minister waren anwesend, nicht einmal Mr. Makepeace war geladen. Die Polizeibeamten salutierten vor Mr. Duval, dann verließen sie auf sein Zeichen den Raum. Jane Farah trat vor und hüßelte diskret. Mr. Devereaux hob den Blick und seufzte wie jemand, den eine traurige Pflicht drückt. »In groben Zügen fassen Sie sich kurz.« »Sehr wohl, Sir. Wir haben John Mandrake seit einigen Tagen beschatten lassen. Diverse Widersprüchlichkeiten in seinem Verhalten haben unseren Argwohn erregt. Es war in letzter Zeit recht undurchsichtig und uneindeutig. »Da muss ich widersprechen«, unterbrach Nathaniel, sie so höflich erkundte. »Mein Dämon hat den entsprungenen Afrieten zur Strecke gebracht. Das ist ja wohl eindeutig genug.« Mr. Devereaux hob die Hand. »Ja, ja, Mandrake, Sie haben gleich noch ausführlich Gelegenheit zum Reden. Bis dahin seien Sie bitte still.« Jane Farrer räusperte sich. »In den letzten Tagen ist Mandrake mehrfach auf eigene Faust losgezogen. Wachkugeln haben ihn zuletzt bis zu einem Gebäude in Ost-London verfolgt, wo er sich mit seinem Dämon und diesem suspekten Jugendlichen hier getroffen hat. Sie haben dort Stellung bezogen und auf jemanden gewartet. Daraufhin haben wir ringsum Beamte der Nachtpolizei postiert. Am späten Abend näherte sich ein Mädchen dem Haus. Sie wurde von unseren Beamten gestellt, doch plötzlich tauchte Mr. Mandrakes Dämon auf und verhalf ihr zur Flucht. Daraufhin hielt ich es für meine Pflicht, Mr. Mandrake zu verhaften.« Der Premierminister nippte an seinem Mineralwasser. »Was ist das für ein Mädchen?« »Wir vermuten, dass sie der Widerstandsbewegung angehört, Sir.« Mr. Devereauxs schwarze Augen musterte Nathaniel aufmerksam. »Als Ihre Leute das Mädchen stellten, trug sie da Gladstones Stab bei sich.« Jane Farrer schürzte die Lippen. »Nein, Sir.« Der Polizeichef war schon eine Weile unruhig auf seinem Stuhl hin- und hergerutscht. Jetzt beugte er sich vor. »Es ist sonnenklar, dass er hinter Gladstones Stab her ist. Womöglich war er es sogar, der die Verräter in die Gruft eingelassen hat. Ich schlage vor, wir lassen Mr. Mandrake in den Tower verbringen und stelle mich zur Verfügung, die Angelegenheit persönlich in die Hand zu nehmen.« Zustimmendes Gemurmel der Minister. Mr. Devereaux zuckte die Achseln. »Das wird wohl das Beste sein, Henry.« Vier Nachtpolizisten traten vor. Im Gleichschritt marschierten sie auf den Gefangenen zu. Der hob die Hand. »Einen Moment noch, Henry. Wir müssen dem Jungen Gelegenheit geben, sich zu verteidigen.« Nathaniel räusperte sich. Er war so stolz auf sein gutes Verhältnis zum Premierminister gewesen. Nun war der Zeitpunkt gekommen, es auf die Probe zu stellen. »Vielen Dank, dass Sie mir Gelegenheit geben, mich dazu zu äußern, Sir«, fing er an und versuchte, gelassen und selbstsicher zu klingen. Doch vor lauter Angst hörte sich seine Stimme ganz piepsig an. »Mr. Duvalls Anschuldigungen sind unbegründet und Miss Farrah ist gelinde gesagt übereifrig. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät, den Schaden, den die beiden angerichtet haben, wieder gut zu machen.« Er hörte Jane Farrah leise schnauben und Mr. Duvall knurrte unwillig, wurde jedoch von einem tadelnden Blick des Premierministers zum Schweigen gebracht. Der Gestalt ermutigt fuhr Nathaniel fort. »Meine Reise nach Prag und die Sache mit dem Mädchen haben nichts miteinander zu tun, Sir. Ich halte tatsächlich viele der jüngsten Vorfälle hier in London für das Werk eines Golem, aber meine diesbezüglichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. In der Zwischenzeit habe ich mich dieses Jungen bedient, um die Verräterin Kitty Jones aus ihrem Versteck zu locken. Er ist ein alter Freund von ihr, weshalb ich hoffte, sie würde versuchen, ihn zu befreien. Hätte ich sie erst dingfest gemacht, hätte sie mir bestimmt auch bald gestanden, wo sie den Stab versteckt hat, den ich ihnen daraufhin unverzüglich übergeben hätte. Das Eingreifen von Miss Farrah's Wölfen hat mein Konzept komplett unterlaufen. Ich bin sicher, sie erteilen ihr dafür eine strenge Verwarnung.« Nathaniel ging zum Angriff über. »Ich gebe ja zu, dass ich mit verdeckten Karten gespielt habe, Sir«, sagte er liebenswürdig und sah Mr. Devereaux dabei offen an. »Aber ich wusste vorher, dass es sich um einen sehr heiklen Einsatz handelte. Das betreffende Mädchen ist ausgesprochen durchtrieben. Um an den Stab zu kommen, musste ich sehr umsichtig vorgehen. Ich fürchtete, Mr. Devalds allgemein bekannter Mangel an Diplomatie würde den Erfolg der Aktion gefährden, und diese Befürchtung hat sich ja auch bewahrheitet.« Die Reaktion des Polizeichefs war sehenswert. Sein vom Bart wuchs schwärzliches Gesicht lief puterrot an, die Adern am Hals und an den Händen wurden dick wie Schiffstaue, und seine Fingernägel, die unterdessen ein Stück gewachsen zu sein schienen, bohrten sich tief in die Tischplatte. Er konnte vor Wut kaum sprechen. »Wachen! Fährt diesen Verlogen entschuft ab! Ich befasse mich sofort mit ihm!« »Sie vergessen sich, Henry«, sagte Mr. Devereaux leise, aber mit unmissverständlich drohendem Unterton. »Das heißt also, John«, warnte er sich wieder an Nathaniel, »dass ihr Delmon diese Kitty Jones in Gewahrsam genommen hat?« »Jawohl, Sir«, Nathaniel rang um Selbstbeherrschung. Noch war er nicht frei, er musste jedes Wort auf die Goldwaage legen. »Ich habe Sie an einen abgeschiedenen Ort verbringen lassen, um Sie doch zu befragen. Ich hoffe, nur die lange Verzögerung hat nicht alles zunichte gemacht.« »Und anschließend wollten Sie mir den Stab zurückbringen?« »Aber selbstverständlich, Sir! Ich habe gehofft, ihn eines Tages neben dem Amulett von Samarkand im Artefaktenschatz der Regierung ausgestellt zu sehen, Sir.« Er biß sich auf die Lippe und wartete. Das war natürlich seine Trumpfkarte, denn seinerzeit hatte er Devereaux mit der Rückeroberung des Amuletts das Leben gerettet. Das wollte er dem Premierminister damit noch einmal ins Bewusstsein rufen. »Aber noch ist nichts verloren, Sir«, setzte er hinzu. Der Premierminister beugte sich vor und legte die Fingerspitzen aneinander. »Bis dato hat sich Mandrake als nützlich und loyal erwiesen. Wir wollen ihn beim Wort nehmen. Soll er uns den Stab beschaffen? Gelingt es ihm, sei ihm sein eigenmächtiges Vorgehen verziehen. Gelingt es ihm nicht, erkenne ich Henrys Version der Vorfälle an und lasse Mandrake in den Tower schaffen. Sind alle mit diesem Kompromiss zufrieden?« Er schaute lächelnd von Mr. Duvalls finsterer und enttäuschter Miene zu Nathaniels vor Anspannung aschfahlem Gesicht und wieder zurück. »Gut, Mandrake bekommt mehrere Wachkugeln mit auf den Weg, damit wir jederzeit über sein Vorgehen informiert sind.« Nathaniel legte Jakob Hirnek in unsichtbare Fesseln und führte ihn am Ellbogen aus dem Saal. Als sie durchs Vestibül gingen, vertrat ihnen Miss Whitwell den Weg. Nathaniel funkelte sie feindselig an, sagte jedoch nichts. Ihr Raubvogelblick durchbohrte ihn. »Mag sein, dass du unseren guten Premierminister überzeugt hast,« zischte sie heiser, »mag sein, dass es dir gelingt, den Stab zurückzubringen, aber ich weiß genau, dass du hinter meinem Rücken gehandelt hast, um dir auf meine Kosten einen Vorteil zu verschaffen, und das ist unverzeihlich. Hiermit ist unsere Zusammenarbeit beendet, und ich wünsche dir keinen Erfolg, meinetwegen kannst du ihn die Wallstower verschimmeln.« Als ich sie die Treppe hochkommen sah, wußte ich sofort, was los war. Ich konnte es an Jirnigs gezwungenem Lächeln ablesen und daran, wie widerstrebend er jede einzelne Stufe nahm. Ich las es im kalten, entschlossenen Blick meines Herrn und sah es daran, wie er ganz dicht hinter dem Gefangenen herging. Nennt es meinetwegen Intuition, aber ich spürte sofort, dass die Lage keineswegs so entspannt war, wie er es der Kleinen vormachen wollte. Der unsichtbare Folio auf Jirnigs Schulter, der die Hinterbeine mit den langen Klauen eng um den Hals des Gefangenen legte, gab mir zusätzlich zu denken. Das Mädchen bekam davon natürlich überhaupt nichts mit. Als sie Jirnig kommen sah, stieß sie einen leisen Schrei aus und wollte ihm entgegenlaufen. Sofort rief ihr mein Herr warnend zu. »Bitte halten Sie Abstand, Miss Johns!« Sie blieb stehen, ohne den Blick von ihrem Freund zu lassen. »Hallo, Jakob«, sagte sie. Der Folio lockerte seinen Klauengriff und gestattete dem Gefangenen, »Hallo, Kitty« zu krechzen. »Bist du verletzt?« Pause. Der Folio kitzelte Jirnig an der Wange. »Nein«, sie lächelte matt. »Ich wollte dich befreien.« Ein unbeholfenes Nicken. Der Folio hatte die Krallen wieder enger um Jirnigs Hals geschlossen, und Jirnig versuchte verzweifelt, das Mädchen mit Blicken zu warnen. »Keine Bange, Jakob«, sagte Kitty, »ich hol uns schon hier raus.« Nathaniel verfolgte das rührende Wiedersehen der beiden mit kühler Berechnung. »Ich komme in guter Absicht, Miss Johns«, log er schamlos. Hoch oben im Gebälk sah ich etliche rote Kugeln schweben, was bedeutete, dass uns die Zauberer von fern beobachteten. Und so stand ich wie gewöhnlich tatenlos da, fühlte mich mies und wartete. »Ich komme in guter Absicht«, wiederholte mein Herr. »Niemand weiß, dass Sie hier sind, wir sind ganz unter uns.« Jirnig sah das Mädchen flehentlich an, aber sie bemerkte nichts davon. »Und die Wölfe?«, fragte sie Barsch. »Die sind weit weg, allerdings suchen sie wohl immer noch nach ihnen.« Er lächelte. »Das dürfte Beweis genug für meine friedlichen Absichten sein. Ohne mein Eingreifen wären Sie jetzt ein Haufen abgenagter Knochen. »Wollen Sie mich immer noch verhaften? Bestimmt haben Sie Jakob nur deswegen entführt.« »Ich wollte Sie auf diese Weise aus Ihrem Schlupfloch locken, das ist richtig, aber verhaften. Nun, ehrlich gesagt, liegt das ganz bei Ihnen. Vielleicht können wir beide uns ja auf eine Absprache einigen.« »Wie lautet Ihr Vorschlag? Sie sind hinter dem Zauberstab her, nehme ich an.« Nathaniel wechselte unmerklich die Farbe. »Vielleicht brachte es ihn aus der Fassung, dass sie so direkt war, denn Zauberer sind nur höchst selten offen und ehrlich.« Er nickte bedächtig. »Wissen Sie denn, wo er ist?« »Ja.« »Könnten Sie ihn mir rasch beschaffen?« »Ja.« »Gut.« »Gut, dann schlage ich Folgendes vor. Unten steht mein Wagen. Sie lotsen mich dorthin, wo Sie den Stab versteckt haben, und händigen ihn mir aus. Sobald er in meiner Obhut ist, lasse ich Sie und Jirnek frei. Vierundzwanzig Stunden lang können Sie sich unbehelligt bewegen. Ich nehme an, Sie wollen das Land verlassen. Dafür reicht die Zeit allemal. Lassen Sie sich meinen Vorschlag gut durch den Kopf gehen.« »Das Mädchen war noch nicht überzeugt.« »Welche Sicherheiten habe ich, dass Sie Wort halten?« Der Junge lächelte sie an und pflückte sich einen Fussel vom Ärmel. »Überhaupt keine. Sie müssen mir wohl oder übel vertrauen.« »Da wär ich ja schön blöd.« »Was bleibt Ihnen denn anderes übrig, Miss Jones? Im Grunde sitzen Sie hier in der Falle. Ein grimmiger Dämon hindert Sie an der Flucht.« Sie blickte verdutzt um sich. Ich hüstelte. »Er meint mich.« »Außerdem haben Sie es mit mir zu tun,« fuhr mein Herr Fort, »und ich werde bestimmt nicht noch einmal den Fehler machen, Sie zu unterschätzen. Ehrlich gesagt«, ergänzte er, als wäre es ihm eben erst eingefallen, »wüßte ich gern, mit was für Hilfsmitteln Sie magische Angriffe eigentlich abwehren. Wenn Sie mir das verraten, wenn Sie mit mir ganz freimütig über Ihre Zeit in der Widerstandsbewegung sprechen, kann ich nämlich noch mehr für Sie tun, als Sie einfach nur laufen zu lassen.« Sie trat einen Schritt zurück. »Nein!« Seine Miene verfinsterte sich. »Wie schade!« »Und was ist mit meinem ersten Angebot? Nehmen Sie es an?« Sie zögerte, nickte und drehte sich um. »Also gut, Mr. Mandrake. Wo steht Ihr Auto? Ich bringe Sie zu meinem Versteck.« Den Anweisungen des Mädchens folgend hielten wir nach Süden, fuhren erst durch die Innenstadt, überquerten dann den Fluss und landeten in einer heruntergekommenen Gegend. »Halt!« Das Mädchen klopfte an die Trennscheibe. Als ich mich umsah, erblickte ich in einiger Entfernung die vier Wachkugeln. Das Mädchen ging wortlos die Treppe zu einer Kellertür hinunter. Nathaniel stieß Jirnek vor sich her und folgte ihr, und ich bildete die Nachhut. Mein Herr drehte sich nach mir um. Wenn Sie irgendwelche dummen Tricks versucht, tötest du sie. »Bitte drück dich etwas klarer aus,« erwiderte ich. »Was für Tricks? Kartentricks? Münzentricks? Indische Seiltricks, oder was?« Er sah mich streng an. »Alles, was gegen unsere Abmachung verstößt, was mir schadet oder ihre Flucht begünstigt, ist das klar genug.« »Eher klipp und klar.« Das Mädchen betrat einen kleinen Nebenraum und knipste eine funzelige Glühbirne an. Bis auf einen Stapel Holzscheite war der Keller leer. Nathaniel rümpfte die Nase. »Ja, und?« fuhr er sie an. »Ich sehe nichts.« Das Mädchen ging zu dem Holzstapel und zwängte den Fuß darunter. Es quietschte leise. Dann schwang ein Stück Wand auf. Dahinter war es pechschwarz. »Halt!« Mein Herr stellte sich hastig zwischen Kitty und die Geheimtür. »Bartimeus, du gehst rein. Wenn du den Stab findest, bringst du ihn mit.« Zurückhaltender als es sonst meiner Art ist, näherte ich mich der Öffnung und wirkte für den Fall, dass irgendwo Sprengfallen eingebaut waren, vorsichtshalber einen Schild um mich. Je näher ich der Öffnung kam, desto deutlicher spürte ich alle sieben Ebenen vibrieren. Eine Vorwarnung, dass ich es mit mächtiger Magie zu tun bekommen würde. Vorsichtig steckte ich den Kopf hindurch. Es war kaum mehr als eine mit geklautem Schnickschnack vollgestopfte Rumpelkammer. Die einzige Ausnahme bildete der Gegenstand, der in der gegenüberliegenden Ecke nachlässig an die Wand gelehnt war und sich diesen Platz auch noch mit ein paar Sprengsperren teilen musste. Mit so mächtigen Gegenständen muss man vorsichtig sein. Deshalb nahm ich Gladstones Zauberstab behutsam zwischen Daumen und Zeigefinger, trug ihn nach draußen und überreichte ihn meinem Herrn. Nein, was war er froh! Die Erleichterung quoll ihm aus allen Poren. Er griff nach dem Stab und betrachtete ihn. Sein Gesicht leuchtete matt im Abglanz der mächtigen Aura. »Mr. Mandrake?« Das Mädchen meldete sich zu Wort. Sie stand neben Jirnek und hatte schützend den Arm um ihn gelegt. Der unsichtbare Folio war auf Jirneks andere Schulter gehüpft. »Mr. Mandrake«, wiederholte die Kleine, »meinen Teil unserer Abmachung habe ich erfüllt. Jetzt müssen Sie uns freilassen.« »Ja, ja«, »mein Herr blickte kaum auf, er war immer noch ganz im Bann des Stabes. »Selbstverständlich, ich werde sogleich alles Nötige veranlassen, aber erst, wenn wir dieses finstere Loch verlassen haben.« Als wir aus den Katakomben wieder ins Freie traten, fielen die ersten Strahlen der Morgensonne in den düsteren Hinterhof. Der Chauffeur saß reglos am Lenkrad und glotzte durch die Frontscheibe. Er schien sich, seit wir ausgestiegen waren, keinen Millimeter von der Stelle gerührt zu haben. Das Mädchen unternahm einen zweiten Versuch. Sie war sehr müde. »Mr. Mandrake«, sagte sie, »wir kommen jetzt alleine zurecht.« »Mein Herr kam eben mit dem Stab in der Hand die letzten Stufen hoch. Er schien sie nicht gehört zu haben, war mit den Gedanken ganz woanders. Dann blinzelte er, blieb stehen und richtete den Blick auf die Kleine, als hätte er sie noch nie gesehen. »Sie haben es mir versprochen?« »Versprochen?« Er runzelte fragend die Stirn. »Uns freizulassen!« Ich merkte, wie sie ihr Gewicht beim Sprechen unauffällig auf die Zehenspitzen verlagerte und sich zum Sprung bereit machte. »Ach ja, richtig!« Es mochte eine Zeit gegeben haben vor ein paar Jahren, da hätte Nathaniel unbedingt zu seinem Wort gestanden. Ein Versprechen nicht einzulösen, hätte er für unter seiner Würde erachtet, auch wenn er das Mädchen nicht leiden konnte. Es mochte sein, dass sich sogar jetzt sein Gewissen regte, zumindest zögerte er einen Augenblick. Aber dann sah ich ihn zu den roten Kugeln emporspähen, die den Keller ebenfalls verlassen hatten und jetzt wieder über unseren Köpfen schwebten. Und sein Blick wurde hart. »Gegenüber Staatsfeinden braucht man seine Versprechen nicht zu halten, Miss Jones. Unsere Absprache ist unwirksam, man wird sie umgehend verhören und des Hochverrats anklagen, und ich werde sie persönlich in den Tower überführen.« Seine Stimme wurde lauter, denn das Mädchen hatte eine Hand in die Jacke geschoben. »Das Leben ihres Freundes hängt am seidenen Faden. Zeige dich, Sophocles!« Der grienende Folio auf Viernecks Schulter gab seine Tarnung auf der ersten Ebene auf, zwinkerte dem Mädchen frech zu und ließ die kräftigen Kiefer neben dem Ohr des Gefangenen zuschnappen. Das Mädchen stand mit hängenden Schultern und niedergeschlagener Miene da. »Tja dann«, sagte sie, »Ihre Waffe! Holen Sie raus, was Sie in der Jacke haben, schön langsam!« »Es ist keine Waffe, es ist ein Geschenk.« Als sie die Hand aus der Jacke zog, lag darin etwas Kleines, Rundes, Glänzendes, eine Bronzescheibe. Nathaniel riss die Augen auf. »Das gehört mir, das ist mein Zauberspiegel!« Das Mädchen nickte. »Fang auf!« Die Scheibe trudelte durch die Luft, und wir drei, Nathaniel, der Folio und ich, sahen ja unwillkürlich nach. Diese Gelegenheit nutzte das Mädchen, packte den Folio am schuppigen Nacken und zerrte ihn von Jirnicks Schulter. Völlig überrumpelt fuchtelte er hilflos mit den Klauen. Das Mädchen grub ihm die Finger in die Kehle, es gab einen Knall wie von einem geplatzten Luftballon, und der Folio verpuffte samts Schwanz und Krallen. Der Zauberspiegel landete in Nathaniels Hand. Er hob den Blick und merkte erst jetzt, was sich hinter seinem Rücken abgespielt hatte. Er stieß einen zornigen Schrei aus. »Dach die Mäus!« Ich blieb ruhig auf meinem Betonpoller hocken und sah zu ihm hinüber. »Was ist denn?« »Warum hast du nicht eingegriffen? Ich hab dir doch strikte Anweisungen gegeben.« »Du hättest mir befohlen, sie zu töten, wenn sie gegen eure Absprache verstößt.« »Richtig, indem sie zum Beispiel abhaut, wie jetzt gerade eben, also los, das Schrumpfffeuer.« Ich grinste gut gelaunt. »Aber du hast vor nicht mal zwei Minuten selber dagegen verstoßen, und zwar auf besonders hinterhältige Weise. Demnach ist eure Absprache null und nichtig, und die Kleine kann gar nicht mehr dagegen verstoßen, oder?« »Hör mal, wenn du den Stab weglegst, kannst du dir noch viel besser die Haare raufen.« »Hindere die beiden daran, mit meinem Wagen zu fliehen.« »Gut, mach ich.« Während sich Nathaniel aufspulte, waren unsere Freunde die Gasse hinuntergehastet. Das Mädchen hatte soeben den Wagen erreicht, riss die Fahrertür auf und wollte den Chauffeur vermutlich zwingen, mit ihnen loszubrausen. Der Fahrer jedoch stierte ungerührt geradeaus. Kitty brüllte ihm etwas ins Ohr und zerrte ihn an der Schulter. Daraufhin knickte er in der Taille ein und plumpste schlaff wie eine Marionette mit dem Gesicht voran aufs Kopfsteinpflaster. Das Mädchen stand wie versteinert, womöglich über seine eigenen Fähigkeiten erstaunt. Ich sann über die bedenkliche Arbeitsmoral der englischen Unterschicht nach, und auch mein Herr unterbrach sein wutschnaubendes Geblubber. Dann traten wir langsam näher. »Hallöchen!« Mit klappernden Knochen und einem ausgelassenen Juchzer sprang der Afrit Honorius auf die Motorhaube, die Schenkelknochen gespreizt, die Hände keck auf dem Becken und den Schädel schiefgelegt. Von der Morgensonne umspielt schaute er prüfend in die Runde. Im ersten Schreck vergaß Kitty die vertraute Umgebung und war wieder unter der Erde, saß in einer finsteren Gruft in der Falle, schmeckte den Tod auf der Zunge und sah, wie ihre Freunde vor ihren Augen umgebracht wurden. Als sie wieder zu sich kam, war die erste Empfindung eine Riesenwut auf den Dämon Bartimaeus. Seine Behauptung, er habe den Afriten aus der Gruft erledigt, hatte sich als erstunken und erlogen erwiesen. »Das nenne ich ein frohes Wiedersehen«, frohlockte das Gerippe. »Was will man noch mehr? Da bin ich wieder munter wie ein Lämmlein auf der grünen Wiese, höchstens ein bisschen feucht um die Knorpel und erfülle meinen Auftrag. Ich bin einfach nur der Witterung meiner verlorenen Schätze gefolgt. Jetzt hole ich sie mir zurück und gehe meiner Wege. Und was sehe ich da? Meinen Stab natürlich so gut wie neu. Aber das ist noch nicht alles. Ich sehe auch noch zwei andere Lämmlein für mich zum Spielen. Seh mich nicht so unschuldsvoll an, meine Süße. Du bist eins der beiden Lämmlein, mit dir rechne ich zum Schluss ab. Das Gerippe machte mit emporgereckten Armen einen Satz, pochte mit dem Mittelfußknochen auf die kühle Haube und deutete mit dem Skelettfinger auf Bartimaeus, der noch immer in der Gestalt des dunkelhäutigen Jungen dastand. »Dann hätten wir noch dich«, fuhr es fort. »Du hast mir mein Gesicht gestohlen, du hast mich in der Temse ertränkt, ich bin ja sowas von sauer auf dich.« Falls der Dämon Angst hatte, schauspielerte er gekonnt. »Kann ich nachvollziehen«, erwiderte er gelassen. »Ich bin selber ein bisschen enttäuscht, kannst du mir mal verraten, wie du hierher gekommen bist?« Das Gerippe malte zornig mit den Kiefern. »Purer Zufall hat mich davor bewahrt, auf immer der Vergessenheit anheim zu fallen«, zischelte es. »Als ich wehrlos in den kalten, schwarzen Fluten trieb, verhackte sich mein Ellbogen in einer rostigen Kette. Ich kämpfte gegen den Sog des Meeres an und kletterte zum Licht empor, und wonach verlangte es mich? Nach Rache. Doch zuvörderst nach dem Stab, auf den sich meine Macht gründet.« Kitty deutete mit dem Daumen auf Mandrake. »Und was ist mit dem da?« Mandrake zuckte zusammen. »Ich bin diesem edlen Afrit noch nie begegnet.« Die Flammen in den leeren Augenhöhlen loderten auf. »Bis auf den Umstand, dass du meinen Stab bei dir trägst. In dem Punkt kenne ich kein Pardon. Und was noch schlimmer ist, du hast doch noch vorhin zu benutzen. Jawohl, leugnet ist zwecklos. Schließlich bist du ein Zauberer.« Kitty räusperte sich. »Er hat mir befohlen, den Stab zu stiegeln. Er ist an allem schuld. Er hat doch Bartimaeus auf dich gehetzt.« »Tatsächlich?« Das Gerippe musterte Mandrake. »Das ist ja hochinteressant.« Dann wandte es sich wieder Bartimaeus zu. »Sie redet Unsinn, oder? Dieser Fatzke, der sich an meinem Stab vergreift, kann doch unmöglich dein Herr sein.« Der junge Ägypter wirkte verlegen. »Doch, leider.« »Meine Güte!« »Na ja, keine Bange. Ich murks ihn ab, sobald ich dich abgemurkst habe.« Noch beim Sprechen hob das Skelett den Finger. Wo eben noch der Dämon gestanden hatte, schossen grüne Flammen empor. Doch der dunkelhäutige Junge schlug schon ein paar Saltos übers Pflaster und landete elegant auf einer Mülltonne. Wie auf Kommando drehten sich Kitty Jakob und John Mandrake um und rannten los. Kitty war die schnellste, und sie war es auch, der als erster auffiel, dass sich die Luft verdunkelte. Sie lief langsamer und blieb schließlich stehen. Schmale, schwarze Zungen leckten, und dahinter wogte eine dunkle Wolke heran. Eine schreckliche Stille umgab sie, und sie verströmte einen betäubenden Geruch nach Erde. Jakob berührte Kittys Arm. »Hörst du das?« »Ja.« Durch die Schmerze waren schwere Schritte zu vernehmen. »Los, wir laufen in den Keller.« Mit zwei langen Sätzen war das Gerippe bei ihnen. »Der verflixte Dämon ist mir zu flink,« verkündete es. »Ich hab's mir anders überlegt. Ihr beide kommt zuerst ran.« »Wieso ich? Ich hab doch gar nichts gemacht,« protestierte Jakob. »Weiß ich doch, Jungchen.« In den Augenhöhlen flackerte es. »Aber du bist doch schon lebendig, und nach dem langen Aufenthalt im Fluss brauche ich dringend neue Kraft.« Der Afrit streckte die Hand aus, und dabei fiel sein Blick auf die Wolke, die sich inzwischen über den Hof wälzte, und unterwegs sämtliches Licht verschluckte. Das Gerippe starrte sie an und wackelte unschlüssig mit dem Unterkiefer. »Na, na, na, na«, sagte es leise. »Was haben wir denn da?« Kitty und Jakob drückten sich an die Mauer, aber das Gerippe kümmerte sich nicht mehr um sie. Es rief der Wolke etwas in einer fremden Sprache zu. Kitty spürte Jakob zusammenzucken. »Das war tschechisch,« flüsterte er, »so was wie, na, willst du es mit mir aufnehmen?« Der Totenkopf drehte sich um hundertachtzig Grad und glotzte sie an. »Entschuldigt mich kurz, Kinder, ich muss eben was erledigen, bin gleich wieder da, warte zu lange her.« Mit rasselnden Knochen stapfte es in weitem Bogen in die Mitte des Hofs und ließ dabei die immer weiter anschwellende Wolke nicht aus den Augenhöhlen. Kitty fluchte. Neben sich hörte sie Schwingen schlagen und jemanden landen. Der Dämon Bartimaeus legte die zarten Flügel an und nickte ihr höflich zu. Kitty fuhr erschrocken zurück. »Du brauchst keine Angst zu haben,« sagte der Junge, »ich habe Anweisung zu verhindern, dass du mit dem Auto flüchtest. Sobald du in die Nähe des Wagens kommst, muss ich dich aufhalten, ansonsten kannst du tun, was du willst.« »Was geht hier eigentlich vor?« fragte Kitty stirnrunzelnd. »Was ist das für ein dunkles Ding?« Der Junge seufzte. »Erinnerst du dich an den Golem, den ich vorhin erwähnt habe? Er ist zurückgekommen. Irgendwer hat beschlossen, sich einzumischen. Warum, dürfte unschwer zu erraten sein. Der verfluchte Stab ist an dem ganzen Ärger schuld.« Er spähte durch den schwarzen Nebel. »Da fällt mir ein, was macht denn dieser Schwachkopf?« »Wer?« »Mein hochverehrter Herr und Meister, er will den Stab aktivieren.« Schräg gegenüber hatte sich der Zauberer John Mandrake an die Mauer neben der Limousine zurückgezogen. Ohne auf die Kapriolen des Gerippes zu achten, stand er auf den Stab gelehnt da, hielt den Kopf gesenkt und die Augen wie ein Schlafender geschlossen. Kitty glaubte zu erkennen, dass er die Lippen bewegte und irgendetwas vor sich hin murmelte. »Es kann ja nur in die Hose gehen«, meinte der Dämon kopfschüttelnd, »wenn er nämlich eine einfache Aktivierung ohne irgendwelche Fessel oder Dämmzauber vornimmt, fliegt ihm das Ding um die Ohren. Der Kleine hat keine Ahnung, wie mächtig der Stab ist, mindestens so mächtig wie zwei Mariden, aber seit ich den Burschen kenne, leidet er an krankhaftem Ehrgeiz.« Kitty verstand praktisch kein Wort, aber es war ja auch gleichgültig. »Bitte, Bartimäus, so heißt du doch, oder? Wie kommen wir hier weg? Kannst du uns nicht helfen? Der Junge musterte sie aus dunklen Augen. »Und warum sollte ich das tun? Ich bin ein böser Dämon, hast du selber gesagt. Aber auch wenn ich euch ausnahmsweise helfen wollte, wäre es ungeschickt, gerade jetzt irgendwelches Aufsehen zu erregen. Unser Freund, der Afrit, hat uns vorläufig vergessen. Ihm ist nämlich eingefallen, dass Golems wie dieser bei der Belagerung von Prag Glatstone's Armee großen Schaden zugefügt haben.« Die dunkle Wolke hatte Halt gemacht, als bestaune sie die Possen und Verrenkungen des Gerippes. Dann schien sie einen Entschluß gefasst zu haben, denn auf einmal krochen aus der schwarzen Masse Fangarme auf Mandrake und den Stab zu. Daraufhin riß das Skelett den Arm hoch und feuerte einen grünlich gleißenden Blitz in die Wolke. Man hörte ein gedämpftes Krachen wie von einer Explosion hinter gepolsterten Türen. Schwarze Fetzen flogen nach allen Richtungen und verdunsteten. »Gar nicht übel«, ließ sich Bartimaeus anerkennend vernehmen, »bringt ihm aber trotzdem nichts.« Der Riese schien über die Vernichtung seiner Wolke verärgert und fuchtelte unbeholfen mit den Armen, als wollte er die schwarzen Fetzen wieder einsammeln. Da ihm das nicht gelang, setzte er sich, das triumphierende Johlen des Gerippes demonstrativ ignorierend, mit schwerfälligen Schritten in Bewegung. »Hm, Mandrake sollte sich mit seiner Beschwörung lieber beeilen«, kommentierte Bartimaeus das Geschehen. »Aber hallo, Honorius schreitet erneut zur Tat.« »Bleib, wo du bist«, hallte der Ruf des Gerippes durch den Hof. »Der Stab gehört mir. Ich fordere dich zum Kampf. Ich habe ihn nicht hundert Jahre gehütet, um ihn mir von irgendeinem Feigling wegnehmen zu lassen. »Ich sehe, wie du durch das Auge schaust, gleich reiße ich es ab und zermalme es in meiner Faust.« Anschließend ließ der Afrit eine ganze Salve magischer Blitze los, die der Golem jedoch absorbierte, ohne irgendwelchen Schaden zu nehmen. Der Steinmann marschierte weiter. Der Afrit Honorius, der seiner nutzlosen Zauberkünste wegen schier außer sich war, ging in die Knie und sprang seinen Widersacher an, wobei ihm magische Blitze aus Mund und Händen schossen. Es landete auf der Brust des Golem, umklammerte dessen Kehle mit seinen Knochen, Armen und schlang die Beine um seinen Rumpf. Überall dort, wo es ihn berührte, zuckten blaue Flammen auf. Der Golem blieb abrupt stehen und packte das Gerippe mit der plumpen Hand am Schulterblatt. So verhachten die beiden Gegner einen Augenblick, ohne sich zu bewegen oder einen Laut von sich zu geben. Dann, urplötzlich, ein Lärmschwall, ein blauer Lichtblitz, das Gerippe zersprang. »Na nu«, Bartimaeus saß im Schneidersitz auf dem Boden und sah so gebannt zu wie ein Zuschauer beim Preisboxen. »Das war bemerklödig. Warum hat Honorius das getan? Es war sehr mutig, aber trotzdem glatter Selbstmacht. Der Gute hätte wissen müssen, dass er gegen einen Golem nicht ankommt. Verstehst du das etwa, Kitty Jones?« »Kitty«, Jakob zupfte seine Freundin energisch am Ärmel. »Der Weg ist frei, wir können abhauen.« »Ja?« Kitty sah wieder zu Mandrake hinüber, der noch immer mit geschlossenen Augen an der Mauer lehnte und irgendeine Zauberformel aufsagte. »Jetzt komm schon.« Seit der Vernichtung des Gerippes hatte sich der Golem nicht gerührt. Jetzt aber stapfte er weiter. Sein drittes Auge richtete sich glitzernd auf den Zauberer und den Stab. »Sieht aus, als wäre jetzt Mandrake dran.« Bartimaeus klang ganz sachlich und neutral. Kitty zuckte die Achseln und schob sich hinter Jakob her an den Häusern entlang. In diesem Augenblick schaute Mandrake auf. Erst schiene die nahende Gefahr nicht wahrzunehmen, dann fiel sein Blick auf den Golem und ein breites Grinsen ging über sein Gesicht. Er streckte den Stab vor und sprach ein einzelnes Wort. Rosa und lilafarbener Nebel umwogte den Stab und sammelte sich um seine Spitze. »Das kann gar nicht sein«, sagte Bartimaeus. »Das kann er unmöglich geschafft haben, nicht gleich beim ersten Mal.« Nathaniel grinste noch breiter. Der Golem wankte auf den Fersen nach hinten. Das Licht waberte, Funken stoben, dann schoss es erst am Schaft des Stabes herunter und dann den Arm des Zauberers entlang. Nathaniel riss es den Kopf in den Nacken. Er wurde von den Füßen gefegt, hochgehoben und mit einem dumpfen Aufprall gegen die Mauer geschleudert. Der Stab entglitt seiner Hand und er blieb mit heraushängender Zunge liegen. »Aha«, Bartimaeus nickte wissend, »fehlzündung, hab ich mir doch gleich gedacht.« »Kitty«, Jakob war schon fast am Torbogen und winkte seiner Freundin hektisch, »noch können wir raus.« Die massige Lehmfigur hatte sich erneut in Bewegung gesetzt und ging auf den am Boden liegenden Zauberer zu. Kitty machte ein paar Schritte in Richtung Jakob, dann drehte sie sich noch einmal nach Bartimaeus um. »Was passiert jetzt?« »Jetzt, nach dem kleinen Missgeschick meines Herrn? Tis doch ganz einfach. Ihr beide lauft weg, der Golem tötet Mandrake, schnappt sich den Stab und bringt in seinem Herrn, dem Zauberer, der ihn durch das dritte Auge lenkt. »Und du? Willst du ihm nicht helfen?« »Gegen einen Golem kann ich nichts ausrichten, das habe ich schon einmal versucht. Wenn Mandrake stirbt, bin ich frei. Weshalb sollte ich dem Dummkopf also aus der Patsche helfen?« Der Golem war jetzt auf der Höhe der Limousine und der Leiche des Fahrers. Kitty biß sich auf die Lippe und wandte sich zum Gehen. Dann drehte sie sich abermals um. »Wenn ich an Mandrakes Stelle wäre, hätte er mir bestimmt nicht geholfen. Ganz deiner Meinung, du bist ein kluges Mädchen. Lauf weg und überlass ihn seinem Schicksal.« Kitty betrachtete den Golem. »Er ist viel zu groß. Ich kann ihn sowieso nicht aufhalten.« »Schon gar nicht, wenn er erst mal am Auto vorbei ist.« »Ach, verdammt noch mal!« Kitty rannte los, aber nicht auf den entsetzten Jakob, sondern geradewegs auf den grobschlechtigen Riesen zu. Sie war kein Dämon und kein Zauberer, sie war ihnen allen überlegen, war nicht wie sie von Habgier und Selbstzucht getrieben. Mit einem Satz stand sie auf der Kühlerhaube der Limousine und kletterte von dort aus auf das Dach des Wagens, so dass sie mit dem Oberkörper des Unholz auf einer Höhe war. Kitty sprang. Eigentlich hatte sie erwartet, dass der Golem sie einfach packen und von sich herunterpflücken würde, aber nichts dergleichen geschah. Für das dritte Auge war sie nicht zu sehen, und spüren konnte der Zauberer, der den Golem lenkte, die Last auf dem Rücken seines Geschöpfs schon gar nicht. Kitty streckte den verletzten Arm aus. Ihre Schulter pochte so heftig, dass sie gepeinigt aufschrie. Sie legte den Arm auf den wuchtigen Kopf und befühlte das Gesicht, tastete nach dem klaffenden Maul. Der Dämon hatte doch behauptet, dass sich darin ein Pergament befände, das man herausnehmen muss. Das Golem-Gesicht fühlte sich an wie eisverkrustetes Gestein. Es hatte keinen Zweck, sie reichte nicht an den Mund heran. Der Golem blieb stehen und beugte sich ruckartig vor. Kitty wurde nach vorn gerissen. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie sich die klumpige Hand nach dem Bewusstlosen ausstreckte, um ihm das Genick zu brechen. Der Golem krümmte den Rücken, und Kitty wäre fast abgerutscht. Blindlings fuhr sie mit der Hand über das flache Gesicht, bis ihre Finger mit einem Mal ins Leere fassten, in die klaffende Mundhöhle. Sie stieß die Hand hinein, fühlte unebenen, kalten Stein und noch etwas, etwas Weiches und zugleich Aufgerautes. Sie packte zu und verlor im selben Augenblick endgültig den Halt, fiel über die Schulter des Golem und landete auf dem Zauberer. Sie blieb auf dem Rücken liegen, öffnete die Augen und schrie. Der Golem beugte sich über sie mit klaffendem, maulblinden Augen dem dritten, auf sie gerichteten und zornfunkelnden Stirnauge. Doch während sie dessen Blick erwiderte, wurden die Wut und die Wachheit darin stumpf, bis das Auge nur noch ein ovales Ornament war, kunstvoll modelliert zwar, aber glanz- und leblos. Kitty hob mühsam den Kopf und schaute auf ihre linke Hand hinab. Zwischen Daumen und Zeigefinger hielt sie einen gelblichen Pergamentstreifen. Irre, total irre! Neben ihr stand der junge Ägypter und stemmte kopfschüttelnd die Hände in die Hüften. »Du bist genauso irre wie der Afrit, aber«, er deutete auf den bewusstlosen Zauberer, »du bist wenigstens weichgefallen.« Hinter dem Dämon sah sie Jakob zaghaft und mit staunendem Blick näher kommen. Kitty stöhnte, ihre Schulterwunde blutete wieder, und auch sonst tat ihr alles weh. Ungläubig setzte sie sich erst auf und zog sich dann an der ausgestreckten Golem-Hand hoch. Jakob beäugte den bewusstlosen Mandrake, auf dessen Brust Gladstones Stab lag. »Ist er tot?« Es klang hoffnungsvoll. »Er atmet noch, leider, leider«, seufzte der Dämon und schielte zu Kitty hinüber. »Wegen deines albernen Edelmuts muss ich weiter Sklave bleiben.« Er schaute blinzelnd zum Himmel. »Am liebsten würde ich dir eine ordentliche Lektion erteilen, aber ich habe vorhin ein paar Suchkugeln gesehen. Offenbar hat die Wolke sie fürs Erste in die Flucht geschlagen, aber sie kommen bestimmt zurück, und zwar bald. Am besten machst du dich schleunigst vom Acker.« »Ja«, Kitty tat ein paar Schritte, dann merkte sie, dass sie immer noch das Pergament in der Hand hielt. In einem Anfall von Ekel ließ sie es auf den Boden fallen. »Und was ist mit dem Stab?«, erkundigte sich Bartimeus. »Wenn du willst, kannst du ihn einfach mitnehmen, niemand hindert dich daran.« Kitty runzelte die Stirn. »Der Stab war eine mächtige Waffe, so viel wußte sie. Mr. Pennyfeather hätte ihn bestimmt mitgenommen, und Hopkins, der Unbekannte aus dem Theater, der Afrit Honorius und natürlich Mandrake ebenfalls. Ihre Freunde waren um seinetwillen gestorben. »Ich glaube, ich lass ihn hier«, sagte sie. »Ich kann ihn nicht gebrauchen.« Plötzlich ein eisiger Schock. Nathaniel schnappte prustend nach Luft und riss die Augen auf. Der junge Ägypter stand breitbeinig über ihm und stellte gerade einen tropfenden Eimer ab. Eiskaltes Wasser lief Nathaniel in Ohren, Nasenlöcher und den offenen Mund. Er wollte sprechen, musste husten, würgte, hustete wieder und wälzte sich auf die Seite, als er plötzlich im Bauch einen ziehenden Schmerz und in jedem Muskel ein dumpfes Kribbeln spürte. Er ächzte. »Na, ausgeschlafen?« Das war der Chin. Er klang geradezu penetrant gut gelaunt. Nathaniel legte die zitternde Hand an die Schläfe. »Was ist passiert? Ich fühle mich grässlich.« »So siehst du auch aus, glaub's mir. Dich hat ein tüchtiger, magischer Rückstoß erwischt. Wahrscheinlich bist du davon jetzt eine Weile noch wirrer im Kopf als sonst. Aber du kannst von Glück sagen, dass du überhaupt noch am Leben bist.« Nathaniel versuchte sich aufzusetzen. »Der Golem, ich wollte ihn bezwingen. Damit ist so gut wie jeder Djinn und Zauberer überfordert, erst recht, wenn er zu diesem Zweck mit einem so heiklen und mächtigen Gegenstand hantiert, wie mit diesem Stab.« »Aber der Golem, der Stab, oh nein!« Mit Entsetzen wurde Nathaniel bewusst, was daraus folgte. Da Golem und Stab verschwunden waren, hatte er offenbar kläglich versagt. Ein nackter Fuß stupste ihn unsanft an. »Wenn du dich so weit zusammenreißen könntest, um dich mal eben umzusehen,« sagte der Djinn, »würdest du dich vielleicht besser fühlen.« Nathaniel machte die Augen auf und nahm die Hände weg. Er sah sich um, und was er erblickte, warf ihn beinahe wieder um. Keinen halben Meter vor ihm ragte der Golem gen Himmel. Der Riese beugte sich drohend zu ihm herab, aber sein Lebensfunke war erloschen. Er war so still und starr wie eine Straßenlaterne, und an seinem Bein lehnte Gladstones Zauberstab. Nathaniel begriff gar nichts mehr. »Aber wie? Das ist ne harte Nuss, was?« Der Junge grinste. »Was fällt dir denn dazu ein?« »Anscheinend habe ich es doch noch geschafft, bevor ich ohnmächtig geworden bin,« sagte Nathaniel und nickte bedächtig. Ja, so und nicht anders mußte es gewesen sein. Der Junge gab ein lautes, verächtliches Schnauben von sich. »Versuch's noch mal, Kleiner. Was ist mit dem Mädchen?« »Mit Kitty Jones?« Nathaniel ließ den Blick durch den Hof wandern. An das Mädchen hatte er gar nicht mehr gedacht. »Die... die ist wohl abgehauen?« Der Junge fixierte ihn mit tiefschwarzen Augen. »Erst mal hast du dich selber K.O. geschlagen, was bei einem Hornochsen wie dir niemanden wundert. Der Golem ist auf dich zugestapft, zweifellos in der Absicht, dir den Stab wegzunehmen und deinen Kopf zu zertreten. Diese Absicht wurde vereitelt.« »Durch dein beherztes Eingreifen? Dann möchte ich mich bei dir bedanken, Bartimeus.« »Bei mir? Glaubst du im Ernst, ich hätte dich gerettet?« »Nein, das Mädchen und sein Freund, die haben dich gerettet.« Der Junge hat den Golem abgelenkt und das Mädchen ist ihm auf den Rücken gesprungen, hat ihm das Pergament aus dem Mund gezogen und es weggeworfen. Im selben Augenblick hat der Golem die beiden gepackt und zu Staub zermalmt. Dann hat ihn die Lebenskraft verlassen. »Aber das ist doch absurd.« »Allerdings. Weshalb sollte sie dir das Leben retten? Man fasst sich an den Kopf, Nat. Aber genau das hat sie getan, sie hat dir das Leben gerettet. Und wenn du mir nicht glaubst, tja, sie selbst.« Der Djinn zog die Hand hinter dem Rücken vor und hielt Nathaniel etwas hin. »Das hat sie dem Ungeheuer aus dem Maul geholt.« Nathaniel erkannte das Pergament auf den ersten Blick. »Aber ich wollte sie doch in dem Tower sperren. Du lügst, Djinn, sie ist doch am Leben und ist abgehauen.« Bartimaeus zuckte die Achseln. »Wie du meinst. Deshalb hat sie ja auch den Stab hier gelassen, als du bewusstlos warst.« »Ach so, hm.« Das war ein Argument. Nathaniel dachte nach. Der Stab war für die Widerstandsbewegung die begehrteste Beute überhaupt. Das Mädchen hätte niemals freiwillig darauf verzichtet. Dann war sie womöglich doch tot. Er schaute wieder auf das Pergament. Da kam ihm eine Idee. »Kafka hat gesagt, sein Auftraggeber habe in ein Feld oben in der Ecke seinen Namen eingetragen. Komm, wir sehen mal nach.« »Dafür ist es ein bisschen zu spät. Pass auf!« Mit trübsinnigem Zischen schoss eine gelbe Flamme aus dem Schriftstück. Nathaniel schrie auf und ließ das Pergament los, sodass es aufs Pflaster fiel, wo es schnell zusammenschnurrte und schließlich zu Asche verbrannte. »Wenn man dem Golem das Pergament aus dem Mund nimmt, wird der Zauber so stark, dass er sich selbst zerstört.« fuhr Bartimaeus fort. »Macht nichts. Dir ist klar, was als nächstes geschieht.« »Der Golem wird wieder zu Lehm?« »Genau, aber nicht sofort. Zuerst kehrt er zu seinem Herrn zurück.« Jetzt begriff Nathaniel, worauf sein Diener hinaus wollte. Bartimaeus zog amüsiert die Augenbrauen hoch. »Das könnte doch ganz interessant sein, oder nicht?« Kurz darauf stapfte ein langsam zerfallender Golem durch die Stadt. Inzwischen stand so gut wie fest, dass sein Ziel Whitehall war. Nathaniel versuchte sich vorzustellen, was ihn dort erwartete. Beim Herrn des Golem mußte es sich um einen ziemlich hochrangigen Zauberer handeln, und zwar um einen, der von seiner Reise nach Prag gewußt und ihm den Söldner auf den Hals gehetzt hatte. Das Rätselslösung würde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das große Tor von Westminster Hall stand offen. Die Wachen hatten beim Anblick der herannahenden Kreatur das Weite gesucht. Der Golem duckte sich unter dem Tor hindurch. Unterdessen war sein Kopf nur noch ein formloser Klumpen. Nathaniel und der Djinn traten ins Vestibül. Der entscheidende Augenblick rückte näher. Nathaniels Herz klopfte heftig. Er kannte den Weg. Der Golem strebte dem Empfangssaal zu, den nur die führenden Zauberer betreten durften. Eine Flügeltür kam in Sicht. Der Golem, mittlerweile kaum mehr als ein unbeholfen stolpernder und schwankender Klumpen, stapfte einfach mitten durch. Die Minister der britischen Regierung erhoben sich wie ein Mann von ihren Stühlen. Mitten im Raum machte der Golem Halt. Die Anstrengung, die Tür einzuschlagen, hatte ihren Tribut gefordert. Der ramponierte Riese konnte sich nur noch mit Mühe auf den Beinen halten. Der Premierminister räusperte sich. »Mandrake«, hob er an, »ich verlange eine Erklärung.« »Unsinn«, widersprach ihm Jessica Whitwell ruppig, »wir wissen doch alle, was hier vorgeht. Der Golem kehrt zu seinem Herrn zurück.« Es war totenstill, als der Lehmriese auf Helen Malbindy zuschlurfte, die mit weichen Knien zurückwich. Dann verlagerte der Koloss auf einmal seinen Schwerpunkt, machte schlingernd einen Schwenk nach rechts und stand nunmehr über den Tisch hinweg Jessica Whitwell und Marmaduke Frye gegenüber. Whitwell rührte sich keinen Zoll breit von der Stelle, Frye dagegen wimmerte ängstlich. »Da haben wir's«, schrie Mr. Duval, »jetzt ist es raus. Jessica ist die Herrin dieses Geschöpfs. Miss Farrah, rufen Sie unsere Leute und lassen Sie Miss Whitwell in den Tower schaffen.« Ein Beben lief durch den Lehmberg. Er wandte sich wankend von Miss Whitwell ab und taumelte zum Kopfende des Tisches, wo Devereaux, Duval und Mortensen standen. Alle drei wichen einen Schritt zurück. Dann setzte sich der nahezu gliederlose Rumpf ein letztes Mal in Bewegung und schleppte sich zielstrebig auf Henry Duval zu. Bis auf Marmaduke Frye, der gedämpft an einem Knochen wirkte, war es totenstill im Raum. Duval schob sich mit aschfahlem Gesicht so lange rückwärts, bis sein Stuhl gegen die Wand stieß. Mit allerletzter Kraft raffte sich der Golem zu einem formlosen Turm auf, dann sackte er über dem Sprachlosen zusammen und setzte dabei den letzten Rest von Kafkas Zauberbann frei. Alles schwieg betroffen. Henry Duval schaute mit lehmverklebten Augen an sich herunter. Das Auge des Golem in seinem Schoß erwiderte ausdruckslos seinen Blick. Ein paar Stunden später saß mein Herr allein in einem Zimmer und frühstückte. Ich nahm Minotaurus Gestalt an, setzte mich ihm gegenüber und trommelte ungeduldig mit den Hinterhufen. Mein Herr blickte auf, sagte aber nichts. »Und«, fing ich an, »alles klar«, ein unartikulierter Laut, »sind wir wieder gut angeschrieben?« Ein kurzes Nicken, »hat man dich befördert?« »Chef der inneren Sicherheit, jüngster Minister aller Zeiten«, »der Minotaurus stieß einen anerkennenden Pfiff aus. Was sind wir doch mal wieder schlau gewesen?« »Es ist ein Anfang. Zum Glück bin ich nicht mehr von Whitwell abhängig.« »Und der Stab, durftest du ihn behalten?« »Eine säuerliche Miene. Er spießte ein Stück Blutwurst auf.« »Nein, er ist in den Tresor gewandert, angeblich aus Sicherheitsgründen. Niemand darf ihn benutzen.« »Was passiert jetzt mit Duval?« »Mein Herr kaute bedächtig.« »Den hat man in den Tower gebracht. Miss Whitwell ist jetzt wieder Chef in der Sicherheit. Sie soll das Verhör leiten. Gib mir mal das Salz.« Der Minotaurus gehorchte und wartete mit freudiger Zuversicht auf seine Entlassung. Und wartete. Mehrere Tage vergingen, in denen der Junge zu beschäftigt war, um sich mit mir zu befassen. Beschäftigt mit seinem neuen Job, einem neuen Haus, Abenden im Theater, kurzum, er führte ein ausgesprochen stressiges Leben. Sobald es sich irgendwie ergab, erinnerte ich ihn an sein Versprechen. »Ja, ja«, sagte er. »Demnächst.« Eines Abends jedoch kam er früher nach Hause als sonst. Ich war gerade unten in der Küche und beaufsichtigte die Fliesenleger, konnte mich aber loseisen, um ihm mein Anliegen abermals vorzutragen. »Hier drin brauchst du eine richtig gute Tapete,« sagte ich, »mit einem Muster, das deinem Alter angemessen ist. Wie wär's mit Autos oder Dampfloks?« Er trat ans Fenster, seine Schritte halten dumpf auf den blanken Dielen. »Die Wall hat heute gestanden,« sagte er. »Ist doch gut,« antwortete ich. »Oder nicht?« »Schon.« »Dank meiner magischen Kräfte spüre ich, dass du nicht gerade vor Begeisterung ausflübst.« »Na ja, stimmt schon.« Er drehte sich um und lächelte gezwungen. »Es steht zweifelsfrei fest, dass er der Schöpfer des Golems war.« »Na also.« »Er hat gesagt, er hätte seinen Machtbereich schon seit langem ausweiten wollen. Der Golem war ein Mittel zum Zweck, Voraussetzung der Vero zu gegebener Zeit zu stürzen. »Klingt einigermaßen logisch,« pflichtete ich ihm bei. »Ach, ich weiß nicht,« brummte der Junge verdrießlich. »Alle geben sich damit zufrieden.« »Whitwell hat ihren alten Posten wieder, sogar Jane Farrah ist wieder auf freiem Fuß, da man ihr nicht nachweisen konnte, dass sie vom Treiben ihres Meisters gewusst hat. Sie sind alle froh, dass sie nicht mehr darüber nachzudenken brauchen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich finde, manches passt nicht recht zusammen.« »Zum Beispiel?« Duval behauptet, er sei nicht der Alleinschuldige. Jemand anderes habe ihn dazu angestiftet, ein gewisser Hopkins. Er sagt, dieser Hopkins habe ihm das Golem-Auge beschafft und ihn auch mit dem bärtigen Söldner bekannt gemacht. Duval hat den Söldner angewiesen, mich zu beseitigen, aber dieser Hopkins soll der eigentliche Drahtzieher gewesen sein. Das leuchtet mir ein, denn Duval ist nicht intelligent genug, um sich so etwas ganz alleine auszudenken. Wo aber steckt dieser Hopkins? Er ist unerfindbar, als sei er bloß ein Hirngespinst. »Vielleicht ist er das ja auch.« »Mit dieser Meinung stehst du nicht allein da. Alle anderen glauben, Duval wollte mit seiner Geschichte nur von der eigenen Person ablenken und dass er bereits damals an der Loveless-Verschwörung beteiligt gewesen sei. Ich weiß trotzdem nicht recht.« »Das überzeugt mich aber gar nicht,« sagte ich. »Duval war wie die anderen in dem großen Pentagramm in Heddleham Hall gefangen. Er kann gar nicht an der Verschwörung beteiligt gewesen sein. »Dieser Hopkins schon eher. Wenn du den Ding festmachst, kommst du der Lösung bestimmt näher.« Der Junge seufzte. »Tja, wenn.« »Vielleicht weiß Duval ja mehr, als er bis jetzt gestanden hat. Gut möglich, dass er noch weiter auspackt.« »Das glaube ich kaum.« Das Gesicht des Jungen war plötzlich ganz grau. Als man ihn heute Nachmittag nach dem Verhör wieder in seine Zelle bringen wollte, hat er sich in einen Wolf verwandelt, seine Bewacher überwältigt und ist durch ein vergittertes Fenster ausgebrochen. »Und entkommen?« »Nicht direkt. Das Fenster befand sich im fünften Stock.« »Ja, ja.« »Genau.« Der Junge stand jetzt vor dem wuchtigen Kamin und ließ geistesabwesend die Hand über den Marmor gleiten. »Das zweite Rätsel ist die Sache mit Gladstones Zauberstab.« »Dass sie mir so einiges über einen gewissen Hopkins erzählt hatte.« »Es war nicht meine Aufgabe, Nathaniel davon in Kenntnis zu setzen. Außerdem hatte der Junge es nicht verdient.« »Du warst doch ein paar Stunden mit ihr allein,« sagte er unvermittelt. »Habt ihr euch da unterhalten?« »Nein.« »Wahrscheinlich war sie zu verängstigt.« »Au contraire, zu stolz.« Er schnaubte. »Schade, dass sie so dickköpfig war. Eigentlich war sie gar nicht so übel.« »Ach, das ist dir auch aufgefallen. Ich dachte schon, du wärst nur damit beschäftigt gewesen, ihr gegenüber dein Wort zu brechen.« Er lief rot an. »Ich hatte keine andere Wahl, Bartimaeus. Ich konnte mich nicht frei entscheiden.« »Erzähl mir nichts von Entscheidungsfreiheit,« blaffte ich. »Die Kleine hätte sich schließlich auch entscheiden können, dich verrecken zu lassen.« Er stampfte mit dem Fuß auf. »Ich dulde nicht, dass du mein Tun und Lassen kritisierst.« Ich verschränkte die Arme. »Die Tatsache, dass eine kleine Gewöhnliche mehr Charakter bewiesen hat als du in deinem ganzen Leben, ist mir piepigal. Mach doch, was du willst.« »Mach ich auch.« »Na prima.« »Na prima.« »Pause.« »Falls es dich zufällig interessiert,« grummelte Nathaniel schließlich. »Ich habe dafür gesorgt, dass Kafkas Kinder aus dem Gefängnis entlassen werden.« »Wie Nobel von dir.« »Es waren sowieso nur Schmalspurspione.« »Klar.« »Neue Pause.« »Na ja«, sagte ich schließlich, »ende gut, alles gut. Jetzt hast du alles, was du wolltest.« Ich deutete auf das leere Zimmer. »Mann, was für eine Riesenwohnung! Und obendrein bist du angesehener und einflussreicher denn je. Der Premierminister steht in deiner Schuld, und die olle Witwell bist du auch los.« Er sah gleich zufriedener aus. »Stimmt.« »Dazu gehört natürlich auch, dass du keinen einzigen Freund hast und ganz allein dastehst,« fuhr ich fort, »und dass deine Kollegen dich fürchten und dir übel wollen.« »Übrigens, die sechs Wochen sind um, und ich habe meine Pflicht erfüllt. Mir tut schon die ganze Substanz weh, und ich kann keine Dispersionsfarbe mehr sehen.« Er nickte knapp und erwiderte, »also gut, dann löse ich mein Versprechen ein.« »Wie bitte?« »Ach so, ja, klar.« »Nur zu deiner Information«, sagte er gehässig, als ich in meinem Pentagramm stand, »du lässt mich hier nicht gänzlich vereinsamt zurück. Heute Abend gehe ich zum Beispiel ins Theater. Mein guter Freund Quentin Makepeace hat mich zur Galapremiere seines neuesten Werkes eingeladen.« »Ach, wie aufregend!« »So, bist du bereit?« »Jawoll, ja«, ich salutierte. »Hiermit sage ich dem großen Zauberer John Mandrake ade. Möge ihm ein langes Leben beschieden sein, und möge er mich nie mehr beschwören. Ach, übrigens, fällt dir nichts auf?« Er hielt mit erhobenen Armen und der Formel auf der Zunge inne. »Was denn?« »Ich hab nicht Nathaniel gesagt. Das liegt daran, dass du inzwischen für mich eher Mandrake bist. An den Nathaniel von früher erinnert inzwischen kaum noch was.« »Sehr schön«, sagte er kurz angebunden, »freut mich, dass du endlich Vernunft annimmst.« Er räusperte sich. »Also. Mach's gut, Bartimaeus.« »Mach's gut.« Er rezitierte seine Formel und ich verschwand, und kam nicht mehr dazu, ihn darauf hinzuweisen, dass er mich offenbar nicht richtig verstanden hatte.« Trotz der völlig unerwarteten Gleichgültigkeit der Behörden an Kitty und Jakob befand die Familie Jirnek, es sei für beide zu riskant, sich noch länger in London aufzuhalten. Drüben auf dem Kontinent würden Ableger des weit verzweigten Jirnek-Clans etwa in Ostende, Brügge oder Basel sie mit offenen Armen aufnehmen. Während sich Jakobs Brüder ans Fälschen der Dokumente machten und Mrs. Jirnek und Jakob für die Reise packten, blieb Kitty allein und grübelnd im Versteck in der Abstellkammer sitzen. Zwei Tage überlegte sie hin und her. Dann gab sie ihre Entscheidung bekannt. Sie würde Jakob nicht begleiten. »Ja, also dann. Mach's gut.« »Du auch.« »Hör mal, Kitty.« »Ja.« »Du weißt hoffentlich, dass ich dir echt dankbar bin. Ich meine, dass du mich gerettet hast und so, aber ehrlich gesagt, warum willst du unbedingt hierbleiben? Der Stadtrat von Brügge besteht aus gewöhnlichen Zauberei, spielt doch so gut wie keine Rolle. Man kann sich kaum vorstellen, wie unbeschwert es sich dort lebt, hat mein Cousin gesagt. »Und falls du unbedingt weitermachen willst mit deiner«, er sah sich unauffällig um, »mit deiner«, »also mein Cousin hat gesagt, dass es auch gut organisierte Untergrundbewegungen gibt.« »Ich weiß, du hast ja recht, aber mir geht's um was anderes. Ich glaube, ich sollte hierbleiben, wo uns Zauberer und Dämonen das Leben schwer machen.« »Aber wieso nur?« »Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh über meine neue Identität.« Sie klopfte auf ihre Jackentasche, in der die neuen Papiere knisterten. »Es ist bloß... Dieser Dämon Bartimaeus hat etwas gesagt, was mich nachdenklich gemacht hat. Er hat von der Vergangenheit gesprochen, dass sich bestimmte Abläufe wiederholen, über den Aufstieg und Fall der Zauberer im Laufe der Jahrhunderte. Es passiert immer wieder, Jakob.« »Ich finde dich trotzdem bescheuert. Da, das ist mein Signal.« Ein tiefer Sirenenton dröhnte von der Fähre herüber, Möwen flatterten auf. Jakob beugte sich zu Kitty herunter und umarmte sie flüchtig. Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Pass gut auf dich auf«, sagte er. »Mach ich.« Dann sah sie ihm nach, wie er zur Gangway schlenderte, dem Kontrolleur seine Papiere unter die Nase hielt, einen Stempel in den Pass bekam und an Bord ging. Kitty wandte sich ab und ging davon.